Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Vierter Teil Aller hatten sich an diesem allgemeinen Gespräche beteiligt, außer Kitty und Ljewin. Zu Anfang, als von der Einwirkung gesprochen wurde, die ein Volk auf das andere ausüben könne, fiel Ljewin unwillkürlich manches ein, was er selbst über diesen Gegenstand sagen konnte. Aber diese Gedanken, die früher für ihn eine so große Wichtigkeit gehabt hatten, huschten ihn jetzt nur ganz flüchtig wie im Traume durch den Kopf und interessierten ihn nicht im Geringsten mehr. Es kam ihm sogar sonderbar vor, weshalb doch diese Menschen mit solchem Eifer über Dinge redeten, die keinen von ihnen persönlich angingen. Ganz ebenso hätte wohl Kitty sich für das interessieren sollen, was da über Frauenrechte und Frauenbildung gesprochen wurde. Wie oft hatte sie über diesen Gegenstand nachgedacht, wenn sie sich an Varyenka, ihre Freundin von dem deutschen Badeorte her und an deren schwere, abhängige Lebensstellung erinnerte. Wie oft hatte sie auch an sich selbst gedacht, was aus ihr werden würde, wenn sie sich nicht verheiratete. Und wie oft hatte sie mit ihrer Schwester hierüber gestritten. Aber jetzt interessierte sie das gar nicht. Zwischen ihr und Ljewin war ein besonderes Gespräch im Gange oder eigentlich nicht ein Gespräch, sondern eine Art von geheimnisvoller seelischer Verbindung, die sie von Minute zu Minute immer enger miteinander verknüpfte und in beiden ein Gefühl froher Bangigkeit vor jenem unbekannten Gebiete erweckte, in das sie sich jetzt anschickten einzutreten. Zuerst hatte Ljewin auf Kittys Frage, wie es denn zugegangen sei, dass er sie im vorigen Jahre im Wagen gesehen habe, ihr erzählt, wie er nach der Heuernte auf der Landstraße gewandert sei und sie dabei getroffen habe. Es war ganz früh am Morgen, sie waren wahrscheinlich eben erst aufgewacht. Ihre Maman schlief in ihrem Eckchen. Es war ein wunderschöner Morgen, ich wanderte so dahin und dachte, wer kommt denn da mit einem Viergespann angefahren? Es war ein vorzügliches Viergespann mit Schellen und in einem Augenblick rollten sie an mir vorbei. Und ich warf einen Blick ins Fenster. Da saßen sie so da, sehen sie so. Sie hielten mit beiden Händen die Bänder ihres Häubchens fest und waren ganz tief in Gedanken versunken, erzählte er lächelnd. Ich hätte gar zu gern gewusst, woran sie damals dachten, wohl an etwas sehr Wichtiges. Obwohl auch mein Haar nicht unordentlich ausgesehen hat, dachte sie, aber als sie das entzückte Lächeln sah, das durch die Erinnerung an diese Einzelheiten auf seinem Gesichte hervorgerufen wurde, da sagte sie sich, dass im Gegenteil der Eindruck, den sie gemacht habe, gut gewesen sein müsse. Sie errötete und lachte fröhlich. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr. Wie herzlich dieser Turovzin lacht, bemerkte Lewin und betrachtete mit Vergnügen dessen feuchtschimmernde Augen und schütternden Körper. Kennen Sie ihn schon lange? fragte Kitty. Wer sollte den nicht kennen? Ich merke, dass Sie ihn für einen schlechten Menschen halten. Nicht für schlecht, aber für unbedeutend. Da beurteilen Sie ihn falsch. Lassen Sie nur diese Ansicht recht schnell fallen, versetzte Kitty. Ich hatte auch eine sehr geringe Meinung von ihm, aber er ist ein sehr lieber und außerordentlich guter Mensch. Er hat ein goldenes Herz. Wo haben Sie denn die Möglichkeit gehabt, sein Herz kennenzulernen? Er und ich, wir sind gute Freunde. Ich kenne ihn sehr gut. Im vorigen Winter, bald nachdem Sie bei uns gewesen waren, sagte sie mit einem schuldbewussten und zugleich doch vertrauensvollen Lächeln, bekamen Dollys Kinder sämtlich Scharlach und er machte zufällig einen Besuch bei ihr. Und können Sie sich das vorstellen, fuhr sie flüsternd fort, sie tat ihm so leid, dass er da blieb und ihr die Kinder pflegen half. Ja, und drei Wochen lang hat er bei ihnen im Hause gewohnt und die Kinder gepflegt wie eine Wärterin. Ich erzähle eben Konstantin Dmitrievich von Turovzin beim Scharlach, sagte sie, indem sie sich zu ihrer Schwester hinüberbeugte. Ja, das war eine bewundernswerte Aufopferung, ein prächtiger Mensch, erwiderte Dolly. Sie blickte Turovzin an, der gemerkt hatte, dass von ihm gesprochen wurde, und lächelte ihm sanft zu. Lewin sah noch einmal zu Turovzin hin und wunderte sich, wie es möglich gewesen war, dass er die Vortrefflichkeit dieses Mannes nicht schon früher in ihrem ganzen Umfange erkannt hatte. »Verzeihung, Verzeihung, ich will nie wieder von anderen Leuten schlecht denken«, sagte er fröhlich, und was er sagte, war in diesem Augenblick wirklich seine aufrichtige Empfindung. 12. In dem begonnenen Gespräche über die Rechte der Frauen kamen auch heikle, in Gegenwart der Damen nicht wohl zu erörternde Fragen vor. Über die Ungleichheit der Rechte in der Ehe. Pieszov berührte bei Tische diese Frage einige Male, aber Sergej Ivanovic und Stepan Arkadievich lenkten ihn jedes Mal behutsam wieder davon ab. Als man von Tische aufgestanden war und die Damen das Zimmer verließen, folgte Pieszov ihnen nicht, sondern wandte sich zu Alexei Aleksandrowitsch und unternahm es, die Hauptursache dieser Ungleichheit darzulegen. Die Ungleichheit in der Stellung der Ehegatten hing seiner Ansicht nach damit zusammen, dass Untreue der Frau und Untreue des Mannes sowohl vom Gesetze wie auch von der öffentlichen Meinung nicht mit gleicher Schärfe verurteilt würden. Stepan Arkadievich trat schnell zu Alexei Aleksandrowitsch heran und bot ihm zu rauchen an. »Nein, danke, ich rauche nicht«, erwiderte Alexei Aleksandrowitsch ruhig, und als wollte er geflissentlich zeigen, dass er dieses Thema nicht scheue, wandte er sich wieder mit kaltem Lächeln zu Pieszov. »Ich meine, die Gründe einer derartigen Anschauung liegen in der Natur der Dinge selbst«, sagte er und wollte nach dem Salon gehen, aber nun ergriff plötzlich und unerwartet Turowtsin das Wort und wandte sich dabei unmittelbar an Alexei Aleksandrowitsch. »Haben Sie schon von Priatschnikow gehört?«, fragte Turowtsin. Er hatte längere Zeit nichts gesagt und nun, durch den genossenen Champagner belebt, schon lange auf eine Gelegenheit gewartet, das ihn bedrückende Schweigen aufzugeben. »Vassilii Priatschnikow«, fuhr er mit dem ihm eigenen gutmütigen Lächeln um die feuchten roten Lippen fort, indem er sich vorzugsweise an die bedeutendste Persönlichkeit unter den Gästen an Alexei Aleksandrowitsch wandte. »Vassilii Priatschnikow hat sich, wie mir heute erzählt wurde, in Tver mit Kvitski duelliert und ihn erschossen.« Wie es einem immer so vorkommt, als stoße man sich wie ausgesucht, stets gerade an die schmerzhafte Stelle, so hatte jetzt Stepan Arkadjewitsch die Empfindung, dass das Gespräch heute unglücklicherweise jeden Augenblick Alexei Aleksandrowitschs wunden Punkt berührte. Er wollte wieder seinen Schwager beiseite führen, aber Alexei Aleksandrowitsch fragte selbst neugierig. »Weshalb hat sich Priatschnikow denn duelliert?« »Wegen seiner Frau. Er hat sich wacker und schneidig benommen. Er hat ihn gefordert und erschossen.« »Ah«, machte Alexei Aleksandrowitsch gleichmütig und verließ, die Augenbrauen in die Höhe ziehend, den Speisesaal, um nach dem Salon zu gehen. Im Zwischenzimmer traf er Dolly. »Wie freue ich mich, dass Sie gekommen sind«, redete sie ihn mit einem furchtsamen Lächeln an. »Ich habe dringend mit Ihnen zu reden. Wir können ja hier Platz nehmen.« Alexei Aleksandrowitsch setzte sich mit einem Ausdruck von Gleichgültigkeit, den die hinaufgezogenen Augenbrauen seinem Gesichte verliehen, neben Darja Aleksandrowna und lächelte gezwungen. »Es ist mir dies um so erwünschter«, versetzte er, »da ich Sie um Entschuldigung bitten und mich sogleich empfehlen wollte, ich muss morgen abreisen.« Darja Aleksandrowna war von Annas Unschuld fest überzeugt und fühlte, wie sie blass wurde und ihr die Lippen zitterten vor Zorn über diesen kalten, gefühllosen Menschen, der sich mit solcher Ruhe daran machte, ihre unglückliche Freundin zugrunde zu richten. »Alexei Aleksandrowitsch«, sagte sie und blickte ihm mit der Entschlossenheit der Verzweiflung in die Augen, »ich habe sie gestern nach Anna gefragt, und sie haben mir nicht geantwortet. Wie geht es ihr?« »Ich glaube, sie ist gesund, Darja Aleksandrowna«, antwortete Alexei Aleksandrowitsch, ohne sie anzusehen. »Alexei Aleksandrowitsch, verzeihen Sie mir, ich habe ja eigentlich kein Recht. Aber ich liebe und achte Anna wie eine Schwester. Ich bitte, ich flehe Sie an, sagen Sie mir, was ist zwischen Ihnen beiden vorgefallen? Was werfen Sie ihr vor?« Alexei Aleksandrowitsch runzelte die Stirn, schloß die Augen fast ganz und ließ den Kopf hängen. »Ich setze voraus, dass Ihr Gatte Ihnen die Gründe mitgeteilt hat, die es mir notwendig erscheinen lassen, mein bisheriges Verhältnis zu Anna Arkadjewna zu ändern. antwortete er, ohne ihr in die Augen zu sehen. Unzufrieden blickte er sich nach dem jungen Scherbatski um, der durch das Zimmer ging. »Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht und ich kann es nicht glauben«, versetzte Dolly und presste mit einer energischen Gebärde ihre knochigen Hände vor ihrer Brust zusammen. Sie stand rasch auf und legte ihre Hand auf Alexei Aleksandrowitschs Arm. »Wir werden hier gestört, bitte kommen Sie dorthin.« Dollys Aufregung machte Alexei Aleksandrowitsch nachgiebig. Er stand auf und folgte ihr gehorsam in das Unterrichtszimmer der Kinder. Sie nahmen an einem Tische Platz, dessen Wachstuch über Zug vielfach von Federmessern zerschnitten war. »Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht«, sagte Dolly noch einmal und gab sich Mühe, seinen Blick der den ihrigen vermied zu fangen. »Den vorliegenden Tatsachen kann man nicht umhin glauben zu schenken«, versetzte er und legte dabei einen besonderen Nachdruck auf das Wort Tatsachen. »Aber was hat sie denn getan?« fragte Darja Aleksandrowna. »Was ist es denn eigentlich, was sie getan hat?« »Sie hat ihre Pflicht verletzt und ihren Mann betrogen. Das ist's, was sie getan hat. antwortete er. »Nein, nein, das ist nicht möglich. Nein, ich beschwöre Sie, Sie haben sich geirrt«, rief Dolly. Sie griff sich mit den Händen an die Schläfen und schloß die Augen. Aleksij Aleksandrowitsch lächelte kalt, nur mit den Lippen, in der Absicht, ihr und sich selbst die Festigkeit seiner Überzeugung zu zeigen. Diese eifrige Verteidigung konnte ihn zwar nicht wankend machen, hatte aber die Wirkung, seine Wunde wieder aufzureißen. Er erwiderte mit größerer Lebhaftigkeit, »Ein Irrtum ist wohl so gut wie ausgeschlossen, wenn die Frau selbst dem Manne die betreffende Mitteilung macht. ihm mitteilt das acht Jahre gemeinsamen Lebens und das Kind, dass das alles ein Irrtum war und dass sie noch einmal ganz von vorn zu leben anfangen will«, sagte er zornig, indem er hörbar den Atem durch die Nase einzog und ausstieß. »Anna und die Sünde, das kann ich nicht vereinigen, das kann ich nicht glauben.« »Daria Aleksandrowna«, begann er. Er blickte ihr jetzt gerade in das herzensgute aufgeregte Gesicht und fühlte, dass seine Zunge sich unwillkürlich freier bewegte. »Ich würde viel darum geben, wenn noch ein Zweifel möglich wäre. Damals, als ich noch zweifelte, war mir schwer ums Herz, aber doch immerhin leichter als jetzt. Damals, als ich noch zweifelte, war doch noch nicht alle Hoffnung geschwunden, aber jetzt ist keine Hoffnung mehr, und doch zweifle ich an allem. Ich zweifle derart an allem, dass ich meinen Sohn hasse und zuweilen nicht glaube, dass er mein Sohn ist. Ich bin sehr unglücklich.« Er hätte das nicht zu sagen brauchen. Darja Aleksandrowna hatte das erkannt, sobald er ihr ins Gesicht geblickt hatte. Mitleid mit ihm ergriff sie, und der Glaube an die Schuldlosigkeit ihrer Freundin geriet in ihren Herzen ins Wanken. »Ach, das ist furchtbar, furchtbar.« »Aber ist es denn wirklich wahr, dass Sie sich zur Scheidung entschlossen haben?« »Ich habe mich zu dieser äußersten Maßregel entschlossen. Es blieb mir nichts anderes übrig.« »Nichts anderes übrig?« »Nichts anderes übrig?« wiederholte sie mit Tränen in den Augen. »Nein, sagen Sie nicht, dass Ihnen nichts anderes übrig bliebe«, rief sie. »Das ist eben das Furchtbare bei einem Leide dieser Art, dass man nicht wie bei jedem anderen Leide bei einem Verluste, bei einem Todesfalle sich darauf beschränken kann, sein Kreuz zu tragen, sondern dass man hier selbst handeln muß,« sagte er, wie wenn er ihre Gedanken erraten hätte. »Man muß aus der demütigenden Lage, in die man hineingeraten ist, herauszukommen suchen. Zu dreien kann man nicht leben.« »Ich begreife das, ich begreife das vollkommen«, erwiderte Dolly und ließ den Kopf sinken. Sie schwieg ein Weilchen und dachte an sich und ihren eigenen Kummer im Familienleben. Plötzlich hob sie mit einer energischen Bewegung den Kopf in die Höhe und faltete flehend die Hände. »Tun Sie das nicht. Sie sind ein Christ. Denken Sie an das Schicksal des armen Weibes. Was soll aus ihr werden, wenn Sie sie verstoßen?« »Ich habe darüber nachgedacht, Darja Alexandrovna. Viel darüber nachgedacht,« versetzte Alexej Alexandrovich. Auf seinem Gesichte traten rote Flecke hervor und die trüben Augen blickten ihr gerade ins Gesicht. Darja Alexandrovna bemitleidete ihn jetzt von ganzer Seele. »Ich habe das erwogen, nachdem sie mir mitgeteilt hatte, welche Schande über mich gekommen war. Ich ließ alles beim Alten. Ich gewährte ihr die Möglichkeit, sich zu bessern und versuchte, sie zu retten. Und der Erfolg, nicht einmal die leichteste Forderung, die Wahrung des äußeren Anstandes, hat sie erfüllt,« sagte er heftiger werdend. »Retten kann man jemanden, der nicht untergehen will. Wenn aber jemand in seinem ganzen Wesen so verdorben und entsittlicht ist, dass ihm der Untergang selbst als Rettung erscheint, was soll man dann tun?« »Alles, nur keine Scheidung«, antwortete Darja Alexandrovna, »was meinen Sie damit, alles?« »Ach nein, das ist entsetzlich.« »Dann wird sie niemandes Gattin sein, sie wird untergehen.« »Was kann ich dabei tun?« Erwiderte Alexei Alexandrovitsch, indem er die Schultern und die Augenbrauen in die Höhe zog. Die Erinnerung an den letzten Verstoß seiner Frau versetzte ihn in solche Empörung, dass er wieder so eisig wurde, wie er beim Beginne des Gesprächs gewesen war. »Ich bin Ihnen für Ihre Teilnahme sehr dankbar, aber ich muß jetzt aufbrechen«, sagte er und erhob sich. »Nein, bleiben Sie noch, Sie dürfen Sie nicht ins Verderben stoßen. Bleiben Sie noch, ich will Ihnen etwas von mir selbst erzählen. Ich habe geheiratet und mein Mann hat mich betrogen. Vor Zorn und Eifersucht wollte ich alles im Stich lassen und wollte sogar... Aber ich kam zur Besinnung. Und wer war's, der mich rettete? Anna! Und sehen Sie, ich lebe noch. Die Kinder wachsen auf. Mein Mann kehrt zu seiner Familie zurück und ist sich seines Unrechtes bewusst. Er wird reiner und besser. Und ich lebe. Ich habe verziehen und... Sie müssen auch verzeihen. Alexei Alexandrowitsch hörte zu, aber ihre Worte machten auf ihn keinen Eindruck mehr. In seiner Seele war wieder der ganze Ingrim jenes Tages aufgelebt, an dem er den Entschluß gefaßt hatte, sich scheiden zu lassen. Er schüttelte sich und sagte mit scharfer, lauter Stimme. Verzeihen kann ich nicht und ich will es auch nicht und halte es für ungerecht. Ich habe für diese Frau alles getan und sie hat alles in den Kot getreten, der ihr Element ist. Ich bin kein böser Mensch. Ich habe nie jemanden gehasst, aber sie hasse ich mit aller Kraft meiner Seele und bin völlig außerstande, ihr zu verzeihen, weil ich sie gar zu sehr hasse für all das Böse, das sie mir angetan hat. Es war seiner Stimme anzuhören, dass ihm die Tränen des Grimmes nahe waren. Liebet, die euch hassen, flüsterte Darja Alexandrowna schüchtern. Alexei Alexandrowitsch lächelte geringschätzig. Diesen Spruch kannte er schon längst, aber auf seinen Fall war der doch nicht anwendbar. Liebet, die euch hassen, aber die zu lieben, die man selbst haßt, das ist unmöglich. Verzeihen Sie, dass ich ihnen Schmerz bereitet habe. Jeder hat an seinem eigenen Leide genug zu tragen. Alexei Alexandrowitsch, der nun die Herrschaft über sich wiedergewonnen hatte, empfahl sich ruhig und fuhr weg. Als man von Tische aufstand, wäre Ljewin gern Kitty in den Salon gefolgt, aber er fürchtete, es könnte ihr unangenehm sein, wenn es allzu offenkundig würde, dass er sich um sie bemühte. Er blieb daher bei den Herren und beteiligte sich an dem allgemeinen Gespräche. Aber ohne dass er Kitty sah, empfand er durch das Gefühl ihre Bewegungen, ihre Blicke und den Platz, an dem sie sich im Salon befand. Gleich auf der Stelle und ohne dass es ihn die geringste Anstrengung gekostet hätte, erfüllte er das Versprechen, das er ihr gegeben hatte, immer gut von allen Menschen zu denken und immer alle Menschen zu lieben. Das Gespräch war auf die Gemeindeorganisation übergegangen, in der Pestzov ein besonderes Prinzip zu erkennen glaubte, das er als Korprinzip bezeichnete. Ljewin war weder mit Pestzov noch mit seinem Bruder einverstanden, der, wie das so seine Art war, den Wert der russischen Gemeindeorganisation zum Teil anerkannte und zum Teil auch wieder bestritt. Aber er nahm an ihrem Gespräche teil und richtete dabei sein Bemühen nur darauf, einen Ausgleich zwischen beiden herbeizuführen und die Schärfe ihrer Entgegnungen abzuschwächen. Er interessierte sich ganz und gar nicht für das, was er selbst sagte, und noch weniger für das, was jene beiden sagten. Er hatte nur einen Wunsch, dass sie und alle Menschen sich wohlfühlen und vergnügt sein möchten. Er kannte jetzt das Einzige, was in der Welt von Wichtigkeit war, und dieses Einzige befand sich zuerst dort im Salon und bewegte sich dann vorwärts und blieb an der Tür stehen. Ohne sich umzuwenden fühlte er ihren auf ihn gerichteten Blick und ihr Lächeln, und nun mußte, mußte er sich umwenden. Sie stand mit dem jungen Scherbatzki in der Tür und blickte nach ihm hin. »Ich denke mir, Sie wollen zum Klavier gehen«, sagte er zu ihr tretend. »Die Musik, das ist etwas, was mir auf dem Lande fehlt.« »Nein, wir sind nur gekommen, um Sie herauszuholen, und ich danke Ihnen«, »bei diesem Worte belohnte sie ihn mit einem Lächeln wie mit einem Geschenke, dass Sie zu uns herangetreten sind.« »Was haben die Leute nur davon, sich herumzustreiten?« »Es überzeugt ja doch nie einer den anderen.« »Ja, das ist richtig«, versetzte ljewin. »Meistens streitet man nur deswegen so hitzig, weil man gar nicht begreifen kann, was der Gegner eigentlich beweisen will.« Ljewin hatte oft, wenn die klügsten Leute miteinander stritten, die Beobachtung gemacht, dass die Streitenden nach ungeheuren Anstrengungen und einem gewaltigen Aufwande von logischen Feinheiten und von Worten endlich zu der Einsicht gelangten, dass das, was sie sich abmühten, einander klar zu machen, schon längst, schon vom Beginne des Streites an beiden klar gewesen war, dass aber dem einen dies, dem anderen etwas anderes Herzenssache war, und sie das, was ihnen Herzenssache war, nicht hatten aussprechen mögen, um es nicht Angriffen auszusetzen. Er hatte es schon oft erlebt, dass man während eines Streites Verständnis für das gewinnt, was dem Gegner Herzenssache ist, und sich auf einmal selbst für eben dasselbe erwärmt und sofort mit dem Gegner einverstanden ist und dass dann alle Beweise als unnötig in Wegfall kommen. Und manchmal hatte er auch einen anderen Hergang erlebt. Man spricht endlich das aus, was einem Herzenssache ist, und um dessen Willen man nach Beweisen herumgesucht hat, und wenn es sich so macht, dass das in gutherziger, aufrichtiger Weise herauskommt, so ist auf einmal der Gegner einverstanden und hört auf zu streiten. Eben dies hatte Ljewin sagen wollen. Sie legte die Stirn in Falten und bemühte sich, ihn zu verstehen. Aber kaum fing er an, das Gesagte zu erläutern, als sie es auch schon begriffen hatte. »Ich verstehe. Man muss erkennen, wofür der Gegner eigentlich kämpft, was ihm Herzenssache ist. Dann ist es möglich...« Sie hatte den Gedanken, den er vorher nur mangelhaft ausgedrückt gehabt hatte, vollständig erfaßt und richtig ausgedrückt. Ljewin lächelte froh. So überraschend war ihm dieser Übergang von dem wirren, wortreichen Streite mit Pestzow und seinem Bruder zu dieser lakonischen, klaren, fast wortlosen Mitteilung der verwickeltsten Gedanken. Der junge Scherbatsky entfernte sich von ihnen, Kitty aber trat an einen dort aufgestellten Spieltisch, setzte sich, nahm den Kreidestift in die Hand und begann auf dem neuen grünen Tuche allerlei sich schneidende Kreislinien zu ziehen. Sie nahm das Gespräch wieder auf, das bei Tische geführt worden war, über Frauenrecht und Frauentätigkeit. Ljewin schloss sich der von Darja Alexandrovna geäußerten Meinung an, dass ein Mädchen, das sich nicht verheiratet habe, eine weibliche Beschäftigung für sich in einer Familie finden könne. Zur Bekräftigung führte er an, keine Familie könne ohne eine Helferin auskommen. In jeder Familie, ob arm oder reich, gebe es Pflegerinnen für die Kinder und müsse es solche geben, möchten dies nun für Lohn angenommene Personen sein oder Verwandte. »Nein«, versetzte Kitty errötend, aber sie sah ihn nur um so fester mit ihren ehrlichen Augen an. »Manches Mädchen ist so gestellt, dass es nicht ohne Demütigung in eine andere Familie eintreten kann, und doch kann das Mädchen selbst...« Er verstand aus dem bloßen Anfange des Satzes, was sie meinte. »Oh ja«, rief er, »ja, ja, ja, Sie haben recht, Sie haben recht.« Alles, was Pieszov bei Tische für die Gleichberechtigung der Frauen vorgebracht hatte, verstand Ljewin jetzt auf einmal, und zwar lediglich infolgedessen, weil er in Kittys Herzen die Furcht vor der Altjungfernschaft und einer solchen Demütigung wahrnahm, und da er sie liebte, fühlte er diese Furcht und diese Demütigung mit und warf sofort alle seine Beweisgründe über Bord. Es trat ein Stillschweigen ein. Sie zeichnete immer noch mit der Kreide auf dem Tische. Ihre Augen leuchteten in stillem Glanze. Ihre Stimmung hatte sich ihm mitgeteilt, und er fühlte in seinem ganzen Wesen die sich immer mehr steigende Spannung der Glücksempfindung. »Ach, ich habe den ganzen Tisch vollgemalt«, sagte sie, legte die Kreide hin und machte eine Bewegung, als ob sie aufstehen wollte. »Wie kann ich denn hier allein bleiben ohne Sie?« dachte er erschrocken und griff nach der Kreide. »Bitte, bleiben Sie noch ein Augenblickchen«, sagte er, indem er sich an den Tisch setzte. »Ich wollte Sie schon lange etwas fragen.« Er blickte ihr gerade in die freundlichen, wie wohl erschrockenen Augen. »Fragen Sie, bitte.« »Bitte, sehen Sie her«, sagte er und schrieb folgende Anfangsbuchstaben hin. »ASMA, EKNS, BDN, OND, Fragezeichen.« Diese Buchstaben bedeuteten, als sie mir antworteten, »Es kann nicht sein«, bedeutete das »Niemals« oder nur »Damals«. Es war höchst unwahrscheinlich, dass sie diesen langen Satz sollte verstehen können, aber er blickte sie mit so ängstlicher Spannung an, als hinge sein Leben davon ab, ob sie diese Worte verstehen werde oder nicht. Sie sah ihn ernst an. Dann stützte sie die gerunzelte Stirn auf die Hand und begann zu lesen. Bisweilen schaute sie ihn dabei an und fragte gleichsam mit dem Blicke, »Bedeutet es das, was ich denke?« »Ich habe es verstanden«, sagte sie endlich errötend. »Was ist das für ein Wort?«, fragte er und zeigte auf das »N«, das »Niemals« bedeutete. »Dieses Wort heißt »Niemals«, antwortete sie. »Aber dieses Wort sagt nicht die Wahrheit.« Er wischte das Geschriebene schnell weg, reichte ihr die Kreide hin und stand auf. Sie schrieb »D-K-I-N-A-A«. Dolly fühlte sich über den Kummer, den ihr das Gespräch mit Alexej Aleksandrovich bereitet hatte, völlig hinweggetröstet, als sie diese beiden Gestalten nebeneinander sah. Kitty, die die Kreide in der Hand mit einem schüchternen, glückseligen Lächeln zu Lerwin in die Höhe blickte, und seine hübsche Gestalt, die sich über den Tisch beugte, mit den leuchtenden Augen, die sich bald auf den Tisch, bald auf sie richteten. Plötzlich strahlte er über das ganze Gesicht. Er hatte verstanden. Es bedeutete, damals konnte ich nicht anders antworten. Er blickte sie zaghaft fragend an. »Nur damals?« »Ja«, antwortete ihr Lächeln. »Und jetzt?« »Und jetzt?« fragte er. »Nun, dann sehen Sie bitte her und lesen Sie. Ich werde schreiben, was mein Wunsch ist, mein dringender Wunsch.« Sie schrieb folgende Anfangsbuchstaben. »D, S, V, U, V, K, W, G, I.« Das bedeutete, dass Sie vergeben und vergessen könnten, was geschehen ist. Er ergriff mit krampfhaft zitternden Fingern die Kreide und schrieb in solcher Erregung, dass er die Kreide dabei zerbrach, die Anfangsbuchstaben folgender Sätze hin. »Ich habe nichts zu vergeben und zu vergessen. Ich liebe Sie noch unverändert.« Sie sah ihn mit einem regungslosen Lächeln an. »Ich habe verstanden«, flüsterte sie. Er setzte sich hin und schrieb einen langen Satz. Sie verstand alles und ohne zu fragen, ob sie auch alles richtig aufgefasst habe, nahm sie die Kreide und antwortete sofort. Er konnte das, was sie geschrieben hatte, trotz längerer Bemühungen nicht verstehen und blickte ihr oft in die Augen. Er war von seinem Glücke ganz benommen und schlechterdings nicht imstande, für die Anfangsbuchstaben die Worte einzusetzen, die sie gemeint hatte. Aber in ihren reizenden, glückstrahlenden Augen las er alles, was er zu wissen brauchte. Und nun schrieb er drei Buchstaben. Aber er hatte noch nicht zu Ende geschrieben, als sie schon das Geschriebene hinter seiner Hand las, es selbst zu Ende brachte und auch gleich die Antwort dazu schrieb. Ja. »Ihr spielt wohl Sekretär?« fragte der alte Fürst, der zu ihnen herantrat. »Aber nun müssen wir fahren, wenn du noch zur rechten Zeit ins Theater kommen willst.« Lewin stand auf und begleitete Kitty bis zur Tür. In ihrem Gespräche war alles Erforderliche gesagt worden. Es war gesagt worden, dass sie ihn liebe und ihrem Vater und ihrer Mutter sagen wolle, dass er morgen Vormittag hinkommen werde. Ende von Abschnitt 56 Gelesen von Eva K. Als Kitty weggefahren und Lewin allein geblieben war, empfand er fern von ihr eine solche Unruhe und wünschte mit einer solchen Ungeduld die Zeit vorüber bis zum nächsten Vormittag, wo er sie wiedersehen und sich für immer mit ihr verbinden sollte, dass er diese 14 Stunden, die er ohne Kitty würde zubringen müssen, wie den Tod fürchtete. Er musste unbedingt mit jemand zusammen sein und reden, um nur nicht ganz allein zu sein und um sich über die Zeit hinweg zu täuschen. Stepan Arkadjewitsch wäre für ihn der angenehmste Gesellschafter gewesen, aber der fuhr weg, wie er sagte, zu einer Abendgesellschaft, in Wirklichkeit jedoch zum Ballett. Lewin fand nur gerade noch Zeit, ihm zu sagen, dass er glücklich sei und ihn sehr gern habe und nie vergessen werde, was er für ihn getan habe. Aus Stepan Arkadjewitschs Blick und Lächeln konnte Lewin abnehmen, dass jener dieses Gefühl gebührendermaßen zu würdigen wusste. »Nun also, es ist doch wohl noch nicht Zeit zum Sterben?« fragte Stepan Arkadjewitsch und drückte ihm gerührt die Hand. »Nein, nein«, erwiderte Lewin. Daria Alexandrovna wünschte ihm, als er sich ihr empfahl, gleichfalls gewissermaßen Glück, indem sie sagte, »Ich freue mich sehr, dass Sie Kitty wieder getroffen haben. Alte Freundschaften muss man in Ehren halten.« Alle diese Worte Daria Alexandrovnas erregten bei Lewin eine unangenehme Empfindung. Diese Frau hatte gar kein Verständnis dafür, wie unerreichbar hoch das alles über ihr stand und hätte nicht wagen sollen, davon zu reden. Lewin verabschiedete sich von den Wirten und Gästen, aber um nicht allein zu bleiben, hängte er sich an seinen Bruder. »Wohin fährst du?« »Ich fahre zu einer stadtverordneten Sitzung.« »Na, dann komme ich mit.« »Darf ich?« »Warum denn nicht?« »Komm nur«, versetzte Sergei Iwanowitsch lächelnd. »Was hast du nur heute?« »Ich? Ich bin glücklich«, antwortete Lewin und ließ das Fenster des Wagens, in dem sie fuhren, herunter. »Es ist hier doch nicht unangenehm. Es ist hier so stickig.« »Ich bin glücklich.« »Warum hast du eigentlich nie geheiratet?« Sergei Iwanowitsch lächelte. »Ich freue mich sehr. Sie scheint mir ein reizendes Mädchen«, fing er an. »Rede nicht, rede nicht, rede nicht«, rief Lewin, faßte mit beiden Händen den Kragen von Sergei Iwanowitschs Pelz und schlug die beiden Teile übereinander. »Sie ist ein reizendes Mädchen.« »Das waren gar zu gewöhnliche, niedrige Ausdrücke, die so gar nicht seinem Gefühle entsprachen.« Sergei Iwanowitsch stimmte ein lustiges Lachen an, was bei ihm nur selten vorkam. »Na, aber das darf ich doch wenigstens sagen, dass ich mich sehr darüber freue.« »Das darfst du morgen sagen, morgen. Aber jetzt nichts weiter. Nichts, nichts, ganz still sein«, meinte Lewin, schlug ihm noch einmal den Pelz vor dem Munde zusammen und fügte hinzu. »Ich habe dich sehr gern. Wie ist's? Darf ich mit in die Sitzung?« »Gewiß, selbstverständlich.« »Was liegt denn bei euch heute vor?« fragte Lewin, der immer weiter lächelte. Sie kamen in die Sitzung. Lewin hörte zu, wie der Sekretär häufig anstoßend ein Protokoll vorlas, das er offenbar selbst nicht verstand, aber Lewin sah es diesem Sekretär am Gesicht an, was für ein lieber, guter, prächtiger Mensch er war. Das war daran zu sehen, wie verwirrt und verlegen er beim Vorlesen des Protokolls wurde. Dann begann die Verhandlung. Man stritt über die Streichung irgendwelcher Geldsummen und über die Legung irgendwelcher Röhren, und Sergej Ivanovic griff zwei andere Mitglieder der Versammlung sehr scharf an und hielt eine längere Rede, mit der er entschieden den Sieg davon trug. Und ein anderes Mitglied antwortete ihm unter Benutzung eines Zettels mit Vermerken »Anfangs etwas zaghaft, dann aber recht giftig und ganz allerliebst.« Und dann sagte Swijaschski, der auch da war, etwas in sehr schöner, vornehmer Weise. Lewin hörte ihnen zu und sah deutlich, dass weder diese weggestrichenen Geldsummen noch die Röhren einem von ihnen Kummer machten und dass sie sich überhaupt nicht ärgerten und zankten, sondern sämtlich sehr gute, prächtige Menschen waren und dass es durchweg sehr hübsch und nett unter ihnen zuging. Sie taten niemandem etwas zu leide und fühlten sich offenbar alle sehr behaglich. Merkwürdig erschien ihm, dass sie alle für ihn heute gleichsam durchsichtig geworden waren und er an kleinen Anzeichen, die ihm früher entgangen waren, die Seele eines jeden genau beurteilen konnte und klar erkannte, dass sie sämtlich gute Menschen waren. Namentlich schienen sie alle ihn selbst heute außerordentlich gern zu haben. Das war aus der Art deutlich, wie sie mit ihm sprachen und wie sogar diejenigen, mit denen er gar nicht bekannt war, ihn freundlich und vertraulich ansahen. »Nun also, bist du zufrieden?« fragte ihn Sergej Iwanowitsch. »Sehr! Ich hätte nicht gedacht, dass das so interessant wäre. Wunderschön! Ganz ausgezeichnet!« Svijaschski trat zu Lewin heran und lud ihn ein, in seiner Familie mit ihm Tee zu trinken. Lewin konnte durchaus nicht begreifen und sich nicht erinnern, was ihm eigentlich an Svijaschski früher unangenehm gewesen sei und was er bei ihm vermisst habe. Er war ja doch ein überaus kluger und außerordentlich gutherziger Mensch. »Sehr gern!« erwiderte er und erkundigte sich dann nach seiner Frau und nach seiner Schwägerin. Und infolge einer sonderbaren Gedankenverbindung, in dem sich nämlich in seinem Kopfe der Gedanke an Svijaschskis Schwägerin mit dem Gedanken an das Heiraten verknüpfte, kam er zu der Vorstellung, dass er mit niemand besser von seinem Glück reden könne, als mit Svijaschskis Frau und Schwägerin. Und so war es ihm denn eine große Freude, mit diesem mitzufahren. Svijaschski befragte ihn über sein Unternehmen auf dem Lande und bestritt dabei wie immer die Möglichkeit, etwas zu finden, was in Europa noch nicht gefunden wäre. Aber jetzt fühlte sich Lewin dadurch in keiner Weise unangenehm berührt. Im Gegenteil sagte er sich, dass Svijaschski recht habe und dieses ganze Unternehmen wertlos sei. Und er beachtete die bewundernswerte Milde und Zartheit, mit der Svijaschski es vermied, seine eigene Ansicht geradezu als die richtige zu bezeichnen. Svijaschskis Damen waren ganz besonders liebenswürdig. Lewin hatte die Empfindung, als wüssten sie bereits alles und nehmen herzlich daran Anteil und wollten nur aus Zartgefühl nicht davon reden. Er saß bei ihnen eine Stunde lang, zwei Stunden, drei Stunden und unterhielt sich mit ihnen über die mannigfaltigsten Gegenstände. Aber er dachte im Stille nur an das, was seine ganze Seele ausfüllte und bemerkte nicht, dass er Svijaschskis furchtbar langweilte und dass sie längst gern sich schlafen gelegt hätten. Svijaschski begleitete ihn gähnend in das Vorzimmer, höchst verwundert über den sonderbaren Zustand, in dem sich sein Freund befand. Es war schon ein Uhr durch. Lewin kehrte in sein Hotel zurück und erschrak bei dem Gedanken, dass er nun die noch übrigen zehn Stunden allein mit seiner Ungeduld werde verbringen müssen. Der Kellner, der den Nachtdienst hatte und deshalb wach war, zündete ihm die Kerzen an und wollte dann wieder hinausgehen. Aber Lewin hielt ihn zurück. Dieser Kellner, Yegor, den Lewin früher gar nicht beachtet hatte, erwies sich als ein sehr verständiger, netter und vor allen Dingen auch als ein von Herzen guter Mensch. Nun, Yegor, das ist wohl eine schwere Aufgabe, so die ganze Nacht wach zu bleiben. Was ist da zu machen? Das gehört nun einmal mit zu unserem Dienst. Wenn man bei einer Herrschaft ist, hat man ja mehr Ruhe, aber dafür ist hier die Einnahme besser. Auf Lewins Fragen teilte ihn Yegor mit, dass er verheiratet sei und drei Knaben und eine Tochter habe, die Näherin sei und nächstens einen Handlungsgehilfen aus einem Geschäft für Pferdegeschirre heiraten werde. Lewin setzte bei diesem Anlasse dem Kellner Yegor seine Ansicht auseinander, dass in der Ehe die Hauptsache die Liebe sei und dass man, wenn nur diese nicht fehle, immer glücklich sein müsse, weil die Quelle des Glückes nur im eigenen Herzen sei. Yegor hörte aufmerksam zu und verstand offenbar Lewins Meinung vollkommen, aber um diese noch seinerseits zu bekräftigen, brachte er die für Lewin unerwartete Bemerkung vor, er sei, wenn er bei guten Herrschaften gedient habe, mit seinen Herrschaften immer zufrieden gewesen und sei auch jetzt mit seinem Brotherrn vollkommen zufrieden, obgleich dieser ein Franzose sei. Ein außerordentlich guter Mensch, dachte Lewin. Nun, und als du dich verheiratetest, Yegor, hast du da deine Frau geliebt? Aber natürlich, antwortete Yegor, und Levin sah, dass sich Yegor gleichfalls in einem Zustande des Entzückens befand und vorhatte ihm alle seine seelischen Empfindungen zu schildern. Mein Lebenslauf ist auch ein ganz wunderbarer. Von meiner Kindheit an, begann er mit leuchtenden Augen. Offenbar hatte ihn Lewins Entzücken angesteckt, gerade so wie Gähnen ansteckend wirkt. Aber in diesem Augenblicke ertönte eine Klingel. Yegor ging hinaus und Lewin blieb allein im Zimmer. Er hatte bei dem Mahle so gut wie nichts gegessen, bei Swijaskis den angebotenen Tee und das Abendbrot dankend abgelehnt, aber trotzdem war ihm der Gedanke, jetzt noch etwas zu essen, ganz unmöglich. Er hatte in der vorigen Nacht nicht geschlafen, mochte aber an Schlaf überhaupt nicht denken. Im Zimmer war es kühl, aber er glaubte vor Hitze ersticken zu müssen. Er öffnete die beiden Luftklappen des Doppelfensters und setzte sich ihnen gegenüber auf den Tisch. Über einem schneebedeckten Dache war ein mit Ketten musterartig verziertes Kreuz sichtbar, das auf einer Kirchenkuppel stand und höher hinauf das aufsteigende Dreieck des Sternbildes des Fuhrmanns mit der gelblich leuchtenden Kapella. Er blickte bald nach dem Kreuze, bald nach dem Sterne hin, atmete die frische Winterluft ein, die gleichmäßig ins Zimmer strömte und verfolgte wie im Traum die Bilder und Erinnerungen, die vor seinem geistigen Auge auftauchten. Etwa um halb vier Uhr hörte er Schritte auf dem Seitengang und blickte aus der Tür. Es war ein ihm bekannter Spieler, Mjaskin, der aus dem Club kam. Mit finsterem Gesichte und zusammengezogenen Augenbrauen ging er hüstelnd nach seinem Zimmer. Der Arme, der Unglückliche, dachte Ljewin, und Tränen der Liebe und des Mitleides mit diesem Menschen traten ihm in die Augen. Er wollte ihn schon anreden und ihm Trost zusprechen, aber da ihm noch einfiel, dass er nur im Hemde war, so unterließ er es und setzte sich wieder an die Luftklappe, um sich in der kalten Luft zu baden und dieses wunderlich geformte, stumme, aber für ihn so bedeutungsvolle Kreuz und den immer höher steigenden, gelblich leuchtenden Stern zu betrachten. Nach sechs Uhr begannen die Dielenbohner zu lärmen. Auf irgendeiner Kirche wurde zur Frühmesse geläutet und Ljewin spürte, dass er zu frieren anfing. Er schloss die Luftklappe, wusch sich, kleidete sich an und ging auf die Straße hinaus. 15 Auf den Straßen war es noch sehr still und einsam. Ljewin ging zu dem Schirbatskischen Hause. Der Eingang für Herrschaften war noch geschlossen und alles schlief. Er kehrte in sein Hotel zurück, ging wieder auf sein Zimmer und bestellte sich Kaffee. Ein Kellner, aber nun ein anderer als Jigur, brachte ihn ihm. Ljewin wollte ein Gespräch mit ihm anknüpfen, aber es wurde nach dem Kellner geklingelt und dieser ging hinaus. Ljewin versuchte, Kaffee zu trinken und steckte ein Stück Semmel in den Mund, aber sein Mund wusste schlechterdings nicht, was er mit der Semmel anfangen sollte. Ljewin spie sie wieder aus, zog seinen Überzieher wieder an und ging nochmals auf die Straße. Es war zwischen neun und zehn Uhr, als er zum zweiten Mal an das Tor des Schirbatskischen Hauses kam. Im Hause war man eben erst aufgestanden und der Koch ging aus, um einzukaufen. Er musste sich noch mindestens zwei Stunden gedulden. Diese ganze Nacht und den Morgen hatte Ljewin verlebt, ohne überhaupt an sein eigenes Dasein zu denken, und er fühlte sich von allen äußeren Erfordernissen des Lebens völlig losgelöst. Er hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen, zwei Nächte nicht geschlafen, hatte mehrere Stunden entkleidet in der Kälte zugebracht, und doch fühlte er sich nicht nur so frisch und gesund wie nur je zuvor, sondern auch geradezu unabhängig von seinem Körper. Er bewegte sich, ohne die Muskeln anzustrengen, und hatte die Empfindung, dass er schlechthin alles könne. Er war überzeugt, dass er in die Höhe fliegen oder die Ecke eines Hauses fortschieben könne, wenn das erforderlich sein sollte. Während der noch übrigen Zeit wanderte er auf der Straße umher, wobei er unaufhörlich nach der Uhr sah und sich nach allen Seiten umblickte. Und so interessante Dinge wie damals bekam er in seinem ganzen späteren Leben nicht wieder auf der Straße zu sehen. Besonderen Eindruck machten ihm die Kinder, die zur Schule gingen, die blaugrauen Tauben, die von einem Dache auf den Fußsteig heruntergeflogen kamen, und die mit Mehl überstäubten Semmeln, die eine unsichtbare Hand in einem Schaufenster auslegte. Diese Semmeln, diese Tauben, so wie zwei kleine Knaben, erschienen ihm wie Dinge, die nicht von dieser Welt waren. Folgendes begab sich alles in ein und demselben Augenblick. Einer der beiden Knaben lief auf eine Taube zu und blickte lächelnd nach Lirwin hin. Die Taube schlug klatschend mit den Flügeln und flog davon, wobei ihr Gefieder im Sonnenlichte zwischen den in der Luft zitternden Schneestäubchen hell leuchtete, und aus einem Fenster duftete es nach frisch gebackenem Brote, und es wurden dort die Semmeln ausgelegt. Alles dies zusammen war so außerordentlich hübsch, dass Lirwin vor Freude zugleich lachte und weinte. Nachdem er einen großen Rundgang durch die Gazetnegasse und die Kislowka gemacht hatte, kehrte er in sein Hotel zurück, legte die Uhr vor sich auf den Tisch, setzte sich hin und wartete, bis es zwölf sein würde. Im Nachbarzimmer wurde von Maschinen und von einer Betrügerei gesprochen, und es war ein energisches Husten zu hören, wie es sich morgens nach dem Aufwachen einzustellen pflegt. Die Leute dort hatten offenbar gar kein Verständnis dafür, dass der Uhrzeiger sich schon der Zwölf näherte. Endlich hatte der Zeiger die Zwölf erreicht, und Lirwin trat vor das Tor. Die Droschkenkutscher wussten augenscheinlich alles, sie umringten Lirwin mit glückseligen Gesichtern und boten, sich untereinander streitend, ihre Dienste an. Lirwin wählte sich einen Kutscher aus, versprach den Übrigen, damit sie sich nicht gekränkt fühlen möchten, bei späteren Gelegenheiten auch mit ihnen zu fahren, und gab dem Seinigen als Ziel das Schirbatskische Haus an. Der Kutscher sah allerliebst aus mit seinem weißen Hemdkragen, der aus dem Rocke hervorschaute und den vollen, roten, kräftigen Hals straff umschloss. Und was den Schlitten dieses Kutschers anlangte, so war er hoch und außerordentlich bequem, ein Schlitten, wie er Lirwin in späteren Zeiten nie wieder vorkam. Und auch das Pferd war gut und gab sich alle Mühe, schnell zu laufen, kam aber allerdings nicht vom Fleck. Der Kutscher kannte das Schirbatskische Haus, hob am Ziele zum Zeichen besonderer Eherbietung gegen seinen Fahrgast die Arme in einer schönen, runden Geste, sagte Brrrr und hielt am Eingang. Der Schirbatskische Pferdner wusste bestimmt alles. Das konnte man aus seinem Lächeln abnehmen und aus der Art, wie er sagte, »Ah, Sie sind ja lange nicht hier gewesen, Konstantin Dmitrievich.« Er wusste nicht nur alles, sondern war auch offenbar entzückt darüber und machte die größten Anstrengungen, um seine Freude zu verbergen. Lirwin blickte dem alten Manne in die guten, freundlichen Augen und fand dabei noch wieder einen neuen Anlass, sich glücklich zu fühlen. »Sind die Herrschaften schon aufgestanden?« »Bitte näher zu treten.« »Oh, lassen Sie sie nur hier«, sagte er lächelnd, als Lirwin umkehren und seine Mütze mit hereinnehmen wollte. Das hatte sicherlich etwas zu bedeuten. »Wem darf ich Sie melden?« fragte der Diener. »Der Fürstin, dem Fürsten, der Prinzessin,« antwortete Lirwin. Die erste Person, die er traf, war Mademoiselle Linnon. Sie ging durch den Saal und ihre Löckchen und ihr Gesicht strahlten nur so. Kaum hatte er mit ihr ein paar Worte gewechselt, als sich im Nebenzimmer hinter der Tür das Rascheln eines Kleides vernehmen ließ und Mademoiselle Linnon ihm auf einmal aus den Augen verschwunden war. Ein freudiger Schreck über die Nähe seines Glückes überkam ihn. Mademoiselle Linnon hatte es jetzt sehr eilig, ihn zu verlassen und ging nach einer anderen Tür hin. Kaum war sie hinausgegangen, als rasche, ganz rasche, leichte Schritte auf dem Parkett ertönten, und sein Glück, sein Leben, sein wahres Selbst, sein besseres Ich, das, was er so lange gesucht und ersehnt hatte, sich ihm schnell, ganz schnell näherte. Sie ging nicht, sondern wurde durch eine Art von unsichtbarer Kraft zu ihm hingetragen. Er sah nur ihre klaren, ehrlichen Augen und in ihnen das leise Erschrecken über eben dieselbe Liebesempfindung, von der sein eigenes Herz erfüllt war. Diese leuchtenden Augen kamen ihm immer näher und näher und blendeten ihn mit ihrem Liebesglanze. Sie blieb dicht vor ihm stehen, sodass ihr Kleid ihn berührte. Ihre Arme hoben sich in die Höhe und senkten sich auf seine Schultern herab. Sie hatte alles getan, was sie nur konnte. Sie war auf ihn zugeeilt und hatte sich, schüchtern und freudig zugleich, ihm ganz zu eigen gegeben. Er umarmte sie und drückte seine Lippen auf ihren Mund, der seinen Kuss suchte. Auch sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und den ganzen Vormittag auf ihn gewartet. Ihre Mutter und ihr Vater hatten sich widerspruchslos einverstanden erklärt und waren glücklich über das Glück ihres Kindes. Sie hatte auf ihn gewartet. Sie hatte die Erste sein wollen, die ihm ihr und sein Glück mitteilte. Sie hatte sich vorgenommen, ihn allein zu empfangen und sich über diesen Gedanken gefreut, war aber doch zaghaft gewesen und hatte sich geschämt und selbst nicht gewusst, was sie bei der Begegnung tun sollte. Da hatte sie seine Schritte und seine Stimme gehört und hinter der Tür gewartet, bis Mademoiselle Linnon weggehen würde. Mademoiselle Linnon war gegangen und nun war sie, ohne einen Augenblick zu überlegen und ohne sich zu fragen, was sie tun sollte und wie sie es tun sollte, zu ihm hingeeilt und hatte getan, was oben erzählt ist. Wir wollen zu Mama gehen, sagte sie nun und fasste ihn bei der Hand. Er war längere Zeit nicht imstande, etwas zu sagen, nicht weil er fürchtete, der Erhabenheit seiner Empfindung durch ein gesprochenes Wort Eintrag zu tun, sondern weil er jedes Mal, wenn er etwas sagen wollte, fühlte, dass ihm statt der Worte Tränen des Glückes kommen würden. Er ergriff ihre Hand und küsste sie. Ist es denn wirklich wahr, sagte er endlich mit tonloser Stimme, ich kann es gar nicht glauben, dass du mich liebst. Sie lächelte über dieses Du und über die Zaghaftigkeit, mit der er sie anblickte. Ja, erwiderte sie langsam und mit ruhigem Ernste, ich bin so glücklich. Sie ließ seine Hand nicht los, als sie beide in den Salon traten. Sobald die Fürstin das Paar erblickte, ging ihr der Atem schneller und sie brach sogleich in Tränen aus, lachte dann aber unmittelbar darauf, eilte mit so energischen Schritten, wie es Ljewin von ihr gar nicht erwartet hätte, auf die beiden zu, umfasste Ljewins Kopf, küßte ihn und benetzte seine Wangen mit ihren Tränen. So ist denn alles zum guten Ende gelangt, ich bin so froh, habe sie nur lieb, ich bin so froh, Kitty. Das habt ihr ja schnell in Ordnung gebracht, sagte der alte Fürst, der sich Mühe gab, gleichmütig zu erscheinen, aber Ljewin bemerkte, als er sich zu ihm wandte, dass ihm die Augen feucht waren. Das habe ich schon lange gewünscht, immer gewünscht, fuhr er fort. Er griff Ljewins Hand und zog ihn an sich. Schon damals, als dieses flatterhafte Persönchen hier den Einfall hatte, Papa, rief Kitty und hielt ihm die Hände vor den Mund. Na, ich bin ja schon stille, sagte er. Ich freue mich sehr, ach, wie töricht bin ich. Er umarmte Kitty, küßte ihr Gesicht und ihre Hand und wieder ihr Gesicht und bekreuzte sie. Und in Ljewin erwachte ein neues Gefühl der Liebe zu diesem ihm bisher so fremden Manne, dem alten Fürsten, als er sah, wie Kitty seine fleischige Hand lange und zärtlich küsste. Ende von Abschnitt 57 Gelesen von Eva K. Abschnitt 58 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil 16 Die Fürstin saß schweigend und lächelnd in einem Lehnsessel. Der Fürst setzte sich neben sie. Kitty stand bei dem Sessel ihres Vaters und ließ noch immer seine Hand nicht aus der ihrigen. Alle schwiegen. Die Fürstin war die Erste, die die Dinge einfach mit ihrem Namen nannte und alle Gedanken und Gefühle zu den Fragen des wirklichen Lebens hinüberleitete. Im ersten Augenblick gefühlten sich dadurch alle in gleicher Weise seltsam und sogar geradezu schmerzlich berührt. Nun also, wann denn? Wir müssen die Verlobung feiern und veröffentlichen. Und wann soll denn die Hochzeit sein? Wie denkst du darüber, Alexander? Hier, der da, erwiderte der alte Fürst auf Levine zeigend. Der ist dabei die Hauptperson. Wann? fragte Lewin errötend. Morgen. Wenn Sie mich fragen, meiner Ansicht nach sollte heute die Verlobungsfeier sein und morgen die Hochzeit. Nun, so musst du nicht reden, Mon cher, das ist Unsinn. Nun, dann in einer Woche. Er ist ganz von Sinnen. Ja, aber warum denn nicht? Aber ich bitte dich um alles in der Welt, versetzte die Mutter, über seine Eile vergnügt lächelnd. Und die Aussteuer? Wird denn wirklich eine Aussteuer und all so etwas auch dabei sein? dachte Lewin mit Entsetzen. Indessen kann denn etwa eine Aussteuer und eine Verlobungsfeier und all dergleichen, kann denn das etwa mein Glück stören? Durch nichts kann es gestört werden. Er blickte Kitty an und sah, dass der Gedanke an eine Aussteuer für sie gar nichts, durchaus gar nichts Verletzendes hatte. Also wird das wohl sein müssen, sagte er sich. Ich verstehe ja nichts davon, ich habe nur gesagt, was ich wünschen würde, entschuldigte er sich. Dann wollen wir also einmal überlegen. Die Verlobung können wir gleich jetzt feiern und veröffentlichen, das ist in Ordnung. Die Fürstin trat zu ihrem Manne, küsste ihn und wollte hinausgehen, aber er hielt sie zurück und küsste sie lächelnd mehrmals, so zärtlich wie ein verliebter junger Mann. Die beiden alten Leute waren offenbar für einen Augenblick ganz irre geworden und wussten nicht recht, ob sie selbst wieder verliebt seien oder nur ihre Tochter. Als der Fürst und die Fürstin hinausgegangen waren, trat Ljewin auf seine Braut zu und fasste sie an der Hand. Er hatte jetzt die Herrschaft über sich zurückgewonnen und war wieder imstande zu reden und er hatte ihr vieles zu sagen, aber was er sagte, war ganz und gar nicht das, was er eigentlich sagen wollte. Ich habe sicher gewusst, dass es so kommen würde. Zu hoffen habe ich es nie gewagt, aber im Grunde meines Herzens war ich doch immer davon überzeugt, sagte er. Ich glaube, dass es so vorbestimmt war. Ist es mir nicht ebenso gegangen, versetzte sie. Selbst damals, sie stockte, fuhr dann aber fort, indem sie ihn mit ihren ehrlichen Augen entschlossen anblickte, selbst damals, als ich mein Glück von mir stieß, ich habe immer nur sie allein geliebt, aber ich war verblendet, das muss ich jetzt bekennen. Können Sie das vergessen? Vielleicht ist das gerade zu meinem Besten, denn Sie werden mir vieles verzeihen müssen. Ich muss Ihnen bekennen. Dies war eins von den Dingen, die er ihr zu sagen beschlossen hatte. Er hatte beschlossen, ihr gleich in den ersten Tagen zweierlei mitzuteilen. Erstens, dass er nicht so rein sei wie sie und zweitens, dass er ungläubig sei. Das war eine qualvolle Aufgabe, aber er erachtete es für seine Pflicht, ihr das eine wie das andere zu sagen. Nein, nicht jetzt, später, fügte er hinzu. Gut, später, aber sagen müssen Sie es mir unbedingt. Ich fürchte nichts, ich muss alles wissen. Zwischen uns ist jetzt alles abgemacht. Er suchte den Sinn ihrer letzten Wendung genauer festzustellen. Ist es also abgemacht, dass Sie mich nehmen, wie auch immer ich sein mag, und mich nicht doch noch zurückweisen? Ja? Ja, ja. Ihr Gespräch wurde durch Mademoiselle Linant unterbrochen, die mit einem zwar gekünstelten, aber doch wahrhaft zärtlichen Lächeln kam, um ihrem lieben Zöglinge Kitty Glück zu wünschen. Sie war noch nicht hinausgegangen, als die Dienerschaft mit ihren Glückwünschen erschien. Dann kamen die Verwandten und nun begann jener glückselige Trubel aus dem Ljewin bis zum Tage nach seiner Hochzeit nicht mehr herauskam. Es war ihm davon beständig unbehaglich und öde zumute, aber die starke Glücksempfindung hielt an und steigerte sich noch immer mehr. Er hatte beständig das Gefühl, dass von ihm vieles verlangt wurde, worauf er sich nicht verstand, aber er tat alles, was man ihm sagte, und all dies machte ihn nur noch glücklicher. Er meinte, dass sein Bräutigamsstand keine Ähnlichkeit mit dem anderer Leute habe und dass ein Bräutigamsstand von der gewöhnlichen Art sein ganz eigenartiges Glück stören würde. Aber es kam schließlich so heraus, dass er genau dasselbe tat wie andere Bräutigamme, und sein Glück wuchs dadurch nur noch mehr und gestaltete sich seiner Ansicht nach immer mehr zu einem ganz Besonderen und Eigenartigen, das seinesgleichen weder in der Vergangenheit gehabt habe noch in der Zukunft jemals haben werde. »Jetzt werden wir aber einmal Konfekt zu essen bekommen,« äußerte Mademoiselle Lennon und Ljewin vorhin, um Konfekt zu kaufen. »Na, das freut mich recht«, sagte Swijaschski, »ich empfehle ihnen, die Blumen von Furmin zu entnehmen.« »Also Blumen sind nötig«, und er fuhr zu Furmin. Sein Bruder meinte, er werde wohl etwas Geld aufnehmen müssen, da er doch viele Ausgaben haben werde für Geschenke. »Ah, also Geschenke sind erforderlich«, und er hatte es eilig, zum Bankier Fulde hinzukommen. »Und sowohl beim Konditor wie auch bei Furmin und bei Fulde sah er, dass die Leute ihn erwartet hatten und sich über sein Kommen freuten und an seinem Glück teilnahmen, ganz so wie alle, mit denen er in dieser Zeit zu tun hatte. Es erschien ihm merkwürdig, dass ihn nicht nur alle Leute gern hatten, sondern sogar alle die Menschen, die ihm früher unleidlich gewesen waren und sich gegen ihn kühl und gleichgültig benommen hatten, nun von ihm entzückt waren, sich ihm in allen Dingen gefällig zeigten, seinem Gefühle gegenüber ein zartes, taktvolles Benehmen beobachteten und seine Überzeugung teilten, dass er der glücklichste Mensch der Welt sei, da seine Braut den Gipfel aller Vollkommenheit darstelle. Ganz dieselbe Empfindung hatte auch Kitty. Als die Gräfin Northstone sich erlaubte, eine Andeutung zu machen, dass sie eigentlich doch für Kitty noch etwas Besseres gewünscht habe, da wurde Kitty so heftig und bewies mit so überzeugenden Gründen, dass es einen besseren Gatten als Ljewin überhaupt auf der ganzen Welt nicht geben könne, dass die Gräfin Northstone dies zugeben mußte und von da an, sobald Kitty zugegen war, für Ljewin immer ein Lächeln des Entzückens bereit hatte. Das Geständnis, das er seiner Braut versprochen hatte, war das einzige schmerzliche Ereignis in dieser ganzen Zeit. Er fragte darüber den alten Fürsten um Rat und übergab mit dessen Genehmigung Kitty sein Tagebuch, in dem das, was ihn so quälte, geschrieben stand. Auch hatte er dieses Tagebuch bereits damals, als er es anlegte, im Hinblick auf seine zukünftige Braut geschrieben. Ihn peinigten zwei Dinge, seine Unreinheit und sein Unglaube. Das Geständnis seines Unglaubens nahm Kitty ohne Erregung hin. Sie war religiös gesinnt und hatte nie an der Wahrheit der Religion gezweifelt, aber sein äußerlicher Unglaube machte überhaupt keinen Eindruck auf sie. Vermöge ihrer Liebe kannte sie seine ganze Seele, und was sie in seiner Seele sah, das schien ihr gut. Dass aber ein solcher Seelenzustand als Unglaube bezeichnet wird, das war ihr völlig gleichgültig. Über das andere Geständnis hingegen vergoss sie bittere Tränen. Ljewin hatte ihr sein Tagebuch nicht ohne inneren Kampf übergeben. Er wusste, dass es zwischen ihm und ihr keine Geheimnisse geben könne und dürfe, und war daher zu der bestimmten Überzeugung gelangt, dass es seine Pflicht sei, dies zu tun. Aber er war sich nicht darüber klar geworden, wie dies wirken könne, und hatte sich nicht in ihre Seele hineinversetzt. Erst als er an dem betreffenden Abend vor der Theatervorstellung zu Scherbatskis kam, in Kittis Zimmer trat und ihr verweintes, trauriges Liebesgesichtchen erblickte, das infolge des von ihm verschuldeten, nie wieder gut zu machenden Kummers so tief unglücklich aussah, erst da begriff er ganz, durch welch eine Kluft seine schmähliche Vergangenheit von ihrer Taubenreinheit getrennt war, und erschrak tief über das, was er getan hatte. »Nehmen Sie diese schrecklichen Bücher weg! Nehmen Sie sie weg!« rief sie und stieß die Hefte, die vor ihr auf dem Tische lagen, von sich. »Warum haben Sie sie mir gegeben? Aber nein, es war doch besser so!« fügte sie von Mitleid über seine verzweifelte Miene ergriffen hinzu. »Aber es ist entsetzlich! Entsetzlich!« Er ließ den Kopf sinken und schwieg. Er war nicht imstande, etwas zu sagen. »Sie werden es mir nicht verzeihen«, flüsterte er. »Verziehen habe ich es, ja, aber es ist entsetzlich!« Aber sein Glück war so groß, dass selbst dieses Geständnis es nicht störte, sondern ihm nur eine neue Schattierung verlieh. Sie hatte ihm verziehen, aber seitdem achtete er sich ihrer noch weniger für würdig, beugte sich moralisch noch tiefer vor ihr und schätzte sein unverdientes Glück noch höher. 17 Während Alexei Alexandrovich nach dem Hotel zurückfuhr, wo sein einsames Zimmer ihn erwartete, ließ er unwillkürlich in seinem Gedächtnisse die Eindrücke der bei und nach dem Essen geführten Gespräche noch einmal an sich vorüberziehen. Was Daria Alexandrovna vom Verzeihen gesagt, hatte ihn lediglich geärgert. Die Frage der Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit der christlichen Vorschrift auf seinen besonderen Fall war denn doch zu schwierig, als dass sie sich so oben hin erledigen ließe. Auch hatte Alexei Alexandrovich diese Frage schon längst in verneinendem Sinne entschieden. Von allem, was heute bei Oblonskis gesagt worden war, hatten ihm die Worte des braven, einfältigen Turowzin den stärksten Eindruck gemacht. Er hat sich wacker und schneidig benommen, er hat ihn gefordert und erschossen. Offenbar hatten alle dieses Verhalten gebilligt, wenn sie das auch aus Höflichkeit nicht ausgesprochen hatten. Übrigens ist diese Angelegenheit endgültig abgeschlossen, so dass es zwecklos wäre, noch weiter darüber nachzudenken, sagte sich Alexei Alexandrovich und war, als er sein Hotelzimmer betrat, mit seinen Gedanken nur noch bei seiner bevorstehenden Abreise und bei seiner Revisionsangelegenheit. Er fragte den Pförtner, der ihn nach seinem Zimmer begleitet hatte, wo sein Diener sei. Der Pförtner erwiderte, der Diener sei diesen Augenblick weggegangen. Alexei Alexandrovich bestellte sich Tee, setzte sich an den Tisch, nahm das Kursbuch zur Hand und legte sich seine Bahnfahrt zurecht. »Zwei Telegramme«, sagte der Diener, der zurückgekehrt war und ins Zimmer trat. »Verzeihen, Euer Exzellenz, ich war den Augenblick vorher weggegangen.« Alexei Alexandrovich nahm die Telegramme und öffnete das eine. Dieses meldete ihm die Ernennung Stremovs für eben den Posten, den er, Karenin, für sich selbst gewünscht hatte. Alexei Alexandrovich warf das Telegramm auf den Tisch. Er war ganz rot geworden, stand auf und begann, im Zimmer auf- und abzugehen. »Quos Deus per de revult dementat«, sagte er, wobei er unter Quos die Persönlichkeiten verstand, die bei dieser Ernennung mitgewirkt hatten. Er ärgerte sich nicht darüber, dass er nicht diese Stelle erhalten und man ihn offensichtlich übergangen hatte. Aber es war ihm erstaunlich und unbegreiflich, dass man höheren Ortes hatte dafür blind sein können, dass dieser Schwätzer und Phrasenheld Stremov weniger als jeder andere für diese Stelle taugte. Wie hatte es den Leuten entgehen können, dass sie mit dieser Ernennung sich selbst und ihr eigenes Ansehen auf das Schwerste schädigten? »Gewiss noch etwas von derselben Sorte«, sagte er ingrimmig bei sich, während er das zweite Telegramm öffnete. Es war von seiner Frau, die mit Blaustift geschriebene Unterschrift Anna war das erste, was ihm in die Augen fiel. »Ich sterbe. Ich bitte, ich flehe sie an, herzukommen. Mit ihrer Verzeihung werde ich ruhiger sterben«, las er. Er lächelte verächtlich und warf das Telegramm hin. Dass dies nur ein schlauer Täuschungsversuch war, daran konnte, wie es ihm im ersten Augenblick schien, kein Zweifel sein. »Es gibt keinen Betrug, vor dem sie zurückschräke. Sie sieht ihrer Entbindung entgegen. Möglicherweise besteht die Krankheit nur in der Entbindung, aber was haben sie dabei für einen Zweck? Das Kind ehelich zu machen, mich bloßzustellen und die Scheidung zu verhindern«, überlegte er. »Aber hier heißt es doch, ich sterbe.« Er las das Telegramm noch einmal durch, und plötzlich fühlte er sich davon überrascht, wie echt und natürlich diese Worte klangen. »Aber wenn es nun die Wahrheit ist,« fragte er sich, »wenn sie wirklich unter der Einwirkung schwerer Schmerzen und angesichts des nahen Todes aufrichtig bereut und ich das als Täuschungsversuch auffasse und mich weigere, hinzukommen, das würde nicht nur grausam sein und allgemein verurteilt werden, sondern es wäre auch von meiner Seite eine Dummheit.« »Pjotr, besorge mir einen Wagen.« »Ich reise nach Petersburg«, sagte er zu seinem Diener. »Alexei alexandrowitsch hatte beschlossen, nach Petersburg zu fahren und seine Frau wiederzusehen.« »Er nahm sich dabei folgendes vor.« Sollte ihre Krankheit erdichtet sein, so würde er schweigen und wieder wegfahren. Sollte sie aber wirklich todkrank sein und ihn vor ihrem Ende noch einmal sehen wollen, so würde er, wenn er sie noch am Leben träfe, ihr verzeihen und, wenn er zu spät käme, ihr die letzte Ehre erweisen.« Während der ganzen Reise dachte er nicht mehr an das, was er dort werde zu tun haben. Mit jenem Gefühle von Müdigkeit und Unsauberkeit, das die Folge einer Nacht im Eisenbahnwagen zu sein pflegt, fuhr Alexei alexandrowitsch durch den Petersburger Morgennebel, den noch menschenleeren Niewski-Prospekt entlang und blickte vor sich hin, ohne an das zu denken, was ihn zu Hause erwartete. Es widerstrebte ihm daran zu denken, denn sobald er sich die bevorstehenden Möglichkeiten vergegenwärtigte, vermochte er den Gedanken nicht zu verscheuchen, dass ihr Tod mit einem Schlager alle Schwierigkeiten seiner Lage lösen werde. Die Brotverkäufer, die geschlossenen Läden, die Nachtdroschken, die Hausknechte, die den Fußsteig fegten, alle diese Bilder huschten vor seinen Augen vorüber und er beobachtete dies alles, mit der Absicht in seinem Kopf für den Gedanken an das, was ihn erwartete und was er nicht zu wünschen wagte und doch wünschte, zu übertäuben. Er fuhr bei seinem Hause vor. Eine Droschke und ein Geschirr mit einem schlafenden Kutscher hielten vor der Tür. Als Alexei alexandrowitsch in die Vorhalle trat, holte er gleichsam aus einem entlegenen Winkel seines Gehirnes den vorher gefassten Entschluss heraus und machte ihn sich wieder geläufig. Der Inhalt dieses Entschlusses war, wenn es ein Täuschungsversuch ist, ruhige Verachtung und Abreise, wenn es Wahrheit ist, Wahrung des äußeren Anstandes. Der Pförtner öffnete die Tür, noch ehe Alexei alexandrowitsch klingelte. Der Pförtner Petrov, alias Kapitonitsch, sah in seinem alten Rocke, ohne Halsbinde und in Pantoffeln, recht sonderbar aus. Was macht die gnädige Frau? Die gnädige Frau ist gestern glücklich entbunden worden. Alexei alexandrowitsch blieb stehen und wurde ganz blass. Jetzt kam es ihm deutlich zum Bewusstsein, wie stark er ihren Tod gewünscht hatte. Und wie ist ihr Befinden? Carnier mit der Morgenschürze kam die Treppe heruntergelaufen. Es steht sehr schlimm, antwortete er. Gestern hat eine Beratung mehrerer Ärzte stattgefunden und der Hausarzt ist auch jetzt da. Nimm das Gepäck, sagte Alexei alexandrowitsch. Er empfand ein gewisses Gefühl der Erleichterung infolge der Nachricht, dass doch noch Hoffnung auf ihren Tod bestand. So ging er in das Vorzimmer. Am Kleiderständer hing ein Militärmantel. Alexei alexandrowitsch bemerkte ihn und fragte, Wer ist da? Der Arzt, die Hebamme und Graf Wronski. Alexei alexandrowitsch ging weiter in die inneren Zimmer. Im Salon war niemand. Aus Annas Wohnzimmer kam auf das Geräusch seiner Schritte die Hebamme in einer Haube mit lila Bändern heraus. Sie trat auf Alexei alexandrowitsch zu, ergriff ihn mit der Vertraulichkeit, die die Nähe des Todes mit sich bringt bei der Hand und wollte ihn nach dem Schlafzimmer führen. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Nur von Ihnen spricht sie, immer nur von Ihnen, sagte sie. Geben Sie schnell Eis her, schnell, ertönte aus dem Schlafzimmer die Stimme des Arztes in befehlendem Tone. Alexei alexandrowitsch trat in Annas Wohnzimmer. An ihrem Tische saß auf einem niedrigen Stuhle seitwärts zur Lehne Wronski. Er hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt und weinte. Als er die Stimme des Arztes hörte, sprang er auf, nahm die Hände vom Gesicht und erblickte Alexei alexandrowitsch. Beim Anblick des Ehemannes wurde er so verwirrt, dass er sich wieder hinsetzte und den Kopf in die Schultern zog, als wenn er irgendwo hin zu verschwinden wünschte. Aber dann nahm er sich gewaltsam zusammen, stand auf und sagte, Sie liegt im Sterben. Die Ärzte haben gesagt, es sei keine Hoffnung mehr. Ich füge mich durchaus ihrer Entscheidung, aber ich bitte sie mir zu gestatten, dass ich hier bleibe, indessen, ganz wie sie darüber bestimmen, ich... Als Alexei alexandrowitsch sah, dass Wronski weinte, merkte er, dass ihn wieder jene seelische Verwirrung überkam, die der Anblick des Leidens anderer bei ihm regelmäßig hervorrief. Er wandte das Gesicht ab und ging, ohne das, was jener sagte, zu Ende zu hören, rasch auf die Tür zu. Aus dem Schlafzimmer war Annas Stimme zu vernehmen, die irgendetwas sagte. Ihre Stimme klang heiter, lebhaft und außerordentlich fein abgetönt. Alexei alexandrowitsch trat in das Schlafzimmer und näherte sich dem Bette. Sie lag so, dass sie ihm das Gesicht zuwandte. Ihre Wangen brannten dunkelrot, die Augen blitzten, die kleinen weißen Hände, die aus den Manschetten der Nachtjacke hervorschauten, spielten mit einem Zipfel der Bettdecke, den sie bald zusammenwickelten, bald wieder aufrollten. Anscheinend war sie nicht nur gesund und frisch, sondern auch in der allerbesten Gemütsstimmung. Sie sprach schnell mit klangreicher Stimme und sehr richtigem, gefühlvollem Tonfall. Weil Alexei, ich meine Alexei alexandrowitsch, welch ein sonderbares, schreckliches Zusammentreffen, dass sie beide Alexei heißen, nicht wahr? Weil Alexei es mir nicht abschlagen würde. Ich würde es vergessen und er würde mir verzeihen. Aber warum kommt er denn nicht? Er ist ein guter Mensch, er weiß selbst nicht, wie gut er ist. Ach, mein Gott, wie beklommen mir ist! Gebt mir schnell Wasser! Ach, das wird ihr meinem kleinen Mädchen schaden. Nun gut, dann beschafft für sie eine Amme. Nun, ich habe ja nichts dagegen, es ist sogar besser so. Wenn er kommt, würde es ihm peinlich sein, die Kleine zu sehen. Bringt sie weg! Anna Arkadievna, er ist gekommen, da ist er, sagte die Hebamme in dem Bemühen, ihre Aufmerksamkeit auf Alexei alexandrowitsch zu lenken. Ach, was für Unsinn, fuhr Anna fort, ohne ihren Mann zu sehen. Gebt sie mir doch, gebt mir doch mein Töchterchen. Er ist noch nicht gekommen. Ihr sagt, er wird mir nicht verzeihen, aber ihr kennt ihn eben nicht. Niemand hat ihn gekannt, nur ich. Und auch mir ist es schwer geworden, ihn kennenzulernen. Das liegt nämlich an seinen Augen. Sergei hat ganz eben solche und darum mag ich sie gar nicht ansehen. Habt ihr auch Sergei sein Mittagbrot gegeben? Ich weiß ja, das werden alle vergessen. Er würde es nicht vergessen. Ihr müsst Sergei in dem Eckzimmer unterbringen und Mariette bitten, bei ihm zu schlafen. Plötzlich krümmte sie sich zusammen, verstummte und hob erschrocken, wie wenn sie einen Schlag erwartete und sich davor schützen wollte, die Hände vor das Gesicht. Sie hatte ihren Mann erkannt. Nein, nein, fing sie wieder an zu reden. Ich fürchte ihn nicht. Ich fürchte den Tod. Alexei, komm hierher, ich habe Eile, denn ich habe keine Zeit mehr. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Gleich wird das Fieber wieder beginnen und dann verstehe ich nichts mehr. Jetzt verstehe ich noch. Ich verstehe alles und sehe alles. Alexei Alexandrovichs runzeliges Gesicht hatte einen Ausdruck qualvollen Leides angenommen. Er ergriff ihre Hand und wollte etwas sagen, vermochte aber, keinen Laut herauszubringen. Seine Unterlippe zitterte, aber er suchte immer noch seine Erregung niederzukämpfen und blickte Anano von Zeit zu Zeit an. Und jedes Mal, wenn er seinen Blick zu ihr hinwandte, sah er, dass ihre Augen ihn mit einer so innigen, zärtlichen Rührung anschauten, wie er sie an ihnen früher nie gesehen hatte. Warte doch, du weißt nicht, halt, halt. Sie hielt inne, als wollte sie ihre Gedanken sammeln. Ja, begann sie von Neuem. Ja, 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 das war's, was ich sagen wollte. Wundere dich nicht über mich, ich bin noch immer dieselbe, die ich war. Aber in mir ist noch eine andere, vor der fürchte ich mich. Die verliebte sich in jenen Mann und ich wollte dich hassen und konnte doch nicht vergessen, was für eine Frau ich früher gewesen war. Jene Frau bin ich nicht. Jetzt bin ich die Richtige, ganz und gar. Ich sterbe jetzt. Ich weiß, dass ich sterbe. Frage nur den Arzt da. Ich fühle jetzt auch da, da die schweren, schweren Gewichte an meinen Händen, an meinen Füßen, an meinen Fingern. Die Finger, sieh nur, wie furchtbar lang sie sind. Aber das hat alles bald ein Ende. Nur eins möchte ich. Verzeih du mir, verzeih mir völlig. Ich bin ein schlechtes, schlechtes Weib. Aber mir hat einmal meine Kinderfrau gesagt, die heilige Märtyrerin, wie hieß sie doch, die ist noch schlechter gewesen. Und ich will nach Rom fahren, da sind stille, einsame Klöster und da werde ich niemandem im Wege sein und ich nehme nur Sergi mit und das kleine Mädchen. Nein, du kannst mir nicht verzeihen. Ich weiß, das kann man nicht verzeihen. Nein, nein, geh weg, du bist zu gut. Mit der einen ihrer glühend heißen Hände hielt sie seine Hand fest, mit der anderen stieß sie ihn von sich. Alexei Alexandrovichs seelische Verwirrung hatte sich immer mehr gesteigert und jetzt einen solchen Grad erreicht, dass er bereits aufgehört hatte, gegen sie anzukämpfen. Aber plötzlich fühlte er, dass das, was er für eine seelische Verwirrung gehalten hatte, im Gegenteil ein wohliger Seelenzustand war, der ihm auf einmal eine neue Glücksempfindung bescherte, wie er sie vorher noch nie kennengelernt hatte. Er überlegte nicht erst das jenes christliche Gebot, das er sein ganzes Leben lang zu befolgen, sich vorgenommen habe, ihm Befehle zu verzeihen und seine Feinde zu lieben, aber ein freudiges Gefühl der Liebe und der Verzeihung für seine Feinde erfüllte seine Seele. Er fiel auf die Knie, legte seinen Kopf auf ihr Handgelenk, dessen glühende Hitze er durch den Jackenärmel hindurch fühlte und schluchzte wie ein kleines Kind. Sie umfasste sein kahles Haupt, rückte näher an ihn heran und richtete ihre Augen stolz und triumphierend nach oben. Da ist er, ich habe es ja gewusst, jetzt lebt alle wohl, lebt wohl, da sind sie wiedergekommen, warum gehen sie nicht fort, so nehmt doch diese Pelze von mir weg. Der Arzt nahm ihre Hände von dem Kopfe ihres Mannes weg, drückte die Kranke behutsam auf das Kissen zurück und deckte sie bis an die Schultern zu. Gehorsam ließ sie sich rücklings hinlegen und schaute mit strahlendem Blicke vor sich hin. Vergiss das eine nicht, dass ich weiter nichts wollte als deine Verzeihung, weiter will ich nichts. Aber er, warum kommt er nicht, fragte sie und wandte sich nach der Tür hin an Wronski. Komm her, komm her, gib ihm die Hand. Wronski trat an den Rand des Bettes und bedeckte, als er Anna erblickte, wieder sein Gesicht mit den Händen. Nimm die Hände vom Gesicht, sieh ihn an, er ist ein Heiliger, sagte sie. So nimm doch die Hände weg, nimm doch die Hände vom Gesicht, rief sie heftig. Alexej Aleksandrowitsch, nimm ihm die Hände vom Gesicht, ich will sein Gesicht sehen. Alexej Aleksandrowitsch ergriff Wronskis Hände und zog sie ihm vom Gesicht fort, das von Schmerz und Scham furchtbar entstellt war. Gib ihm die Hand, verzeihe ihm. Alexej Aleksandrowitsch reichte ihm die Hand, ohne die Tränen zurückhalten zu wollen, die ihm aus den Augen strömten. Gott sei Dank, Gott sei Dank, flüsterte sie, nun ist alles in Ordnung, zieht mir nur noch die Beine ein wenig gerade, so, ja, so ist es schön, wie geschmacklos diese Blumen gezeichnet sind, sie sehen gar nicht aus wie Pfeilchen, sprach sie dann weiter auf die Tapete weisend. Mein Gott, mein Gott, wann wird das ein Ende haben? Gib mir doch Morphium, Doktor, geben Sie mir doch Morphium, oh mein Gott, mein Gott. Sie warf sich im Bette hin und her. Der Hausarzt und die hinzugezogenen Ärzte hatten sich dahin ausgesprochen, es liege Kindbettfieber vor, das in 99 Fällen unter 100 tödlich verlaufe. Den ganzen Tag hielt die Fieberhitze, das Fantasieren und die Bewusstlosigkeit an. Um Mitternacht lag die Kranke gefühllos da und der Puls hatte fast ganz aufgehört. Jeden Augenblick erwartete man das Ende. Wronski war nach Hause gefahren, kam aber am Morgen wieder, um nachzufragen und Alexej Alexandrovich, der ihm im Vorzimmer entgegenkam, sagte zu ihm, »Bleiben Sie, sie wird vielleicht nach Ihnen fragen« und führte ihn selbst in das Wohnzimmer seiner Frau. Am Morgen begann wieder die Aufgeregtheit und Lebhaftigkeit, das hastige Denken und Reden und dieser Zustand endete dann wieder mit Bewusstlosigkeit. Am dritten Tage wiederholte sich derselbe Hergang und die Ärzte erklärten, es sei jetzt etwas Hoffnung vorhanden. An diesem Tage trat Alexej Alexandrovich in Annas Wohnzimmer, in dem Wronski saß, machte die Tür zu und setzte sich ihm gegenüber. »Alexej Alexandrovich«, begann Wronski, der fühlte, dass jetzt die Aussprache bevorstehe, »ich bin nicht imstande zu reden, nicht imstande zu denken. Schonen Sie mich, wie schwer Ihnen auch ums Herz sein mag, glauben Sie mir, mein Zustand ist noch furchtbarer.« Er wollte aufstehen, aber Alexej Alexandrovich ergriff ihn bei der Hand und sagte, »Ich bitte Sie, mich anzuhören. Es ist unumgänglich notwendig. Ich muss Ihnen meine Gefühle darlegen, die, die mich bisher in meinem Handeln geleitet haben und die, von denen ich mich in Zukunft werde leiten lassen, damit Sie sich über mich nicht im Irrtum befinden. Sie wissen, dass ich mich zur Scheidung entschlossen und diese ganze Angelegenheit sogar schon in die Wege geleitet hatte. Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich anfänglich unentschlossen war und seelisch schwer litt. Ich gestehe Ihnen, dass mich der Gedanke nicht losließ, mich an Ihnen und an ihr zu rächen. Als ich das Telegramm erhielt, fuhr ich noch mit denselben Gefühlen hierher. Ja, ich muss noch mehr sagen, ich wünschte ihren Tod, aber er schwieg ein Weilchen, unschlüssig, ob er ihm das, was er jetzt empfand, aufdecken solle oder nicht. Aber da sah ich sie wieder und habe ihr verziehen und aus der seligen Empfindung beim Verzeihen habe ich gelernt, was meine Pflicht ist. Ich habe ihr völlig verziehen. Ich will auch die andere Backe hinhalten. Ich will auch den Rock hingeben, wenn man mir den Mantel nimmt. Ich bitte Gott nur um das eine, dass er mir die Seligkeit des Verzeihens nicht nehmen möge. Die Tränen standen ihm in den Augen und ihr heller ruhiger Blick überraschte Wronski. Das ist jetzt meine Lage und nun können sie mich in den Schmutz treten und mich zum Gespött der Welt machen. Ich werde sie nicht verlassen und ihnen nie ein Wort des Vorwurfs sagen, fuhr Alexei Alexandrovich fort. Meine Pflicht ist mir klar vorgezeichnet. Ich muss mit ihr zusammen bleiben und ich werde es tun. Sollte sie wünschen, sie zu sehen, so werde ich sie es wissen lassen. Aber jetzt möchte ich meinen, wird es das beste sein, wenn sie sich entfernen. Er stand auf, vor Schluchzen konnte er nicht weiter reden. Wronski erhob sich gleichfalls und blickte ihn, ohne sich gerade zu richten in gebeugter Haltung von unten her an. Ein volles Verständnis hatte er für Alexei Alexandrovichs Empfindungen nicht, aber so viel fühlte er doch, dass in dieser Weltanschauung etwas Hohes, für ihn geradezu Unerreichbares lag. Ende von Abschnitt 58 Gelesen von Eva K. Abschnitt 59 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil 18 Nach diesem Gespräche mit Alexei Alexandrovich trat Wronski vor das Tor des Kareninschen Hauses hinaus, blieb dort stehen und sammelte mit Mühe seine Gedanken, um zu wissen, wo er sei und wohin er nun gehen oder fahren solle. Er fühlte sich beschämt, erniedrigt, schuldig und der Möglichkeit beraubt, seine Demütigung abzuwaschen. Er fühlte sich aus dem Geleise herausgedrängt, indem er sich bisher so stolz und leicht vorwärts bewegt hatte. Alle die Gewohnheiten und Grundsätze seines Lebens, die ihm so sicher und fest erschienen waren, hatten sich als falsch und unbrauchbar erwiesen. Der betrogene Gatte, den er sich bisher als ein klägliches Wesen, als ein zufälliges, einigermaßen lächerliches Hindernis seines Glückes vorgestellt hatte, war plötzlich von ihr selbst herbeigerufen und zu einer ehrfurchtsgebietenden Höhe hinaufgehoben worden, und dieser Gatte erschien auf dieser Höhe nicht als ein schlechter, unwahrhaftiger, lächerlicher Mensch, sondern als ein guter, offener und edler. Dieser Erkenntnis konnte Wronski sich nicht verschließen. Die Rollen waren plötzlich vertauscht, Wronski fühlte seines Gegners sittliche Höhe und gerechtes Verhalten und seine eigene Niedrigkeit und Rechtsverletzung. Er fühlte, dass der Gatte sogar in seinem schweren Kummer sich großmütig, er selbst aber in seinem Betruge sich niedrig und erbärmlich gezeigt hatte. Aber dieses Bewusstsein seiner eigenen Niedrigkeit gegenüber dem Manne, den er ungerechterweise verachtet hatte, machte nur einen kleinen Teil seiner Seelenpein aus. Er fühlte sich jetzt deswegen unsäglich elend, weil seine Liebesleidenschaft, die seiner eigenen Empfindung nach in der letzten Zeit schon immer kalten begriffen gewesen war, jetzt, wo er wusste, dass er Anna für immer verloren hatte, stärker geworden war als je zuvor. Er hatte während ihrer Krankheit auf den tiefsten Grund ihres Herzens gesehen, ihre ganze Seele kennengelernt und es schien ihm, als habe er sie bisher noch nie wahrhaft geliebt. Und jetzt, wo er sie erkannt hatte und sie liebte, wie sie geliebt zu werden verdiente, jetzt stand er als ein Erniedrigter vor ihr da, hatte sie für immer verloren und war für sie in Zukunft nichts weiter als eine beschämende Erinnerung. Am allerschrecklichsten aber war seine lächerliche, schmähliche Lage gewesen, als er vor Scham hatte vergehen wollen und Alexej Aleksandrowitsch ihm die Hände vom Gesichte weggezogen hatte. Er stand wie verirrt vor dem Tor des Karininschen Hauses und wußte nicht, was er tun sollte. Befehlen Sie eine Droschke, fragte der Pfördner. Ja, eine Droschke. Nach Hause zurückgekehrt streckte sich Wronski nach den drei schlaflos verbrachten Nächten, ohne sich auszukleiden auf das Sofa mit dem Gesicht nach unten, faltete die Hände zusammen und legte den Kopf darauf. Der Kopf war ihm schwer, die seltsamsten Vorstellungen, Erinnerungen und Gedanken lösten mit wunderbarer Schnelligkeit und Klarheit einander ab. Da war bald die Arznei, die er für die Kranke in der Erregung so eingoss, dass der Löffel überfloss, bald die weißen Arme der Hebamme, bald Alexej Alexandrewitschs sonderbare Körperhaltung auf dem Fußboden vor dem Bette. Schlafen, vergessen, sagte er zu sich mit der ruhigen Zuversicht eines gesunden Menschen, der bestimmt erwartet, dass, wenn er müde ist und schlafen will, er auch sofort einschlafen wird. Und wirklich begann es ihm, in demselben Augenblicke im Kopf verwirrt zu werden, und er fing an, in den Abgrund der Selbstvergessenheit zu versinken. Die in den Gliedern, die er noch einen Augenblick vorher gefühlt hatte, waren auf einmal verschwunden. Nun können sie mich in den Schmutz treten, hörte er Alexej Alexandrewitsch sagen, und sah ihn vor sich und sah auch Annas Gesicht mit den fieberheißen Wangen und den glänzenden Augen, wie sie zärtlich und liebevoll nicht ihn, sondern Alexej Alexandrewitsch anblickte. Er sah seine eigene, wie es ihm vorkam, alberne, lächerliche Gestalt, wie ihm Alexej Alexandrewitsch die Hände vom Gesicht nahm. Er streckte wieder die Beine gerade, warf sich in der früheren Haltung auf das Sofa und schloß die Augen. Schlafen, schlafen, wiederholte er noch einmal bei sich. Aber mit geschlossenen Augen sah er noch deutlicher Annas Gesicht, wie es an jenem ihm unvergesslichen Abend des Renntages ausgesehen hatte. Das ist alles vorbei und wird nie wiederkehren und sie möchte es aus ihrer Erinnerung auslöschen. Ich aber kann ohne ihre Liebe nicht leben. Wie, ja, wie können wir uns versöhnen, wie können wir uns versöhnen, sagte er laut und begann unbewusst immer dieselben Worte zu wiederholen. Durch die stete Wiederholung dieser Worte wurde das Auftauchen neuer Bilder und Erinnerungen gehemmt, die, wie er fühlte, in seinem Kopf wimmelten. Aber lange dauerte diese Hemmung seiner arbeitenden Einbildungskraft nicht. Wieder übertraten ihm mit seltsamer Schnelligkeit Einer nach dem anderen die schönsten Augenblicke in seinen Beziehungen zu Anna vor die Seele und zugleich damit auch die soeben erlittene Demütigung. Nimm ihm die Hände weg, sagte Annas Stimme, und da nahm ihm der Mann die Hände weg, und er selbst fühlte, was er für ein beschämtes, einfältiges Gesicht machte. Er lag noch immer da und versuchte einzuschlafen, wiewohl er fühlte, daß dazu nicht die geringste Hoffnung vorhanden war, und immerzu wiederholte er flüsternd einzelne Worte aus irgendwelchem Gedankengange, um dadurch das Auftauchen neuer Bilder zu verhindern. Er horchte und hörte sich selbst in dem sonderbaren Flüstertone eines Irrsinnigen immer die Worte wiederholen, ich habe es nicht zu schätzen nicht zu benutzen verstanden, ich habe es nicht zu schätzen nicht zu benutzen verstanden. Was ist das, werde ich wahnsinnig? fragte er sich. Vielleicht aus solchem Grunde wird man ja wahnsinnig, aus solchem Grunde erschießt man sich, antwortete er selbst auf seine Frage und erblickte, als er die Augen öffnete mit Erstaunen neben seinem Kopf ein Kissen, das ihm Varja, die Frau seines Bruders früher einmal gestickt hatte. Er berührte ein Paarmal leise eine Quaste des Kissens und versuchte sich an Varja zu erinnern, an das letzte Mal, wo er sie gesehen hatte. Aber es war ihm eine Pein an etwas Fremdartiges zu denken. Nein, ich muß schlafen. Er rückte sich das Kissen näher und drückte seinen Kopf dagegen. Aber es bedurfte für ihn besonderer Anstrengung, um die Augen auf und setzte sich hin. Diese Sache ist für mich zu Ende, sagte er zu sich. Nun muß ich überlegen, was ich weiter tun soll. Was ist mir noch übrig geblieben? Er durchmusterte rasch in Gedanken das, was von seinem Leben nicht in Beziehung zu Anna stand. Der Ehrgeiz, Sirpuchowskoy, die Gesellschaft, der Hof, bei nichts vermochte er, seine Gedanken festzuhalten. All das hatte früher eine gewisse Bedeutung für ihn gehabt, aber jetzt war das alles null und nichts. Er stand vom Sofa auf, zog den Rock aus, lockerte sich den Leibriemen, entblößte seine haarige Brust, um freier atmen zu können und ging im Zimmer auf und ab. So wird man wahnsinnig, sagte er noch einmal, und so erschießt man sich, damit man sich nicht zu schämen braucht, fügte er langsam hinzu. Er ging zur Tür und machte sie zu. Dann trat er mit starrem Blick und fest zusammengepreßten Zähnen an den Tisch, nahm seinen Revolver heraus, betrachtete ihn, drehte ihn auf die geladene Kammer und versank in Gedanken. Etwa zwei Minuten lang stand er mit gesenktem Kopf und dem Ausdruck angestrengten Denkens, den Revolver in der Hand da und sann und sann. Selbstverständlich sagte er zu sich selbst, wie wenn ein längerer, klarer, logischer Gedankengang ihn zu einer zweifellos richtigen Schlussfolgerung geführt hätte. In Wahrheit aber war dieses so überzeugt klingende selbstverständlich lediglich die Folge der Wiederholung genau desselben Kreises von Erinnerungen und Vorstellungen, den er in dieser Stunde schon ein Dutzend Mal durchlaufen hatte. Es waren immer dieselben Erinnerungen an ein für alle Zeit verlorenes Glück, dieselbe Vorstellung von der Wertlosigkeit alles dessen, was ihm das Leben noch bringen konnte, dasselbe Bewusstsein seiner Demütigung und auch die Reihenfolge dieser Vorstellungen und Gefühle war immer dieselbe. Selbstverständlich sagte er noch einmal, als sein Denken sich wieder zum dritten Mal in diesem verhexten Kreise von Erinnerungen und Gedanken herumbewegte. Er setzte den Revolver an die linke Brustseite und indem er mit der ganzen Hand einen starken Ruck machte, als ob er sie plötzlich zur Faust zusammenballen wollte, drückte er auf den Abzug. Er hörte keinen Knall von dem Schusse, aber ein heftiger Schlag gegen die Brust warf ihn zu Boden. Er wollte sich am Rande des Tisches festhalten, ließ dabei den Revolver fallen, wankte, setzte sich auf den Fußboden und blickte verwundert um sich. Er erkannte sein Zimmer nicht wieder, als er von unten her auf die geschweiften Beine des Tisches und den Papierkorb und das Tigerfell blickte. Die schnellen Schritte des Dieners, der mit knarrenden Stiefeln durch den Salon kam, brachten ihn wieder zur Besinnung. Mit Anstrengung sammelte er seine Gedanken und begriff nun, dass er am Boden lag. Und als er das Blut auf dem Tigerfell und an seiner Hand sah, begriff er auch, dass er auf sich geschossen hatte. Dumm, schlecht getroffen, sagte er vor sich hin und tastete mit der Hand nach dem Revolver. Der Revolver lag nahe bei ihm, aber er suchte ihn weiter weg. Bei dem fortgesetzten Suchen reckte er sich nach der anderen Seite hin und nicht im Stande das Gleichgewicht zu bewahren, sank er blutüberströmt nieder. Der vornehme Diener mit dem Backenbarte, der schon öfters seinen Bekannten gegenüber über seine schwachen Nerven geklagt hatte, erschrak, als er seinen Herrn auf dem Fußboden liegen sah, dermaßen, dass er ihn weiter bluten ließ und davon lief, um Hilfe herbeizuholen. Nach einer Stunde kam Wronskis Schwägerin Varya angefahren, legte mit Hilfe Dreier Ärzte, zu denen sie nach allen Seiten Boten geschickt hatte und die nun gleichzeitig eintrafen, den Verwundeten auf sein Bett und blieb bei ihm, um ihn zu pflegen. 19 Der Fehler, den Alexej Aleksandrovich dadurch begangen hatte, dass er damals, als er sich auf das Wiedersehen mit seiner Frau vorbereitete, nicht auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen hatte, dass ihre Reue aufrichtig sein könne und er ihr verzeihen und sie nicht sterben werde, dieser Fehler wurde ihm als ein solcher zwei Monate nach seiner Rückkehr aus Moskau in seinem ganzen Umfange kenntlich, aber dieser von ihm begangene Fehler war nicht nur daraus entsprungen, dass er diese Möglichkeit nicht mit erwogen hatte, sondern auch daher, dass er bis zu diesem Wiedersehen mit seiner todkranken Frau sein eigenes Herz nicht gekannt hatte. Am Krankenbette seiner Frau hatte er sich zum ersten Male in seinem Leben willig jenem Gefühle mitleidiger Rührung überlassen, dass die Leiden anderer Menschen bei ihm hervorriefen und dessen er sich bisher als einer nachteiligen Schwäche geschämt hatte und das Mitleid mit ihr und die Reue darüber, dass er ihren Tod gewünscht hatte und ganz besonders die Seligkeit des Vergebens hatten bewirkt, dass er auf einmal nicht nur eine Linderung seiner Leiden verspürte, sondern auch eine seelische Ruhe empfand, wie er sie früher nie gekannt hatte. Er war auf einmal zu der Einsicht gelangt, dass gerade das, was die Quelle seiner Leiden gewesen, die Quelle seiner seelischen Freude geworden war. Die Frage, die ihm unlösbar erschienen war, als er richtete, verdammte und hasste, war nun, wo er verzieh und liebte, einfach und klar geworden. Er hatte seiner Frau verziehen und sie bemitleidet, gerührt durch ihr Leiden und durch ihre Reue. Er hatte auch Wronski vergeben und Mitleid mit ihm gehabt, besonders als Gerüchte über dessen verzweifelte Tat zu ihm gelangt waren. Auch seinen Sohn bedauerte er jetzt mehr als früher und machte sich Vorwürfe darüber, dass er sich ehemals zu wenig um ihn gekümmert hatte. Aber für das neugeborene kleine Mädchen hegte er ein ganz besonderes Gefühl, nicht nur des Mitleides, sondern geradezu der Zärtlichkeit. Anfangs hatte er sich nur aus Mitleid um diese neugeborene schwächliche Kleine gekümmert, die nicht seine Tochter war und die, da sie während der Krankheit der Mutter nicht die gehörige Pflege hatte, wahrscheinlich gestorben wäre, wenn er nicht für sie gesorgt hätte, und er hatte selbst nicht gemerkt, wie lieb er das Kindchen gewann. Mehrmals täglich pflegte er in das Kinderzimmer zu gehen und sich dort längere Zeit aufzuhalten, so dass die Amme und die Kinderfrau, die zuerst eine Scheu vor ihm gehabt hatten, sich allmählich an ihn gewöhnten. Manchmal betrachtete er eine halbe Stunde lang das mit flaumigem Haar wuchs bedeckte Köpfchen und das gelbrote faltige Gesichtchen des schlafenden Kindes und verfolgte die und der weichen dicken Händchen mit den eingekrümmten Fingerchen wie sie mit dem Handrücken die Äuglein und den Nasensattel rieben. Besonders in solchen Augenblicken fühlte Alexej Aleksandrowitsch sich völlig ruhig und in seelischem Gleichgewichte und sah in seiner Lage nichts Ungewöhnliches und nichts was einer Änderung bedurft hätte. Aber je mehr die Zeit vorrückte um so klarer sah er ein dass man ihn in dieser Lage nicht werde verharren lassen mochte sie ihm persönlich jetzt auch noch so natürlich erscheinen. Er fühlte dass außer der rein sittlichen Kraft von der seine Seele sich leiten ließ noch eine andere gröbere ebenso mächtige oder noch mächtigere Kraft obwaltete die seinem Leben die Richtung gab und dass diese Kraft ihm jene stille Ruhe die ihm so lieb war nicht lange belassen werde. Er fühlte dass ihn alle Leute wie mit einer verwunderten Frage anblickten ihn nicht verstanden und irgendwelchen Schritt von ihm erwarteten. Ganz besonders stark empfand er die Unnatürlichkeit und Unhaltbarkeit seines Verhältnisses zu seiner Frau. Als die weiche Stimmung vorüber war, welche die Nähe des Todes bei ihr hervorgerufen hatte, merkte Alexej Alexandrovich immer deutlicher, dass Anna sich vor ihm fürchtete, sich durch seine Gegenwart belästigt fühlte und ihm nicht gerade in die Augen sehen konnte. Es war, als ob sie ihm etwas sagen wollte und sich doch nicht dazu entschließen könnte und in dem Vorgefühl, dass ihr Verhältnis so nicht fortdauern könne, irgendeinen Schritt von seiner Seite erwartete. Ende Februar erkrankte Annas neugeborenes Töchterchen, das gleichfalls den Namen Anna erhalten hatte. Alexej Alexandrovich war am Morgen im Kinderzimmer gewesen, hatte angeordnet, dass der Arzt gerufen werden sollte und war dann nach dem Ministerium gefahren. Als er mit seinen Dienstgeschäften dort fertig war, kehrte er zwischen drei und vier Uhr nach Hause zurück. Im Vorzimmer erblickte er einen schön gewachsenen Lakaien in Reich mit Tressen besetzter Livree mit einem Umhang von Bärenfell. Über dem Arme hielt er einen weißen Damen und verhielt er amerikanischem Hundefell. Wer ist hier? fragte Alexej Alexandrovich. Die Fürstin Elisaveta Fyodorovna Tverskaya, antwortete der Lakaai, wie es Alexej Alexandrovich schien, mit einem leisen Lächeln. In dieser ganzen schweren Zeit hatte Alexej Alexandrovich die Beobachtung gemacht, dass seine Bekannten aus der vornehmen Gesellschaft, namentlich die Damen, ein außerordentlich lebhaftes Interesse für ihn und für seine Frau an den Tag legten. Er hatte bei all diesen Bekannten eine nur mühsam verhehlte Freude über irgendetwas bemerkt, eben dieselbe Freude, die er in den Augen des Rechtsanwaltes wahrgenommen hatte und jetzt in den Augen des Lakaien sah. Alle schienen so vergnügt zu sein, wie wenn sie an einer Hochzeitsfeier teilnehmen, sobald die Leute ihn sahen, erkundigten sie sich mit kaum unterdrückter Freude nach Annas Befinden. Durch die Anwesenheit der Fürstin Tverskaya fühlte Alexej Alexandrovich sich unangenehm berührt, sowohl wegen der Erinnerungen, die sich für ihn an ihre Person knüpften, wie auch weil er sie überhaupt nicht leiden konnte. Daher begab er sich geradeswegs nach den Zimmern der Kinder. Im ersten Kinderzimmer kniete Sergei auf einem Stuhle, hatte sich mit der Brust über den Tisch gelegt und zeichnete etwas, wobei er vergnügt redete. Die Engländerin, die während Annas Krankheit an die Stelle der Französin getreten war, saß mit einer zierlichen Häkelei neben dem Knaben, sie stand eilig auf, knickste und zupfte Sergei, dass er seinen Vater begrüßen sollte. Alexej beantwortete die Frage der Gouvernante nach dem Befinden seiner Frau und erkundigte sich dann, was der Arzt über das Baby gesagt habe. Der Doktor hat gesagt, es sei nichts gefährliches und hat Wannenbäder verordnet, gnädiger Herr. Aber sie hat doch immer Schmerzen, erwiderte Alexej Alexandrewitsch, indem er nach dem Schreien des Kindes im Nachbarzimmer hinhorchte. Ich glaube, die Amme taugt nichts, in entschiedenem Tone. Warum glauben Sie das? fragte er stehenbleibend. Bei der Gräfin Pohl war es genau ebenso, gnädiger Herr. Es wurde an dem Kind herum gedoktert und schließlich stellte sich heraus, dass es einfach hungerte. Die Amme hatte nicht genug Nahrung, gnädiger Herr. Alexej Alexandrewitsch wurde nachdenklich. Er blieb noch ein paar Sekunden lang stehen und ging dann durch die andere Tür in das zweite Zimmer. Die Kleine lag mit zurückgeworfenem Köpfchen, sich krümmend in den Armen der Amme und wollte weder die ihr angebotene üppige Brust annehmen noch zu schreien aufhören, obgleich sowohl die Amme wie auch die Kinderfrau, die sich gleichfalls über sie beugte, sie durch Zischen zu beruhigen suchten. Immer noch nicht besser, fragte Alexej Alexandrewitsch. Sie stand. Miss Edward meint, die Amme habe vielleicht nicht genug Nahrung, sagte er. Das glaube ich auch, Alexej Alexandrewitsch. Aber warum sagen sie es denn dann nicht? Wem soll ich es denn sagen? Anna Arkadievna ist doch immer noch krank, erwiderte die Kinderfrau in missvergnügtem Tone. Die Kinderfrau war eine alte Dienerin des Hauses. Auch in ihren so natürlich klingenden Worten meinte Alexej Alexandrewitsch eine Anspielung auf seine Lage zu finden. Das Kind schrie noch lauter, es wurde heiser und die Stimme blieb zeitweilig ganz weg. Die Kinderfrau machte eine Handbewegung, als sei sie dagegen ratlos, trat zu der Kleinen hin, nahm sie der Amme aus den Armen und begann auf und abgehend sie hin und her zu wiegen. Wir müssen den Arzt bitten, die Amme zu untersuchen, sagte Alexej Alexandrewitsch. Die gesund aussehende, schön geputzte Amme bekam einen Schreck, dass man sie womöglich entlassen werde. Sie murmelte etwas vor sich hin, verhüllte ihre große Brust wieder und lächelte verächtlich über einen solchen Zweifel an ihrer Nahrungsfülle. Auch in diesem Lächeln fand Alexej Alexandrewitsch wieder sagte die Kinderfrau während sie immer noch umher ging und zur Beruhigung zischte. Alexej Alexandrewitsch setzte sich auf einen Stuhl und verfolgte mit schmerzlicher trüber Miene die auf und ab gehende Kinderfrau. Als das Kind endlich still geworden war, die Kinderfrau es in sein tiefes Bettchen gelegt, das Kissen zurecht gemacht hatte und zurückgetreten war, da stand Alexej Alexandrewitsch auf und ging mühsam nur mit den Fußspitzen auftretend zu dem Kinde hin. Etwa eine Minute betrachtete er es schweigend und mit dem selben trüben Gesichtsausdrucker, aber plötzlich trat ein Lächeln, bei dem sich sein Kopfhaar und die Stirnhaut verschob auf sein Gesicht und er verließ ebenso leise das Zimmer. Im Esszimmer klingelte er und befahl dem eintretenden Diener, es solle noch einmal zum Arzt geschickt werden. Er war ärgerlich auf seine Frau, dass sie sich um dieses reizende Kindchen so wenig kümmerte und so wollte er infolge dieser Missstimmung eigentlich nicht zu ihr gehen, hatte auch keine Lust die Fürstin Betsy zu sehen, aber seine Frau hätte sich wundern können, weshalb er seiner Gewohnheit entgegen nicht zu ihr käme und deshalb überwand er sich und ging zum Schlafzimmer hin. Als er sich auf dem weichen Teppich der Tür näherte, hörte er unwillkürlich ein Gespräch, das er nicht hatte hören wollen. Wenn er nicht wegführe, so würde ich sowohl ihre Weigerung wie auch die ihres Mannes ihn zu empfangen begreifen können. So aber muss ihr Mann darüber erhaben sein, sagte Betsy. Nicht meines Mannes wegen, sondern um meiner Selbst willen lehne ich es ab. Bitte reden sie nicht so, erwiderte doch wünschen, einem Manne lebewohl zu sagen, der sich um ihretwillen hat erschießen wollen. Eben deswegen mag ich es nicht. Alexej Alexandrowitsch blieb mit erschrockener schuldbewusster Miene stehen und wollte unbemerkt wieder zurückgehen. Aber dann besann er sich, dass das ein seiner nicht würdiges Verhalten sein würde, er kehrte wieder um und näherte sich, nachdem er vorher gehustet hatte, dem Schlafzimmer. Die Stimmen verstummten und er trat ein. Anna saß in einem grauen Schlafrocker auf dem Liegestuhl. Ihr schwarzes Haar, das nach der Krankheit stark ausging, war kurzgeschoren und bildete nun um ihren runden Kopf eine dichte Bürste. Wie stets beim Anblicke ihres Mannes verschwand das lebendige Minenspiel sofort aus ihrem Gesichte. Sie ließ den Kopf sinken und blickte sich unruhig nach Betsy um. Betsy saß neben ihr in sehr gerader Haltung ihrer flachen hohen Figur. Sie war nach der allerneuesten Mode gekleidet, der Hut schwebte über ihrem Kopf wie eine Lampenglocke über der Lampe, das Kleid war taubengrau mit hellfarbigen schrägen Streifen, die an der Hüfte in dieser am Rocke nach jener Richtung liefen. Sie begrüßte Alexei Alexandrovich mit einer Neigung des machte sie, als ob sie sehr erstaunt wäre. Ich freue mich sehr, dass sie zu hause sind. Sie lassen sich ja nirgends blicken und ich habe sie seit Annas Krankheit nicht mehr gesehen. Ich habe alles gehört, wie viel Sorge sie gehabt haben. Ja, sie sind ein bewunderungswürdiger Gatte, sagte sie mit einer bedeutsamen freundlichen Miene, als verleihe sie ihm den Orden der Großherzigkeit für sein Verhalten seiner Frau gegenüber. Alexei Alexandrovich verbeugte sich kühl, küsste seiner Frau die Hand und fragte nach ihrem Befinden. Ich meine, es geht etwas besser, antwortete sie seinem Blicke ausweichend. Aber mir kommt es so vor, als hätten sie eine fieberhafte Färbung im Gesicht, erwiderte er und legte einen besonderen Nachdruck auf das Wort fieberhaft. Ich habe zu viel mit ihr geplaudert, bemerkte Betsy. Ich fühle, daß das meinerseits zu selbstsüchtig war und will nun auch aufbrechen. Sie stand auf, aber Anna ergriff plötzlich errötend schnell ihre Hand. Nein, bitte, bleiben Sie noch ein Weilchen. Ich muß Ihnen sagen, nein, Ihnen, wandte sie sich an Alexei Alexandrovich, während eine dunkle Röte sich über ihren Hals und ihre Stirn ausbreitete. Ich will und kann vor Ihnen kein Geheimnis haben, fügte sie hinzu. Alexei Alexandrovich knackte mit den Fingern und senkte den Kopf. Betsy hat mir mitgeteilt, dass Graf Wronski zu uns zu kommen wünscht, um uns vor seiner Abreise nach Taschkent Lebewohl zu sagen. Sie sah ihren Mann nicht an und beeilte sich offenbar, alles herauszureden, wie schwer es ihr auch werden mochte. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihn nicht empfangen kann. Sie sagten, meine Liebe, das werde von Alexei Alexandrovich abhängen, verbesserte Betsy sie. Nein, ich kann ihn nicht empfangen und es hat ja auch keinen Zweck. Sie hielt plötzlich inne und richtete einen fragenden Blick auf ihren Mann, aber dieser sah sie nicht an. Mit einem Worte ich will nicht. Alexei Alexandrovich trat näher an sie heran und wollte ihre Hand ergreifen. Ihre erste unwillkürliche Bewegung war, ihre Hand von seiner feuchten, mit großen hervortretenden Adern überzogenen Hand wegzuziehen, die nach der ihrigen suchte, aber dann bezwang sie sich offenbar mit Anstrengung und drückte ihm die Hand. Ich bin ihnen für ihr Vertrauen sehr dankbar, begann er, aber hier geriet er in Verwirrung und fühlte zu seinem Ärger, dass er eine Frage, die er still für sich mit größter Leichtigkeit und Klarheit hätte entscheiden können, in Gegenwart der Fürstin Tverskaya nicht zu erwägen imstande war. Denn diese Frau erschien ihm als eine Verkörperung jener gröberen Kraft, die nach der Anschauung der Welt seinem Leben die Richtung geben sollte und ihn hinderte, sich seinem Gefühle der Liebe und Verzeihung zu überlassen. Er hielt inne und blickte die Fürstin Tverskaya an. Nun leben Sie wohl, liebes Herz, sagte Betsy und stand auf. Sie küßte Anna und ging hinaus. Alexei Aleksandrowitsch gab ihr das Geleit. Alexei Aleksandrowitsch, ich kenne Sie als einen Mann von wahrhaft edler Gesinnung, sagte Betsy, indem sie im kleinen Salon stehen blieb und ihm die Hand noch einmal besonders kräftig drückte. Ich stehe ihnen ja verhältnismäßig fern, aber ich liebe Anna so sehr und empfinde für sie eine solche Hochachtung, dass ich mir erlauben möchte, einen Rat auszusprechen. Empfangen Sie ihn. Alexei Wronski ist der Inbegriff der Ehrenhaftigkeit und er ist im Begriff nach Taschkent abzureisen. Ich danke ihnen, Fürstin, für ihre Teilnahme und für ihren Rat, aber die Frage, ob meine Frau jemanden empfangen kann oder nicht, muss sie selbst entscheiden. Bei diesen Worten zog er, wie es seine Gewohnheit war, die Augenbrauen würdevoll in die Höhe, wurde sich aber im gleichen Augenblicke bewusst, dass, mochte er die Worte auch noch so kunstvoll wählen, von Würde in seiner Lage nicht die Rede sein konnte, und dass Betsy dasselbe dachte, sah er an dem verhaltenen boshaften spöttischen Lächeln, mit dem sie ihn nach dieser Erwiderung anblickte. Ende von Abschnitt 59 Gelesen von Eva K. Abschnitt 60 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Vierter Teil 20 Im Saale verbeugte sich Alexej Aleksandrovich vor Betsy und ging zu seiner Frau zurück. Sie hatte in der Zwischenzeit gelegen, nahm aber, als sie seine Schritte hörte, schnell wieder ihre frühere sitzende Stellung ein und blickte ihn erschrocken an. Er sah, dass sie geweint hatte. Ich bin dir für dein Vertrauen zu mir sehr dankbar, wiederholte er in sanftem Tone auf Russisch den Satz, den er kurz vorher in Betsys Gegenwart auf Französisch gesagt hatte, und setzte sich neben sie. Sobald er Russisch zu ihr sprach und Du zu ihr sagte, geriet Anna überdies Du jedes Mal in einen so gereizten Zustand, dass sie sich nicht beherrschen konnte. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du die Frage in verneinendem Sinne entschieden hast. Ich bin gleichfalls der Ansicht, dass, wenn Graf Wronski abreißt, es in keiner Weise erforderlich ist, dass er zu uns herkommt. Übrigens Das habe ich ja schon gesagt, also wozu wiederholst du es noch einmal? Unterbrach ihn Anna plötzlich mit einer Gereiztheit, die sie nicht zu unterdrücken imstande war. Nein, dachte sie, es ist in keiner Weise erforderlich, dass ein Mann der Frau Lebewohl zu sagen kommt, die er liebt, um deren Willen er sich das Leben nehmen wollte und sich unglücklich gemacht hat und die ohne ihn nicht leben kann. Nein, nein, das ist in keiner Weise erforderlich. Sie presste die Lippen zusammen und richtete ihre funkelnden Augen auf seine Hände mit den hervortretenden Adern, er rieb langsam eine Hand gegen die andere. Wir wollen nie wieder davon sprechen, fügte sie etwas ruhiger hinzu. Ich habe es dir überlassen, diese Frage zu entscheiden und freue mich sehr zu sehen, begann Alexej Alexandrovich, dass mein Wunsch mit dem ihrigen zusammentrifft, beendete sie schnell seinen Satz. Dass er so langsam sprach, während sie alles, was er sagen wollte, im Voraus wusste, machte sie nervös. Ja, bestätigte er die Richtigkeit ihrer Ergänzung, und die Fürstin Tverskaya mischt sich ganz unangebrachter Weise in die schwierigsten Familienangelegenheiten, gerade sie. Ich glaube nichts von dem, was über sie geredet wird, fiel ihm Anna schnell ins Wort. Ich weiß, dass sie mich aufrichtig lieb hat. Alexej Alexandrovich seufzte und schwieg. Sie spielte erregt mit den Quasten ihres Schlafrockes und blickte ihren Mann mit jenem qualvollen Gefühle physischen Widerwillens an, weswegen sie sich oft schallt, dass sie aber nicht zu überwinden vermochte. Sie von seiner widerwärtigen Gegenwart befreit zu sein. Ich habe soeben nach dem Arzte geschickt, sagte Alexej Alexandrovich. Ich bin gesund, wozu brauche ich den Arzt? Du nicht, aber die Kleine schreit fortwährend, und es wird vermutet, dass die Amme zu wenig Nahrung hat. Warum hast du mir nicht erlaubt, die Kleine selbst zu nähren, als ich dich darum bat? Es ist ja ganz gleichgültig. Alexej Alexandrovich verstand, was dieses ganz gleichgültig bedeutete. Sie ist nur ein kleines Kind, und da lässt man sie umkommen. Sie klingelte und befahl ihr, das Kind zu bringen. Als ich bat, das Kind selbst nähren zu dürfen, wurde es mir nicht erlaubt, und jetzt bekomme ich Vorwürfe. Ich mache dir keine Vorwürfe. Doch, das tun sie. Mein Gott, warum bin ich nicht gestorben? Sie brach in Schluchzen aus. Verzeih mir, ich bin so reizbar, ich bin ungerecht, fügte sie kurz darauf zur Besinnung kommend hinzu. Aber bitte geh jetzt. Nein, das kann so nicht bleiben, sagte Alexej Alexandrovich mit aller Bestimmtheit zu sich selbst, während er hinausging. Die Unzulässigkeit seiner Lage nach der Anschauung der Welt und der Hass seiner Frau gegen ihn und überhaupt die Macht jener rohen geheimnisvollen Gewalt, die im Gegensatze zu seiner Seelenstimmung sein Leben lenkte und die Erfüllung ihres Willens und die Änderung seines Verhältnisses zu seiner Frau forderte, dies alles war ihm noch nie mit solcher Deutlichkeit vor Augen getreten wie heute. Er sah klar, dass die ganze Welt und seine Frau etwas von ihm verlangten, aber was sie eigentlich verlangten, das vermochte er nicht zu erfassen. Er fühlte, dass infolgedessen in seiner Seele ein gewisser Ingrimm heranwuchs, der ihm seine Ruhe raubte und das ganze Verdienst seiner edlen Tat zunichte machte. Er war der Ansicht, dass es für Anna das Beste sei, die Beziehungen zu Wronski abzubrechen, aber wenn die Leute alle fanden, dass dies unmöglich sei, nun so war er auch bereit, diese Beziehungen von Neuem zu dulden, um nur nicht Schande über die Kinder kommen zu lassen, ihrer nicht beraubt zu werden und seine Lage nicht ändern zu müssen. Wie übel dies auch war, so war es doch immer noch besser als ein Bruch, durch den Anna in eine schmähliche rettungslose Lage geraten und er selbst alles verlieren würde, was er liebte. Aber er fühlte sich machtlos, er wußte im Voraus, dass alle gegen ihn seien und ihn nicht das tun lassen würden, was ihm jetzt so natürlich und gut erschien, sondern ihn zwingen würden, das zu tun, was zwar schlecht, aber nach ihrer Meinung erforderlich war. Betsy hatte den Saal noch nicht verlassen, als ihr in der Tür Stepan Arkadjewitsch begegnete. Er kam soeben von Jelisjev, wo frische Austern eingetroffen waren. »Ah, Sie, Fürstin, das nenne ich eine angenehme Begegnung, rief er. Ich bin soeben bei Ihnen gewesen. Die Begegnung kann aber nur einen Augenblick dauern, denn ich bin im Weggehen, antwortete Betsy lächelnd und zog sich den Handschuh an. Warten Sie noch, Fürstin, ziehen Sie sich den Handschuh noch nicht an. Lassen Sie mich Ihnen vorher noch die Hand küssen. Nichts hat bei dem Wieder Aufkommen der alten Gebräuche so sehr meinen Beifall wie der Hand Kuss. Er küsste Betsy die Hand. Wann sehen wir uns wieder? Sie verdienen das gar nicht, erwiderte Betsy lächelnd. Doch, doch, ich verdiene es durchaus, denn ich bin der solideste Mensch von der Welt geworden. Ich bringe nicht nur meine eigenen, sondern auch fremde Familien Angelegenheiten in Ordnung, versetzte er mit vielsagender Miene. Ach, und das freut mich sehr, antwortete Betsy, die sofort begriff, dass er von Anna sprach. Sie kehrten in den Saal zurück und traten dort in eine Ecke. Er wird sie zu Tode martern, sagte Betsy im Flüstertone, aber mit starkem Nachdruck. Das kann unmöglich so weiter gehen, ganz unmöglich. Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Ansicht sind, erwiderte Stepan Arkadjewitsch und wiegte mit dem Ausdrucke ernster, schmerzlicher Teilnahme den Kopf hin und her. Ich bin deswegen nach Petersburg herüber gekommen. Die ganze Stadt spricht davon, sagte sie. Es ist ein ganz unmöglicher Zustand. Sie schwindet dabei rettungslos dahin. Er begreift nicht, dass sie eine von den Frauen ist, die nicht im Stande sind, mit ihren Gefühlen zu scherzen. Eins von beiden muss geschehen, entweder muss der eine energisch vorgehen und sie entführen oder der andere muss in die Scheidung willigen, aber in der jetzigen Lage erstickt sie. Ja, ja, sehr richtig, antwortete Ablonski seufzend. Deswegen bin ich eben hergekommen, das heißt nicht ausschließlich deswegen, ich bin zum Kammerherrn ernannt worden, na, und da muss man sich doch bedanken, aber die Hauptsache ist doch, dass ich diese Angelegenheit hier in Ordnung bringen muss. Nun Gott helfe ihnen bei ihrem Bemühen, sagte Betsy. Nachdem er die Fürstin Betsy bis auf den Flur begleitet, ihr noch einmal die Hand oberhalb des Handschuhes, da wo der Puls klopft, geküsst, und ihr noch eine solche Menge pikanten Unsinns hingeschwatzt hatte, dass sie nicht wusste, ob sie sich darüber ärgern oder darüber lachen sollte, begab sich Stepan Arkadievich zu seiner Schwester. Er fand sie in Tränen. Trotz der übersprudelnd heiteren Stimmung, in der sich Stepan Arkadievich befand, ging er doch sofort zu einem teilnahmsvollen poetisch angehauchten Tone über, der zu ihrem Gemütszustand passte, und es gelang ihm, diesen Ton in einer durchaus natürlich anmutenden Weise zu treffen. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden und wie sie den Morgen verbracht habe. Schlecht, sehr schlecht. Den Morgen und alle vergangenen und zukünftigen Tage, antwortete sie. Mir scheint, du überlästig zu sehr einer trüben Stimmung. Man muss sich aufraffen und das Leben mit festem Blick anschauen. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist, aber ich habe gehört, dass manche Frau ihren Mann sogar wegen seiner Laster liebt. begann Anna plötzlich. Ich aber hasse den meinigen wegen seiner Tugend. Ich kann nicht mit ihm leben. Glaube mir, sein bloßer Anblick wirkt physisch auf mich abstoßend. Er macht mich geradezu wild. Ich kann nicht mit ihm leben. Ich kann es nicht. Was soll ich nur anfangen? Ich war unglücklich und dachte, ein größeres Unglück könne es nicht geben. Aber von dem furchtbaren Zustande, den ich jetzt durchmache, hatte ich keine Vorstellung. Kannst du das glauben? Ich weiß, dass er ein guter, ein vortrefflicher Mensch ist, dass ich nicht so viel wert bin wie sein Fingernagel und dennoch hasse ich ihn. Ich hasse ihn wegen seiner Großmut und es bleibt mir nichts weiter übrig als ... Du bist krank und reizbar sagte er Glaube mir du übertreibst ungeheuer so schrecklich ist die Lage ganz und gar nicht Bei diesen Worten lächelte stepan Arkadjewitsch Kein anderer hätte an seiner Stelle einer solchen Verzweiflung gegenüber sich erlaubt zu lächeln denn ein lächeln wäre als roheit erschienen aber in seinem lächeln lag eine solche gutmütigkeit und eine solche fast frauenhafte Zärtlichkeit dass sein lächeln nichts verletzendes sondern vielmehr etwas besänftigendes beruhigendes hatte die art wie er leise und beschwichtigend redete und lächelte wirkte mildernd und beruhigend wie Mandelöl und Anna fühlte das in kurzem nein Stiva sagte sie mit mir ist es aus mit mir ist es aus ja es steht noch schlimmer es ist eben noch nicht aus ich kann nicht sagen dass alles zu Ende wäre im Gegenteil ich fühle dass es noch nicht zu Ende ist ich bin wie eine zu straff gespannte Seite die reißen muß aber es ist noch nicht zu Ende und und wird ein furchtbares Ende nehmen aber nicht doch man kann die Seite ganz sachte nachlassen es gibt keine Lage aus der man nicht einen Ausweg finden könnte ich habe gesonnen und gesonnen es gibt nur einen wieder merkte er an ihrem verstörten Blicke dass dieser einzige Ausweg nach ihrer Ansicht der Tod war und ließ sie nicht ausreden keineswegs unterbrach er sie erlaube einmal du kannst deine Lage nicht so genau beurteilen wie ich erlaube dass ich dir aufrichtig meine Meinung sage wieder lächelte er behutsam mit seinem Mandelöl lächeln ich fange von Anfang an du hast einen Mann geheiratet der zwanzig Jahre älter ist als du du hast ohne Liebe geheiratet oder ohne die Liebe zu kennen das war ein Fehler wie nicht zu leugnen ist ein furchtbarer Fehler sagte Anna aber ich stelle fest es ist eine vollendete Tatsache dann hast du sagen wir einmal das Unglück gehabt dich in einen anderen Mann zu verlieben das war ein Unglück aber es ist gleichfalls eine vollendete Tatsache und dein Mann hat diese Tatsache als solche anerkannt und verziehen er hielt nach jedem Satze inne wie wenn er eine Erwiderung erwartete aber sie antwortete nichts so steht es also jetzt ist nun die Frage kannst du weiter mit deinem Manne zusammenleben wünschst du das wünscht er es ich weiß nichts nichts weiß ich aber du hast doch selbst gesagt dass du ihn nicht ausstehen kannst nein das habe ich nicht gesagt ich widerrufe es ich weiß nichts ich begreife nichts ja aber erlaube mal das kannst du nicht verstehen ich fühle dass ich kopfüber in einen abgrund hinabstürze aber mich nicht retten darf und ich kann es auch nicht jeniger dadurch bedrückt fühlt als du du marterst dich ab und er martert sich ab was kann dabei herauskommen und doch würde eine Scheidung alle Schwierigkeiten lösen schloss stepan arkadiewicz diesen hauptgedanken brachte er nur mit einer gewissen anstrengung heraus und blickte sie nun bedeutungsvoll an sie antwortete nichts und schüttelte nur verneinend ihren kurzgeschorenen kopf aber an dem ausdruck ihres gesichtes das auf einmal wieder in seiner früheren schönheit erglänzte sah er dass sie dies nur deshalb nicht zu wünschen gewagt hatte weil es ihr als ein unerreichbares Glück erschienen war ihr tut mir furchtbar leid und wie glücklich würde ich sein wenn es mir gelänge diese Sache in Ordnung zu bringen sagte stepan arkadiewicz und lächelte nun schon wesentlich kühner sprich nicht sage kein wort möge mir gott beistehen damit ich alles so sagen kann wie ich es empfinde ich will jetzt zu ihm gehen gedankenvoll und mit leuchtenden augen blickte anna ihn an aber sie schwieg einde von abschnitt sechzig gelesen von eva k abschnitt von anna karenina von lew nikolaevich übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain vierter teil stepan arkadiewicz trat in alexei alexandrowitschs arbeitszimmer mit jener einigermaßen feierlichen miene ein mit der er im sitzungssaal seines amtes auf dem stuhle des vorsitzenden platz zu nehmen pflegte alexei alexandrowitsch ging die hände auf dem rücken zusammengelegt im zimmer auf und ab und dachte über denselben gegenstand nach über den stepan arkadiewicz soeben mit anna gesprochen hatte ich störe dich doch nicht fragte stepan arkadiewicz der beim anblicke seines schwagers ein ihm ungewohntes gefühl der verlegenheit verspürte um diese verlegenheit zu verbergen zog er ein eben erst gekauftes zigaretten etui mit einem neuartigen verschluss hervor roch an dem leder und nahm sich eine zigarette heraus nein wünschst du etwas antwortete alexei alexandrowitsch wenig freundlich ja ich möchte gern ich muß ja ich muß ein paar worte mit dir sprechen versetzte stepan arkadiewicz der sich zu seiner verwunderung einer ihm sonst fremden zaghaftigkeit bewusst wurde dieses gefühl war für ihn etwas so unerwartetes und sonderbares dass ihm nicht der gedanke kam dies könne wohl die stimme des gewissens sein die ihm sage dass das was er zu tun beabsichtige schlecht sei stepan arkadiewicz nahm sich kräftig zusammen und überwand diesen anfall von schüchternheit ich darf wohl hoffen dass du von meiner liebe zu meiner schwester und von meiner aufrichtigen zuneigung und verehrung dir gegenüber überzeugt bist sagte er errötend alexei alexandrowitsch blieb stehen und antwortete nicht aber zu seiner überraschung nahm stepan arkadiewicz wahr dass das gesicht seines schwagers den ausdruck eines ergebungsvollen opfertieres trug ich hatte die absicht ich wollte gern mit dir über meine schwester und über eure beiderseitige lage sprechen fuhr stepan arkadiewicz fort er hatte immer noch mit jener ihm ungewohnten befangenheit zu kämpfen alexei alexandrowitsch lächelte trübe blickte seinem schwager forschend ins gesicht trat ohne zu antworten an seinen schreibtisch nahm einen dort liegenden angefangenen brief und reichte ihn dem schwager hin ich denke an diesen selben gegenstand unaufhörlich sagte er und hier ist der anfang eines schreibens das ich für sie bestimmt hatte denn ich glaube dass ich es brieflich besser ausdrücken kann und dass meine gegenwart sie nur aufregt stepan arkadiewicz nahm den brief blickte mit verständnisloser verwunderung in die trüben augen die starr auf ihn gerichtet waren und begann zu lesen ich sehe dass meine gegenwart ihnen lästig ist wie schwer es mir auch geworden ist dieser überzeugung raum zu gewähren so sehe ich doch dass es so ist und nicht anders sein kann ich messe ihnen keine schuld bei und gott ist mein zeuge dass ich als ich sie in ihrer krankheit wieder sah von ganzer seele den entschluss fasste alles was zwischen uns getreten war zu vergessen und ein neues leben zu beginnen ich bereue das was ich infolge dieses entschlusses getan habe nicht und werde es nie bereuen aber ich habe nur eins gewünscht ihr wohl das heil ihrer seele und ich sehe jetzt dass ich dieses ziel nicht erreicht habe sagen sie mir selbst was imstande ist ihnen wahres glück zu verleihen und ihrer seele den frieden wieder zu geben ich werde mich ihrem willen und ihrem gerechtigkeitssinne völlig fügen stepan arkadiewicz gab den brief zurück und blickte dann seinen schwager wieder ebenso verständnislos an wie vorher ohne zu wissen was er dazu sagen solle dieses schweigen war für sie beide so peinlich dass stepan arkadiewicz lippen während er schwieg und kein auge von karen ins gesicht wandte fortwährend zuckten und zitterten das ist es was ich ihr mitteilen wollte sagte alexei alexandrowitsch und wandte sich ab ja ja begann stepan arkadiewicz war aber nicht imstande weiter zu reden weil ihm die tränen so nahe waren dass ihm die stimme versagte ja ja ich verstehe euch beide brachte er endlich heraus ich möchte gern wissen worauf ihr wunsch gerichtet ist sagte alexei alexandrowitsch ich fürchte dass sie selbst kein rechtes verständnis für ihre lage hat sie ist dafür nicht der geeignete richter erwiderte stepan arkadiewicz der seine fassung wieder gewonnen hatte sie fühlt sich erdrückt tatsächlich erdrückt durch deine großmut wenn sie diesen brief liest wird sie nicht imstande sein etwas zu sagen sie wird den kopf nur noch tiefer sinken lassen ja aber was soll ich unter solchen umständen tun wie kann ich darüber klarheit erlangen wie kann ich erfahren was sie wünscht wenn du mir gestattest meine meinung auszusprechen so möchte ich meinen daß es bei dir steht geradezu die maßregeln zu bestimmen die du für nötig hältst um dieser lage ein ende zu machen mithin findest du dass ihr ein ende gemacht werden muss unterbrach ihn alexei alexandrowitsch aber wie fügte er hinzu und machte dabei eine ihm sonst nicht geläufige bewegung mit den händen vor den augen ich sehe keinen möglichen ausweg einen ausweg gibt es in jeder lage versetzte stepan arkadiewicz der jetzt lebhafter wurde und stand auf es hat eine zeit gegeben wo du die trennung wünschtest wenn du jetzt zu der überzeugung gelangt bist daß ihr einander nicht glücklich machen könnt es gibt verschiedene begriffe von glück aber nehmen wir an daß ich mit allem einverstanden bin und auf jeden eigenen willen verzichte welchen ausweg gibt es dann aus unserer lage wenn du meine ansicht wissen willst antwortete stepan arkadiewicz mit demselben besänftigenden zärtlichen mandelöl lächeln mit dem er zu anna gesprochen hatte diesem gutmütigen lächeln wohnte eine solche überredungskraft inne das alexei alexandrowitsch der seine schwäche fühlte und sich ihr widerstandslos überließ unwillkürlich bereit war alles zu glauben was stepan arkadiewicz sagen würde sie wird es niemals aussprechen fuhr dieser fort aber es gibt nur einen ausweg und sie kann auch nur diesen einen wünschen das ist die aufhebung eurer jetzigen beziehungen und die beseitigung aller damit verbundenen erinnerungen meiner ansicht nach ist in eurer lage eine klare festlegung eines neuen wechselseitigen verhältnisses unumgänglich notwendig und dieses verhältnis kann sich nur dann dauerhaft gestalten wenn beide teile frei sind das ist die scheidung unterbrach ihn alexei alexandrowitsch mit einer mine des widerwillens ja ich bin der ansicht dass die scheidung ja dass die scheidung begann stepan arkadiewicz stockend und errötend das ist in jeder hinsicht der vernünftigste ausweg für gatten die in einem solchen verhältnisse zueinander stehen wie ihr was sollen denn gatten anfangen wenn sie gefunden haben daß sie nicht mehr miteinander leben können und so etwas kann immer und überall vorkommen alexei alexandrowitsch stieß einen schweren seufzer aus und schloß die augen es bleibt nur ein punkt noch zu erwägen ob einer der gatten eine neue ehe einzugehen wünscht wenn nicht dann ist die ganze sache sehr einfach erklärte stepan arkadiewicz der sich jetzt immer mehr und mehr von seiner befangenheit frei machte alexei alexandrowitsch runzelte vor erregung die stirn murmelte etwas vor sich hin und antwortete nichts alles das was stepan arkadiewicz für so außerordentlich einfach hielt hatte alexei alexandrowitsch schon hundertmal tausendmal durchdacht ihm erschien das alles keineswegs außerordentlich einfach ihm erschien es im gegenteil völlig unmöglich da er schon die einzelheiten des scheidungsverfahrens kannte erschien ihm jetzt eine scheidung unmöglich weil das gefühl der eigenen würde und die achtung vor der religion ihm nicht erlaubten die schuld eines vorgetäuschten ehebruchs auf sich zu nehmen und er noch weniger zugeben mochte daß seine frau nachdem er ihr verziehen und ihr seine liebe wieder zugewandt hatte des ehebruchs überführt und an den pranger gestellt werde auch aus anderen noch wichtigeren gründen hielt er eine scheidung für unmöglich was sollte im falle einer scheidung aus seinem sohne werden ihn bei der mutter zu lassen war unmöglich die geschiedene mutter würde ihre eigene unrechtmäßige familie haben in der die stellung eines stiefsohnes und seine erziehung aller wahrscheinlichkeit nach recht übel sein würden oder sollte er den sohn bei sich behalten er wußte daß das wie eine rache von seiner seite angesehen würde und das wollte er nicht außerdem aber erschien ihm eine scheidung ganz besonders deswegen unmöglich weil er durch seine einwilligung in die scheidung anna ins verderben stürzen würde tief eingeprägt hatte sich ihm ein gedanke den darja alexandrowna ihm gegenüber in moskau ausgesprochen hatte daß er wenn er sich zur scheidung entschließe dabei nur an sich denke und nicht daran daß er anna auf diese weise unrettbar zugrunde richte und indem er nun mit diesem gedanken noch den umstand das er bereits verziehen hatte sowie seine zuneigung zu den kindern in verbindung brachte faßte er das was darja alexandrowna gesagt hatte in seiner eigenen weise folgendermaßen auf in die scheidung willigen seiner frau die freiheit wiedergeben das bedeutete nach seiner anschauung sich selbst des letzten was ihnen noch an das leben fesselte der kinder die er liebte berauben und ihr die letzte stütze auf dem wege des guten entziehen und sie ins verderben stoßen er wußte daß sie als geschiedene frau sich mit wronski verbinden werde und daß diese verbindung eine ungesetzliche und verbrecherische sein werde weil nach dem kirchengesetze eine neue ehe für eine frau unstadthaft ist solange der erste gatte noch lebt sie wird sich mit ihm verbinden und in ein zwei jahren wird entweder er sie verlassen oder sie wieder ein neues verhältnis eingehen sagte sich alexei alexandrowitsch und ich der ich zu dieser scheidung mit ihren ungesetzlichen folgen meine zustimmung gegeben habe werde an ihrem verderben schuld sein alles dies hatte er unzählige male überlegt und war davon überzeugt daß eine scheidung keineswegs außerordentlich einfach sei wie sein schwager behauptete sondern vielmehr vollständig unmöglich er hielt nichts von dem was stepan arkadjewitsch sagte für richtig auf jeden satz hatte er tausend entgegnungen aber er hörte ihm zu in dem gefühl daß in dessen worten jene mächtige rücksichtslose kraft zum ausdruck komme die seinem leben die richtung gebe und der er sich werde fügen müssen die frage ist nur in welcher weise unter welchen bedingungen du dich mit der scheidung einverstanden erklären willst sie verlangt nichts sie wagt nicht dich zu bitten alles stellt sie deiner großmut anheim mein gott mein gott womit habe ich das verdient dachte alexei alexandrowitsch in erinnerung an die einzelheiten einer ehescheidung bei der der ehemann die schuld auf sich genommen hatte und er verbarg vor scham sein gesicht in den händen mit der gleichen gebärde wie seinerzeit wronski du bist aufgeregt und ich finde das sehr verständlich aber wenn du dir die sache recht überlegst und wer dich auf die rechte backe schlägt dem biete auch die linke dar und wer dir den mantel nimmt dem gib auch den rock dachte alexei alexandrowitsch ja ja rief er mit weinerlicher stimme ich will die schmach auf mich nehmen und will sogar meinen sohn hingeben aber aber wäre es nicht doch besser das alles zu unterlassen indes tu was du willst er wandte sich von seinem schwager weg damit dieser nicht sein gesicht sehen könne und setzte sich auf einen stuhl am fenster leid und scham erfüllten sein herz aber zugleich mit dem leid und der scham empfand er eine gewisse freude und rührung über die größe seiner demut stepan arkadjewitsch war ergriffen er schwieg einige augenblicke alexei alexandrowitsch begann er dann glaube mir sie wird deine großmut zu schätzen wissen aber es war offenbar gottes wille so fügte er hinzu merkte jedoch sobald er das gesagt hatte dass es dumm und unpassend war und unterdrückte nur mit mühe ein lächeln über seinen törichten missgriff alexei alexandrowitsch wollte etwas antworten konnte aber vor tränen nicht sprechen es ist ein vom schicksal verhängtes unglück und das muß man hinnehmen ich erkenne dieses unglück als vollendete tatsache an und bemühe mich sowohl meiner schwester wie auch dir zu helfen sagte stepan arkadjewitsch als er das zimmer seines schwagers verließ war er gerührt aber das hinderte ihn nicht sehr zufrieden darüber zu sein daß er diese angelegenheit glücklich erledigt hatte denn er war überzeugt daß alexei alexandrowitsch von seiner zusage nicht wieder zurücktreten werde zu diesem gefühle der befriedigung gesellte sich noch die freude über einen guten einfall der ihm gekommen war wenn nämlich diese sache ganz erledigt sein würde dann wollte er seiner frau und seinen nächsten bekannten ein rätsel vorlegen welcher unterschied ist zwischen mir und einem chirurgen wenn ein chirurg amputiert so geht es dadurch allerhöchstens dem einen besser ich aber habe eine amputation vorgenommen durch die es gleich drei menschen mit einem male besser geht oder welche ähnlichkeit ist zwischen mir und einem chirurgen wenn der chirurg aber das muß ich erst noch besser zurecht machen dachte er lächelnd wronskis wunde war gefährlich gewesen obwohl die kugel das herz nicht verletzt hatte mehrere tage lang hatte er zwischen leben und tod geschwebt als er zum ersten male wieder imstande war zu sprechen befand sich nur varja die frau seines bruders bei ihm im zimmer sagte er indem er sie ernst anblickte ich habe mich zufällig durch einen schuß verletzt bitte sprich zu mir nie davon und rede zu allen in diesem sinne sonst nimmt sich die sache gar zu dumm aus ohne darauf zu antworten beugte varja sich über ihn und blickte ihm mit frohem lächeln ins gesicht seine augen waren hell nicht fieberhaft aber sie hatten einen tief ernsten ausdruck nun gott sei dank sagte sie hast du keine schmerzen hier ein wenig er zeigte auf die brust dann erlaube ich will dir einen neuen verband machen schweigend presste er die breiten kiefer zusammen und blickte seine schwägerin an während sie ihn verbannt als sie damit fertig war sagte er ich bin jetzt bei klarer besinnung bitte wirke doch darauf hin dass kein gerede entsteht als hätte ich absichtlich auf mich geschossen das wird ja auch niemand sagen ich hoffe nur dass du in zukunft nicht wieder unvorsichtig schießen wirst versetzte sie mit einem fragenden lächeln das werde ich ja wohl nicht tun aber es wäre besser gewesen er lächelte finster trotz dieser äußerung über die im verein mit dieser mine varja heftig erschrak fühlte er sobald die entzündung vorüber war und die genesung eintrat dass er von einem teile seines kummers vollständig frei geworden war durch diese tat hatte er sozusagen die scham und die demütigung die er vorher empfunden hatte von sich abgewaschen er vermochte jetzt ruhig an alexei alexandrowitsch zu denken er erkannte dessen großmut in vollem umfang an fühlte sich aber selbst nicht mehr erniedrigt außerdem war er nun wieder in das alte geleise zurückgekehrt in dem sich sein leben früher bewegt hatte er glaubte den menschen nun wieder ohne scham in die augen blicken zu können und war wieder imstande so zu leben wie es seinen gewohnheiten entsprach das einzige was er nicht aus seinem herzen herauszureißen vermochte obwohl er unaufhörlich gegen dieses gefühl ankämpfte war der an verzweiflung grenzende kummer darüber dass er anna für immer verloren hatte in seinem herzen sagte er sich mit aller bestimmtheit und festigkeit dass er jetzt wo er seine schuld ihrem manne gegenüber gebüßt hatte verpflichtet sei ihr zu entsagen und sich in zukunft niemals zwischen die reuge und ihren mann stellen dürfe aber er war nicht imstande den schmerz über den verlust ihrer liebe aus seinem herzen zu reißen nicht imstande jene augenblicke des glückes die er mit ihr genossen damals aber so wenig zu schätzen gewusst hatte aus seinem gedächtnisse wegzuwischen die erinnerung daran verfolgte ihn jetzt mit ihrem ganzen zauberhaften reize serbuchowskoi war auf den gedanken einer versetzung wronskis nach taschkent gekommen und wronski war auf diesen ihm gemachten vorschlag ohne einen augenblick zu schwanken eingegangen aber je näher der augenblick der abreise heranrückte um so schwerer wurde ihm das opfer das er dem was er für seine pflicht hielt brachte seine wunde war geheilt und er fuhr bereits häufig aus um die nötigen vorbereitungen für die abreise nach taschkent zu treffen nur ein einziges mal noch möchte ich sie sehen und dann will ich mich vergraben und sterben dachte er und sprach als er seine abschiedsbesuche machte diesen gedanken betsy gegenüber aus mit dieser aufgabe war dann betsy von ihm zu anna gefahren und hatte ihm darauf ihre abschlägige antwort übermittelt umso besser dachte wronski als er diese nachricht erhielt es war das eine schwäche die meine letzten kräfte vernichtet haben würde am morgen des folgenden tages kam betsy selbst zu ihm und teilte ihm mit anna habe von oblonski die bestimmte nachricht erhalten dass alexei alexandrowitsch in die scheidung willige und wronski sie daher wiedersehen dürfe er dachte in seiner aufregung nicht einmal daran betsy aus seiner wohnung hinaus zu begleiten er vergaß alle seine entschlüsse er ließ nicht fragen wann er anna sprechen könne und wo ihr mann sei er fuhr sofort unverzüglich zu karenins er stürmte die treppe hinauf ohne irgend jemand oder irgend etwas zu sehen und trat schnellen schrittes indem er sich nur mühsam enthielt geradezu zu laufen in ihr zimmer und ohne daran zu denken und sich darum zu kümmern ob sonst noch jemand im zimmer sei oder nicht umarmte er sie und bedeckte ihr gesicht ihre hände und ihren hals mit küssen anna hatte sich auf dieses wiedersehen vorbereitet gehabt und überlegt was sie ihm sagen würde aber sie kam nicht dazu etwas davon zu sagen seine leidenschaft überwältigte sie sie wollte ihn beruhigen sich selbst beruhigen aber es war schon zu spät seine erregung teilte sich ihr mit ihre lippen zitterten so dass sie lange nicht zu reden vermochte ja du hast mich erobert ich bin dein brachte sie endlich hervor und drückte seine hände gegen ihre brust so musste es kommen sagte er und solange wir leben muss es so bleiben das weiß ich jetzt das ist wahr erwiderte sie sie wurde immer blasser und umfasste seinen kopf mit beiden händen und doch liegt etwas furchtbares darin nach allem was vorhergegangen ist es wird alles vorübergehen es wird alles vorübergehen und wir werden so glücklich sein könnte unsere liebe noch gesteigert werden so würde sie gerade dadurch gesteigert werden dass etwas furchtbares in ihr liegt versetzte er hob den kopf in die höhe und lächelte so dass seine starken zähne sichtbar wurden und sie konnte nicht anders sie musste mit einem lächeln antworten nicht auf seine worte sondern auf seine blicke voll heißer liebe sie ergriff seine hand und streichelte mit ihr ihre kalt gewordenen wangen und das kurz geschorene haar ich erkenne dich kaum wieder mit diesem kurzen haar du bist noch hübscher geworden ein knabe aber wie blass du bist ja ich bin sehr schwach erwiderte sie lächelnd und ihre lippen zitterten wieder wir reisen nach italien da wirst du dich schon erholen sagte er ist denn das möglich dass wir wie mann und frau miteinander leben werden wir beide allein als eine familie sagte sie und blickte ihm aus nächster nähe in die augen mich hat nur gewundert dass es jemals anders sein konnte stiwa sagt dass er das war ihr mann in alles willigt aber ich kann seine großmut nicht annehmen sagte sie indem sie nachdenklich an wronskis gesicht vorbeiblickte ich will die scheidung gar nicht mir ist jetzt alles gleich ich weiß nur nicht was er über sergei beschließen wird es war ihm völlig unverständlich wie sie in diesem augenblick des wiedersehens an ihren sohn und an die scheidung denken und davon reden konnte war denn das jetzt nicht ganz gleichgültig sprich nicht davon denke nicht daran bat er er drehte ihre hand in der seinigen hin und her und versuchte ihre aufmerksamkeit auf sich zu lenken aber sie sah ihn noch immer nicht an ach warum bin ich nicht gestorben das wäre das beste gewesen sagte sie die tränen strömten ihr still ohne schluchzen über beide wangen aber sie gab sich mühe zu lächeln um ihn nicht zu kränken eine ablehnung der auszeichnenden ernennung auf den gefährlichen posten in taschkent wäre nach wronskis früheren anschauungen ein schmähliches benehmen und ein ding der unmöglichkeit gewesen jetzt aber trat er ohne sich einen augenblick zu besinnen zurück und nahm als er bemerkte dass dieser schritt höheren ortes missbilligt wurde sofort den abschied einen monat darauf war alexei alexandrowitsch mit seinem sohn allein in der wohnung zurückgeblieben anna war mit wronski ins ausland gereist eine scheidung der ehe war nicht erfolgt anna hatte sie entschieden abgelehnt ende von abschnitt 61 ende des vierten teils gelesen von eva k abschnitt 62 von anna karinina von jev nikolaevich talstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil eins die fürstin scherbatskaja fand eigentlich daß es ein ding der unmöglichkeit war die hochzeit noch vor den fasten auszurichten bis zu denen nur noch fünf wochen zeit blieb bis zu diesem zeitpunkt konnte kaum die hälfte der ausstattung fertiggestellt werden aber sie mußte ljewin darin recht geben daß die ansetzung auf die zeit erst nach den fasten sich leicht als eine allzu späte herausstellen konnte da eine alte tante des fürsten scherbatski schwer krank war möglicherweise bald starb und dann wegen der trauer eine noch weitere hinausschiebung der hochzeit nötig werden würde die fürstin willigte daher doch ein daß die hochzeit schon vor den fasten gefeiert werden sollte und entschloss sich die ausstattung in zwei teile einen größeren und einen kleineren zu teilen und zwar wollte sie den kleineren teil der ausstattung gleich jetzt vollständig fertigstellen den größeren aber später nachschicken und sie war recht ärgerlich auf ljewin weil er es durchaus nicht fertig bringen konnte ihr eine ernsthafte antwort auf die frage zu geben ob er mit dieser einrichtung einverstanden sei oder nicht diese einrichtung war umso zweckmäßiger als das junge paar gleich nach der hochzeit auf das gut fahren wollte wo sie die bestandteile des größeren teiles der ausstattung nicht nötig hatten bei ljewin dauerte immer noch jener zustand der verwirrung fort nachdem er die vorstellung hatte daß er und sein glück den wichtigsten ja einzigen zweck der ganzen welt bildeten und daß er jetzt an nichts anderes zu denken und sich um nichts zu kümmern brauche sondern alles für ihn von anderen leuten getan und besorgt werden würde nicht einmal irgendwelche pläne und ziele für sein künftiges leben hatte er die entscheidung darüber stellte er anderen anheim in der zuversichtlichen überzeugung daß sich auf diese art alles wunderschön gestalten werde sein bruder sergei iwanowitsch stepan arkadjewitsch und die fürstin gaben ihm in allen dingen anweisung was er zu tun habe und er war immer mit allem was sie ihm vorschlugen völlig einverstanden sein bruder nahm eine hypothek für ihn auf die fürstin riet ihm nach der hochzeit aus moskau wegzufahren stepan arkadjewitsch empfahl ihm ins ausland zu reisen mit allem war er einverstanden richtet alles ein wie ihr wollt wenn euch das vergnügen macht ich bin glücklich und mein glück kann dadurch weder größer noch kleiner werden wie ihr auch die sache einrichten mögt dachte er als er kitty von stepan arkadjewitschs rat ins ausland zu reisen mitteilung machte war er sehr verwundert daß sie damit nicht einverstanden war sondern über ihr beiderseitiges künftiges leben ihre eigenen ganz bestimmten gedanken hegte sie wußte dass lewin auf dem gute eine tätigkeit hatte die er gern ausübte obwohl sie nun wie er sah von dieser tätigkeit nichts verstand ja auch nichts davon verstehen wollte so hinderte sie das doch nicht daran diese tätigkeit für etwas sehr wichtiges zu halten und daher sagte sie sich daß sie ihr ständiges heim würden auf dem lande haben müssen und mochte nicht ins ausland reisen wo sie doch nicht lange würden wohnen können sondern dahin wo ihr heim sein würde dieser bestimmt ausgesprochene wille versetzte lewin in verwunderung aber da es ihm ganz gleich war so bat er sofort stepan arkadjewitsch wie wenn das dessen pflicht gewesen wäre nach dem gute zu fahren und dort alles was er für nötig erachten würde mit jenem geschmack der ihm in so hohem maße eigen sei einzurichten aber höre mal sagte stepan arkadjewitsch nach seiner rückkehr vom gute wo er alles für die ankunft des jungen paares vorbereitet hatte gelegentlich zu lewin hast du denn auch ein beichzeugnis nein wieso ohne das kannst du nicht getraut werden o weh o weh o weh rief lewin ich glaube ich bin seit neun jahren nicht mehr zum abendmahl gewesen daran habe ich ja gar nicht gedacht na du bist gut erwiderte stepan arkadjewitsch lachend und dabei nennst du mich einen nihilisten aber das ist unumgänglich du mußt dich zum abendmahl vorbereiten aber wann denn wann es sind ja nur noch vier tage stepan arkadjewitsch leitete auch hier alles erforderliche ein und lewin begann sich zum abendmahl vorzubereiten für lewin der selbst nicht gläubig war dabei aber doch den glauben anderer achtete war es immer schon eine schwere peinliche aufgabe gewesen bei irgendwelchen kirchlichen zeremonien zugegen sein und sich daran beteiligen zu müssen jetzt nun vollends in der empfindsamen weichen gemütsstimmung in der er sich befand kam es ihm nicht nur schwer an dass er heucheln sollte sondern es erschien ihm geradezu unmöglich jetzt wo er sich so groß und gehoben fühlte wo alles in ihm sproste und blühte jetzt sollte er entweder lügen oder mit der religion spott treiben weder das eine noch das andere zu tun fühlte er sich imstande aber so viel er auch stepan arkadjewitsch mit fragen zusetzte ob er nicht das zeugnis ohne diese vorbereitung erhalten könne stepan arkadjewitsch erklärte das für unmöglich na und was hast du denn auch für mühe damit zwei tage und er ist ein so nettes verständiges altes männchen er zieht dir diesen zahn so daß du gar nichts davon merkst als lewin der ersten messe bei wohnte versuchte er in seiner seele die erinnerung aus seiner jugendzeit wieder lebendig zu machen die erinnerung an jene zeit starken religiösen empfindens die er von seinem sechzehnten bis zu seinem siebzehnten lebensjahre durchgemacht hatte aber er gelangte sehr schnell zu der überzeugung dass das für ihn völlig unmöglich sei dann versuchte er dieses ganze kirchenwesen wie einen leeren bedeutungslosen brauch anzusehen ähnlich dem des abstattens von visiten aber er fühlte dass er sich auch auf diesen standpunkt nicht zu stellen vermochte wie die mehrzahl seiner alters und standes genossen befand sich lewin der religion gegenüber in einer sehr unbestimmten stellung zu glauben vermochte er an die lehre der kirche nicht er war aber gleichzeitig auch nicht fest davon überzeugt dass sie so ganz und gar unrichtig sei da er deshalb nicht im stande war an die bedeutsamkeit dessen was er jetzt tat zu glauben und ebenso wenig es mit gleichgültigkeit wie eine leere förmlichkeit anzusehen so wurde er während dieser ganzen vorbereitungszeit ein gefühl der verlegenheit und scham darüber nicht los dass er etwas tue wofür er kein verständnis habe also wie ihm eine innere stimme sagte etwas unwahrhaftiges und schlechtes während des gottesdienstes hörte er bald auf die gebete hin und bemühte sich ihnen eine bedeutung unterzulegen die sich mit seinen anschauungen in übereinstimmung bringen ließe bald wieder wenn er merkte dass er für diese gebete doch kein verständnis habe und sie ablehnen müsse gab er sich mühe nicht hinzuhören und beschäftigte sich mit seinen gedanken beobachtungen und erinnerungen die ihm während er so müßig in der kirche dastand mit besonderer lebhaftigkeit durch den kopf gingen er wohnte der mittagsmesse der nachmittagsmesse und dem abend gebete bei und kam am anderen tage nachdem er früher als gewöhnlich aufgestanden war ohne tee getrunken zu haben um acht uhr wieder in die kirche um das morgengebet anzuhören und zu beichten in der kirche war niemand anwesend außer einem bettelnden invaliden zwei alten weibern und dem kirchenpersonal der junge diakon dessen gestalt sich in dem dünnen amtskleide scharf abhob begrüßte ihn trat dann sofort zu einem tischchen an der wand und begann die gebete zu lesen während des lesens und besonders bei der häufigen schnellen wiederholung derselben worte herr erbarme dich die sich dabei stark verstümmelt wie ein einziges wort anhörten hatte lewin die empfindung als ob seine verstandeswelt verschlossen und versiegelt sei und er sie jetzt nicht anrühren und in bewegung setzen dürfe um sie nicht völlig in verwirrung zu bringen und daher fuhr er hinter dem diakon stehend fort sich seinen eigenen gedanken zu überlassen ohne auf die gebete hinzuhören und aufzumerken ganz erstaunlich ist doch wie ausdrucksvoll ihre hand ist dachte er in erinnerung daran wie sie gestern zusammen an einem ecktisch gesessen hatten sie hatten wie fast immer während dieser ganzen zeit nicht recht gewusst wovon sie reden sollten und so hatte sie ihre hand auf den tisch gelegt und sie abwechselnd auf und zu gemacht und selbst gelacht indem sie die bewegung ihrer hand beobachtete er dachte daran wie er ihre hand geküsst und dann die zusammenlaufenden linien auf der rosigen innenseite betrachtet hatte wieder dieses verkürzte herr erbarme dich dachte lewin indem er sich bekreuzte verneigte und dabei die geschmeidigen bewegungen des diakons beobachtete dann nahm sie meine hand und betrachtete die linien darin du hast eine prachtvolle hand sagte sie und nun blickte er auf seine hand und dann auf die kurzfingerige hand des diakons ja jetzt ist es bald zu ende hoffte er nein ich glaube es geht noch einmal von anfang los dachte er indem er nach den gebeten hinhörte nein es ist doch zu ende da er machte ja schon eine verbeugung bis zur erde das ist immer dicht vor dem schluss der diakon nahm mit der hand die in dem plüschaufschlag des ärmels steckte scheinbar ohne es selbst zu bemerken einen dreirubelschein in empfang sagte er werde lewin in die liste eintragen und ging in das allerheiligste wobei seine neuen stiefel auf den steinplatten der leeren kirche einen kräftigen klang erweckten eine minute darauf blickte er von dort wieder hervor und winkte lewin mit der hand die bisher verschlossene verstandeswelt in lewins kopfe wollte jetzt anfangen sich zu regen aber er scheuchte sie eiligst zurück es wird sich schon irgendwie machen dachte er und ging zum altar er stieg die stufen hinan wandte sich rechts und erblickte den geistlichen dieser ein altes männchen mit dünnem halb ergrautem barte und müden gutmütigen augen stand am chorpult und blätterte in der agende er verneigte sich leicht vor lewin und begann sogleich in dem herkömmlichen tone die gebete vorzulesen als er damit fertig war machte er eine verbeugung bis zur erde und wandte sich dann mit dem gesicht zu lewin christus steht hier unsichtbar vor ihnen und empfängt ihre beichte begann er auf das kruzifix weisend glauben sie an alles was uns die heilige apostolische kirche lehrt fuhr er fort indem er die augen von lewins gesicht wegwandte und die hände unter dem schultertuche faltete ich habe an allem gezweifelt und tue es noch antwortete lewin der klang seiner stimme missfiel ihm selbst dann schwieg er der geistliche wartete einige sekunden ob er vielleicht noch etwas hinzufügen wolle dann schloß er die augen und sagte mit ziemlicher geschwindigkeit in der mundart des gouvernements wladimir die viele o enthält das zweifeln ist der menschlichen schwachheit eigen aber wir müssen beten damit der baumherzige gott uns festmache welche besonderen sünden haben sie begangen fuhr er ohne die geringste pause fort wie wenn er darauf bedacht wäre keine zeit zu verlieren meine größte sünde ist der zweifel ich zweifle an allem und befinde mich fast immer in zweifel das zweifeln ist der menschlichen schwachheit eigen sagte der geistliche noch einmal wie kurz zuvor woran zweifeln sie denn hauptsächlich ich zweifle an allem ich zweifle manchmal sogar an dem dasein gottes antwortete lewin unwillkürlich und erschrak selbst über die unschicklichkeit dessen was er gesagt hatte aber auf den geistlichen machten lewins worte anscheinend keinen besonderen eindruck wie kann denn jemand an dem dasein gottes zweifeln erwiderte er unverzüglich mit einem ganz leisen lächeln lewin schwieg wie können sie denn an dem schöpfer zweifeln wenn sie seine schöpfung anschauen fuhr der geistliche in schneller gewohnheitsmäßiger redeweise fort wer hat das himmelsgewölbe mit sternen geschmückt wer hat die erde in ihre schönheit gekleidet wie ist das denkbar ohne einen schöpfer sagte er und blickte lewin fragend an lewin fühlte daß es unpassend wäre sich auf eine philosophische auseinandersetzung mit dem geistlichen einzulassen und gab daher nur eine antwort die direkt der frage entsprach ich weiß es nicht sagte er sie wissen es nicht wie können sie dann also daran zweifeln daß gott alles geschaffen hat erwiderte der geistliche mit heiterer verwunderung mich verstehe nichts davon antwortete lewin errötend er fühlte daß seine antworten dumm waren und in einer solchen lage nicht anders als dumm sein konnten beten sie zu gott und bitten sie ihn sogar die heiligen väter wurden von zweifeln heimgesucht und baten gott ihren glauben zu stärken der teufel hat eine große gewalt und wir dürfen uns ihm nicht unterwerfen beten sie zu gott und bitten sie ihn beten sie zu gott fügte er schnell noch einmal hinzu der geistliche schwieg eine weile wie in gedanken versunken wie ich gehört habe beabsichtigen sie mit der tochter meines pfarrkindes und beichtsohnes des fürsten scherbatski in die ehe zu treten fragte er dann lächelnd ein vortreffliches mädchen ja erwiderte lewin und errötete über diese ihm ungehörig scheinenden worte des geistlichen wozu braucht er mich danach in der beichte zu fragen dachte er und wie wenn er auf diesen gedanken ljewins antwortete sagte der geistliche zu ihm sie beabsichtigen in die ehe einzutreten und gott wird sie vielleicht mit nachkommenschaft segnen nicht wahr nun welche erziehung werden sie ihren kleinen geben können wenn sie nicht in ihrer eigenen seele die versuchung des teufels der sie zum unglauben verleitet besiegt haben fragte er mit mildem vorwurf wenn sie ihr kind lieben so werden sie als ein guter vater ihm nicht nur reichtum wohl leben und ehren wünschen sondern sie werden auch sein wahres heil wünschen seine geistige erleuchtung durch das licht der wahrheit nicht wahr was werden sie ihm nun aber antworten wenn das unschuldige kindlein sie fragt lieber vater wer hat alles das erschaffen was mich in dieser welt ergötzt die erde und die gewässer und die sonne und die blumen und die gräser wollen sie ihm wirklich antworten ich weiß es nicht und es ist ja nicht möglich daß sie es nicht wissen sollten da gott der herr es ihnen in seiner großen gnade geoffenbart hat oder aber ihr kind wird sie fragen was erwartet mich nach dem tode im jenseits was werden sie ihm sagen wenn sie nichts darüber wissen welche antwort werden sie ihm geben wollen sie ihr kind der hinterlust der welt und des teufels überlassen das wäre nicht recht gehandelt sagte er hielt inne beugte den kopf zur seite und blickte lewin mit seinen guten sanften augen an lewin antwortete ihm jetzt nichts mehr nicht deshalb weil er sich mit dem geistlichen nicht in einen streit einlassen wollte sondern weil ihm noch niemand solche fragen vorgelegt hatte er meinte wenn einmal seine kleinen diese fragen an ihn richten würden dann würde es immer noch zeit sein zu überlegen was er ihnen antworten solle sie treten jetzt in einen abschnitt ihres lebens ein fuhr der geistliche fort wo sie ihren weg werden wählen und dann unbeirrt verfolgen müssen beten sie zu gott daß er in seiner gnade ihnen helfe und sich ihrer erbarme schloss er unser herr und gott jesus christus verzeihe dir mein sohn in seiner gnade und in der fülle seiner liebe zu den menschen und nachdem der geistliche das absolutionsgebet zu ende gesprochen hatte segnete er lewin und entließ ihn als lewin an diesem tage nach hause zurückkehrte hatte er die angenehme empfindung dass seine unbehagliche lage beendet war und zwar beendet war ohne dass er hatte zu lügen brauchen außerdem war ihm eine unklare erinnerung haften geblieben dass das was dieser gute liebe alte gesagt hatte ganz und gar nicht so töricht sei wie es ihm am anfang vorgekommen war und daß etwas darin liege worüber er sich klar werden müsse natürlich nicht jetzt gleich dachte ljewin sondern später einmal ljewin hatte jetzt in höherem grade als früher die empfindung daß etwas in seiner seele unklar und unrein sei und daß er sich in religiöser hinsicht in derselben lage befinde die er bei anderen so deutlich wahrnahm und so wenig leiden konnte und die er auch seinem freunde swijaschski zum vorwurf machte den abend dieses tages brachte ljewin mit seiner braut bei dolly zu er war besonders vergnügt und sagte zu stepan arkadjewitsch zur erklärung der aufgeräumten stimmung in der er sich befand er sei vergnügt wie ein hund den man dazu abrichtet durch den reifen zu springen und der nachdem er endlich das was von ihm verlangt wird begriffen und ausgeführt hat nun aufjohlt und schwanzwedelnd vor ein zücken auf die tische und fensterbretter springt ende von abschnitt 62 gelesen von eva k abschnitt 63 von anna karinina von jev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil zwei am hochzeitstage durfte lewin dem brauche gemäß auf der genauen innehaltung aller bräuche bestanden die fürstin und darja alexandrowna mit großer strenge seine braut nicht sehen und speiste in seinem hotel zum mittag und zwar mit drei junggesellen zusammen die sich zum teil zufällig zu ihm gefunden hatten dies waren erstens sergei iwanowitsch dann katawasow ehemals sein kommilitone auf der universität jetzt professor der naturwissenschaften den lewin auf der straße getroffen und mit sich ins hotel geschleppt hatte und endlich tschirikow friedensrichter in moskau lewins genosse auf der bärenjagd und jetzt sein hochzeitsmarschall das mittagessen gestaltete sich höchst vergnügt sergei iwanowitsch war in heiterster laune und hatte seine freude an katawasows eigenartigem wesen sobald katawasow merkte dass seine art verständnis und würdigung fand begann er geflissentlich sie zur schau zu stellen tschirikow beteiligte sich fröhlich und gutmütig an jedem gespräche wenn man so bedenkt sagte katawasow und zog dabei nach einer gewohnheit die er sich auf dem lehrstuhl zu eigen gemacht hatte die worte in die länge was für ein hochbefähigter junger mensch unser freund konstantin dmitrievich gewesen ist ich rede von jemand der nicht hier ist denn dieser konstantin dmitrievich lebt nicht mehr auch liebte er damals als er von der universität abging die wissenschaft und interessierte sich für das wohl der menschheit aber jetzt hat er die eine hälfte seiner fähigkeiten darauf gerichtet sich selbst zu betrügen und die andere diesen betrug zu rechtfertigen einen entschiedeneren gegner der ehe als sie habe ich noch nie gefunden sagte sergei iwanowitsch nicht doch ich bin kein gegner der ehe ich bin nur für arbeitsteilung leute die nichts anderes hervorbringen können die sollen menschen hervorbringen die übrigen aber sollen an der geistigen bildung und an dem glück der menschheit arbeiten das ist meine auffassung unzählige versuchen die beiden berufsarten miteinander zu vereinigen ich gehöre nicht zu diesen wie glücklich werde ich sein wenn ich einmal hören werde dass sie sich verliebt haben sagte levin bitte laden sie mich dann zu ihrer hochzeit ein verliebt bin ich schon ja in den tintenfisch weißt du wandte sich levin zu seinem bruder michael simjonowitsch schreibt eine abhandlung über die ernährung und na richten sie keine verwirrung an aber es ist ja ganz gleichgültig worüber ich schreibe die hauptsache ist dass ich wirklich den tintenfisch liebe aber der wird sie nicht hindern eine frau zu lieben der tintenfisch würde mir nicht hinderlich sein wohl aber die frau wieso denn das werden sie schon noch sehen sie lieben ja die landwirtschaft und die jagd na da passen sie mal auf heute war archiv hier und sagte es gäbe in brutneue eine unmenge alientiere und zwei bären sagte chirikow na die müssen sie also schon ohne mich schießen das wird wohl nicht anders gehen erwiderte sergei iwanowitsch und auch für die zukunft kannst du nur der bärenjagd lebewohl sagen da wird dich deine frau nicht mehr hinlassen lewin lächelte die vorstellung dass seine frau ihn nicht werde auf die jagd gehen lassen hatte für ihn etwas so angenehmes dass er bereit war für immer auf das vergnügen zu verzichten einen bären wieder zu gesichte zu bekommen aber schade ist es doch dass diese beiden bären ohne ihre mitwirkung erlegt werden sollen denken sie wohl noch an das letzte mal in tschapilowa das war eine wundervolle jagd sagte chirikow lewin wollte ihm nicht den wahn benehmen dass es irgendwo ohne kitty etwas schönes geben könne und antwortete deshalb nicht nicht ohne guten grund hat sich doch dieser brauch herausgebildet vom junggesellenleben förmlich abschied zu nehmen meinte sergei iwanowitsch mag sich einer bei seiner verheiratung auch noch so glücklich fühlen es tut ihm doch leid um seine freiheit gestehen sie es nur eines ist ihnen auch wohl so zumute wie dem bräutigam bei gogol daß sie am liebsten aus dem fenster springen möchten neckte chirikow natürlich ist es ihm so zumute aber zu geben wird er es nicht sagte katawasow und lachte laut auf nun wie denken sie darüber das fenster ist offen fahren wir sofort nach tver da ist eine bärin zu deren lager wir ohne weiteres gehen können im ernst fahren wir mit dem fünf uhr zug und die leute hier in moskau mögen anfangen was sie wollen schlug chirikow lächelnd vor aber ich kann auf meine ehre versichern erwiderte lewin lächelnd ein solches gefühl des bedauerns über den verlust meiner freiheit vermag ich in meiner seele nicht zu finden ja in ihrer seele ist jetzt ein solcher wirrwarr daß sie überhaupt nichts darin finden können entgegnete katawasow aber warten sie nur ein weilchen wenn sie da erst ein bisschen ordnung hergestellt haben dann werden sie es schon finden nein wenn in meiner seele ein bedauern über den verlust der freiheit überhaupt vorhanden wäre so würde ich es neben meinem gefühle er mochte dem spötter gegenüber nicht das wort liebe gebrauchen und neben meiner glückseligkeit doch wenigstens ein klein bisschen empfinden aber ganz im gegenteil ich freue mich über diesen verlust meiner freiheit schlimm schlimm ein unheilbar kranker sagte katawasow na wir wollen auf seine genesung trinken oder ihm wünschen dass auch nur der hundertste teil seiner zukunftsträume zur wirklichkeit werden möge schon das wird ein glück sein wie es auf der welt noch nie dagewesen ist bald nach dem essen fuhren die gäste weg um sich noch zur hochzeit umzukleiden als ljewin allein geblieben war und nochmals an die gespräche dieser junggesellen zurückdachte legte er sich noch einmal die frage vor ob in seiner seele dieses gefühl des bedauerns über den verlust seiner freiheit vorhanden sei von dem sie gesprochen hatten er lächelte bei dieser frage freiheit wozu habe ich freiheit nötig das glück besteht nur darin dass ich liebe dass ich wünsche was sie wünscht denke was sie denkt von freiheit ist dabei nicht die rede das ja das ist das glück aber kenne ich denn auch ihre gedanken ihre wünsche ihre gefühle flüsterte ihm auf einmal eine stimme in seinem innern zu das lächeln verschwand von seinem gesicht und er versank in nachdenken und plötzlich überkam ihn ein sonderbares gefühl angst und zweifel ergriffen ihn zweifel an allem aber wenn sie mich nun nicht liebt wenn sie mich nur heiratet um einen mann zu bekommen wenn sie selbst nicht weiß was sie tut fragte er sich vielleicht kommt sie erst wenn sie mich geheiratet hat zu besinnung und sieht dann ein dass sie mich nicht liebt und mich nicht hat lieben können und nun kamen ihm sonderbare ganz arge gedanken über kitty in den kopf er war auf wronski eifersüchtig wie vor einem jahre als ob jener abend an dem er sie mit wronski zusammen gesehen hatte erst gestern gewesen wäre er argwöhnte daß sie ihm nicht alles gesagt habe schnell sprang er auf nein da muß etwas geschehen sagte er in verzweiflung zu sich selbst ich will zu ihr gehen sie fragen und zum letzten male zu ihr sagen noch sind wir frei ist es nicht das beste noch jetzt halt zu machen alles ist besser als lebenslängliches unglück schande und untreue mit verzweiflung im herzen und mit einer wahren wut auf alle menschen und auf sich selbst und auf kitty verließ er sein hotel und fuhr zu ihr er fand sie in den hinteren zimmern sie saß auf einem koffer und gab dem stuben mädchen irgendwelche anweisungen beide waren damit beschäftigt haufen verschiedenfarbiger kleider zu durchsuchen die auf den stuhllehnen und auf dem fußboden ausgebreitet lagen rief sie als sie ihn erblickte ihr ganzes gesicht erstrahlte vor freude was bringst du was bringen sie noch bis zu diesen letzten tagen nannte sie ihn bald du bald sie ein unerwarteter besuch ich bin dabei meine mädchenkleider durchzusehen wem ich jedes schenken soll so so das ist ja sehr hübsch sagte er und blickte finster nach dem stuben mädchen geh hinaus du nyasha ich werde dich nachher rufen sagte kitty was hast du fragte sie sobald das mädchen hinausgegangen war sie redete ihn nun entschlossen mit du an sie hatte seine sonderbare aufgeregte finstere miene bemerkt und einen schreck darüber bekommen kitty ich leide qual ich kann das nicht allein ertragen sagte er in einem ton dem man die verzweiflung anhörte er war vor ihr stehen geblieben und blickte ihr flehend in die augen er sah schon an dem liebevollen offenen ausdruck ihres gesichtes dass das was er ihr von einem auseinander gehen zu sagen beabsichtigte keine folge haben werde aber es war ihm doch ein bedürfnis dass sie selbst ihm seinen irrtum nehme ich bin gekommen um dir zu sagen dass es noch zeit ist es ist noch möglich alles rückgängig zu machen und wieder in ordnung zu bringen was sagst du da ich verstehe dich nicht was hast du nur mich quält das was ich schon tausendmal gesagt habe und wovon ich nicht loskommen kann dass ich deiner nicht würdig bin es kann nicht ein wahrer wille gewesen sein mich zu heiraten überlege es noch einmal du hast dich geirrt überlege es dir recht genau du kannst mich nicht lieben wenn es so ist dann sage es lieber er sah sie bei diesen worten nicht an ich werde unglücklich sein mögen alle menschen reden was sie wollen das ist immer noch besser als ein lebenslängliches unglück besser jetzt solange es noch zeit ist ich verstehe dich nicht antwortete sie erschrocken heißt das daß du zurücktreten willst daß es nichts werden soll ja wenn du mich nicht liebst du hast den verstand verloren rief sie und wurde rot vor ärger aber sein gesicht sah so kläglich aus daß sie ihren ärger unterdrückte sie warf die kleider von einem stuhle herunter und setzte sich näher zu ihm heran also was hast du gedacht sage mir alles ich glaube dass du mich nicht lieben kannst womit könnte ich es denn verdienen dass du mich liebtest mein gott was soll ich nur tun sagte sie in tränen ausbrechend ach was habe ich angerichtet rief er fiel vor ihr auf die knie und bedeckte ihre hände mit küssen als die fürstin fünf minuten darauf ins zimmer trat fand sie das junge paar schon vollständig versöhnt kitty hatte ihn nicht nur zu der überzeugung gebracht daß sie ihn liebe sondern sogar in beantwortung der frage weswegen sie ihn liebe ihm die gründe ihrer liebe dargelegt sie hatte ihm gesagt sie liebe ihn weil sie ihn ganz verstehe und weil sie wisse was er lieben müsse und weil alles was er liebe gut sei und diese begründung war ihm vollständig klar erschienen als die fürstin zu ihnen herein kam saßen sie nebeneinander auf dem koffer durchsuchten die kleider und stritten sich weil kitty das braune kleid das sie getragen hatte als lewin ihr seinen antrag machte an dunjascha verschenken wollte lewin aber darauf bestand dieses kleid dürfe überhaupt an niemand weggegeben werden und sie solle dunjascha das blaue schenken aber dass du das nicht begreifen kannst sie ist ja brünett und das wird ihr nicht stehen ich habe mir das alles überlegt als die fürstin hörte warum er eigentlich gekommen war wurde sie halb im scherz halb im ernst böse und schickte ihn nach hause damit er sich umkleide und kitty nicht beim frisieren störe da herr charles jeden augenblick kommen müsse sie hat sowieso schon alle diese tage über nichts gegessen und ein schlechtes aussehen bekommen und nun machst du ihr noch unruhe mit deinen torheiten sagte sie zu ihm mach daß du wegkommst mach daß du wegkommst lieber freund schuldbewusst und beschämt aber beruhigt kehrte lewin in sein hotel zurück sein bruder darja alexandrovna und steban arkadjevic alle bereits in voller festkleidung warteten schon auf ihn um ihn mit dem heiligen bilde zu segnen es war jetzt keine zeit mehr zu verlieren darja alexandrovna musste noch einmal nach ihrer wohnung fahren um ihren sohn abzuholen der schön pomadisiert und mit gebrannten löckchen dazu bestimmt war das heiligen bild vor der braut her zu tragen dann musste der eine wagen geschickt werden den hochzeitsmarschall zu holen und der andere mit dem sergei iwanowitsch fahren sollte nachher zurückgesandt werden überhaupt waren da viele höchst verwickelte erwägungen nötig eins aber stand fest dass man sich nicht lange aufhalten durfte denn es war schon halb sieben das segnen mit dem heiligen bilde war nicht sehr wirkungsvoll stepan arkadjevic stellte sich in komisch feierlicher haltung neben seiner frau auf nahm das heiligen bild hieß lewin sich bis zur erde verneigen segnete ihn mit einem gutmütigen etwas spöttischen lächeln und küsste ihn dreimal das gleiche tat dann auch darja alexandrovna und fuhr darauf schleunigst ab nachdem sie vorher den für die wagen fest gesetzten fahrplan schnell noch einmal wieder umgestoßen hatte nun dann wollen wir es so machen bringe du ihn in unserem wagen hin und sergei iwanowitsch ist wohl so gut zum hochzeitsmarschall zu fahren und uns nachher den wagen zu schicken schön sehr gern ich fahre sofort mit ihm hin ist dein gepäck schon weggeschafft fragte stepan arkadjevic jawohl jawohl antwortete lewin und befahl kusma ihm beim ankleiden behilflich zu sein 3 eine große volksmenge namentlich aus frauen bestehend umgab das tor der für die trauungsfeier hell erleuchteten kirche die nicht weit genug nach der mitte hatten vordringen können drängten sich um die fenster und blickten einander stoßend und sich zankend durch deren gitter mehr als zwanzig wagen bildeten bereits auf der straße nach anweisung der schutzleute eine lange reihe ein polizeioffizier stand ohne rücksicht auf die starke kälte in glänzender uniform ohne mantel am eingang unaufhörlich kamen noch mehr wagen vorgefahren und blumengeschmückte damen die schleppen mit der hand tragend und herren die uniformmützen oder die schwarzen hüte abnehmend traten in die kirche ein in der kirche waren bereits beide kronleuchter und sämtliche kerzen vor den heiligen bildern angezündet die goldenen heiligen scheine auf dem roten untergrunde des ikonostas das silber der kronleuchter und armleuchter und die fliesen des fußbodens und die teppiche und die kirchenfahnen auf den chorestraden und die altarstufen und die alten schwarz gewordenen bücher und die leibröcke und die chorhemden alles war von licht übergossen auf der rechten seite der kirche in dem bunten gewühl von frecken und weißen halsbinden von uniformen und samtenen und seidenen damenkleidern haaren blumen entblößten schultern und armen und hoch hinauf reichenden handschuhen wurden mit gedämpfter stimme lebhafte gespräche geführt die in der hohen kuppel einen seltsamen wiederhall erweckten jedes mal wenn der kreischende ton der sich öffnenden kirchtür sich vernehmen ließ verstummte das gespräch in dem dichten schwarm und alle schauten sich um in der erwartung das eintretende brautpaar zu erblicken aber die tür hatte sich schon mehr als zehnmal geöffnet und jedes mal war es entweder ein verspäteter gast herr oder dame gewesen der sich dann auf der rechten seite zu der gruppe der eingeladenen gesellte oder eine zuschauerin die den polizeioffizier zu täuschen oder auch zu erweichen gewusst hatte und sich nun dem links stehenden haufen der fremden teilnehmer anschloss die hochzeitsgesellschaft sowohl wie die fremden hatten bereits alle stufen der erwartung durchgemacht anfänglich hatte man gemeint der bräutigam und die braut müssten ja jeden augenblick kommen und hatte dieser verspätung weiter keine bedeutung beigemessen darauf hatte man angefangen immer häufiger nach der tür hinzusehen und darüber zu reden ob auch nicht etwas vorgefallen sei dann aber wurde diese verspätung allmählich peinlich und die verwandten und gäste suchten sich den anschein zu geben als dächten sie gar nicht an den bräutigam und seien ganz mit ihren gesprächen beschäftigt der protodiakon wie um daran zu erinnern dass seine zeit kostbar sei hustete ungeduldig so daß die fensterscheiben zitterten man hörte wie auf der chorestrade die gelangweilten sänger bald ihre stimme probierten bald sich schneuzten der geistliche schickte unaufhörlich bald den küster bald den diakon hinaus um nachzusehen ob der bräutigam noch nicht gekommen sei und trat selbst in seinem lila messgewand mit dem gestickten gürtel immer häufiger in erwartung des bräutigams an die seiten pforte endlich sagte eine der damen nach einem blick auf die uhr das ist aber wirklich seltsam und alle gäste gerieten in unruhe und begannen ihrer verwunderung und ihrer unzufriedenheit lauten ausdruck zu geben einer der brautführer fuhr hin um nachzuforschen was denn vorgefallen sei unterdessen stand kitty schon längst völlig fertig in weißem kleide langem schleier und einem kranze aus orangenblüten mit ihrer schwester frau lvova die als brautmutter walten sollte in dem saale des scherbatskischen hauses blickte durchs fenster und wartete schon seit mehr als einer halben stunde vergeblich darauf daß ihr brautführer ihr die nachricht von der ankunft des bräutigams in der kirche bringe inzwischen ging ljewin in beinkleidern aber ohne weste und frack in seinem hotelzimmer auf und ab steckte alle augenblicke den kopf aus der tür und blickte den flur entlang aber von dem den er erwartete war auf dem vorsaal nichts zu sehen und verzweifelt mit den armen in der luft umherfahrend wandte sich ljewin zu stepan arkadjewitsch der mit seelenruhe rauchte ob sich wohl jemals ein mensch in einer so entsetzlichen albernen lage befunden hat sagte er ja es ist eine dumme geschichte stimmte ihm stepan arkadjewitsch bei und lächelte ihn besänftigend an aber beruhige dich er wird es ja den augenblick bringen jawohl er wird versetzte ljewin seine wut kaum zurückhaltend und diese albernen ausgeschnittenen westen es ist unmöglich sagte er indem er das zerknitterte vorderteil seines hemdes betrachtete und wenn nun das gepäck schon nach der bahn gebracht ist was dann rief er in heller verzweiflung dann ziehst du das von mir an das hätte ich schon längst tun sollen habe dich doch nicht so komisch warte nur es zieht sich alles zurecht die sache war nämlich folgende als ljewin sich zur trauung anziehen wollte hatte ihm sein alter diener kusma frackweste und was sonst nötig war hereingebracht aber wo hast du das hemd hatte ljewin gerufen das hemd haben sie ja an hatte kusma mit ruhigem lächeln erwidert ein reines hemd zurückzulassen daran hatte kusma gar nicht gedacht und als ihm befohlen worden war alles einzupacken und zu scherbatskis zu schaffen von wo das junge paar am abend dieses tages abreisen sollte da hatte er es auch so gemacht und alles mit ausnahme des frackanzuges eingepackt aber das hemd das ljewin am morgen angezogen hatte war schon zerknittert und ljewin konnte es zu der modisch ausgeschnittenen weste unmöglich tragen zu scherbatskis zu schicken war ihm zu weit erschienen er hatte nach einem geschäft geschickt um ein hemd kaufen zu lassen der kellner war unverrichteter sache zurückgekommen es sei alles geschlossen wegen des sonntags dann war in stepan arkadjewitschs wohnung geschickt worden ein hemd war gebracht worden aber es war viel zu weit und zu kurz schließlich hatte er doch zu scherbatskis geschickt um die sachen wieder auspacken zu lassen in der kirche wartete man auf den bräutigam aber der lief wie ein in einen käfig gesperrtes wildes tier im zimmer hin und her blickte alle augenblicke auf den flur hinaus und fragte sich in erinnerung an die torheiten die er heute zu kitty gesagt hatte voll entsetzen und verzweiflung was sie jetzt wohl von ihm denken möge endlich stürzte kusma der dies alles verschuldet hatte keuchend und atemlos mit dem hemd ins zimmer ich habe es gerade noch abgefasst der spediteur war schon dabei die sachen aufzuladen berichtete kusma drei minuten darauf lief lewin ohne nach der uhr zu sehen um seine herzenswunde nicht noch mehr aufzureißen den vorsaal entlang damit kannst du nichts mehr gut machen sagte lächelnd stepan arkadjewitsch der ihm rasch aber ohne übermäßige hast folgte es zieht sich alles zurecht sage ich dir es zieht sich alles zurecht ende von abschnitt 63 gelesen von eva k abschnitt 64 von anna karinina von lef nikolaevich talstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain da sind sie da ist er welcher der jüngere doch wohl nicht und sie ist mehr tot als lebendig das liebe kind so schwirrten in dem zuschauerhaufen die worte durcheinander als lewin der seine braut am kirchentor in empfang genommen hatte mit ihr in die kirche schritt stepan arkadjewitsch teilte seiner frau den grund der verspätung mit und die gäste flüsterten lächelnd untereinander lewin achtete auf nichts und auf niemand er sah nur seine braut an ohne ein auge von ihr zu wenden alle sagten dass kittys aussehen sich in diesen letzten tagen sehr verschlechtert habe und dass sie jetzt im brautkranze lange nicht so hübsch sei wie gewöhnlich aber lewin fand das nicht er blickte nach ihrer hohen frisur mit dem langen weißen schleier und den weißen blüten nach dem hochstehenden gefältelten kragen der so recht jungfräulich ihren schlanken hals an den seiten verhüllte und vorn offen ließ nach der erstaunlich schmalen hüfte und kitty erschien ihm reizender als je nicht als ob diese blüten dieser schleier dieses aus paris bezogene kleid etwas zu ihrer schönheit hinzugefügt hätten sondern weil trotz dieser kunstvollen pracht ihrer gewandung der ausdruck ihres lieben gesichtes ihrer augen ihrer lippen unverändert der ihr eigener ausdruck von unschuld und wahrhaftigkeit geblieben war ich dachte schon du wolltest mir davon gehen sagte sie und lächelte ihm zu was mir passiert es ist so dumm dass ich mich schäme es zu sagen antwortete er errötend in diesem augenblicke trat sergei iwanowitsch zu ihm heran und er musste sich zu diesem wenden die geschichte mit deinem hemd ist aber wundervoll sagte sergei iwanowitsch lächelnd und kopfschüttelnd ja ja erwiderte levin der gar nicht verstanden hatte was zu ihm gesagt war nun konstantin sagte stefan arkadjewitsch und machte heuchlerisch eine aufgeregte mine jetzt tritt die entscheidung einer wichtigen frage an dich heran gerade jetzt bist du in der lage die ganze wichtigkeit dieser frage zu würdigen ich werde gefragt ob angebrannte kerzen angezündet werden sollen oder noch nicht angebrannte der unterschied beträgt zehn rubel fügte er hinzu indem er die lippen zu einem lächeln verzog ich habe allerdings bereits eine entscheidung getroffen fürchte aber dass du dich nicht damit einverstanden erklärst levin merkte dass das ein späßchen war vermochte aber nicht darüber zu lächeln also wie denn nun angebrannte oder nicht angebrannte das ist die frage ja ja nicht angebrannte na das freut mich sehr damit ist die frage entschieden versetzte stefan arkadjewitsch lächelnd aber wie dumm doch die menschen in dieser lage werden sagte er zu tschirikow nachdem levin der ihn zerstreut angesehen hatte wieder näher an seine braut herangetreten war gib wohl acht kitty dass du auch ja zuerst auf den teppich trittst sagte die gräfin northstone die zu ihr trat sie haben ja einen kostbaren streich gemacht wandte sie sich an levin nun hast du keine bange fragte maria dmitrievna eine alte tante ist es dir auch nicht zu kühl du siehst so blass aus warte mal bücke dich ein wenig sagte kittys schwester frau lvova und rückte ihr die vollen schönen arme hebend die blumen auf dem kopfe zurecht dolly trat heran und wollte etwas sagen aber sie war nicht imstande etwas herauszubringen sondern brach in tränen aus und lachte dann gekünstelt kitty blickte alle mit ebenso abwesenden blicken an wie levin es tat unterdessen hatten die kirchendiener ihren ornat angelegt und der geistliche und der diakon begaben sich zu dem chorpult das im kirchenschiff stand der geistliche wandte sich an levin und sagte ihm etwas aber levin hatte es nicht verstanden fassen sie ihre braut an der hand und führen sie sie sagte der hochzeitsmarschall zu levin lange zeit konnte levin nicht begreifen was von ihm verlangt wurde lange zeit verbesserte man an ihm herum und wollte die sache schon als hoffnungslos aufgeben weil er immer nicht die richtige hand hinreichte oder nicht die richtige hand ergriff als er endlich verstand dass er ohne seine stellung zu ändern mit seiner rechten hand ihre rechte hand fassen sollte nachdem er nun schließlich seine braut so an der hand gefasst hatte wie es sein musste ging der geistliche einige schritte vor ihnen her und blieb vor dem chorpult stehen der schwarm der verwandten und bekannten zog unter stimmen gesumm und mit raschelnden schleppen ihnen nach jemand bückte sich und legte die schleppe der braut in ordnung in der kirche wurde es so still dass man das fallen der wachstropfen hörte der alte geistliche in seiner hohen kappe mit den silberglänzenden grauen haarsträhnen die hinter den ohren nach beiden seiten auseinander geteilt waren nahm die kleinen greisenhaften hände unter dem schweren messgewande das reich mit silber verziert und auf dem rücken mit einem goldenen kreuz geschmückt war hervor und machte sich mit einem buche auf dem chorpult zu schaffen stepan arkadjewitsch ging leise zu ihm flüsterte ihm etwas zu und trat dann nachdem er noch ljewin mit den augen zugewinkt hatte wieder zurück der geistliche zündete zwei mit blumen bemalte kerzen an die er in der linken hand schräg hielt so dass das wachs langsam von ihnen herunter tropfte und wandte sich dann mit dem gesicht dem brautpaare zu es war derselbe geistliche bei dem ljewin gebeichtet hatte er sah mit müdem traurigem blicke den bräutigam und die braut an seufzte streckte die rechte hand unter dem messgewand hervor und segnete mit ihr den bräutigam ebenso aber mit einer leisen spur von behutsamer zärtlichkeit legte er dann die eng zusammengehaltenen finger auf kitties gesenktes haupt darauf reichte er ihnen die kerzen ergriff das räucherfass und trat von ihnen zurück ist denn das alles wahr dachte ljewin und blickte seine braut an er sah ihr profil ein wenig von oben her und merkte an einer ganz leisen bewegung ihrer lippen und wimpern dass sie seinen blick fühlte sie sah nicht nach ihm hin aber ihr hoher gefältelter kragen bewegte sich leise und hob sich bis an ihr kleines rosiges ohr er sah daß sie einen seufzer in der brust zurück hielt und daß die kleine hand mit der sie die kerze hielt in dem hoch hinauf reichenden handschuh zitterte sein ganzer ärger mit dem hemd und der verspätung das gerede der bekannten und verwandten ihre unzufriedenheit seine lächerliche lage alles war auf einmal verschwunden und es wurde ihm freudig und bang zugleich zumute der schöne hochgewachsene protodiakon im silberverzierten korrock mit kunstvoll gekräuselten nach den seiten auseinandergekämmten starren locken trat mit energischen schritten vor hob mit einer ihm durch die übung geläufigen bewegung die stola mit zwei fingern in die höhe und blieb vor dem geistlichen stehen segne uns o herr ertönten die feierlichen klänge langsam einer nach dem anderen und versetzten die luft in schwankende wellenbewegung gelobt sei unser gott allzeit heut und immerdar und in die ewigkeiten der ewigkeiten antwortete demütig und in singendem tone der alte geistliche indem er fortfuhr an dem chorpult in einem buche zu blättern und von einem unsichtbaren chore gesungen erklang die ganze kirche von den fenstern bis zu den decken gewölben erfüllend harmonisch in volltönendem akkorde das amen schwoll immer mehr an stärke an schien dann einen augenblick in derselben stärke anzuhalten und er starb zuletzt leise es wurde wie immer um den frieden von oben her und um das heil der seelen gebetet für den synod für den kaiser gebetet wurde auch für den knecht gottes konstantin und die magd gottes jekaterina die jetzt das kirchliche verlöbnis begingen daß er ihnen herniedersende die allervollkommenste allerfriedlichste liebe und seine hilfe das erbitten wir von gott sang der protodiakon und das ganze kirchengebäude schien mitzusingen ljewin hörte diese worte und sie machten ihn betroffen wie haben sie es erraten können daß ich hilfe nötig habe gerade hilfe dachte er in erinnerung an all die beängstigungen und zweifel die er erst ganz kürzlich durchgemacht hatte was weiß und verstehe ich denn hierbei aus eigener macht was vermag ich dieser furchtbaren aufgabe gegenüber ohne hilfe dachte er hilfe habe ich jetzt nötig ja gerade hilfe als der protodiakon das responsorium beendet hatte wandte sich der geistliche mit dem buch zu dem brautpaar herum ewiger gott der du die entfernten zusammengeführt hast zur vereinigung las er mit sanfter singender stimme und das unzerreißbare band der liebe um sie geschlungen hast der du isaak und rebecca gesegnet und zu erben deiner verheißung gemacht hast segne du selbst auch diese deine knechte konstantin und jekaterina und leite sie zu allem guten denn du bist ein gütiger und gnädiger gott und wir lobsingen dir dem vater und dem sohne und dem heiligen geiste heut und immer da und die ewigkeiten der ewigkeiten amen flutete wieder der gesang des unsichtbaren chores durch den raum der du die entfernten zusammengeführt hast zur vereinigung und das band der liebe um sie geschlungen hast wie tiefsinnig sind diese worte und wie genau entsprechen sie dem was man in einem solchen augenblick gefühlt dachte lewin ob sie wohl dasselbe fühlt wie ich und nach ihr hinschauend begegnete er ihrem blicke aus dem ausdruck ihres blickes schloss er dass sie dieselben gedanken habe wie er aber diese annahme traf nicht zu sie hatte überhaupt fast kein wort von dem gottesdienste verstanden und während der verlobung durch den priester nicht einmal danach hingehört sie war nicht imstande diese worte zu hören und zu verstehen so mächtig war bei ihr das eine gefühl das ihre seele erfüllte und sich immer mehr und mehr steigerte dieses gefühl war die freude über die abschließende vollendung dessen was nun schon anderthalb monate lang sich in ihrer seele vollzogen hatte und im laufe dieser ganzen sechs wochen ihre wonne und ihre qual gewesen war in ihrer seele hatte sich an jenem tage als sie in ihrem braunen kleide in dem saal des hauses in der arbatstraße schweigend zu ihm getreten war und sich ihm zu eigen gegeben hatte in ihrer seele hatte sich an diesem tage und in dieser stunde ein vollständiger bruch mit ihrem ganzen früheren leben vollzogen und es hatte ein völlig anderes neues bisher ihr vollständig unbekanntes leben begonnen während sie äußerlich das alte leben fortsetzte diese sechs wochen waren für sie die seligste und die qualvollste zeit gewesen ihr ganzes leben all ihre wünsche und hoffnungen hatten sich auf diesen einen ihr noch unverständlichen mann gerichtet mit dem sie etwas noch unverständlicheres als es der mann selbst war verknüpfte nämlich jenes gefühl dass sie bald zu ihm hinzog bald von ihm weg stieß und zugleich hatte sie in den äußeren verhältnissen ihres bisherigen lebens weitergelebt während sie so ihr altes leben fortsetzte war sie über sich selbst erschrocken gewesen über ihre völlige unüberwindliche gleichgültigkeit gegen ihre ganze vergangenheit gegen ihre sachen gegen ihre gewohnheiten gegen die menschen die sie bisher geliebt hatten und noch liebten gegen ihre mutter die sich durch diese gleichgültigkeit gekränkt fühlte gegen ihren lieben zärtlichen vater den sie vorher über alles in der welt geliebt hatte bald war sie über diese gleichgültigkeit erschrocken gewesen bald hatte sie sich über das gefreut wodurch diese gleichgültigkeit hervorgebracht worden war sie war zu keinem gedanken zu keinem wunsche fähig gewesen der außerhalb des zusammenlebens mit diesem manne gelegen hätte aber dieses neue leben war noch nicht wirklichkeit gewesen und sie hatte sich nicht einmal eine klare vorstellung davon machen können es war immer nur die erwartung da gewesen die bängliche und freudige erwartung von etwas neuem und unbekanntem und jetzt jetzt sollte nun die erwartung und die unklarheit und die selbstanklage wegen der abkehr von dem früheren leben jetzt sollte das alles ein ende nehmen und das neue leben beginnen dieses neue leben musste ihr weil es ihr noch unbekannt war notwendigerweise furchtbar erscheinen aber mochte es furchtbar sein oder nicht innerlich in ihrer seele hatte sich der übergang zu ihm schon vor sechs wochen vollzogen jetzt erhielt das was in ihrer seele schon längst vorgegangen war lediglich seine weihe sich wieder zum chorpulte umwendend wurde der geistliche nur mit mühe des kleinen ringes an kittys finger habhaft dann forderte er lewins hand und steckte ihm kittys ring auf das erste glied seines fingers es wird verlobt der knecht gottes konstantin und die magd gottes jekaterina und nachdem er lewins großen ring an kittys kleinen rosigen finger gesteckt hatte in dessen schwäche etwas rührendes lag sprach der geistliche noch einmal dieselben worte die verlobten versuchten mehrmals zu erraten was sie nun zu tun hätten irrten sich aber jedes mal und der geistliche gab ihnen dann flüsternd das richtige an nachdem er endlich das erforderliche erreicht und sie mit den ringen bekreuzt hatte übergab er wieder kitty den großen und lewin den kleinen ring aber wieder richteten die verlobten unordnung an die ringe wanderten zweimal aus einer hand in die andere und es kam trotzdem nicht das heraus was verlangt wurde dolly chirikow und stepan arkadjewitsch traten vor um ihnen behilflich zu sein es gab nun einige verlegenheit ein flüstern und lächeln aber der feierlich gerührte ausdruck auf den gesichtern der verlobten blieb unverändert im gegenteil während sie mit den händen verwirrung anrichteten blickten sie noch ernster und feierlicher drein als vorher und das lächeln mit dem ihnen stepan arkadjewitsch zuflüsterte jetzt möge jeder seinen eigenen ring anstecken erstarb ihm unwillkürlich auf den lippen er fühlte dass jetzt jedes lächeln für sie etwas verletzendes habe denn du hast von anbeginn her erschaffen das männliche geschlecht und das weibliche las der geistliche nach dem wechsel der ringe und von dir wird dem manne das weib beigesellt zur hilfe und zur erhaltung des menschengeschlechtes herr unser gott der du die wahrheit und deine verheißung gesandt hast zu deinem erbe zu deinen knechten unseren vätern von geschlecht zu geschlecht deinen auserwählten blicke du selbst auf deinen knecht konstantin und auf deine magd jekaterina und befestige ihren bund im glauben und in der einmütigkeit und in der wahrheit und in der liebe lewin kam immer mehr und mehr zu der empfindung dass alle seine gedanken über die ehe seine träumereien darüber wie er sein leben gestalten wolle dass das alles kindisch gewesen sei und dass die ehe etwas sei was er bisher nicht begriffen habe und jetzt noch weniger zu begreifen vermöge obwohl es sich an ihm selbst vollziehe ein zittern stieg ihm in der brust immer höher und höher und tränen die sich nicht wollten zurückhalten lassen traten ihm in die augen ganz moskau war in der kirche verwandte und bekannte während der verlobungsfeierlichkeiten wurde in der glänzend beleuchteten kirche in dem großen schwarm der geputzten verheirateten damen und jungen mädchen sowie der herren in frack und weißer binde und in uniform ununterbrochen in angemessen leisem tone eine unterhaltung geführt vorzugsweise von den herren während die damen vollauf damit zu tun hatten alle einzelheiten der heiligen handlung zu beobachten die ihnen ja immer so nahe geht in dem kreise der die braut am nächsten umgab standen ihre beiden schwestern dolly die älteste und frau lvova die sich aus dem auslande eingefunden hatte eine ruhige schönheit was soll das nur vorstellen daß marja in einem lila kleid es sieht schon mehr schwarz aus zur hochzeit gekommen ist sagte frau karsunskaja bei ihrer hautfarbe ist das für sie die einzige rettung antwortete frau drubetskaja ich wundere mich warum die hochzeit am abend stattfindet das ist doch sonst eigentlich nur in kaufmannskreisen üblich es ist hübscher so ich bin auch am abend getraut worden versetzte frau karsunskaja mit einem seufzer in erinnerung daran wie allerliebst sie an jenem tage ausgesehen hatte und wie lächerlich verliebt ihr mann damals in sie gewesen war und wie alles jetzt so ganz anders war es heißt wer zehnmal brautführer gewesen ist heiratet nicht mehr ich wollte es gern hier zum zehnten male sein um mich zu feien aber die stelle war bereits besetzt sagte graf sinjavin zu der hübschen prinzessin tscharskaya die absichten auf ihn hatte die junge dame antwortete ihm nur mit einem lächeln sie sah kitty an und dachte wie und wann sie wohl mit dem grafen sinjavin ebenso dastehen werde wie kitty und wie sie ihn dann an seinen jetzigen scherz erinnern werde der junge scherbatsky sagte zu dem ältlichen hoffräulein nikolaeva er beabsichtige die krone auf kittys chignon zu setzen damit sie in der ehe glücklich werde einen chignon sollte sie eigentlich heute überhaupt nicht tragen antwortete fräulein nikolaeva die mit sich selbst schon längst darüber schlüssig war dass wenn der alte witwer nachdem sie angelte sie heiraten würde die hochzeit in ganz einfacher form gefeiert werden sollte ich bin keine freundin eines solchen prunkes sergei iwanowitsch sprach mit marja dmitrievna und behauptete im scherz die sitte nach der hochzeit wegzureisen breite sich deswegen immer mehr aus weil die neuvermählten sich immer ein bißchen schämten ihr bruder kann stolz sein sie ist ganz allerliebst ich denke mir sie beneiden ihn ich bin schon über das heiratsalter hinaus marja dmitrievna antwortete er und sein gesicht nahm auf einmal einen ernsten traurigen ausdruck an stepan arkadjevich trug seiner schwägerin seinen witz über die ehescheidung vor der kranz müßte ihr zurecht gerückt werden antwortete sie sie hatte gar nicht auf ihn hingehört wie schade daß sie heute so wenig gut aussieht sagte die gräfin northstone zu frau lwowwa aber er ist doch nicht so viel wert wie ihr kleiner finger nicht wahr nicht doch mir gefällt er sehr gut und ich sage das nicht nur weil er mein zukünftiger beaufrère ist erwiderte frau lwowwa und wie gut er sich hält und dabei ist es doch schwer sich in solcher lage gut zu halten nicht lächerlich zu werden aber an ihm ist nichts lächerliches nichts gemachtes man sieht daß er mit dem herzen dabei ist sie hatten es wohl erwartet daß diese partie zustande kommen werde einigermaßen sie hat ihn von jeher geliebt nun wir wollen nachher einmal aufpassen wer von ihnen zuerst auf den teppich tritt ich habe kitty daran erinnert das ist doch ganz gleichgültig versetzte frau lwowwa wir sind ja sämtlich gehorsame ehefrauen das liegt nun einmal in unserer natur als ich wasili heiratete bin ich absichtlich zuerst darauf getreten nun und sie dolly dolly stand neben ihnen und hörte was sie redeten antwortete aber nicht sie war gerührt die tränen standen ihr in den augen und sie hätte nichts sagen können ohne loszuweinen sie hatte ihre freude an kitty und ljewin mit ihren gedanken kehrte sie zu ihrer eigenen hochzeit zurück und blickte ab und zu nach ihrem strahlenden stepan arkadjewitsch sie hatte die ganze gegenwart vergessen und dachte nur an die zeit ihrer ersten unschuldigen liebe und sie verweilte mit ihren erinnerungen nicht nur bei sich selbst sondern bei allen frauen die ihr nahe standen oder mit ihr bekannt waren sie erinnerte sich an sie wie sie bei jener für sie alle einzigartigen feier gerade so wie kitty den brautkranz im haar dargestanden hatten liebe hoffnung und bangigkeit im herzen von der vergangenheit sich lossagend und in eine geheimnisvolle zukunft eintretend und unter all diesen bräuten die ihr ins gedächtnis kamen erinnerte sie sich auch an ihre liebe anna über deren in aussicht stehende scheidung sie kürzlich näheres gehört hatte auch diese hatte einstmals ebenso reinen herzens mit dem kranzer von orangenblüten und dem schleier dargestanden und jetzt furchtbar und unfassbar sagte sie vor sich hin und nicht allein die schwestern die übrigen verwandten und die freundinnen beobachteten aufmerksam alle einzelheiten der heiligen handlung auch die fremden frauen die sich zum zuschauen eingefunden hatten verfolgten den hergang in einer erregung die ihnen fast den atem benahm und fürchteten es könnte ihnen irgendeine bewegung irgendein gesichtsausdruck an dem bräutigam und der braut entgehen und wenn die gleichmütigeren männer scherzhafte oder fremdartige bemerkungen machten so gaben sie ärgerlich keine antwort oder hörten oft auch gar nicht hin warum mag sie denn so verweint aussehen ob sie ihn ungern heiratet wie wird sie denn so einen hübschen jungen menschen ungern heiraten er ist wohl ein fürst was und die in weißem atlas das ist ihre schwester nun hör nur wie der protodiakon brüllt sie soll ihrem manne untertan sein sind es die sänger vom tschudowkloster nein die synodischen ich habe mich bei einem lakaien erkundigt es heißt er nimmt sie gleich mit auf sein stammgut er soll ja furchtbar reich sein darum hat er sie auch gekriegt aber nein es ist wirklich ein hübsches paar und da haben sie nun bestritten marja wassilevna dass die reifröcke frei abstehend getragen werden und sehen sie mal die im plüschkleid es soll die frau eines gesandten sein wie ihr kleid gerafft ist erst so und dann noch einmal so nein diese niedliche kleine braut wie ein geschmücktes lämmchen da kann man nun sagen was man will aber uns frauen tut so ein mädchen doch immer leid solche reden wurden in dem dichten haufen der zuschauerinnen geführt die es fertig gebracht hatten durch die kirchtüren herein zu schlüpfen nachdem die verlobung beendet war breitete ein kirchendiener vor dem chorpulte in der mitte der kirche ein stück rosa seidengewebe aus der chor stimmte einen kunstvoll vertonten psalm an bei dem bass und tenor einander antworteten und der geistliche wandte sich zu den verlobten um und deutete auf das rosa farbene zeug so oft und so viel sie nun auch schon beide von dieser vorbedeutung gehört hatten dass wer zuerst auf den teppich trete der herr im hause sein werde so war doch weder lewin noch kitty während sie diese wenigen schritte vortraten imstande daran zu denken ebenso wenig hörten sie die lauten bemerkungen und den streit darüber ob was einige beobachtet haben wollten eher zuerst darauf getreten sei oder wie andere meinten beide zugleich nach den üblichen fragen ob sie den wunsch hätten miteinander die ehe zu schließen und ob sie sich nicht schon anderen versprochen hätten und nach ihren antworten die ihnen selbst sonderbar klangen begann der zweite teil der feier die trauung kitty hörte auf die worte des gebetes hin und hätte gern ihren sinn verstanden aber sie war nicht imstande dazu ein gefühl des triumphes und der hellen freude erfüllte je weiter die heilige handlung fortschritt immer mehr und mehr ihre seele und machte ihr eine eindringende aufmerksamkeit unmöglich es wurde gebetet verleihe ihnen keuschheit und frucht des leibes zu ihrem besten und lass sie sich erfreuen am anblick ihrer söhne und töchter es kam darin auch vor dass gott das weib aus der rippe adams geschaffen habe und darum wird ein mann seinen vater und seine mutter verlassen und an seinem weibe hangen und sie werden sein ein fleisch und dies ist ein hohes geheimnis da war auch die bitte gott möge ihnen fruchtbarkeit und segen verleihen wie isaak und rebecca josef moses und zipporra und ihnen vergönnen noch söhne ihrer söhne zu sehen alles das ist wunderschön dachte kitty als sie diese worte hörte und so und nicht anders muss auch alles sein und ein lächeln der freude das sich unwillkürlich allen mitteilte die sie ansahen leuchtete auf ihrem strahlenden gesicht setzen sie sie ihr ganz auf rieten flüsternd einige der umstehenden als zunächst der geistliche ihnen die kronen aufgesetzt hatte und nun der junge scherbatzky mit zitternder in einem dreiknöpfigen handschuh steckender hand kittys krone hoch über ihrem kopfe hielt setzen sie sie mir auf flüsterte sie lächelnd lewin blickte zu ihr hin und war von dem freudigen glanze überrascht der auf ihrem ganzen gesicht lag und dieses gefühl teilte sich ihm unwillkürlich mit ebenso wie ihr wurde auch ihm hell und froh zumute es machte ihnen freude zuzuhören wie aus den apostelbriefen vorgelesen wurde und bei dem letzten verse auf den das fremde publikum mit größter ungeduld gewartet hatte rollte die stimme des protodiakons wie donner es machte ihnen freude aus der flachen schale den warmen mit wasser vermischten rotwein zu trinken und noch höher stieg ihre freude als der geistliche sein meßgewand zurückschlug beider hände in die seinigen nahm und sie während die baßstimme dröhnend den hymnus auf die mutter gottes jauchze jesaias anstimmten um das korpult herum führte der junge scherbatsky und chirikow die die kronen über den häuptern des brautpaares hielten und gleichfalls lächelten und sich über irgendetwas freuten blieben manchmal zurück und prallten ein paar mal wenn der geistliche stehen blieb gegen die brautleute an der freudenfunke der bei kitty aufgeflammt war schien bei allen in der kirche anwesenden weiter gezündet zu haben lewin hatte die vorstellung als ob auch der geistliche und der protodiakon eben solche lust zu lächeln hätten wie er selbst der geistliche nahm die kronen von ihren häuptern herab las das letzte gebet und beglückwünschte das junge paar lewin blickte auf kitty und hatte sie noch nie so schön gesehen wie jetzt sie war entzückend in dem neuen glanze von glückseligkeit der auf ihrem antlitz lag lewin hätte ihr gern etwas gesagt wusste aber nicht ob auch wirklich alles zu ende sei der geistliche half ihm aus dieser schwierigkeit heraus indem ein gutmütiges lächeln seinen mund umspielte sagte er leise küssen sie ihre gattin und sie ihren gatten und nahm ihnen die kerzen aus den händen lewin küßte behutsam kittys lächelnde lippen reichte ihr den arm und ging indem er sich in neuer eigenartiger weise ihr nahe fühlte aus der kirche er glaubte nicht konnte nicht glauben daß das alles wirklichkeit war nur wenn seine und ihre verwunderten schüchternen blicke einander trafen nur dann glaubte er daran weil er fühlte daß sie beide schon eins waren nach dem hochzeitsessen fuhr das junge paar noch in derselben nacht nach dem gute ende von abschnitt 64 gelesen von eva k abschnitt 65 von anna karenina von lev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann roehl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil sieben bronski und anna reisten schon seit drei monaten zusammen in europa umher sie hatten venedig rom und neapel besucht und waren soeben im hotel einer kleineren italienischen stadt angekommen wo sie eine zeitlang sich aufzuhalten gedachten der schöne oberkellner durch dessen dichtes wohl pomadisiertes haar sich ein vom nacken anfangender scheitel zog im frack und mit breiter weißer batistener hemd brust mit einem ganzen bündel berlocken auf dem rundlichen bauche hatte die hände in den taschen und kniff geringschätzig die augen zusammen während er einem vor ihm stehenden herrn in wenig höflichem tone eine antwort gab als er aber von der andern seite vom eingang her schritte vernahm die die treppe herauf kamen wandte er sich um und sobald er den russischen grafen erblickte der bei ihnen im hotel die besten zimmer inne hatte nahm er ehrerbietig die hände aus den taschen und meldete in vorgebeugter haltung der kurier sei dagewesen und die angelegenheit mit dem mieten eines palazzos sei in ordnung gebracht der intendant sei bereit den vertrag zu unterzeichnen ah das ist mir sehr angenehm antwortete wronski ist die gnädige frau zu hause die gnädige frau war spazieren gegangen ist aber jetzt bereits zurückgekehrt erwiderte der oberkellner wronski nahm den weichen breitkrempigen hut vom kopf und fuhr sich mit dem taschentuch über die schweißbedeckte stirn und über das haar das er sich halb über die ohren hatte wachsen lassen aber zurückgekämmt trug damit es seine glatze verdeckte mit einem zerstreuten blick auf den herrn der noch da stand und ihn aufmerksam betrachtete wollte er vorbeigehen der herr ist russe und hat nach ihnen gefragt berichtete der oberkellner mit einem gefühl in dem sich der ärger darüber dass man doch nirgends seinen bekannten entgehen könne mit dem wunsche vermischte irgendwelche zerstreuung in der einförmigkeit seines lebens zu erhalten blickte wronski noch einmal nach dem herrn hin der zur seite getreten und dort stehen geblieben war und in ein und demselben augenblick leuchteten die augen des einen wie des anderen auf galenischtschef wronski es war wirklich galenischtschef wronskis ehemaliger kamerad im pagenkorps galenischtschef hatte im korps zur fortschrittspartei gehört er hatte das korps mit einem zivilrang verlassen aber nirgends ein amt übernommen mit dem abgang aus dem korps hatten die wechselseitigen beziehungen der beiden kameraden aufgehört und sie waren nachher nur noch einmal zusammengetroffen bei jener begegnung hatte wronski gemerkt dass galenischtschef sich ein hochgeistiges wirken für die liberalen ideen zur lebensaufgabe gemacht hatte und infolgedessen geneigt war auf wronskis beruf und tätigkeit mit geringschätzung herab zu blicken daher hatte wronski bei jener begegnung mit galenischtschef sich gegen ihn mit der kalten stolzen zurückhaltung benommen die er leuten dieser art gegenüber zum ausdruck zu bringen verstand und deren sinn dieser war ihr könnt meine art zu leben billigen oder missbilligen haltet das wie ihr wollt mir ist es völlig gleichgültig wollt ihr aber mit mir verkehren so müßt ihr mich achten galenischtschef seinerseits hatte diesem tone wronskis gegenüber eine geringschätzige gleichgültigkeit gezeigt man hätte meinen sollen diese begegnung hätte sie einander noch mehr entfremden müssen und doch leuchteten jetzt ihre gesichter auf und sie stießen einen ruf freudiger überraschung aus als sie einander erkannten wronski hätte nie geglaubt dass er sich über ein wiedersehen mit galenischtschef so freuen könnte aber er war sich wohl selbst nicht klar darüber geworden wie sehr er sich in wirklichkeit langweilte den unangenehmen eindruck ihres letzten zusammenseins vergessend streckte er seinem früheren kameraden mit offener froher miene die hand entgegen und der gleiche ausdruck von freude trat auf galenischtschefs gesicht an die stelle der bisher sichtbaren unsicherheit wie freue ich mich dich wiederzusehen sagte wronski mit einem freundschaftlichen lächeln das seine kräftigen weißen zähne sichtbar machte ich hatte gehört wronski wußte aber nicht welcher ich freue mich sehr wirklich sehr komm doch mit herein nun wie geht es dir denn ich wohne hier schon über ein jahr lang ich arbeite machte wronski interessiert komm doch herein und statt das was er die dienerschaft nicht wollte verstehen lassen hier gerade auf russisch zu sagen begann er nach der den russen geläufigen gewohnheit französisch zu sprechen bist du mit frau karenina bekannt wir reisen zusammen ich gehe eben zu ihr sagte er auf französisch und blickte dem anderen aufmerksam ins gesicht ah das wußte ich gar nicht er wußte es recht wohl antwortete galenischtschefs gleichmütig bist du schon lange hier fügte er hinzu ich es ist heute der vierte tag erwiderte wronski und sah seinen ehemaligen kameraden noch einmal forschend an ja er ist ein anständiger mensch und betrachte die sache in der richtigen weise sagte sich wronski er schloss dies aus galenischtschefs gesichtsausdruck und auch aus der art wie dieser dem gespräch eine andere richtung gegeben hatte ich kann ihn mit anna bekannt machen er fasst die sache richtig auf in diesen drei monaten die wronski nun mit anna im ausland lebte hatte er sich so oft er mit neuen menschen zusammentraf immer die frage vorgelegt wie jede neue persönlichkeit sein verhältnis zu anna beurteile und hatte bei den männern größtenteils die richtige auffassung gefunden hätte man aber ihn und die leute die die sache richtig auffassten gefragt worin denn diese richtige auffassung eigentlich bestehe so würden sowohl er wie auch sie in großer verlegenheit gewesen sein in wirklichkeit hatten die leute die nach wronskis meinung die sache richtig auffassten sich überhaupt kein urteil darüber gebildet sondern benahmen sich einfach so wie sich wohlerzogene menschen all den schwierigen und unlösbaren fragen gegenüber benehmen die uns im leben von allen seiten umgeben sie benahmen sich anständig und vermieden anspielungen und unerwünschte fragen sie gaben sich den anschein als hätten sie für das wesen und die innere begründung dieser lage ein volles verständnis als erkennten sie diese lage an und billigten sie sogar aber als hielten sie es für ungehörig und überflüssig das alles auszusprechen wronski fühlte sofort heraus dass galenischtschiff zu dieser menschengattung gehörte und freute sich daher doppelt ihn zu sehen und wirklich benahm sich galenischtschiff sobald er frau karenina vorgestellt war ihr gegenüber so wie es wronski nur irgend wünschen konnte er vermied offenbar ohne dass es irgendwie gezwungen ausgesehen hätte alle gespräche die unbehaglich hätten werden können er hatte anna vorher nicht gekannt und war überrascht von ihrer schönheit und noch mehr von der schlichten natürlichkeit mit der sie sich in ihre lage hineinfand sie errötete als wronski ihr galenischtschiff vorstellte und dieses kindliche erröten das ihr schönes offenes gesicht überzog gefiel ihm außerordentlich ganz besonders aber gefiel es ihm dass sie gleich von vorne herein wie mit absicht dass bei dem fremden kein missverständnis entstehen könne wronski einfach alexei anredete und erwähnte sie siedelten beide in ein haus hier palazzo genannt über das sie soeben gemietet hätten dieses offene schlichte benehmen in ihrer lage gefiel galenischtschiff wenn er jetzt annas gutmütig heiteres frisches wesen sah so glaubte er der sowohl alexei alexandrowitsch wie auch wronski kannte vollständig zu verstehen wie sie so hatte handeln können er meinte zu begreifen was übrigens sie selbst durchaus nicht zu begreifen vermochte nämlich wie es nur möglich war daß sie nachdem sie ihren mann unglücklich gemacht ihn und ihren sohn verlassen und ihren guten ruf eingebüßt hatte sich nun doch frisch und munter und glücklich fühlte er ist auch im reiseführer genannt bemerkte galenischtschiff über jenen palazzo den wronski gemietet hatte es ist da ein schönes bild von tintoretto aus seiner letzten periode wissen sie was es ist prächtiges wetter wir wollen hingehen und ihn uns noch einmal ansehen sagte wronski zu anna gewendet sehr gern ich will gleich gehen und mir den hut aufsetzen ist es sehr heiß draußen sagte sie indem sie an der tür stehen blieb und wronski fragend anblickte und wieder überzog eine dunkle röte ihr gesicht wronski merkte an ihrem blick daß sie nicht recht wußte auf welchem fuß er mit galenischtschiff zu verkehren beabsichtigte und daß sie daher im zweifel war ob sie sich auch so benommen habe wie es seinen wünschen entspräche er sah sie mit einem langen zärtlichen blicke an nein es ist nicht besonders heiß antwortete er sie glaubte die bedeutung dieses blickes zu verstehen namentlich auch daß er mit ihr zufrieden sei ihm zulächelnd ging sie raschen schrittes zur tür hinaus die freunde blickten einander an und auf den gesichtern beider malte sich eine gewisse verlegenheit wie wenn galenischtschiff auf den sie offenbar einen vorzüglichen eindruck gemacht hatte etwas über sie sagen wollte und nichts passendes fand wronski aber eine äußerung von dem anderen wünschte und zugleich fürchtete nun sie einmal an begann wronski um irgendein gespräch in gang zu bringen also du hast dich hier niedergelassen und du beschäftigst dich immer noch mit demselben gegenstand fuhr er fort da er sich erinnerte daß ihm jemand gesagt hatte galenischtschiff schreibe etwas ja ich schreibe an dem zweiten teil meiner zwei prinzipien erwiderte galenischtschiff der bei dieser frage vor vergnügen ganz rot wurde das heißt genau gesagt ich schreibe noch nicht sondern mache vorarbeiten sammle stoff dieser teil wird weit umfangreicher werden und fast alle fragen dieses gebietes behandeln bei uns in russland will man nicht begreifen dass wir die erben von byzanz sind begann er in erregtem ton eine längere darlegung wronski fühlte sich anfangs etwas unbehaglich weil er den ersten teil der zwei prinzipien nicht gelesen hatte von dem der verfasser mit ihm wie von etwas bekanntem sprach aber als dann galenischtschiff seine ideen auseinanderzusetzen begann und wronski ihnen zu folgen vermochte da hörte er auch ohne die zwei prinzipien zu kennen mit teilnahme zu zumal galenischtschiff wirklich gut sprach aber mit erstaunen und bedauern erfüllte ihn die gereizte erregte stimmung in die galenischtschiff geriet während er über den gegenstand der ihn beschäftigte diese mitteilungen machte je länger er sprach um so mehr glühten seine augen um so eifriger entgegnete er seinen angenommenen gegnern und um so unruhiger und erbitterter wurde sein gesichtsausdruck wronski hatte noch recht wohl in der erinnerung was für ein schmächtiger lebhafter gutmütiger vornehm denkender knabe galenischtschiff gewesen war wie er im pagenkorps immer den ersten platz in seiner abteilung inne gehabt hatte und er konnte den grund dieser gereiztheit nicht verstehen und hielt sie für einen fehler besonders missfiel es ihm daß galenischtschiff ein mann von gutem stande sich mit irgendwelchen literaten die ihn angriffen auf eine stufe stellte und sich über sie ärgerte war denn die sache das wert das missfiel wronski aber trotzdem bedauerte er galenischtschiff auch da er fühlte daß dieser unglücklich sei ein inneres leid beinahe etwas wie geistesstörung gab sich auf diesem beweglichen ganz hübschen gesicht zu erkennen als er ohne annas eintritt überhaupt zu bemerken hastig und hitzig seine ideen zu entwickeln fortfuhr als anna mit hut und umhang wieder ins zimmer trat und mit der schönen hand in schnellen bewegungen an ihrem sonnenschirm herumspielend neben wronski stehen geblieben war machte sich dieser mit einem gefühl der erleichterung von galenischtschiffs unverwandt auf ihn gerichteten missmutig klagenden blick los und schaute mit neuer liebe auf seine reizende lebensfrische frohe gefährtin galenischtschiff gewann nur mit mühe seine fassung wieder und war zunächst sehr niedergeschlagen und finster aber anna die es mit allen menschen gut und freundlich meinte so war sie eben damals wußte ihn durch ihr einfaches munteres wesen bald aufzuheitern nachdem sie es mit verschiedenen gesprächsstoffen versucht hatte brachte sie ihn auf die malerei über die er sehr gut sprach und hörte ihm aufmerksam zu sie gingen zu fuß nach dem gemieteten hause und besichtigten es eins macht mir ganz besondere freude sagte anna zu galenischtschiff als sie bereits wieder auf dem heimweg waren alexei wird hier ein gutes atelier haben nimm dir dazu unter allen umständen das zimmer von dem wir sprachen sagte sie zu wronski auf russisch und redete ihn dabei mit du an da sie bereits voraussah dass galenischtschiff bei ihrer vereinsamung ihnen näher treten werde und sich deshalb sagte dass man sich vor ihm nicht zu verstellen brauchte malst du denn fragte galenischtschiff sich schnell an wronski wendend ja ich habe mich vor langer zeit damit beschäftigt und es jetzt wieder ein bisschen hervorgeholt versetzte wronski errötend er hat großes talent fügte anna mit freudigem lächeln hinzu ich vermag es ja natürlich nicht zu beurteilen aber sachverständige beurteiler haben dasselbe gesagt anna fühlte sich in dieser ersten zeit ihrer freiheit und ihrer schnellen genesung in unverzeihlicher weise glücklich und voll lebensfreude die erinnerung an die unglückliche lage ihres mannes trübte ihr glück nicht einerseits war diese erinnerung gar zu schrecklich als dass sie mit ihren gedanken dabei hätte verweilen mögen und andererseits war das unglück ihres mannes für sie die quelle eines zu großen glückes geworden als dass sie es hätte bereuen können ihn unglücklich gemacht zu haben die erinnerung an alles was mit ihr nach ihrer krankheit geschehen war die versöhnung mit ihrem mann die entzweihung die nachricht von wronskis verwundung sein wieder erscheinen die vorbereitungen zur scheidung der abschied von ihrem sohn die wegfahrt von dem hause ihres mannes alles das erschien ihr wie ein fiebertraum aus dem sie erst erwachte als sie sich allein mit wronski im ausland befand die erinnerung an das leid das sie ihrem manne zugefügt hatte erregte bei ihr ein gefühl von widerwillen ein gefühl wie es jemand empfinden mag der in gefahr war zu ertrinken und einen anderen menschen der sich an ihn anklammerte von sich gestoßen hat dieser mensch ist ertrunken selbstverständlich das war unmoralisch gehandelt aber es war die einzige rettung und nun ist es das beste man denkt an diese furchtbaren einzelheiten nicht mehr nur eine einzige beruhigende überlegung über das was sie getan war ihr damals im ersten augenblick nach dem bruch in den sinn gekommen und sobald sie jetzt an alles vergangene dachte erinnerte sie sich auch wieder an diesen einen gedanken ich habe es nicht vermeiden können diesen menschen unglücklich zu machen dachte sie aber ich will aus diesem unglück keinen nutzen ziehen auch ich leide und werde immer leiden ich habe verloren was mir das teuerste war meinen ehrlichen namen und meinen sohn ich habe schlecht gehandelt und darum will ich kein glück für mich ich will keine scheidung die schande und die trennung von meinem sohn das wird mein leid sein aber wie aufrichtig auch annas wunsch war selbst zu leiden sie litt nicht von schande war nichts zu spüren mit jenem taktgefühl das ihnen beiden in so hohem maße eigen war vermieden sie im auslande begegnungen mit russischen damen so dass sie sich nicht in eine falsche stellung brachten und verkehrten immer nur mit leuten die sich stellten als hätten sie für ihr beiderseitiges verhältnis ein völliges verständnis sogar ein noch weit besseres als sie beide selbst selbst die trennung von ihrem sohn den sie so sehr liebte bereitete ihr in der ersten zeit keinen allzu großen schmerz das kleine mädchen sein kind war so lieb und hatte annas zuneigung seit ihr nur dieses eine kind geblieben war in dem grade gewonnen daß sie nur selten an ihren sohn dachte annas lebenslust die noch durch das gefühl der genesung gesteigert wurde war so groß und ihre augenblicklichen lebensverhältnisse waren so neu und so angenehm dass sie sich in unverzeihlicher weise glücklich fühlte je mehr sie wronski kennen lernte umso mehr liebte sie ihn sie liebte ihn um seiner selbst willen und wegen seiner liebe zu ihr das bewusstsein dass er ganz ihr gehörte war ihr eine beständige freude seine nähe ihr stets angenehm alle die einzelnen züge seines charakters den sie immer genauer kennen lernte erfüllten sie mit unsagbarem entzücken sein äußeres durch die zivilkleidung verändert hatte für sie einen solchen reiz wie für ein verliebtes junges mädchen in allem was er sagte dachte und tat sah sie etwas besonderes edles und erhabenes oft erschrak sie selbst darüber mit welcher schwärmerei sie ihn verehrte sie suchte an ihm nach fehlern konnte aber keinen finden sie mochte es ihnen nicht merken lassen wie gering sie sich ihm gegenüber vorkam denn sie hatte die empfindung er könne wenn er das wüsste schneller aufhören sie zu lieben und nichts fürchtete sie obwohl sie dazu keinerlei anlass hatte jetzt so sehr als den verlust seiner liebe aber sie konnte nicht anders als ihm dankbar sein für sein verhalten ihr gegenüber und sie konnte nicht anders als ihm zeigen wie sehr sie dieses verhalten zu schätzen wisse er der ihrer meinung nach einen so entschiedenen beruf zu staatsmännischer tätigkeit hatte und auf diesem gebiete sicherlich eine bedeutende rolle gespielt hätte er hatte ihr seinen ehrgeiz zum opfer gebracht ohne jemals das geringste bedauern darüber zu bekunden er war gegen sie noch liebevoller und ehrerbietiger als früher und mit unermüdlicher sorge darauf bedacht dass sie das peinliche ihrer lage nur ja nicht empfinden möge er dieser mannhafte charakter hatte ihr gegenüber niemals ein wort des widerspruchs ja überhaupt keinen eigenen willen und schien auf nichts anderes zu sinnen als wie er ihren wünschen zuvorkommen könne und sie konnte nicht umhin ihm dieses verhalten hoch anzurechnen obwohl gerade dieser hohe grad seiner zarten rücksichtnahme auf sie diese stetige liebevolle fürsorge mit der er sie umgab ihr mitunter drückend wurden wronski seinerseits fühlte sich trotz der vollen verwirklichung dessen was er so lange gewünscht hatte doch nicht vollkommen glücklich er hatte bald die empfindung dass durch die verwirklichung seines wunsches ihm doch nur ein sandkorn von jenem berge von glückseligkeit zuteil geworden war den er erwartet hatte diese verwirklichung brachte ihm jenen ewigen irrtum zum bewusstsein den die menschen begehen indem sie von einer verwirklichung ihrer wünsche ihr glück erhoffen in der ersten zeit nachdem er sich mit anna vereinigt und zivilkleidung angelegt hatte er den ganzen reiz der freiheit überhaupt der ihm bis dahin unbekannt gewesen war und der freiheit in der liebe im besonderen empfunden und war zufrieden gewesen aber das hatte nicht lange gedauert er hatte bald gefühlt daß sich in seiner seele sozusagen das verlangen nach einem verlangen herausbildete die langeweile ohne es selbst zu wollen begann er sich jeder augenblicklichen laune zu überlassen indem er sie für ein ernsthaftes verlangen für ein erstrebenswertes ziel ansah die 16 stunden des tages mussten doch auf irgendwelche art ausgefüllt werden da er und anna im auslande in vollständiger freiheit lebten fern von jenem gesellschaftlichen verkehr der in petersburg so viel zeit beanspruchte an junggesellen vergnügungen die wronski sich auf früheren auslandsreisen gestattet hatte war nun schon gar nicht zu denken da der einzige versuch den er nach dieser richtung hin unternommen hatte in ganz unerwarteter weise auf anna eine niederdrückende wirkung ausgeübt hatte eine unverhältnismäßig starke wirkung für ein etwas länger dauerndes souper mit ein paar bekannten mit der einheimischen und der russischen gesellschaft beziehungen zu unterhalten war bei der unregelmäßigkeit ihres verhältnisses gleichfalls unmöglich die besichtigung der sehenswürdigkeiten hatte ganz abgesehen davon dass er alles schon früher gesehen hatte für ihn als russen und vernünftigen menschen nicht jene unerklärliche wichtigkeit die die engländer ihr beizulegen gewohnt sind und wie ein hungriges tier jeden gegenstand der ihm in den wurf kommt packt in der hoffnung an ihm nahrung zu finden so stürzte sich wronski ganz unbewusst bald auf die politik bald auf neue bücher bald auf gemälde da er von klein auf eine gewisse befähigung zum malen besessen und in der zeit wo er nicht wusste was er mit seinem gelde anfangen sollte begonnen hatte kupferstiche zu sammeln so blieb er jetzt bei der malerei stehen beschäftigte sich ziemlich viel mit ihr und verwandte auf sie jenen unbenutzt daliegenden vorrat von tätigkeitsdrang der nach befriedigung verlangte er besaß die fähigkeit ein kunstwerk zu verstehen sowie die fähigkeit ein kunstwerk treu und geschmackvoll nachzubilden so meinte er denn eben das zu besitzen was ein künstler nötig habe und nachdem er einige zeit geschwankt hatte für welche gattung der malerei er sich entscheiden solle für die religiöse die historische das genre oder die realistische machte er sich daran zu malen er hatte für alle diese gattungen verständnis und war imstande sich sowohl für die eine wie auch für eine andere zu begeistern er konnte sich aber nicht vorstellen dass es möglich sein sollte gar nicht zu wissen welche richtungen es in der malerei gibt und sich unmittelbar für das zu begeistern was einem in der seele lebt ohne sich darum zu kümmern ob das was man malen wolle zu irgendeiner bestimmten richtung gehören werde da er dies nicht verstand und sich nicht unmittelbar durch das leben begeistern ließ sondern mittelbar durch das von der kunst bereits verkörperte leben so begeisterte er sich sehr rasch und leicht und erreichte es ebenso rasch und leicht dass das was er malte derjenigen richtung sehr ähnlich wurde die er nachahmen wollte mehr als alle anderen richtungen gefiel ihm die anmutige und wirkungsvolle französische richtung und so begann er denn im stil dieser richtung annas porträt in italienischem kostüm zu malen und mit ihm waren alle die dieses porträt sahen der ansicht dass es sehr gut gelinge ende von abschnitt 65 gelesen von eva k abschnitt 66 von anna karenina von jev nikolaevich talstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil 9 der alte verwahrloste palazzo mit den hohen stuck verzierten zimmerdecken und den fresken an den wänden mit den mosaikfußböden mit den schweren gelben stoffgardinen an den hohen fenstern mit den vasen auf konsolen und kaminen mit den geschnitzten türen und den düsteren sälen die mit gemälden vollgehängt waren dieser palazzo nährte nachdem sie nun nach ihm übergesiedelt waren bei wronski die angenehme täuschung dass er nicht so sehr ein russischer gutsbesitzer und hofstallmeister z.d. vielmehr ein hochgebildeter liebhaber und beschützer der künste sei und zugleich selbst ein bescheidener künstler der um eines geliebten weibes willen auf seine stellung in der welt auf alle seine guten verbindungen und auf allen ehrgeiz verzichtet habe diese rolle die sich wronski bei der übersiedlung nach dem palazzo zurecht gemacht hatte gelang ihm vollkommen und nachdem er durch galenischews vermittlung auch noch einige interessante persönlichkeiten kennengelernt hatte war ihm in der ersten zeit ruhig und wohl zumute er malte unter der anleitung eines italienischen professors der malerei studien nach der natur und beschäftigte sich mit dem italienischen leben im mittelalter dieses mittelalterliche italienische leben gewann zuletzt für wronski einen solchen reiz dass er sich sogar einen hut nach damaliger art anschaffte und einen überwurf nach damaliger sitte über der schulter trug was ihm sehr gut stand da leben wir nun hier und wissen von nichts sagte wronski einmal zu galenischew der am vormittag zu ihm kam hast du michailovs bild gesehen fragte er ihn indem er ihm eine soeben am morgen eingetroffene russische zeitung reichte und auf einen aufsatz über einen russischen maler zeigte der in der gleichen stadt lebte und ein gemälde fast vollendet hatte das schon lange allerlei umlaufende gerüchte veranlasst und schon im voraus einen käufer gefunden hatte dieser aufsatz enthielt vorwürfe gegen die regierung und gegen die akademie weil sie einen so hervorragenden künstler ohne jede aufmunterung und unterstützung gelassen hätten ja ich habe es gesehen antwortete galenischew versteht sich es mangelt ihm nicht an talent aber seine richtung ist völlig verkehrt immer die iwanow strauß renansche stellungnahme zur christusgestalt und zur religiösen malerei was stellt denn das bild dar fragte anna christus von pilatus christus ist als jude dargestellt mit dem ganzen realismus der neuen schule und nun begann gelinischew der durch die frage nach dem gegenstand des gemäldes auf eines seiner lieblingsgebiete gebracht war seine ansicht darzulegen ich begreife gar nicht wie die leute einen so groben missgriff begehen können christus hat doch bereits seine ein für allemal feststehende verkörperung in den kunstwerken der großen alten meister gefunden folglich wenn diese leute nicht einen gott sondern einen revolutionär oder einen weisen darstellen wollen so mögen sie sich doch aus der geschichte sokrates oder franklin oder charlotte corday auswählen aber nur nicht christus sie wählen gerade die persönlichkeit die sie bei ihrer richtung im interesse der kunst nicht wählen dürften und dann ist denn das wahr dass dieser michailow in solcher armut lebt fragte wronski der sich sagte dass er als russischer mäzen den künstler unterstützen müsse ob nun das bild gut oder schlecht sei ich kann es mir kaum denken er ist ein vorzüglicher bildnismaler haben sie sein bildnis der frau wassilchikova gesehen aber er mag wie es scheint keine bildnisse mehr malen und daher könnte es schon möglich sein dass er sich wirklich in not befindet ich wollte also sagen könnte man ihn nicht bitten anna arkadjevnas bildnis zu malen fragte wronski warum denn gerade mein bildnis fragte anna nachdem das du malst mag ich kein anderes bild mehr haben lass ihn doch lieber annie malen so nannte sie ihr töchterchen da ist sie gerade fügte sie hinzu als sie bei einem blick durch das fenster die schöne italienische amme gewahr wurde die das kind in den garten trug und blickte sofort verstohlen auf wronski diese schöne amme deren kopf wronski für ein bild benutzte an dem er malte war der einzige geheime kummer in annas dasein wronski betrachtete während er sie malte voll bewunderung ihre schönheit und ihre mittelalterliche erscheinung und anna mochte sich nicht eingestehen daß sie nahe daran war auf diese amme eifersüchtig zu werden sie behandelte sie daher mit besonderer freundlichkeit und verwöhnte sowohl sie wie deren söhnchen wronski warf gleichfalls einen blick durch das fenster und sah dann anna in die augen sofort aber wandte er sich wieder zu galenischtschew und sagte kennst du diesen michailow ich bin einige male mit ihm zusammengetroffen aber er ist ein wunderlicher kauz und ohne alle erziehung weißt du einer von diesen kulturlosen modernen menschen wie man ihnen jetzt häufiger begegnet weißt du einer von jenen freidenkern die von klein auf in den begriffen des unglaubens der verneinung und des materialismus erzogen sind die freidenker der früheren zeit redete galenischtschew weiter ohne zu bemerken oder ohne bemerken zu wollen dass sowohl anna wie auch wronski etwas zu sagen wünschten das waren leute die in den begriffen der religion des gesetzes der moral aufgewachsen und erst durch eigenes ringen und eigene arbeit zur freidenkerei gelangt waren heute aber erscheint ein neuer typ von freidenkern solche die es gleich von geburt an sind die aufwachsen ohne auch nur jemals etwas davon gehört zu haben dass es gesetze der moral und religion und so etwas wie autorität gegeben hat sondern ohne weiteres in der idee von der verneinung aller ordnung heran wachsen das heißt wie wilde von der sorte ist er ich glaube er ist der sohn eines moskauer oberkellners und hat gar keine erziehung genossen als er auf die akademie gekommen war und sich schon einigen ruhm erworben hatte wollte er wie er denn kein dummer mensch ist sich auch eine gewisse bildung aneignen und so wandte er sich denn zu dem was er für den quell der bildung hielt zu den zeitschriften bitte zu beachten in älterer zeit hätte jemand der etwas für seine bildung tun wollte sagen wir einmal ein franzose sich an das studium der hervorragenden schriftsteller gemacht der theologen der tragiker der historiker der philosophen und bitte zu beachten er hätte dabei ein tüchtiges maß geistiger arbeit zu leisten gehabt aber jetzt bei uns in russland stürzte er sich ohne weiteres in die alles verneinende literatur hinein machte sich mit großer leichtigkeit den gesamtextrakt der alles verneinenden wissenschaft zu eigen und war nun fertig und damit nicht genug vor zwanzig jahren hätte er in dieser literatur die anzeichen eines kampfes mit den autoritäten mit den jahrhunderte alten anschauungen gefunden er hätte aus diesem kampfe ersehen dass vorher etwas anderes vorhanden war jetzt aber geriet er geriet er geradeswegs in eine literatur hinein in der die alten anschauungen nicht einmal der bekämpfung gewürdigt werden sondern einfach erklärt wird keine voraussetzungen gelten evolution auslese kampf ums dasein damit fertig ich habe in meiner abhandlung wissen sie was sagte anna die schon lange verstohlen mit wronski blicke gewechselt hatte und wußte dass er sich für den bildungsgang dieses künstlers gar nicht interessierte sondern dass ihn nur der gedanke beschäftigte ihm zu helfen und ein bildnis bei ihm zu bestellen wissen sie was unterbrach sie entschlossen den schriftsteller der in seinem eifer kein ende finden konnte wir wollen ihm einen besuch machen galinischte merkte dass er zu eifrig geworden war brach ab und erklärte sich gern einverstanden da der künstler in einem entfernten stadtteil wohnte so entschieden sie sich dafür einen wagen zu nehmen eine stunde darauf fuhren sie anna neben galinischtev wronski auf dem vordersitze des wagens bei einem neuen unschönen hause in jenem entlegenen stadtteil vor von der frau des hauswartes die herauskam erfuhren sie michailoff pflege den besuch seines ateliers zu gestatten befinde sich aber augenblicklich gerade in seiner nur ein paar schritte davon gelegenen wohnung sie schickten sie daher mit ihren besucherkarten zu ihm und ließen um die erlaubnis bitten seine bilder betrachten zu dürfen 10 der maler michailoff war wie immer bei der arbeit als ihm die karten des grafen wronski und galinischtevs überbracht wurden den vormittag über hatte er in seinem atelier an einem großen gemälde gearbeitet nach hause zurückgekehrt hatte er sich über seine frau geärgert weil sie nicht verstanden hatte die hauswirtin die durchaus geld hatte haben wollen richtig zu behandeln 20 mal habe ich dir schon gesagt lass dich auf keine auseinandersetzungen ein du bist so schon dumm genug aber wenn du nun gar anfängst auf italienisch zu debattieren so nimmst du dich noch dreimal dümmer aus sagte er nach einem längeren gezänk zu ihr dann sorge du dafür dass in unserer kasse nicht immer ebbe ist ich bin nicht schuld wenn ich geld hätte um gottes willen lass mich in ruhe schrie michailoff es war seiner stimme anzuhören daß ihm die tränen ganz nahe waren sich die ohren zuhaltend lief er in sein arbeitszimmer das vom wohnzimmer nur durch eine dünne zwischenwand getrennt war und machte die tür hinter sich zu so ein einfältiges frauenzimmer murmelte er vor sich hin setzte sich an den tisch schlug eine mappe auf und begann sofort mit ganz besonderem eifer an einer angefangenen zeichnung weiter zu arbeiten niemals arbeitete er mit größerem eifer und erfolg als wenn es ihm in materieller hinsicht schlecht ging und namentlich wenn er sich mit seiner frau gezankt hatte ach man möchte am liebsten davonlaufen dachte er während er weiter arbeitete er zeichnete eine skizze für die gestalt eines mannes der einen wutanfall hat eine solche skizze hatte er schon früher hergestellt gehabt war aber mit ihr nicht zufrieden gewesen nein die erste war doch besser wo mag sie nur geblieben sein er ging wieder in das zimmer in dem seine frau war und fragte ohne sie anzusehen mit finsterem gesicht sein ältestes töchterchen wo das blatt papier sei das er ihnen gegeben habe das blatt mit der verworfenen skizze fand sich wirklich noch vor war aber beschmutzt und mit stearin betröpfelt trotzdem nahm er die skizze mit in sein arbeitszimmer legte sie vor sich auf den tisch und betrachtete sie indem er sich etwas davon entfernte und die augen zusammen kniff auf einmal lächelte er und schwenkte vergnügt die arme so muss es sein so ist es richtig sprach er vor sich hin ergriff sofort einen bleistift und begann hastig zu zeichnen der stearinfleck hatte dem mann eine neue pose gegeben er zeichnete diese neue pose und auf einmal fiel ihm das energische durch das vorstehende kinn besonders auffällige gesicht des händlers ein von dem er seine zigarren kaufte und eben dieses gesicht und kinn gab er nun seinem manne auf der zeichnung er lachte vor freude laut auf der kopf war plötzlich von einem toten gekünstelten zu einem lebendigen geworden der so gut gelungen war dass nichts mehr daran geändert zu werden brauchte dieser kopf hatte leben und war in klarer zweifelloser weise charakterisiert man konnte ja die übrige figur noch den anforderungen dieses kopfes entsprechend verbessern man konnte und musste sogar die beine anders auseinander rücken die haltung des linken armes völlig verändern das haar nach hinten zurückwerfen aber wenn er diese verbesserungen vornahm so änderte er dadurch die gestalt nicht sondern er beseitigte nur das wodurch sie verborgen wurde er nahm gleichsam hüllen von ihr herunter die ihre volle sichtbarkeit beeinträchtigt hatten jeder neue bleistiftstrich ließ die ganze gestalt nur noch mehr in ihrer vollen energischen kraft hervortreten so wie sie ihm plötzlich durch den stearin fleck erschienen war er war eben dabei die zeichnung vorsichtig zu beenden als ihm die besuchskarten überbracht wurden ich komme sofort er ging ins andere zimmer zu seiner frau nun lass es gut sein sascha sei nicht mehr böse sagte er zu ihr mit einem schüchternen zärtlichen lächeln du hattest schuld ich hatte schuld ich werde alles in ordnung bringen und nachdem er sich so mit seiner frau versöhnt hatte zog er seinen olivenfarbenen überzieher mit dem samtkragen an setzte den hut auf und ging nach seinem atelier dass ihm die zeichnung so gut gelungen war hatte er schon wieder vergessen jetzt freute und erregte ihn nur der besuch seines ateliers durch diese vornehmen russen die in einem wagen angefahren gekommen waren über sein großes gemälde das auf seiner staffelei stand hatte er in der tiefe seiner seele sein bestimmtes urteil fertig dass ein solches bild noch nie jemand gemalt habe er glaubte gerade nicht dass sein bild besser sei als alle raphaelschen aber er war überzeugt dass das was er in seinem bilde hatte zum ausdruck bringen wollen noch nie von einem anderen ausgedrückt worden war das war seine feste überzeugung und diese überzeugung hatte er schon längst gehabt schon seit der zeit wo er sein bild angefangen hatte zu malen aber die urteile der leute von welcher art auch immer diese leute waren hatten für ihn trotzdem eine gewaltige wichtigkeit und erregten ihn bis auf den tiefsten grund seiner seele jede bemerkung selbst die unbedeutendste die zeigte dass die beurteiler auch nur einen kleinen teil von dem sahen was er selbst in diesem bilde sah machte auf ihn den allerstärksten eindruck er schrieb seinen beurteilern immer ein weit tieferes verständnis zu als er es selbst besaß und erwartete stets von ihnen etwas zu erfahren was er selbst an seinem bilde noch nicht gesehen hatte und oft meinte er wirklich in den kritiken der beschauer derartiges zu finden mit schnellen schritten näherte er sich dem hause in dem sich sein atelier befand und war trotz seiner aufregung überrascht von der weichen beleuchtung der gestalt annas die im schatten an der haustür stand auf galenischtschef hinhörte der ihr eifrig etwas auseinander setzte und gleichzeitig offenbar wünschte sich den herankommenden maler anzusehen er wurde sich selbst dessen gar nicht bewusst dass er bei der annäherung an die besucher diesen eindruck erfasste und gleichsam verschluckt hatte ebenso wie den vom kind des zigarrenhändlers und ihn da irgendwo verborgen hatte um ihn sobald es nötig sein würde wieder hervor zu holen die besucher die schon im voraus durch galenischtschefs mitteilungen über den maler enttäuscht worden waren sahen sich durch sein äußeres noch mehr enttäuscht von mittlerer größe stämmig mit seinem gezierten gang in seinem braunen hut dem olivenfarbenen überzieher und den engen weinkleidern während schon längst weite getragen wurden namentlich aber durch sein sehr gewöhnliches breites gesicht auf dem sich der ausdruck von schüchternheit mit dem gespreizter würde verband brachte bei michailov einen unangenehmen eindruck hervor bitte ergebenst sagte er indem er sich bemühte ein gleichgültiges gesicht zu machen trat in den hausflur holte einen schlüssel aus der tasche und schloss die tür auf ende von abschnitt 66 gelesen von eva k abschnitt 67 von anna karenina von lef nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil elf beim eintritt in das atelier richtete michailov noch einmal seinen blick auf seine gäste und notierte sich in seinem gedächtnis noch den ausdruck des wronskischen gesichtes besonders den der backenknochen obgleich sein künstlersinn unablässig weiterarbeitete und neues material sammelte und obgleich seine aufregung sich immer mehr steigerte je näher der augenblick der kritik über seine arbeit heranrückte bildete er sich dennoch aus kaum wahrnehmbaren merkmalen schnell und scharfsinnig ein urteil über diese drei persönlichkeiten jener da galenischtschew war ein hier ansässiger russe michailov erinnerte sich nicht wie der mann hieß auch nicht wo er ihn schon getroffen und worüber er mit ihm gesprochen hatte er erinnerte sich nur seines gesichtes wie er sich aller gesichter erinnerte die er jemals gesehen hatte aber er erinnerte sich auch dass er dieses gesicht in seinem gedächtnis in die gewaltig große abteilung der gesichter gelegt hatte die eine gewisse bedeutung vortäuschen in wahrheit aber ausdrucks leer sind das lange haar und die sehr offene stirn verliehen äußerlich diesem gesicht etwas bedeutsames und doch lag in ihm eigentlich weiter nichts als ein kleinlicher kindhafter unruhiger ausdruck der sich über dem schmalen nasensattel verdichtete wronski und frau karenina mussten nach mirailovs schlussfolgerungen vornehme reiche russen sein die wie alle diese reichen russen von kunst nichts verstanden sich aber als liebhaber und kritiker aufspielten sicherlich haben sie sich schon alle alten bilder angesehen und fahren jetzt bei den ateliers der neuzeitlichen maler umher bei den großmäuligen deutschen und den verrückten prärafaelitischen engländern und zu mir sind sie nur um der vollständigkeit der besichtigung willen gekommen dachte er er kannte sehr genau jene art der kunstliebhaber je klüger sie waren umso schlimmer die ateliers zeitgenössischer künstler nur deshalb zu besichtigen um ein recht zu haben zu der behauptung die kunst sei heruntergekommen und je mehr man die leistungen der modernen maler betrachte umso mehr komme man zu der erkenntnis dass doch die alten großen meister schlechterdings unerreicht geblieben seien auf alles dies war er auch bei diesen beiden besuchern gefasst alles dies las er auf ihren gesichtern er sah er aus der geringschätzigen gleichgültigkeit mit der sie untereinander sprachen und die gliederpuppen und büsten beschauten und zwanglos umhergingen während sie darauf warteten dass er das gemälde enthülle trotzdem empfand er während er seine studien umdrehte die vorhänge aufzog und das laken abnahm eine starke erregung umso mehr da obgleich nach seiner vorstellung alle vornehmen reichen russen esel und dummköpfe sein mußten doch wronski und namentlich anna ihm gefielen hier ist es gefällig sagte er indem er mit seinem gezierten gang zur seite trat und auf das gemälde wies es ist das verhör durch pilatus matthäus kapitel 27 bemerkte er erläuternd und fühlte daß ihm die lippen vor aufregung zu zittern begannen er trat beiseite und stellte sich hinter die beschauer die kurze zeit über während die besucher das gemälde schweigend betrachteten sah auch michailov es an und zwar mit gleichmütigem blick als ob er ein fremder wäre während dieser wenigen augenblicke war er im voraus des glaubens daß sie das maßgebendste gerechteste urteil abgeben würden gerade sie diese besucher die er noch eine minute vorher so sehr verachtet hatte vergessen hatte er alles was er früher über sein bild gedacht hatte die drei jahre über in denen er daran gemalt hatte vergessen all seine vorzüge die ihm als ganz zweifellos erschienen waren er betrachtete das bild jetzt mit ebenso gleichgültigen fremden blicken wie seine besucher und fand an ihm nichts gutes mehr er sah im vordergrund das ärgerliche gesicht des pilatus und das ruhige antlitz christi und im hintergrund die gestalten der untergebenen des pilatus und das gesicht des johannes der aufmerksam verfolgte was da vorging jede einzelne gestalt die nach so langem suchen nach so vielen irrtümern und verbesserungen sich mit ihrer besonderen charakterisierung in seinem geiste herausgebildet hatte jede einzelne gestalt die ihm so viel pein und so viel freude bereitet hatte und alle diese gestalten zusammen die er so oft um des gesamteindrucks willen ihren platz hatte wechseln lassen alle mit so vieler mühe erzielten schattierungen der farbe und der töne alles dies zusammen erschien ihm jetzt wo er es mit den augen seiner besucher sah als eine schon tausendmal wiederholte alltäglichkeit die figur die ihm die liebste und teuerste war die christus figur der mittelpunkt des gemäldes über die er als sie sich ihm einst offenbart hatte in höchste begeisterung geraten war sie hatte für ihn allen reiz verloren nun er das gemälde mit den augen fremder beschaute er sah eine gut gemalte eigentlich nicht einmal gut gemalte da er jetzt deutlich eine ganze menge von mängeln wahrnahm wiederholung jener zahllosen christusse von titian raffael und rubens eine wiederholung der nämlichen kriegsknechte und des nämlichen pilatus all das war so alltäglich armselig und veraltet und es war sogar schlecht gemalt bunt und schwächlich diese drei besucher sagte er sich werden ganz recht haben wenn sie in gegenwart des künstlers ein paar heuchlerisch höfliche phrasen hinreden und sobald sie unter sich allein sind ihn bedauern und sich über ihn lustig machen dieses schweigen obwohl es nicht länger als eine minute gedauert hatte wurde ihm gar zu drückend um es zu unterbrechen und zu zeigen dass er nicht aufgeregt sei tat er sich gewalt an und wandte sich zu galenischtschiff ich habe wohl schon einmal das vergnügen gehabt mit ihnen zusammen zu treffen sagte er blickte aber dabei unruhig bald zu anna bald zu wronski hin um sich keine veränderung ihres gesichtsausdruckes entgehen zu lassen gewiss wir haben uns bei rossi getroffen sie besinnen sich bei der abendgesellschaft wo dieses italienische fräulein die neue rachel vortrug antwortete kalenischtschiff in munterem ton er wandte seine augen ohne das geringste bedauern von dem gemälde weg und blickte den maler an als er jedoch bemerkte dass michail ein urteil über sein bild erwartete sagte er ihr bild ist sehr fortgeschritten seit ich es zum letzten male gesehen habe und wie damals so hat auch jetzt die figur des pilatus für mich etwas außerordentlich überraschendes so gewinnt man verständnis für diesen menschen einen ganz braven wackeren gesellen aber eingefleischten beamten der nicht weiß was er tut aber mir scheint michailows ganzes bewegliches gesicht strahlte plötzlich auf seine augen leuchteten er wollte etwas sagen aber er konnte vor aufregung nicht reden und stellte sich als ob er husten müsse wie gering er auch galenischtschiffs kunstverständnis einschätzte wie unbedeutend auch dessen richtige bemerkung über den wohlgetroffenen beamtencharakter im gesicht des pilatus an sich war wie verletzend es ihm auch sein konnte daß jener zuerst eine so geringfügige bemerkung aussprach und von wichtigeren dingen nichts sagte trotzdem war michailow von dieser bemerkung ganz entzückt er selbst dachte über die figur des pilatus genau dasselbe was galenischtschiff soeben gesagt hatte und der umstand daß diese beobachtung nur eine einzige unter vielen anderen beobachtungen war die wie michailow fest überzeugt war alle ebenso zutreffend sein würden dieser umstand verringerte in seinen augen den wert der bemerkung galenischtschiffs in keiner weise er fasste um dieser bemerkung willen eine neigung für galenischtschiff und ging aus seinem zustande der niedergeschlagenheit unvermittelt in den der glückseligkeit über sogleich gewann sein ganzes bild in seinen augen leben und ließ die ganze unsagbar kunstvolle organisation erkennen wie sie allem lebendigen eigen ist michailow setzte wieder dazu an zu sagen daß er den pilatus ganz ebenso aufgefasst habe aber seine zitternden lippen versagten ihm den dienst und er vermochte es nicht auszusprechen wronski und anna sagten ebenfalls etwas in jenem gedämpften ton in dem man gewöhnlich vor ausgestellten bildern zu sprechen pflegt teils um den künstler nicht zu verletzen teils um nicht laut eine dummheit zu sagen die einem ja bei gesprächen über kunst so leicht über die lippen kommen kann michailow hatte die empfindung daß sein bild auch auf sie eindruck gemacht habe er trat zu ihnen wie wundervoll der ausdruck des christus kopfes ist sagte anna von allem was sie sah gefiel ihr dieser ausdruck am meisten sie fühlte daß dies der eigentliche mittelpunkt des gemäldes sei und dieses lob daher dem künstler besonders angenehm sein müsse man sieht daß ihm pilatus leid tut dies war wieder eine von jenen unzähligen zutreffenden beobachtungen die man an seinem gemälde und besonders an der figur christi machen konnte die dame hatte gesagt pilatus tue christus leid in dem gesichtsausdruck christi muss ja auch der ausdruck des mitleids liegen weil in ihm der ausdruck der liebe liegt und der ausdruck einer himmlischen ruhe und der bereitschaft zum tode und des bewusstseins das weiteres reden nutzlos ist natürlich muß in diesem gesicht des pilatus der ausdruck der denkweise eines beamten liegen und in dem gesicht christi der ausdruck des mitleides da eben der eine die verkörperung des fleischlichen lebens ist der andere die verkörperung des geistigen lebens all diese und viele andere gedanken huschten michailov durch den kopf und wieder erstrahlte sein gesicht vor entzücken ja und wie diese gestalt ausgeführt ist wie viel luft zwischen ihr und den anderen figuren ist als könnte man um sie herumgehen sagte kalinischtschew der durch diese bemerkung offenbar zeigen wollte dass er mit dem geistigen gehalt und der idee dieser figur nicht sonderlich zufrieden sei ja eine erstaunliche meisterschaft bemerkte wronski wie sich diese gestalten vom hintergrunde abheben das nennt man technik fügte er zu kalinischtschew gewendet hinzu und spielte damit auf ein früheres gespräch zwischen ihnen beiden an bei dem wronski geäußert hatte er verzweifle daran sich eine gute technik zu eigen zu machen ja gewiß erstaunlich stimmten kalinischtschew und anna bei trotz der gehobenen stimmung in der sich michailov befand ließ diese bemerkung über die technik sein herz schmerzlich zusammenzucken ärgerlich blickte er wronski an und machte plötzlich ein sehr finsteres gesicht er hatte dieses wort technik oft gehört und schlechterdings nicht verstanden was die leute eigentlich damit sagen wollten er wußte dass sie unter diesem wort eine mechanische fähigkeit zu malen und zu zeichnen verstanden die von dem gegenstand des bildes ganz unabhängig ist oft hatte er wie auch bei dem jetzigen lob gemerkt dass die leute die technik dem inneren wert gegenüber stellten als ob es möglich wäre etwas an sich schlechtes gut zu malen er wußte dass viel aufmerksamkeit und vorsicht von nöten war um wenn man von dem vorschwebenden idealbilde die hüllen abnahm das kunstwerk selbst nicht zu beschädigen und um auch wirklich alle hüllen herunter zu bekommen aber das war eben die kunst des malens von technik war dabei gar nicht die rede wenn das was er mit dem geistigen auge sah sich ebenso einem kleinen kinde oder seiner köchin offenbarte so würden auch sie verstehen was sie gesehen hatten herauszuschälen aber andererseits würde der erfahrenste geschickteste techniker der malerei durch die bloße mechanische fähigkeit nicht imstande sein etwas zu malen wenn sich ihm nicht vorher der inhalt in klarer umgrenzung geoffenbart hätte außerdem war michailow sich bewusst dass wenn man nun einmal von technik reden wolle man gerade ihn in dieser hinsicht nicht loben könne in allem was er malte und gemalt hatte erkannte er mängel die ihm in den augen wehtaten mängel die von der unachtsamkeit her rührten mit der er die hüllen abgenommen hatte und die er jetzt nicht mehr verbessern konnte ohne das ganze kunstwerk zu verderben und auch bei diesem bilde sah er an fast allen gestalten und gesichtern reste nicht vollständig abgenommener hüllen die den wert des bildes minderten in einem punkte könnte man anderer ansicht sein wenn sie mir eine solche bemerkung gestatten wollen begann galenischtschew aber es freut mich sehr und ich bitte sie herzlich erwiderte michailow gezwungen lächelnd ich meine dass christus bei ihnen ein menschgott ist und nicht ein gottmensch übrigens weiß ich recht wohl dass sie das gerade beabsichtigt haben ich kann keinen christus malen der nicht in meiner seele vorhanden ist versetzte michailow mit finsterem gesichte ja aber in diesem falle wenn sie mir gestatten meinen gedanken auszusprechen ihr bild ist ja so vortrefflich dass meine bemerkung ihm keinen abbruch tun kann und dann ist das ja auch nur meine persönliche meinung bei ihnen ist der ganze vorgang ein anderer geworden das motiv selbst ist ein anderes aber nehmen wir meinetwegen iwanow als beispiel ich meine statt christus auf die stufe einer bloßen historischen persönlichkeit zu stellen hätte iwanow besser getan sich ein anderes historisches thema ein frisches unangerührtes auszusuchen aber wenn dies doch das erhabenste thema ist das sich der kunstdar bietet wenn man nur suchen will finden sich schon noch andere aber die sache ist die daß ein kunstwerk keinen streit und keine auseinandersetzungen vertragen kann und bei iwanows bild entsteht für den gläubigen und für den ungläubigen die frage ist das ein gott oder kein gott und dieser zweifel zerstört die einheitlichkeit der wirkung wieso erwiderte michaelow mir scheint dass für gebildete leute darüber kein streit mehr möglich ist galenischte stimmte diesem satze nicht zu und indem er an dem vorher von ihm ausgesprochenen gedanken von der für ein kunstwerk erforderlichen einheitlichkeit der wirkung festhielt schlug er michaelow aus dem felde michaelow geriet zwar in große erregung wusste aber zur verteidigung seiner anschauung nichts vorzubringen zwölf anna und wronski die die kluge gesprächigkeit ihres freundes bedauerten hatten schon lange miteinander blicke gewechselt endlich ging wronski ohne eine aufforderung des hausherrn abzuwarten zu einem anderen kleinen bilde hinüber ach wie reizend wie reizend wunderhübsch wie reizend riefen sie beide wie aus einem munde was hat ihnen denn da so gefallen dachte michaelow er hatte dieses bild das er vor drei jahren gemalt hatte ganz vergessen vergessen hatte er all die leiden und freuden die er mit diesem bilde durchgekostet hatte als es einige monate lang ihn tag und nacht ausschließlich und unaufhörlich beschäftigt hatte vergessen wie er stets seine bilder vergaß wenn sie fertig waren er mochte es nicht einmal mehr ansehen und hatte es nur ausgestellt weil er auf einen engländer wartete der lust bekäme es zu kaufen das ist weiter nichts besonderes eine ältere studie sagte er wie schön rief offenbar aufrichtig galenischtschew der sich gleichfalls dem reiz dieses bildes nicht entziehen konnte zwei knaben angelten im schatten einer weide der eine ältere hatte gerade die angel ausgeworfen und führte den schwimmer behutsam aus dem gebüsch heraus eine beschäftigung die alle seine gedanken in anspruch nahm der andere jüngere lag im grase stützte sich auf die ellbogen hielt den kopf mit dem wirren blonden haar in beiden händen und blickte mit den träumerischen blauen augen auf das wasser woran mochte er denken das entzücken der besucher über dieses bild ließ in michailovs seele die ehemalige erregung wieder aufleben aber er hatte eine art von furcht und widerwillen gegen solche zwecklosen gefühle die sich auf vergangenes bezogen und suchte daher so angenehm ihm auch diese lobeserhebungen waren seine besucher davon abzulenken und zu einem dritten bilde zu führen aber wronski fragte ihn ob das bild nicht verkäuflich sei für michailov der durch die gespräche mit seinen besuchern erregt war hatte es jetzt etwas sehr peinliches über ein geldgeschäft zu reden es ist zum verkauf ausgestellt erwiderte er mit mürrischer verdrossener miene sobald die besucher sich entfernt hatten setzte michailov sich vor sein bild pilatus und christus hin und wiederholte in seinem geiste was diese besucher gesagt und ohne es auszusprechen mit hin zugedacht hatten und merkwürdig das was ihm so gewichtig erschienen war solange sie anwesend waren und er sich in gedanken auf ihren standpunkt versetzte das hatte jetzt auf einmal für ihn alle bedeutung verloren er prüfte nun sein gemälde mit seiner ganzen vollen künstlerischen urteilskraft und gelangte zu jener überzeugung von der vollkommenheit und somit auch bedeutsamkeit seines bildes deren er für die alle anderen gedanken ausschließende geistige spannung bedurfte die bei ihm eine unerlässliche voraussetzung erfolgreichen arbeitens war der eine fuß christi der in verkürzung gezeichnet war wollte ihm immer noch nicht richtig erscheinen er griff zur palette und machte sich an die arbeit während er den fuß verbesserte betrachtete er unaufhörlich die figur des johannes im hintergrunde die die besucher gar nicht beachtet hatten und die doch nach seiner überzeugung den gipfel der vollkommenheit darstellen nachdem er mit dem fuße fertig war wollte er auch diese figur noch vornehmen aber er fühlte sich doch zu aufgeregt dazu er war gleichermaßen unfähig zu arbeiten wenn er sich in kühler stimmung befand und wenn er gar zu weich war und alles was er sah ihn zu sehr ergriff auf dieser stufenleiter zwischen kälte und ekstase gab es nur eine einzige stufe auf der ihm das arbeiten möglich war augenblicklich aber war er zu aufgeregt er wollte das bild wieder verhüllen hielt aber inne und betrachtete das laken in der hand haltend mit glückseligem lächeln lange die figur des johannes endlich riss er sich wie mit einem gefühl der trauer von ihr los ließ das laken darüber fallen und ging müde aber glücklich nach seiner wohnung wronski anna und galenischtschew waren auf dem heimweg besonders lebhaft und heiter sie sprachen von michailov und seinen bildern das wort talent unter dem sie eine angeborene beinahe körperliche von verstand und herz unabhängige fähigkeit verstanden und mit dem sie alles das bezeichnen wollten was das geistige leben eines künstlers ausmacht kam in ihrem gespräch besonders häufig vor da es ihnen unentbehrlich war zur bezeichnung von etwas wovon sie keinen begriff hatten und doch reden wollten sie sagten talent lasse sich ihm nicht absprechen aber sein talent habe sich infolge des mangels an bildung nicht recht entwickeln können das gemeinsame unglück unserer russischen künstler aber das bild mit den knaben war in ihrem gedächtnis haften geblieben und immer wieder kamen sie im gespräch darauf zurück wie reizend wie gut ihm das gelungen ist und wie schlicht und natürlich er hat selbst gar kein verständnis dafür wie schön es ist ja das dürfen wir uns nicht entgehen lassen das müssen wir kaufen sagte wronski michailov hatte sein bild an wronski verkauft und sich bereit erklärt annas bildnis zu malen am festgesetzten tage kam er und begann mit der arbeit das bildnis überraschte von der fünften sitzung an alle und namentlich wronski nicht nur durch seine ähnlichkeit sondern auch durch die eigenartige schönheit es war merkwürdig wie michailov jene eigenartige schönheit annas hatte herausfinden können eigentlich muss man sie so kennen und lieben wie ich sie geliebt habe um diesen so liebreizenden seelischen ausdruck an ihr zu entdecken dachte wronski obgleich er erst aus diesem bildnis diesen ihren liebreizenden seelischen ausdruck kennen gelernt hatte aber dieser ausdruck war so lebenswahr dass wronski und andere die empfindung hatten als hätten sie ihn schon längst an anna selbst gekannt wie lange mühe ich mich schon ab und habe nichts zustande gebracht sagte er mit bezug auf das von ihm selbst gemalte bildnis und dieser mensch sieht sie an und malt sie hin da sieht man den wert der technik das kommt schon noch tröstete ihn galenisch nach dessen vorstellung wronski talent und als besonders wichtiges erfordernis den bildungsgrad besaß der allein eine kunstanschauung von höherem standpunkte aus ermöglicht galenischivs überzeugung von wronskis talent wurde dadurch noch verstärkt daß er für seine abhandlungen und ideen wronskis anteilnahme und lob nötig hatte und fühlte daß lob und unterstützung gegenseitig sein müßten in einem fremden hause und besonders in dem palazzo bei wronski war michailov ein ganz anderer mensch als bei sich in seinem atelier er benahm sich mit einer art von feindseliger ehrerbietung als fürchte er eine annäherung an leute die er nicht achten könne er redete wronski immer euer erlaucht an blieb trotz aller einladungen annas und wronskis nie zum mittagessen da und kam nie außerhalb der sitzungen zu ihnen anna zeigte sich ihm gegenüber noch freundlicher als gegen andere und war ihm für ihr bildnis aufrichtig dankbar wronski behandelte ihn mit außerordentlicher höflichkeit und hätte offenbar gern den künstler dazu veranlasst über seine dilettantenleistungen ein urteil abzugeben galenischiv ließ keine gelegenheit vorübergehen um michailov zu richtigeren anschauungen über die kunst hinzuleiten aber michailov blieb gegen alle drei gleich kühl anna fühlte an seinem blick dass er sie gern ansah aber er vermied es sich mit ihr in ein gespräch einzulassen wenn wronski von seinen malversuchen zu reden anfing so schwieg er hartnäckig und ebenso hartnäckig schwieg er wenn ihm ein von wronski gemaltes bild gezeigt wurde galenischivs auseinandersetzungen waren ihm offenbar lästig und er erwiderte ihm nichts darauf überhaupt missfiel ihnen michailov als sie ihn näher kennen lernten mit seinem zurückhaltenden unfreundlichen beinahe feindlichen wesen recht sehr und sie waren froh als die sitzungen zu ende waren das schöne bildnis in ihren händen blieb und er nicht mehr zu ihnen kam galenischiv war der erste der einen gedanken aussprach der ihnen schon allen durch den kopf gegangen war nämlich dass michailov einfach auf wronski neidisch sei und gesetzt auch dass er dich nicht beneidet da es ihm ja an talent nicht mangelt so ärgert er sich doch jedenfalls darüber dass ein reicher hoffähiger mann noch dazu ein graf auf die höheren stände haben diese leute ja alle einen ingrim ohne besondere mühe dasselbe wenn nicht besseres leiste wie er der dieser tätigkeit sein ganzes leben gewidmet hat aber die hauptsache bleibt doch immer die bildung und darin fehlt es ihm wronski nahm michailov in schutz aber im grunde seines herzens glaubte er es selbst weil nach seiner anschauung jemand der einer anderen niedrigeren schicht angehörte notwendigerweise neidisch sein musste die beiden bildnisse von anna hätten da es sich um ein und denselben gegenstand handelte und dieser sowohl von ihm wie von michailov nach der natur gemalt war ihm den unterschied zeigen müssen der zwischen seiner und michailovs kunst bestand aber er sah diesen unterschied nicht nur nachdem michailov anna gemalt hatte hörte er auf an seinem eigenen bildnis von anna zu malen in dem er erklärte das sei nun nicht mehr nötig aber an seinem bilde aus dem mittelalterlichen leben arbeitete er weiter und er selbst auch galenischtschew namentlich aber anna fanden daß dieses bild sehr gut wurde weil es mit berühmten kunstwerken weit mehr ähnlichkeit hatte als jenes große gemälde michailovs inzwischen war michailov obwohl es ihm eine überaus reizvolle aufgabe gewesen war anna zu malen noch froher als seine gönner als die sitzungen aufhörten und er galenischtschews gerede über kunst nicht mehr anzuhören und an wronskis malerei nicht mehr zu denken brauchte er wußte daß man wronski nicht verbieten könne zu seinem vergnügen zu malen er wußte daß dieser und alle kunstliebhaber berechtigt waren zu malen was ihnen nur beliebte aber trotzdem hatte er eine unangenehme empfindung dabei man kann jemandem nicht verbieten sich eine große wachspuppe zu machen und sie zu küssen aber wenn dieser mensch mit seiner puppe ankäme und sich vor einen verliebten hinsetzte und nun anfinge seine puppe so zu liebkosen wie der verliebte sein geliebtes mädchen liebkost so würde das dem verliebten widerwärtig sein dieselbe unangenehme empfindung hatte michailov beim anblick von wronskis malerei es war ihm lächerlich und er ärgerte sich und er hatte mitleid und er fühlte sich verletzt wronskis begeisterung für die malerei und das mittelalter dauerte nicht lange er besaß doch so viel geschmack für malerei daß er es nicht über sich brachte sein bild fertig zu malen es blieb unvollendet stehen er hatte die dunkle empfindung daß seine mängel die jetzt beim anfang der arbeit sich nur wenig spürbar machten immer stärker hervortreten würden wenn er in der arbeit fortführe es ging ihm ähnlich wie galenischtschew der auch fühlte daß er der welt nichts bedeutendes mitzuteilen habe und sich beständig selbst vorredete seine idee sei noch nicht ausgereift er müsse sie noch austragen müsse material sammeln aber während galenischtschew im gefühl seiner geringen leistungsfähigkeit sich abquälte und verbittert wurde war es bei wronski nach seinem ganzen wesen unmöglich daß er sich selbst zu täuschen gesucht oder sich abgequält hätte oder gar verbittert geworden wäre mit der ihm eigenen entschiedenheit des charakters hörte er ohne ein wort der erklärung oder der rechtfertigung auf sich mit der malerei zu beschäftigen aber ohne diese beschäftigung erschien wohl ihm wie auch anna die über seinen verzicht erstaunt war das leben in dieser italienischen stadt so langweilig der palazzo war auf einmal so augenfällig alt und schmutzig geworden die flecken auf den gardinen die spalten in den fußböden die abgestoßenen stellen im stück der karnise sahen so widerwärtig aus dieser ewige galenischtschew dieser ewige italienische professor und diese ewigen deutschen reisenden waren ihnen so langweilig geworden daß eine änderung ihrer lebensweise ein ding der notwendigkeit wurde sie beschlossen nach russland zu fahren aufs land in petersburg beabsichtigte wronski die erbteilung mit seinem bruder vorzunehmen und anna ihren sohn wiederzusehen den sommer aber wollten sie auf wronskis großem familiengut verleben ende von abschnitt 67 gelesen von eva k abschnitt 68 von anna karenina von lev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil 14 levin war nun fast drei monate verheiratet er war glücklich aber in ganz anderer weise als er es erwartet hatte auf schritt und tritt begegnete ihm bald eine enttäuschung gegenüber seinen früheren träumereien bald ein neues unerwartetes entzücken er war glücklich aber nachdem er jetzt in das eheleben eingetreten war sah er in all und jeder hinsicht wie ganz anders es beschaffen war als er es sich vorgestellt hatte er hatte fortwährend die empfindung wie jemand der sich von weitem an dem anblick eines sanft und glücklich dahinfahrenden kahnes ergötzt hat nun selbst in diesen kahn eingestiegen ist da sieht er denn daß es keineswegs genügt still und ohne zu schaukeln da zu sitzen sondern daß er auch den umständen gemäß selbst handeln muß daß er keinen augenblick des zieles seiner fahrt uneingedenk sein darf und daß sich unter seinen füßen wasser befindet und daß er rudern muß und daß das ungewohnten händen weh tut und daß das zwar sehr leicht anzusehen aber wenn es auch sehr viel freude macht doch recht schwer zu tun ist oft wenn er als junggeselle auf das eheleben anderer leute hingeblickt hatte auf die kleinlichen sorgen die streitigkeiten die eifersüchte leihen dann hatte er im stillen nur geringschätzig gelächelt in seinem eigenen künftigen eheleben konnte seiner festen überzeugung nach nichts derartiges vorkommen ja er war der meinung gewesen auch die gesamten äußeren formen des ehelebens würden bei ihm mit notwendigkeit in allen stücken ganz anders sein und stattdessen gestaltete sich nun sein eigenes zusammenleben mit seiner frau zu seiner überraschung ganz und gar nicht in irgendwelcher besonderen weise im gegenteil sein ganzes eheleben setzte sich aus denselben nichtigen kleinigkeiten zusammen die er früher so gering geschätzt hatte die aber jetzt ganz gegen seinen willen eine außerordentliche unbestreitbare bedeutung erlangt hatten und levin sah dass die richtige erledigung aller dieser kleinigkeiten durchaus nicht so leicht war wie er sich das gedacht hatte obgleich er gemeint hatte die zutreffendsten begriffe vom eheleben zu haben hatte er sich wie alle männer die vorstellung gemacht dieses bestehe lediglich darin dass man sich dem genusse seiner liebe hingebe den nichts beeinträchtigen dürfe und von dem man sich durch kleinliche sorgen nicht dürfe ablenken lassen er würde so hatte er sich das ausgemalt zuerst seine arbeit verrichten und sich dann in den armen der liebe davon erholen seine gattin aber würde nur die eine aufgabe haben sich lieben zu lassen aber wie alle männer hatte er vergessen dass auch sie werde arbeiten müssen und er war ganz erstaunt dass sie diese poetische reizende kitty gleich in den ersten wochen ja gleich in den ersten tagen ihres ehelebens es fertig brachte an tischtücher an möbel an matratzen für die fremden stuben an ein präsentierbrett an den koch an das mittagessen und ähnliche dinge zu denken und all so etwas zu überlegen und zu besorgen schon als er noch bräutigam war hatte ihn die bestimmtheit überrascht mit der sie eine reise ins ausland ablehnte und sich dafür aussprach gleich nach dem gute über zu siedeln als wüsste sie schon bescheid was nötig sei wie hatte sie nur außer an ihre liebe auch noch an andere dinge denken können das hatte ihn damals gekränkt und auch jetzt verletzte sie ihn manchmal durch ihre kleinlichen sorgen und geschäfte aber er sah dass ihr das ein herzensbedürfnis war und obwohl er nicht recht verstand wozu diese eifrige tätigkeit nötig und nütze sei und sich darüber lustig machte so konnte er doch da er seine frau liebte nicht umhin auf ihre tätigkeit mit freude und bewunderung zu blicken er machte sich darüber lustig wie eifrig sie die aus moskau mitgebrachten möbel aufstellte wie sie ihr zimmer und das seinige neu einrichtete wie sie die gardinen aufhängte wie sie die künftigen fremden zimmer und das zimmer für dolly zurecht machte wie sie für ihre kammerjungfer eine stube ausstattete wie sie dem alten koch anweisungen für das mittagessen gab und wie sie sich in längere auseinandersetzungen mit agafia michailovna einließ der sie die verwaltung der vorratskammer abnehmen wollte er sah dass der alte koch lächelte und sie mit wohlgefallen betrachtete während er ihre ungeschickten unmöglichen befehle anhörte er sah dass agafia michailovna über die neuen anordnungen der jungen herrin wegen der vorratskammer bedenklich und freundlich den kopf schüttelte er sah dass kitty ganz allerliebst war wenn sie lachend und weinend zu ihm kam um sich darüber zu beklagen dass die kammerjungfer mascha immer noch gewohnt sei sie als das junge fräulein zu betrachten und ihr daher niemand recht folgen wolle all das schien ihm so lieb und nett aber doch wunderlich und er meinte dass es ohne diese materiellen dinge schöner sein würde er konnte ihr nicht recht nachfühlen was sie bei dieser veränderung ihrer lebensstellung empfand dass sie früher zu hause manchmal appetit auf kohl mit quas oder auf konfekt gehabt hatte und sich weder das eine noch das andere hatte beschaffen können jetzt aber in der lage war sich konfekt haufenweise zu kaufen und geld auszugeben so viel sie wollte und sich pasteten und was sie sonst nur von speisen wünschte machen zu lassen sie dachte jetzt mit lebhafter freude an die bevorstehende ankunft dollys mit den kindern namentlich weil sie jedem der kinder seine lieblingssorte kuchen backen lassen wollte und weil sie hoffte dolly würde ihre ganze neue hauseinrichtung bewundern sie wusste selbst nicht woher es kam und wozu es nötig war aber die hauswirtschaft hatte für sie eine unwiderstehliche anziehungskraft da sie instinktiv das herannahmen des frühlings fühlte und wusste dass auch garstige regentage nicht ausbleiben würden so baute sie ihr nest so gut sie es verstand und hatte es eilig gleichzeitig zu bauen und zu lernen wie sie es machen müsste kittys geschäftigkeit um solche kleinlichen dinge die zu lewins idealer vorstellung von dem überirdischen glück der ersten ehezeit in so starkem gegensatze stand war eine der enttäuschungen die er erlebte und zugleich gewährte ihm diese allerliebste geschäftigkeit deren sinn und zweck er nicht begriff die er aber nicht umhin konnte mit herzlichem vergnügen zu beobachten eine neue entzückende freude eine andere enttäuschung und freude waren die streitigkeiten lewin hatte sich nie vorstellen können dass zwischen ihm und seiner frau ein anderer ton des verkehrs als ein durchaus zärtlicher achtungsvoller liebevoller möglich sei und nun hatten sie sich gleich in den ersten tagen so arg gezankt dass sie ihm gesagt hatte er liebe sie nicht er liebe nur sich allein und unter verzweifeltem händeringen in tränen ausgebrochen war dieser erste streit war daher entstanden dass lewin nach dem neuen vorwerk geritten und eine halbe stunde länger vom hause weggeblieben war er hatte heimwärts einen näheren weg reiten wollen und sich dabei verirrt auf dem heimwege dachte er nur an sie an ihre liebe an sein glück und je näher er seinem hause kam umso heißer wurde seine zärtliche sehnsucht nach ihr er stürmte zu ihr ins zimmer mit ebenso feuriger ja mit noch feurigerer empfindung als damals da er in das scherbatskische haus gekommen war um ihr einen antrag zu machen und ganz unerwartet begegnete er einer finsteren mine wie er sie noch nie an ihr gesehen hatte er wollte sie küssen aber sie stieß ihn zurück was hast du du bist ja sehr vergnügt begann sie indem sie sich mühe gab in ruhigem bitterem tone zu sprechen aber kaum hatte sie den mund geöffnet als auch die worte wie ein gehemmter strom hervorbrachen vorwürfe sinnloser eifersucht und all die törichten gedanken von denen sie diese halbe stunde lang gepeinigt worden war während sie ohne sich zu rühren am fenster gesessen hatte erst jetzt verstand er zum ersten male klar was er damals noch nicht verstanden hatte als er sie nach der trauung aus der kirche führte er verstand dass sie ihm nicht nur nahe stand sondern dass er jetzt nicht mehr wusste wo sie aufhörte und er anfing er erkannte dies an dem schmerzlichen gefühl das er in diesem augenblick empfand einem gefühl als ob er in zwei teile geteilt würde im ersten augenblick fühlte er sich gekränkt aber in der gleichen sekunde fühlte er auch dass sie ihn gar nicht kränken könne da sie und er dieselbe person seien er hatte im ersten augenblick eine empfindung wie wenn jemand plötzlich von hinten einen heftigen stoß erhält sich zornig und rachbegierig umdreht um den schuldigen zu entdecken und sich nun überzeugt dass er sich selbst unversehens gestoßen hat dass er auf niemand zornig zu sein anlass hat und den schmerz eben ertragen und nach möglichkeit lindern muss in späteren jahren empfand er all das nie wieder mit solcher stärke aber dieses erste mal war der schmerz so heftig dass lewin lange zeit seine fassung nicht wiedergewinnen konnte ein natürliches gefühl verlangte von ihm dass er sich rechtfertige und er ihr unrecht nachweise aber er sagte sich wenn er das täte so würde er sie dadurch nur noch mehr reizen und den riss der die ursache des ganzen kummers war nur noch vergrößern ein gefühl das ihm durch die gewohnheit geläufig war trieb ihn die schuld von sich abzuweisen und ihr zuzuschieben aber ein anderes gefühl stärker als jenes riet ihm den eingetretenen riss schnell so schnell wie nur möglich wieder auszubessern und ihm keine zeit zu lassen sich noch zu erweitern eine so ungerechte beschuldigung auf sich sitzen zu lassen war ja schmerzlich aber kitty durch eine rechtfertigung weh zu tun das war noch schlimmer wie jemand der im halbschlaf einen quälenden schmerz fühlt so wollte er das was den schmerz verursachte von sich losreißen und wegschleudern und merkte zur besinnung kommend dass das was den schmerz verursachte ein teil seines eigenen selbst war die aufgabe konnte nur darin bestehen dem kranken teile beim überstehen des schmerzes behilflich zu sein und er bemühte sich dies zu tun sie versöhnten sich kitty die ihre schuld eingesehen hatte wenn sie sie auch nicht zugestand wurde noch zärtlicher gegen ihn und beide empfanden ihr liebes glück doppelt aber das verhinderte nicht dass sich derartige zusammenstöße wiederholten und sogar recht oft und bei den unerwartetsten und nichtigsten anlässen diese zusammenstöße kamen oft daher dass sie beiderseits noch nicht wussten was dem anderen herzenssache war oft aber auch daher dass sie beide in dieser ersten zeit häufig schlechter laune waren war der eine von ihnen gut gelaunt und der andere schlecht gelaunt so wurde der friede nicht gestört aber wenn zufällig beide missgestimmt waren so gingen zusammenstöße aus so unbegreiflich nichtigen ursachen hervor dass sie sich nachher gar nicht mehr erinnern konnten warum sie eigentlich miteinander gestritten hatten freilich war andererseits wenn sich beide in guter stimmung befanden ihre freude am leben auch wieder doppelt aber doch war diese erste zeit für sie beide recht schwer während der ganzen ersten zeit machte sich eine art von spannung lebhaft fühlbar als ob die kette durch die sie verknüpft waren bald nach der einen bald nach der anderen seite gezogen würde überhaupt war dieser honigmond das heißt der erste monat nach der hochzeit von dem aufgrund der überlieferten anschauung lewin so viel erwartet hatte keineswegs honigsüß sondern er blieb in der erinnerung der beiden gatten als die schwerste beschämendste zeit ihres lebens haften beide bemühten sich in gleicher weise im späteren leben all die hässlichen beschämenden vorfälle dieser krankhaften zeitspanne in der sie beide sich selten in normaler stimmung befunden hatten und selten sie selbst gewesen waren aus ihrem gedächtnisse auszulöschen erst im dritten monat ihrer ehe nach ihrer rückkehr aus moskau wohin sie zu einmonatigem aufenthalt gereist waren gestaltete sich ihr leben gleichmäßiger 15 sie waren eben erst aus moskau zurückgekommen und freuten sich der stille und einsamkeit auf dem gute er saß in seinem arbeitszimmer am schreibtisch und schrieb sie ihrerseits saß in jenem dunkellila kleid das sie in den ersten tagen der ehe getragen und nun einmal wieder angezogen hatte und das ihm besonders denkwürdig und teuer war auf dem sofa jenem altmodischen ledersofa das immer schon zur zeit von jewins großvater und vater in diesem zimmer gestanden hatte und stickte an einer handarbeit er überlegte und schrieb und blieb sich dabei unaufhörlich mit innigem vergnügen ihrer gegenwart bewusst seine beschäftigung mit der gutswirtschaft und mit dem buche in dem er die grundlagen eines neuen systems der landwirtschaft vortragen wollte hatte er nicht aufgegeben aber wie ihm früher diese tätigkeit und diese ideen kleinlich und nichtig erschienen waren im vergleich mit der finsternis die sich über das ganze leben ausbreitet ebenso unwichtig und kleinlich kamen sie ihm jetzt vor gegenüber dem hellen glanze des glücks der über das ganze ihm noch bevorstehende leben ausgegossen lag er setzte seine beschäftigungen fort aber er fühlte jetzt dass der schwerpunkt seiner neigung nun an einer anderen stelle lag und dass er infolgedessen für die sache eine ganz andere klarere anschauung gewonnen hatte früher hatte er sich gleichsam aus dem leben in diese tätigkeit hinein gerettet früher hatte er die empfindung gehabt ohne diese tätigkeit würde sein leben gar zu trübe und düster sein jetzt dagegen war ihm diese tätigkeit notwendig damit sein leben nicht allzu gleichmäßig hell und glanzvoll sei als er wieder zu seinen papieren gegriffen und das geschriebene noch einmal durchgelesen hatte da hatte er zu seiner freude gefunden daß die sache es wert sei daß er sich weiter mit ihr beschäftige viele seiner früheren ideen erschienen ihm als überflüssig und zu weitgehend aber andererseits bemerkte er auch während er die ganze sache in seinem gedächtnis wieder auffrischte mancherlei lücken und wurde sich darüber klar wie diese auszufüllen seien er schrieb jetzt ein neues kapitel über die ursachen der ungünstigen lage der landwirtschaft in russland er wies nach daß die armut in russland nicht nur von der ungerechten verteilung des grundbesitzes und dem falschen verwaltungssystem herrühre sondern dass dazu in letzter zeit auch die dem lande in naturwidriger weise aufgepfropfte äußerliche zivilisation beigetragen habe namentlich die verkehrswege die eisenbahnen die eine zentralisation in den städten zur folge hätten das steigen des luxus und infolgedessen zum schaden der landwirtschaft die entwicklung des fabrikwesens des kreditwesens und in notwendigem zusammenhange damit des börsenspiels er war der ansicht dass wenn sich in einem lande der nationale wohlstand in normaler weise entwickelte alle diese neuen erscheinungen erst dann eintreten wenn auf die landwirtschaft bereits ein erheblicher teil von arbeit verwandt sei und die landwirtschaft in wohlgeordnete oder wenigstens geregelte verhältnisse gelangt sei daß der reichtum eines landes gleichmäßig anwachsen müsse und namentlich so daß andere erwerbszweige die landwirtschaft nicht überflügelten daß die verkehrswege mit dem jeweiligen zustand der landwirtschaft in übereinstimmung gehalten werden müssten und das bei unserer nicht normalen ausnutzung des bodens die nicht durch ein ökonomisches sondern durch das politische bedürfnis hervorgerufenen eisenbahnen verfrüht sein und statt wie man es erwartet habe die landwirtschaft zu heben sie überflügelt und durch förderung der entwicklung des fabrik und kreditwesens zum stillstand gebracht hätten und das ebenso wie die einseitige und vorzeitige entwicklung eines organs bei einem lebenden wesen der allgemeinen entwicklung hinderlich sein würde so auch bei der allgemeinen entwicklung des wohlstandes in russland das kreditwesen die verkehrswege die steigerung der fabriktätigkeit dinge die in europa weil dort zeitgemäß unzweifelhaft notwendig seien bei uns nur schaden angerichtet hätten da dadurch die wichtigste tagesfrage die reform der landwirtschaft in den hintergrund gedrängt worden sei während er an seinem buche schrieb dachte sie daran mit welch einer gezwungenen höflichkeit sich ihr mann gegen den jungen fürsten czarski benommen habe der ihr am tage vor der abreise in recht taktloser weise den hof gemacht hatte er ist ja eifersüchtig dachte sie mein gott wie allerliebst und wie dumm er ist eifersüchtig um meinetwillen wenn er wüsste dass mir alle diese leute genauso gleichgültig sind wie unser koch peter dachte sie indem sie mit einem ihr selbst seltsam vorkommenden eigentumsgefühl nach seinem hinterkopf und seinem roten halse blickte obwohl es mir leid tut ihn von seiner tätigkeit abzulenken aber mit der hat es ja auch keine eile so möchte ich doch gar zu gern sein gesicht sehen ob er es wohl fühlt dass ich zu ihm hinschaue ich will dass er sich umdreht ich will es nun also und sie öffnete die augen recht weit in dem wunsche dadurch die wirkung ihres blickes zu verstärken ja diese erwerbszweige ziehen alle säfte und kräfte an sich und verleihen dem nationalen leben einen trügerischen glanz murmelte er vor sich hin indem er einen augenblick aufhörte zu schreiben dann merkte er dass kitty ihn ansah und dabei lächelte er sah sich um was gibt es fragte er gleichfalls lächelnd und stand auf er hat sich wirklich umgesehen dachte sie nichts ich wollte nur dass du dich umsehen möchtest antwortete sie sie blickte ihn dabei an und suchte zu erkennen ob er darüber ärgerlich sei oder nicht dass sie ihn gestört hatte ach wie wohl wir uns doch fühlen nun wir beide wieder allein sind das heißt ich meine ich fühle mich wohl sagte er und trat zu ihr sein ganzes gesicht strahlte von einem glückseligen lächeln ich fühle mich auch so wohl ich fahre nirgends mehr hin am wenigsten nach moskau woran hast du denn eben gedacht ich ich dachte nein nein geh nur und schreib weiter lass dich nicht stören sagte sie indem sie die lippen streng zusammenzog ich habe jetzt auch zu tun ich muss diese löchelchen ausschneiden siehst du wohl sie nahm die schere und fing an auszuschneiden nein sag mir doch woran du gedacht hast bat er setzte sich zu ihr und verfolgte die kreisförmige bewegung der kleinen schere ach woran ich gedacht habe ich habe an moskau gedacht und an deinen nacken habe ich gedacht wodurch habe ich es verdient dass gerade mir ein solches glück zugefallen ist es ist doch ordentlich unnatürlich es ist gar zu schön sagte er und küßte ihr die hand ich finde im gegenteil je schöner es ist umso natürlicher ist es aber da hast du ja ein zottelchen sagte er behutsam ihren kopf herumdrehend ein zottelchen sieh mal hier aber nein nein wir wollen uns wieder an unsere arbeit machen aber die arbeit wurde trotzdem nicht mehr fortgesetzt und sie fuhren wie ertappte sünder auseinander als kusma herein kam um zu melden dass der tee aufgetragen sei ist der bote schon aus der stadt zurück fragte ihn lewin diesen augenblick ist er gekommen er packt gerade die sachen aus nun dann komm nur recht bald sagte kitty zu lewin indem sie aus dem zimmer ging sonst lese ich die briefe ohne dich und dann wollen wir vierhändig spielen als er allein geblieben war legte er seine hefte in die neue mappe die kitty für ihn gekauft hatte und wusch sich die hände in dem neuen waschbecken mit dem neuen eleganten zubehör es waren das lauter dinge die mit ihr zusammen hier ihren einzug gehalten hatten lewin lächelte über die vergnügliche empfindung die er dabei hatte und schüttelte missbilligend über sie den kopf es quälte ihn ein gefühl das mit reue einige ähnlichkeit hatte seine jetzige lebensweise wies eine art von beschämender verweichlichung auf so etwas kapaunisches wie er selbst es zu nennen pflegte das ist nicht die richtige lebensweise dachte er es sind nun schon fast drei monate vergangen und ich habe so gut wie nichts getan heute ist es beinahe das erste mal gewesen dass ich mich ernsthaft an die arbeit gemacht habe und was habe ich geschafft kaum dass ich angefangen hatte habe ich die arbeit auch schon wieder liegen lassen selbst meine gewohnte tätigkeit auch die habe ich fast ganz aufgegeben in der wirtschaft gehe und reite ich fast gar nicht mehr umher bald weil es mir zu schwer wird kitty zu verlassen und bald weil ich sehe dass es ihr ohne mich langweilig ist und ich hatte mir gedacht das leben vor der verheiratung das wäre nur so ein halbes leben kaum zu rechnen und nach der verheiratung da finge erst das wahre leben an und nun bin ich fast drei monate verheiratet und habe noch nie die zeit so müßig und nutzlos verbracht wie jetzt nein so geht das nicht ich muss wieder anfangen selbstverständlich sie ist nicht schuld daran ihr kann ich keinen vorwurf machen ich hätte selbst fester sein müssen hätte meine unabhängigkeit als mann besser wahren sollen so aber kann es leicht dahin kommen dass ich sowohl mich selbst wie auch sie an dieses leben gewöhne selbstverständlich sie ist nicht schuld daran sagte er zu sich selbst aber nur sehr schwer wird sich ein unzufriedener enthalten das womit er unzufrieden ist einem anderen und namentlich dem der ihm am nächsten steht zum vorwurf zu machen und auch bei lewin bildete sich die unklarer vorstellung dass zwar nicht eigentlich kitty selbst daran schuld sei schuld sein konnte sie überhaupt an nichts wohl aber ihre allzu oberflächliche leichtfertige erziehung dieser dumme laffe der czarski sie wollte ihn abweisen das weiß ich sicher verstand es aber nicht zu machen ja außer für den haushalt dieses interesse besitzt sie wirklich und für ihre kleidung und für handarbeiten hat sie keine ernsthaften interessen sie hat kein interesse für das was jetzt doch auch ihre eigene angelegenheit ist für die landwirtschaft und die bauern kein interesse für die musik in der sie doch tüchtiges leistet kein interesse für bücher sie tut nichts und fühlt sich dabei vollkommen befriedigt lewin missbilligte in seinem innern dieses verhalten und hatte noch kein verständnis dafür dass sie sich so auf die zeit gewaltiger tätigkeit vorbereitete die für sie eintreten musste wenn es ihr obliegen würde zu gleicher zeit die frau ihres mannes zu sein das hauswesen zu leiten und kinder zu gebären zu säugen und zu erziehen er begriff nicht dass sie das instinktiv vorher wusste und sich in der zeit der vorbereitung auf diese furchtbare arbeitsleistung keinen vorwurf wegen der wenigen augenblicke der sorglosigkeit und des liebesglückes zu machen brauchte die sie jetzt genoss während sie sich fröhlich ihr nest für die zukunft baute ende von abschnitt 68 gelesen von eva k abschnitt 69 von anna karinina von lef nikolaevich talstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil 16 als lewin hinauf kam saß seine frau am teetisch mit dem neuen silbernen samovar und dem neuen teegeschirr und las einen brief von dolly mit der sie in beständigem regem briefwechsel stand der alten agafia michailovna hatte sie eine tasse tee eingegossen und sie an einem kleinen tischchen platz nehmen lassen sehen sie nur hier hat mich die gnädige frau her gesetzt sie hat mir befohlen hier bei ihr im zimmer zu bleiben sagte agafia michailovna und blickte freundlich lächelnd nach kitty hin aus diesen worten der alten zog lewin einen schluss auf die lösung des dramatischen streites der sich in der letzten zeit zwischen agafia michailovna und kitty abgespielt hatte er sah daraus daß kitty trotz der kränkung die die alte haushälterin dadurch erlitten hatte daß ihr von der jungen hausfrau die zügel der regierung aus der hand genommen waren doch den sieg über agafia michailovna davongetragen und sich deren liebe errungen hatte da habe ich auch einen an dich gerichteten brief geöffnet sagte kitty und reichte ihm einen fehlerhaft geschriebenen brief hin ich glaube er ist von der frau die bei deinem bruder ist sagte sie ich habe ihn nicht durchgelesen und da ist einer von meinen eltern und einer von dolly denke dir nur dolly ist mit grigori und tanja auf einem kinderball bei zarmatskis gewesen tanja als marquis aber lewin hörte nicht zu er griff errötend nach dem brief von maria nikolaevna der früheren geliebten seines bruders nikolai und begann ihn zu lesen das war schon der zweite brief den er von maria nikolaevna empfing das erste mal hatte sie geschrieben sein bruder habe sie ohne ihr verschulden weggejagt und mit rührender schlichtheit hinzugefügt sie sei zwar jetzt bettelarm bete aber um nichts für sich und wünsche für sich nichts es quäle sie nur der gedanke dass nikolai dmitrievich bei seiner schwachen gesundheit ohne sie zugrunde gehen müsse und daher bäte sie lewin ihn im auge zu behalten jetzt aber teilte sie etwas anderes mit sie hatte nikolai dmitrievich wiedergefunden war in moskau wieder mit ihm zusammengezogen und mit ihm nach der gouvernementsstadt gereist wo er eine anstellung im staatsdienst erhalten hatte aber dort schrieb sie hätte er mit seinem vorgesetzten einen argen streit gehabt und die rückfahrt nach moskau angetreten unterwegs jedoch sei er so krank geworden dass er wohl kaum wieder aufkommen werde er spricht immer von ihnen und es ist auch kein geld mehr da lies doch einmal dolly schreibt auch etwas über dich begann kitty lächelnd hielt aber plötzlich inne da sie die veränderung in dem gesichtsausdrucke ihres mannes bemerkte was hast du was gibt es sie schreibt mir dass mein bruder nikolai im sterben liegt ich muss hinfahren kittys gesicht änderte sich plötzlich der gedanke an tanja als marquise und an dolly alles das war mit einem male verschwunden wann fährst du fragte sie morgen ich möchte auch mitfahren darf ich bat sie kitty aber was soll das heißen erwiderte er in vorwurfsvollem tone was das heißen soll versetzte sie gekränkt darüber dass er ihren wunsch anscheinend mit abneigung und missfallen aufnahm warum sollte ich denn nicht mitfahren ich werde dir dabei nicht lästig sein ich ich fahre weil mein bruder im sterben liegt antwortete lewin was hat es für zweck dass du was es für zweck hat denselben wie dein hinfahren auch in einem für mich so ernsten augenblick denkt sie nur daran dass sie sich hier allein langweilen würde dachte lewin und dieser winkelzug in einer so ernsten angelegenheit ärgerte ihn es geht nicht antwortete er in scharfem tone agafja michailovna die sah dass es zu einem streit kommen werde stellte ihre tasse leise hin und ging hinaus kitty bemerkte das gar nicht der ton in dem ihr mann die letzten worte gesprochen hatte verletzte sie besonders deswegen weil aus ihm deutlich hervorging daß lewin ihr das was sie gesagt hatte nicht glaubte und ich sage dir wenn du fährst fahre ich mit unter allen umständen fahre ich mit versetzte sie hastig und zornig warum soll es nicht gehen warum sagst du es geht nicht weil ich gott weiß wohin fahren muß vielleicht auf sehr schlechten wegen und dann die gasthäuser du würdest mir hinderlich sein antwortete lewin der sich bemühte ruhig zu bleiben nicht im geringsten ich mache keine ansprüche wo du sein kannst da kann ich auch sein nun es geht schon deswegen nicht weil da diese frauensperson ist mit der du nicht in berührung kommen kannst ich weiß von nichts und will gar nicht wissen wer und was da ist ich weiß nur daß der bruder meines mannes im sterben liegt und mein mann zu ihm hinfährt und da fahre ich mit meinem manne um kitty ereifere dich nicht aber bedenke nur die sache ist so ernst daß es mir schmerzlich sein muß zu denken daß du dabei eine solche schwäche von dir mit ins spiel bringst wie es die abneigung gegen das allein bleiben ist nun wenn es dir hier allein zu langweilig ist so fahre doch nach moskau ja siehst du so schiebst du mir immer schlechte gemeine gedanken unter immer machst du es so rief sie indem ihr im gefühl der erlittenen kränkung und vor zorn die tränen in die augen traten ich habe keinen anderen grund ich habe keine solche schwäche gar nichts habe ich ich fühle einfach daß es meine pflicht ist mit meinem manne zusammenzubleiben wenn er kummer hat aber du willst mir absichtlich wehe tun du willst absichtlich nicht verstehen daß nein das ist unerträglich da ist man ja geradezu ein sklave rief ljewin nicht mehr imstande seinen ärger zurückzuhalten und stand auf aber im selben augenblick fühlte er auch schon daß er sich selbst schlug warum hast du denn dann geheiratet du hättest ja ein freier mann bleiben können warum hast du geheiratet wenn du es jetzt bereust rief sie sprang auf und lief in das wohnzimmer als er ihr dorthin folgte schluchzte sie herzzerbrechend er begann zu ihr zu reden und bemühte sich die richtigen worte zu finden nicht um sie zu überreden nur um sie zu beruhigen aber sie hörte nicht auf ihn und wollte von nichts wissen er beugte sich zu ihr herab und ergriff ihre widerstrebende hand er küßte ihre hand küßte ihr haar und dann wieder ihre hand sie schwieg immer noch aber als er sie mit beiden händen um das gesicht fasste und sagte kitty da kam sie auf einmal zur besinnung weinte noch ein weilchen und versöhnte sich dann wieder mit ihm es wurde beschlossen daß sie am folgenden tage beide zusammen fahren sollten levin hatte zu seiner frau gesagt er sei überzeugt daß sie nur deshalb mitzufahren wünsche um sich nützlich zu erweisen er hatte zugegeben daß die anwesenheit marja nikolaevnas bei seinem bruder nicht als unanständig zu betrachten sei aber im grunde des herzens war er bei dieser reise mit kitty und mit sich selbst unzufrieden mit ihr war er deshalb unzufrieden weil sie sich nicht hatte entschließen können ihn allein wegzulassen wo es doch nötig war und wie sonderbar war es ihm zu denken daß er vor noch ganz kurzer zeit nicht gewagt hatte an das glück zu glauben daß sie ihn lieben könne und sich jetzt unglücklich fühlte weil sie ihn zu sehr liebte und mit sich selbst war er unzufrieden weil er keine charakterfestigkeit bewiesen hatte noch weniger war er im grunde seines herzens mit seiner frau darin einverstanden daß die anwesenheit jener frauensperson die bei seinem bruder war sie ja gar nichts angehe und er dachte mit schrecken an alle die zwischenfälle die dadurch veranlaßt werden konnten schon allein der gedanke daß seine frau seine kitty in ein und demselben zimmer mit einer ehemaligen dirne sein solle ließ ihn vor widerwillen und entsetzen zusammenzucken 17 das gasthaus der gouvernementsstadt in dem nikolai leving krank lag war eines jener provinzhotels die ursprünglich nach dem moderneren vervollkommneten zuschnitt mit den besten absichten in bezug auf reinlichkeit bequemlichkeit und sogar vornehmheit eingerichtet worden sind sich aber dann durch das publikum das sie besucht außerordentlich schnell in schmutzige herbergen immer noch mit dem trügerischen firnis moderner vervollkommnungen verwandeln und eben durch diesen trügerischen firnis sich noch übler ausnehmen als die altmodischen gasthäuser die einfach schmutzig sind dieses gasthaus war bereits bei diesem entwicklungszustand angelangt der alte verabschiedete soldat in seiner schmutzigen uniform der an der haustür eine zigarette rauchte und einen pförtner vorstellen sollte und die gußeiserne durchbrochene düstere unerfreuliche treppe und der kellner in schmutzigem frack mit seinem ungehobelten wesen und der speisesaal mit dem verstaubten strauß aus wachsblumen als tischschmuck und der schmutz der staub und die überall sichtbare nachlässigkeit und dazu noch eine gewisse neumodische eisenbahnmäßige selbstzufriedene geschäftigkeit in diesem gasthause all das wirkte auf ljewin und seine frau nach dieser ersten zeit ihres ehelebens überaus abstoßend namentlich auch weil der trügerische eindruck den das gasthaus zunächst machte ganz und gar nicht zu der wirklichkeit stimmte die sie dann vorfanden wie immer stellte sich nach der frage zu welchem preise sie ein zimmer wünschten heraus dass überhaupt kein einziges ordentliches zimmer frei war ein gutes zimmer hatte ein eisenbahnrevisor inne ein anderes ein rechtsanwalt aus moskau ein drittes die fürstin astafi war die von ihrem land gut in die stadt gekommen war verfügbar war augenblicklich nur ein einziges schmutziges zimmer man stellte in aussicht dass das daneben gelegen zum abend frei werden würde lewin war recht ärgerlich auf seine frau weil eingetroffen war was er erwartet hatte nämlich dass er im augenblick der ankunft wo er in höchster angst und aufregung um das befinden seines bruders war für kittys unterkunft sorgen musste statt unverzüglich zu nikolai hinzueilen in solcher stimmung führte er sie in das ihnen angewiesene zimmer geh nur geh nur sagte sie und sah ihn mit einem schüchternen schuldbewussten blick an er ging schweigend aus der tür und stieß draußen sofort auf marja nikolaevna die von seiner ankunft gehört aber nicht gewagt hatte zu ihm ins zimmer hinein zu gehen sie sah noch ganz ebenso aus wie er sie in moskau gesehen hatte dasselbe wollene kleid und die nackten arme und der nackte hals und dasselbe gutmütig stumpfe etwas voller gewordene pockennarbige gesicht nun wie steht es wie geht es ihm sehr schlecht er wird nicht durchkommen er hat immer auf sie gewartet er sie sind mit ihrer frau gemahlin hier lewin begriff im ersten augenblicke nicht was sie in solche verlegenheit versetzte aber sie klärte ihn sofort darüber auf ich will fortgehen ich gehe in die küche sagte sie er wird sich sehr freuen er hat viel von ihr gehört und kennt sie und erinnert sich ihrer vom auslande her lewin verstand nun dass sie sich über seine frau beunruhigte und wusste nicht was er ihr antworten sollte kommen sie wir wollen zu ihm gehen sagte er aber kaum hatte er sich in bewegung gesetzt als sich die tür seines zimmers öffnete und kitty herausblickte lewin errötete vor scham und vor ärger über seine frau die sich und ihn in eine so peinliche lage brachte aber marja nikolaevna errötete noch mehr so sehr dass ihr beinahe die tränen kamen sie krümmte sich ganz zusammen fasste mit beiden händen die zipfel ihres tuches und wickelte sie mit ihren roten fingern hin und her sie wußte nicht was sie sagen und was sie tun sollte im ersten augenblick sah lewin den ausdruck lebhafter neugier in dem blick mit dem kitty die sie ihr unbegreifliche furchtbare frauensperson betrachtete aber das dauerte nur einen augenblick nun wie steht es wie befindet er sich wandte sie sich an ihren mann und dann auch an marja nikolaevna hier auf dem flur können wir doch nicht darüber reden sagte lewin und blickte ärgerlich zu einem herrn hin der gerade im schlender schritt anscheinend nur mit seinen eigenen gedanken beschäftigt den flur entlang ging nun dann kommen sie herein sagte kitty zu marja nikolaevna gewendet die ihre fassung wieder gewonnen hatte aber als sie das betroffene gesicht ihres mannes bemerkte fügte sie hinzu oder geht nur hin und lasst mich dann rufen damit kehrte sie in das zimmer zurück lewin aber ging zu seinem bruder was er dort sah und auch was er dort empfand entsprach in keiner weise seiner erwartung er hatte erwartet wieder denselben zustand der selbsttäuschung vorzufinden der wie er gehört hatte bei schwindsüchtigen so oft vorkommt und der sich im herbste als sein bruder ihn besuchte in so auffälligem grade gezeigt hatte er hatte erwartet die körperlichen anzeichen des nahenden todes zwar noch schärfer ausgeprägt zu finden als damals eine noch größere schwäche eine noch größere magerkeit aber doch im ganzen denselben zustand er hatte erwartet daß er selbst dasselbe gefühl des schmerzes über den bevorstehenden verlust des geliebten bruders und dasselbe gefühl des schreckens vor dem tode empfinden werde das er damals empfunden hatte nur in noch höherem grade darauf hatte er sich gefasst gemacht aber er fand etwas ganz anderes in einem kleinen schmutzigen zimmer dessen angestrichenes wandgetäfel arg vollgespuckt war und durch dessen dünne wand man ein nebenan geführtes gespräch hören konnte in einer von dem erstickenden geruch unsauberer dinge erfüllten luft lag auf einem von der wand abgerückten bett ein in eine decke eingehüllter körper der eine arm dieses körpers befand sich oberhalb der decke und die gewaltig große einer harke ähnliche hand war in unbegreiflicher weise an einen dünnen vom anfang bis zur mitte gleich starken langen stock befestigt der kopf lag mit der seite auf dem kissen dem eintretenden konstantin lewin waren die von schweiß durchtränkten spärlichen haare an der schläfe und die von beinah durchsichtiger haut straff überzogene stirn sichtbar es ist unmöglich dass dieser entsetzliche körper mein bruder nikolai sein soll dachte er aber er trat näher heran und erblickte das gesicht und nun war kein zweifel mehr möglich trotz der furchtbaren veränderung die mit diesem gesicht vorgegangen war brauchte konstantin nur diese lebhaften zu dem eintretenden aufschauenden augen zu sehen und die schwache bewegung des mundes unter dem zusammenklebenden schnurrbart wahrzunehmen um sich von der entsetzlichen tatsache zu überzeugen dass dieser leichnam sein noch lebender bruder war die glänzenden augen blickten den eintretenden bruder ernst und vorwurfsvoll an und durch diesen blick wurde sofort festgestellt was jeder der beiden dem anderen gegenüber empfand konstantin las sofort den vorwurf in diesem starr auf ihn gerichteten blick und fühlte eine art von beschämung über sein eigenes glück als konstantin seine hand ergriff lächelte nikolai es war nur ein ganz leises kaum wahrnehmbares lächeln und trotz des lächelns trat in dem strengen ausdruck der augen keine veränderung ein du hast wohl nicht erwartet mich so zu finden brachte er mit anstrengung hervor ja nein antwortete konstantin der sich in den worten verwirrte warum hast du mir nur nicht früher nachricht zukommen lassen ich meine um die zeit wo ich mich verheiratete ich habe überall nachforschungen nach dir angestellt er mußte reden nur um nicht zu schweigen aber er wußte nicht was er sagen sollte umso weniger da sein bruder nicht antwortete sondern ihn immer nur mit unverwandten augen anblickte und offenbar den wahren sinn eines jeden wortes zu ergründen suchte konstantin teilte ihm mit dass eine frau mitgekommen sei nikolai drückte seine freude darüber aus fügte aber hinzu er fürchte sie durch seinen zustand zu erschrecken es trat ein stillschweigen ein auf einmal geriet nikolai in bewegung und begann zu sprechen nach dem ausdruck seines gesichtes hatte konstantin etwas besonders bedeutsames wichtiges erwartet aber nikolai redete nur von seiner gesundheit er schallt auf den arzt bedauerte dass eine gewisse moskauer berühmtheit nicht da sei und konstantin merkte dass er immer noch hoffte wieder gesund zu werden den ersten augenblick da nikolai wieder schwieg benutzte konstantin um aufzustehen er wollte wenigstens für einen augenblick diese qualvollen empfindungen loswerden er sagte er wolle gehen und seine frau holen nun schön ich will hier erst noch reinmachen lassen es ist hier schmutzig und schlechte luft glaube ich marja räume hier auf sagte der kranke mit anstrengung und wenn du aufgeräumt hast dann geh hinaus fügte er mit einem fragenden blick nach seinem bruder hinzu konstantin antwortete nicht als er auf den flur hinausgetreten war blieb er stehen er hatte gesagt er wolle seine frau holen aber jetzt wo er sich rechenschaft gab über die empfindung die ihn erfüllte entschied er sich dafür ihr im gegenteil zuzureden dass sie von einem besuch bei dem kranken abstand nehmen möchte wozu soll sie dieselbe qual ausstehen wie ich dachte er nun wie steht es wie ist es mit ihm fragte kitty mit ängstlichem gesichte ach es ist furchtbar ganz furchtbar warum bist du nur mit hergekommen antwortete konstantin kitty schwieg einige sekunden und blickte ihren mann schüchtern und mitleidig an dann trat sie zu ihm und fasste mit beiden händen seinen ellbogen konstantin führe mich zu ihm zu zweien werden wir es leichter tragen führe du mich nur zu ihm hin bitte führe mich zu ihm hin und dann kannst du ja selbst hinausgehen bat sie du musst doch einsehen dass ich weit schwerer leide wenn ich nur dich sehe und nicht ihn dort werde ich vielleicht dir und ihm nützlich sein können bitte bitte erlaube es flehte sie ihren mann an als ob das glück ihres lebens davon abhänge konstantin musste ihr nachgeben sobald er seine fassung wieder gewonnen hatte ging er mit kitty zu seinem bruder marja nikolaevna hatte er nun vollständig vergessen leicht auftretend ihren mann beständig anblickend und ihm ein tapferes teilnahmsvolles gesicht zeigend ging kitty in das zimmer des kranken und schloß in dem sie sich ohne hast umwandte geräuschlos die tür mit unhörbaren schritten trat sie schnell an das lager des kranken heran und nachdem sie so herumgegangen war daß er den kopf nicht zu wenden brauchte nahm sie sofort seine große skelettartige hand in ihre frische jugendliche drückte sie und begann mit jener nur den frauen eigenen teilnahmsvollen stillen lebhaftigkeit die nichts verletzendes hat mit ihm zu sprechen wir sind uns schon in soden begegnet aber ohne miteinander bekannt zu werden sagte sie das haben sie wohl nicht gedacht dass ich ihre schwägerin werden würde sie hätten mich wohl nicht wiedererkannt fragte er mit einem hellen lächeln das bei ihrem kommen sein gesicht überzogen hatte doch 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 ich hätte sie erkannt wie lieb von ihnen dass sie uns benachrichtigt haben es ging kein tag vorüber ohne dass konstantin an sie gedacht und sich um sie beunruhigt hätte aber die freudige erregung hielt bei dem kranken nicht lange an sie hatte noch nicht ausgeredet da trat auf sein gesicht wieder der strenge vorwurfsvolle ausdruck des neides den der sterbende gegen den lebenden empfindet ich fürchte sie sind hier nicht gerade sehr gut aufgehoben sagte sie indem sie sich von seinem unverwandten starren blicke abwandte und sich im zimmer umsah wir sollten den wirt um ein anderes zimmer ersuchen sagte sie zu ihrem mann auch schon um einander näher zu sein konstantin konnte seinen bruder nicht ruhig ansehen er brachte es nicht fertig sich in dessen gegenwart natürlich und ruhig zu benehmen sobald er in das zimmer des kranken trat überzog ohne dass er es selbst recht merkte eine art von nebel seine augen und sein wahrnehmungsvermögen so dass er die einzelheiten in dem zustande seines bruders nicht bemerkte und nicht erkannte er empfand den furchtbaren geruch und sah den schmutz und die unordnung und nikolais qualvolle lage und hörte sein stöhnen und sagte sich dass es hier keine hilfe mehr gebe es kam ihm gar nicht in den sinn alle einzelheiten in dem zustand des kranken festzustellen darüber nachzudenken wie dieser körper dort unter der decke lag in welcher gekrümmten haltung diese ausgemergelten unterschenkel und hüften und dieser magere rücken gelagert seien und ob es nicht irgendwie möglich sei sie besser zu lagern etwas zu tun damit der kranke wenn es ihm dadurch auch nicht eigentlich besser ginge es doch nicht ganz so schlimm habe es lief ihm kalt über den rücken sobald er an all diese einzelheiten zu denken anfing er war ohne mehr irgendwie zu zweifeln davon überzeugt dass sich weder für die verlängerung von nikolais leben noch für die linderung seiner leiden etwas tun lasse aber der kranke spürte es heraus dass sein bruder jede hilfe für unmöglich erachtete und das machte ihn gereizt und konstantin fühlte wie der druck der auf seinem herzen lag dadurch noch schwerer wurde es war für ihn eine qual in dem zimmer des kranken zu sein und nicht da zu sein eine noch größere unter allerlei vorwänden ging er beständig hinaus und kam dann wieder herein da er nicht imstande war allein zu bleiben kitty dagegen dachte fühlte und handelte ganz anders beim anblick des kranken hatte sie ein herzliches mitleid empfunden und dieses mitleid hatte in ihrer frauenseele durchaus nicht ein gefühl des entsetzens und des ekels hervorgerufen wie bei ihrem manne sondern vielmehr ein bedürfnis zu handeln sich über alle einzelheiten seines zustandes zu unterrichten und ihm zu helfen und da sie nun an ihrer pflicht zu helfen nicht den geringsten zweifel hatte so zweifelte sie auch nicht an der möglichkeit der hilfe und machte sich ungesäumt ans werk dieselben einzelheiten die ihren mann in schrecken versetzten wenn er auch nur an sie dachte wurden sofort ein gegenstand ihrer eifrigen aufmerksamkeit sie ließ einen arzt holen schickte nach der apotheke ordnete an dass das mädchen das sie vom gute mitgebracht hatte mit marja nikolaevna zusammen das zimmer ausfegen staub wischen die wäsche waschen sollte einzelnes wusch und spülte sie auch selbst und legte ihm eine bettflasche unter die bettdecke auf ihre anordnung wurde ein anderes gerät in das krankenzimmer hereingebracht und wieder entfernt sie selbst ging mehrmals nach ihrem zimmer und holte ohne sich um die begegnenden herren zu kümmern laken bezüge handtücher und hemden der kellner der im speisesaal einigen ingenieuren das mittagessen auftrug kam mehrere male auf kittys klingeln mit ärgerlichem gesicht herbeigelaufen konnte aber doch nicht umhin ihre weisungen auszuführen da sie sie mit einer solchen freundlichen eindringlichkeit erteilte dass es einfach unmöglich war anders von ihr loszukommen konstantin war mit alledem nicht einverstanden er glaubte nicht dass der kranke davon irgendwelchen nutzen habe am meisten aber fürchtete er der kranke könnte ärgerlich werden indes war der arme zwar anscheinend dagegen gleichgültig ärgerlich jedoch wurde er nicht sondern er schämte sich nur und im grunde hatte er doch ein gewisses gefühl für das was kitty an ihm tat als konstantin vom arzt zurückkehrte zu dem kitty ihn geschickt hatte und die tür öffnete fand er den kranken gerade in dem augenblick wo ihm auf kittys anordnung die wäsche gewechselt wurde der lange weiße skelettartige rücken mit den großen herausragenden schulterknochen und den hervorstehenden rippen und wirbeln war entblößt und maria nikolaevna und der kellner hatten die ärmel des hemdes in falsche lage gebracht und konnten den langen herabhängenden arm nicht hineinbekommen kitty die hinter konstantin eilig die tür wieder geschlossen hatte sah nicht hin aber der kranke stöhnte auf und da ging sie rasch zu ihm ihr müsst schneller machen sagte sie kommen sie nicht her sagte der kranke ärgerlich ich werde schon selbst was sagen sie fragte ihn maria nikolaevna aber kitty hatte ihn verstanden und begriffen dass er sich schäme und es ihm unangenehm sei in ihrer gegenwart nackt zu sein ich sehe gar nicht hin ich sehe gar nicht hin sagte sie während sie den arm wie es sich gehörte in den ärmel hineinbrachte und sie maria nikolaevna sie können nach der anderen seite herumgehen und es da in ordnung bringen fügte sie hinzu bitte wandte sie sich an ihren mann geh doch einmal nach unserm zimmer da steckt in meinem kleinen reisesack ein fläschchen du weißt schon in der seitentasche das bring doch her bitte unterdessen soll hier vollends aufgeräumt werden als konstantin mit dem fläschchen zurückkam fand er den kranken schon wieder gelagert und alles um ihn herum völlig verändert an die stelle des beklemmenden üblen geruchs war der geruch eines mit parfum versetzten essigs getreten den kitty die lippen vorstreckend und die roten backen aufblasend durch ein röhrchen im zimmer umher sprühte staub war nirgends mehr sichtbar unter dem bett lag ein teppich auf einem tische standen in guter ordnung mehrere fläschchen eine wasserkaraffe und gläser auch lag dort zu einem päckchen zusammengelegt die nötige reine wäsche und ferner kitties handarbeit auf einem anderen tisch am bett des kranken stand sein getränk und eine kerze dort lagen auch seine pulver der kranke selbst gewaschen und gekämmt lag auf den rein überzogenen in die höhe gestellten kopfkissen in einem reinen hemde mit einem weißen kragen um den unnatürlich dünnen hals und blickte mit einem neuen ausdruck von lebenshoffnung zu kitty hin der arzt den konstantin holen gegangen war im klub gefunden und zu kommen veranlasst hatte war nicht derselbe der nikolai bisher behandelt hatte und mit dem dieser so unzufrieden gewesen war der neue arzt holte sein röhrchen hervor behorchte den kranken schüttelte mit dem kopfe und verschrieb eine arznei dann setzte er in sehr ausführlicher weise zuerst auseinander wie diese einzunehmen sei und dann welche diät beobachtet werden müsse er empfahl rohe oder nur ganz wenig gekochte eier und selterswasser mit frischer milch von bestimmter temperatur als der arzt wieder weggegangen war sagte der kranke etwas zu seinem bruder aber konstantin verstand nur die letzten worte deine katja jedoch aus dem blick mit dem nikolai nach ihr hinsah entnahm konstantin daß er sie lobte dann rief er auch katja wie er sie nannte zu sich heran mir ist jetzt schon viel besser sagte er ja wenn sie mich gepflegt hätten wäre ich schon längst wieder gesund geworden wie gut daß sie sich meiner annehmen er ergriff ihre hand und wollte sie an seine lippen ziehen aber wie wenn er fürchtete dies könne ihr unangenehm sein brach er diese bewegung ab ließ ihre hand wieder sinken und streichelte sie nur kitty nahm seine hand in ihre beiden hände und drückte sie legt mich jetzt auf die linke seite herum und dann geht schlafen sagte er niemand hatte deutlich gehört was er gesagt hatte nur kitty hatte erfasst was er meinte sie hatte es verstanden weil ihre gedanken fortwährend darauf gerichtet waren was er wohl gerade nötig haben möge er möchte auf die andere seite gelegt werden sagte sie zu ihrem manne er schläft immer auf der anderen seite lege du ihn herum es ist unangenehm die dienerschaft dazu zu rufen ich bin dazu nicht stark genug können sie es wandte sie sich an marja nikolaevna ich fürchte mich antwortete diese eine wie entsetzliche empfindung es auch für konstantin war diesen furchtbaren körper mit den armen zu umfassen unter der bettdecke die entsetzlich entstellten körperteile zu berühren von denen er nichts wissen mochte so machte er doch sich der einwirkung seiner frau fügend die entschlossene mine die sie an ihm kannte schob die arme darunter und fasste zu aber trotz seiner körperkraft war er von der schwere dieser ausgemerkelten glieder überrascht während er den kranken herumdrehte und dabei seinen hals von dessen gewaltig großer magerer hand umfasst fühlte wendete kitty schnell und unhörbar das kopfkissen um schüttelte es auf legte den kopf des kranken zurecht und strich ihm die spärlichen haare in ordnung die ihm wieder an der schläfe festklebten der kranke hielt die hand des bruders in seiner hand fest konstantin merkte dass nikolai etwas mit dieser hand tun wollte und sie irgendwo hin zog beklommenen herzens gab er nach ja er zog sie an seinen mund und küsste sie konstantin brach in ein solches schluchzen aus dass sein ganzer leib zuckte und stürzte nicht imstande ein wort zu sagen aus dem zimmer ende von abschnitt 69 gelesen von eva k abschnitt 70 von anna karenina von lev nikolaevich dalstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil 19 er hat es den weisen verborgen und den kindern und unmündigen geoffenbart dachte konstantin lewin mit bezug auf seine frau als er an diesem abend mit ihr sprach er dachte an diesen spruch im evangelium nicht etwa weil er sich für einen weisen gehalten hätte für einen weisen hielt er sich zwar nicht aber er war doch der bestimmten überzeugung dass er klüger sei als seine frau und als agafja michailovna und er war sich auch bewußt daß er so oft er über den tod nachdachte dies mit aller kraft seines geistes tat er wußte auch daß viele männer von scharfem verstande deren gedanken über den tod er gelesen hatte viel über diesen nachgedacht und dennoch über ihn nicht den hundertsten teil von dem gewußt hatten was seine frau und agafja michailovna über ihn wußten so verschieden auch diese beiden frauen voneinander waren agafja michailovna und katja wie sein bruder nikolai sie zu nennen pflegte und wie auch konstantin sie jetzt besonders gern nannte in diesem punkte waren sie einander völlig ähnlich beide wußten sie unzweifelhaft was das leben war und was der tod war und obgleich sie die fragen die sich ihm konstantin lewin aufdrängten nicht hätten beantworten können ja überhaupt nicht verstanden hätten so hatten sie doch beide keinen zweifel über das wesen dieser erscheinung des todes und hatten über ihn völlig die gleiche anschauung nicht nur untereinander sondern sie teilten diese auffassung auch mit millionen von menschen ein beweis dafür dass sie mit bestimmtheit wußten was der tod sei lag darin dass sie auch ohne nur eine sekunde lang im unsichern zu sein wußten wie man sterbende zu behandeln habe und sich vor ihnen nicht fürchteten konstantin lewin aber und andere leute konnten zwar vieles vom tode sagen kannten ihn aber offenbar nicht da sie ihn fürchteten und schlechterdings nicht wußten wie sie sich sterbenden gegenüber zu verhalten hätten wäre konstantin jetzt allein bei seinem bruder nikolai gewesen so würde er ihn nur mit entsetzen angesehen und mit noch größerem entsetzen auf den tod gewartet haben weiter aber hätte er nichts zu tun gewußt ja noch mehr er wußte nicht einmal was er sagen wie er den sterbenden ansehen wie er im zimmer gehen sollte von gegenständen die dem anderen fern lagen zu reden das erschien ihm verletzend das ging unmöglich und vom tode und solchen düsteren dingen zu sprechen das ging ebenso wenig zu schweigen war gleichfalls unmöglich sehe ich ihn an so wird er fürchte ich denken daß ich sein aussehen studieren will sehe ich ihn nicht an so wird er denken daß ich andere gedanken im kopfe habe gehe ich auf den fußspitzen so wird ihm das nicht recht sein und mit dem ganzen fuße aufzutreten scheue ich mich auch kitty dagegen dachte offenbar gar nicht an sich selbst und hatte auch keine zeit dazu sie dachte an den kranken weil sie eben etwas wußte was konstantin nicht wußte und alles ging ihr gut vonstatten sie erzählte ihm von sich selbst und von ihrer hochzeit und lächelte ihm zu und bedauerte ihn und streichelte ihn sprach von fällen der genesung bei der gleichen krankheit das ging ihr alles gut vonstatten folglich wußte sie was der tod war ein beweis dafür daß ihre und agafja michailownas tätigkeit nicht rein triebhaft vernunftlos war mußte darin gesehen werden daß außer der körperlichen pflege der erleichterung der leiden sowohl agafja michailowna wie auch kitty für einen sterbenden noch etwas anderes für nötig hielten etwas wichtigeres als die körperliche pflege etwas was mit dem ganzen gebiete des leiblichen nichts gemein hatte so hatte agafja als sie von jenem verstorbenen alten knecht sprach gesagt nun gott sei dank er hatte das abendmahl genommen und die letzte ölung erhalten gebe gott einem jeden einen solchen tod ganz ebenso hatte kitty neben all ihren sorgen um die wäsche um die durchgelegenen stellen und um das getränk gleich an diesem ersten tage zeit gefunden den kranken von der notwendigkeit zu überzeugen daß er das abendmahl nehme und die letzte ölung empfange als sie von dem kranken für die nacht in ihre beiden zimmer zurückgekehrt waren saß konstantin mit gesenktem kopfe da ohne zu wissen was er nun tun sollte er dachte nicht an das abendessen er dachte nicht daran sich zum schlafengehen zurecht zu machen er überlegte nicht was sie nun weiter tun müßten ja er war nicht einmal imstande mit seiner frau zu reden er schämte sich kitty hingegen war noch geschäftiger und sogar noch lebhafter als sonst gewöhnlich sie ließ das abendessen bringen packte selbst die sachen aus half selbst die betten zurecht machen und vergaß nicht sie mit insektenpulver zu bestreuen es war an ihr jene erregung und jene schnelligkeit des denkens wahrnehmbar wie sie sich bei männern vor einer schlacht vor einem kampfe in gefährlichen entscheidenden augenblicken des lebens einstellen in jenen augenblicken wo der mann in unzweifelhafter weise zeigt daß er etwas wert ist und daß seine ganze vergangenheit nicht eine nutzlos verbrachte zeit sondern eine vorbereitung auf diese augenblicke gewesen ist alles ging ihr rasch von der hand und es war noch nicht zwölf uhr als alle sachen bereits ausgepackt und sauber und ordentlich zurechtgelegt waren und zwar in so eigenartiger weise dass diese hotelzimmer mit ihrer eigenen häuslichkeit mit den zimmern in denen sie sonst waltete eine gewisse ähnlichkeit erhalten hatten die betten waren bereit die bürsten kämme und spiegel zur hand gelegt tücher über die waschtische gebreitet konstantin hatte die vorstellung daß es unverzeihlich sei jetzt zu essen schlafen zu gehen ja selbst zu reden und fand daß jede seiner bewegungen unpassend herauskam sie dagegen legte ihre bürstchen zurecht machte das aber so daß für niemand etwas verletzendes darin liegen konnte zu essen jedoch waren sie beide nicht imstande und konnten obwohl sie das schlafengehen noch lange hinausgeschoben hatten auch dann lange zeit nicht einschlafen ich freue mich sehr daß ich ihn überredet habe morgen die letzte ölung zu empfangen sagte sie während sie in der nachtjacke vor ihrem zusammenlegbaren spiegel saß und mit einem dichten kamm ihr weiches duftiges haar auskämmte ich habe das noch nie mit angesehen aber ich weiß daß dabei gebete für die genesung gesprochen werden mama hat es mir gesagt meinst du denn wirklich daß er wieder gesund werden kann fragte konstantin und blickte auf den schmalen scheitel hinten an ihrem rundlichen köpfchen der beständig verschwand sobald sie den kamm nach vorn führte ich habe den arzt gefragt er sagte er könne höchstens noch drei tage leben aber können denn die ärzte so etwas wissen jedenfalls freue ich mich sehr dass ich ihn dazu überredet habe sagte sie indem sie unter ihrem haar hervor mit einem schrägen blick nach ihrem manne hinsah möglich ist alles fügte sie mit jenem besonderen ein wenig listigen ausdruck hinzu der immer auf ihrem gesicht erschien sobald sie von religiösen dingen sprach nach ihrem gespräch über religion damals als sie noch braut und bräutigam waren hatten weder er noch sie jemals wieder ein gespräch über diesen gegenstand herbeigeführt aber sie erfüllte ihre religiöse pflicht des kirchenbesuches und des betens immer mit dem gleichen ruhigen bewusstsein daß dies so sein müsse trotz seiner versicherung des gegenteils war sie fest davon überzeugt daß er ein ebenso guter und sogar noch besserer christ sei als sie selbst und daß alles was er darüber sage nur zu den komischen späßen gehöre die er und andere männer so gern machten gerade wie wenn er zu ihrer handarbeit bemerkte vernünftige leute stopften die löcher und sie schnitte absichtlich welche hinein und so weiter ja diese frauensperson diese marja nikolaevna hat es nicht verstanden alles ordentlich einzurichten sagte konstantin und ich muß gestehen ich freue mich sehr sehr freue ich mich daß du mitgekommen bist du bist ein solcher inbegriff von reinheit daß er ergriff ihre hand küßte sie aber nicht ihre hand zu küssen bei solcher nähe des todes schien ihm unschicklich sondern drückte sie ihr nur wobei er ihr mit schuldbewußter miene in die aufleuchtenden augen blickte du hättest gar zu viel qual ausgestanden wenn du allein hier gewesen wärst sagte sie hob die arme die ihre vor freude errötenden wangen verdeckten wickelte am hinterkopfe ihre zöpfe zusammen und steckte sie mit haarnadeln fest nein fuhr sie fort das hat sie nicht verstanden ich habe zum glück viel davon in soden gelernt waren denn da so schwer kranke noch schlimmere für mich ist es eine schreckliche empfindung dass er mir immer so vor augen steht wie er in seiner jugend war du kannst dir gar nicht vorstellen was für ein prächtiger junger mensch er war aber ich hatte damals für ihn kein verständnis doch ich kann es mir vorstellen gewiss kann ich es mir vorstellen ich bin überzeugt er und ich wir wären gute freunde geworden antwortete sie und blickte erschrocken über das was sie gesagt hatte ihren mann an und die tränen traten ihr in die augen ja es ist anders gekommen erwiderte er traurig er ist eben einer von den menschen von denen man sagt sie taugen nicht für diese welt aber es stehen uns noch viele schwere tage bevor wir müssen uns schlafen legen sagte kitty nach einem blick auf ihre winzige uhr am andern tage nahm der kranke das abendmahl und empfing die letzte ölung während der heiligen handlung betete nikolai lewin heiß und inbrünstig er richtete seine großen augen unverwandt auf das heiligen bild das auf einem mit einem geblümten tuch bedeckten spieltische stand und es lag in ihnen ein so leidenschaftlicher ausdruck des flehens und der hoffnung daß es für konstantin schrecklich war hinzusehen er fühlte daß dieses leidenschaftliche flehen und hoffen seinem bruder den abschied von diesem leben das er so sehr liebte nur noch schwerer machte konstantin kannte seinen bruder und dessen geistigen entwicklungsgang er wußte daß nikolais unglaublich daher rührte daß er es leichter gefunden hätte ohne glauben zu leben sondern daher daß sein glaube schritt für schritt von den erklärungen die die moderne wissenschaft von den irdischen erscheinungen gibt zurückgedrängt worden war und daher wußte er daß seine jetzige rückkehr zum glauben keine normale war sich nicht auf dem wege derselben denkarbeit vollzog sondern daß sie nur der not des augenblicks dem selbsterhaltungstrieb und einer sinnlosen hoffnung auf genesung entsprang auch wußte konstantin das kitty durch ihre erzählungen von fällen überraschender genesung von denen sie gehört habe diese hoffnung noch gesteigert hatte alles das wußte konstantin und es war ihm eine entsetzliche pein diesen flehenden hoffnungsvollen blick und diese abgemagerte hand zu sehen die sich nur mit anstrengung hob um auf dieser straff umspannten stirn auf diesen vorstehenden schultern und der hohlen röchelnden brust das zeichen des kreuzes zu machen während doch der arme leib das leben um das der kranke bat nicht mehr in sich beherbergen konnte während der heiligen handlung tat konstantin das was er der ungläubige schon tausendmal getan hatte er wandte sich zu gott und sprach wenn du lebst und bist so mache dass dieser mensch wieder gesund werde diese letzteren gebets worte wiederholten sich ja im laufe der heiligen handlung oftmals und du wirst ihn und mich retten nach der ölung wurde dem kranken auf einmal viel besser er hustete im laufe einer stunde kein einziges mal lächelte küßte kitty die hand dankte ihr unter tränen und sagte er fühle sich wohl habe nirgends schmerzen und verspüre wieder appetit und neue kraft er richtete sich sogar ohne beihilfe auf als ihm seine suppe gebracht wurde und bat noch um ein kotelett obgleich sein zustand völlig hoffnungslos war und man wenn man den kranken ansah nicht zweifeln konnte dass eine genesung ausgeschlossen sei so befanden sich konstantin und kitty doch diese stunde hindurch in einer glücklichen erregung und zugleich in einer ängstlichen besorgnis ob sie sich auch nicht täuschten geht es ihm besser ja bedeutend besser wunderbar dabei ist nichts wunderbares nun jedenfalls geht es ihm besser sprachen sie flüsternd untereinander und lächelten einer dem anderen zu diese selbsttäuschung war jedoch nicht von langer dauer der kranke war ruhig eingeschlafen aber nach einer halben stunde weckte ihn ein hustenanfall auf und auf einmal waren alle hoffnungen wieder verschwunden sowohl bei seiner umgebung wie auch bei ihm selbst die schwere des tatsächlichen leidens vernichtete bei konstantin und bei kitty und bei dem kranken selbst alle bisherigen hoffnungen ohne dass auch nur eine erinnerung daran oder irgendwelcher zweifel übrig geblieben wäre ohne von der religiösen tröstung an die er noch vor einer halben stunde geglaubt hatte ein wort zu sagen wie wenn er sich schämte auch nur daran zu denken verlangte er es solle ihm jod zum einatmen in einem fläschchen gegeben werden das mit einem durchlöcherten papier bedeckt war konstantin reichte ihm das gefäß und derselbe blick leidenschaftlicher hoffnung mit dem der kranke die letzte ölung empfangen hatte richtete sich jetzt auf den bruder und verlangte von ihm eine wiederholung der äußerung des arztes daß das einatmen von jod manchmal geradezu wunder wirke ist kitty nicht hier sagte er heiser nachdem ihm konstantin mit widerstreben die worte des arztes wiederholt hatte und sah sich um nein nun dann kann ich es ja sagen ich habe die ganze komödie nur um ihretwillen durchgeführt sie ist so lieb und gut aber du und ich wir dürfen einander nichts vormachen hier an das hier glaube ich sagte er und begann seine knochige hand fest um das fläschchen pressend aus ihm zu atmen zwischen sieben und acht uhr abends tranken konstantin und seine frau in ihrem zimmer tee als marja nikolaevna atemlos zu ihnen hereingestürzt kam sie war blass und ihre lippen zitterten er liegt im sterben flüsterte sie ich fürchte er wird gleich sterben beide eilten zu ihm er hatte sich im bette etwas aufgerichtet und saß auf einen ellbogen gestützt da der lange rücken war zusammengekrümmt der kopf hing tief herab wie fühlst du dich fragte konstantin flüsternd nach kurzem schweigen ich fühle dass ich davon muß sagte nikolai mit anstrengung aber ungewöhnlich deutlich indem er die worte langsam herauspresste er hob den kopf nicht in die höhe sondern richtete nur die augen nach oben ohne aber mit ihnen das gesicht des bruders zu erreichen katja geh hinaus fügte er dann noch hinzu konstantin sprang auf und veranlasste sie indem er ihr in gebieterischem ton etwas zuflüsterte hinaus zu gehen ich muß davon wiederholte nikolai warum meinst du das fragte konstantin um überhaupt etwas zu sagen weil ich davon muß sagte er noch einmal wie wenn ihm dieser ausdruck besonders gefiele es ist zu ende marja nikolajewna trat zu ihm heran sie sollten sich hinlegen es ist ihnen dann leichter sagte sie bald werde ich liegen antwortete er leise als leiche fügte er spöttisch und ingrimmig hinzu na dann legt mich hin wenn ihr das wollt konstantin legte den bruder auf den rücken setzte sich neben ihn und blickte ihm kaum zu atmen wagend ins gesicht der sterbende lag mit geschlossenen augen da aber auf seiner stirn bewegten sich ab und zu die muskeln wie bei jemand der tief und angestrengt nachdenkt unwillkürlich überlegte konstantin was wohl jetzt in der seele des sterbenden vorgehen möge aber wie sehr er auch seine denkkraft anstrengte um dem gedankengang seines bruders zu folgen so sah er doch am ausdruck dieses ruhigen ernsten gesichtes und am spiel der muskeln oberhalb der brauen das dem sterbenden immer klarer und klarer wurde was für ihn konstantin noch immer gleich dunkel blieb ja ja so ist es sagte der sterbende langsam und in absätzen warte einmal wieder schwieg er eine weile so ist es fügte er dann in gedehntem ton wie beruhigt hinzu als ob er nun über alles ins reine gekommen wäre oh gott sagte er hierauf und seufzte schwer maria nikolaevna befühlte seine füße sie werden kalt flüsterte sie lange sehr lange wie es konstantin vorkam lag der kranke da ohne sich zu rühren aber er lebte immer noch und seufzte von zeit zu zeit konstantin war von dem angestrengten denken schon ganz müde er fühlte dass er trotz aller anspannung seiner denkkraft nicht imstande war zu begreifen was so war er fühlte dass er in dieser gedankenarbeit schon längst hinter dem sterbenden zurückgeblieben war er war jetzt nicht mehr imstande an die eigentliche frage nach dem wesen des todes zu denken sondern unwillkürlich kamen ihm gedanken darüber was er jetzt sofort werde tun müssen dem toten die augen zudrücken ihn ankleiden einen sarg bestellen und seltsam er fühlte sich vollständig kalt und empfand weder kummer noch das gefühl eines verlustes und noch weniger mitleid mit dem bruder wenn jetzt in seiner seele ein gefühl seinem bruder gegenüber rege war so war es eher das gefühl des neides wegen der erkenntnis zu der der sterbende jetzt gelangt war während sie ihm selbst noch unzugänglich blieb noch lange saß er so an seinem bett und wartete immer auf das ende aber das ende kam noch nicht die tür öffnete sich und kitty erschien konstantin stand auf um sie zurückzuhalten aber in dem augenblick als er aufstand hörte er dass der sterbende sich regte geh nicht fort sagte nikolai und streckte die hand aus konstantin gab ihm die seinige und winkte seiner frau ärgerlich zu sie möchte hinausgehen die hand des sterbenden in der seinen haltend saß er eine halbe stunde da eine ganze stunde und noch eine stunde an den tod dachte er jetzt überhaupt nicht mehr er dachte was wohl jetzt kitty tue wer in dem anstoßenden zimmer wohne ob der arzt ein eigenes haus habe er bekam lust etwas zu essen auch regte sich der wunsch zu schlafen vorsichtig machte er seine hand frei und befühlte die füße sie waren kalt aber der kranke atmete immer noch konstantin versuchte wieder auf den fußspitzen hinauszugehen aber der kranke rührte sich wieder und sagte geh nicht fort die morgendämmerung kam der zustand des kranken war immer noch der gleiche konstantin machte ganz leise ohne den sterbenden anzublicken seine hand frei ging nach seinem zimmer und legte sich schlafen als er wieder erwachte erfuhr er statt der nachricht vom tode seines bruders die er erwartet hatte daß der kranke wieder in den früheren zustand zurückgekehrt sei er setzte sich wieder ab und zu hin hustete aß und redete und er redete nicht mehr vom tode sondern sprach wieder die hoffnung auf genesung aus und war noch reizbarer und finsterer geworden als vorher niemand weder sein bruder noch kitty vermochte ihn zu beruhigen er war auf alle ärgerlich und sagte allen unangenehmes allen machte er seine leiden zum vorwurf und verlangte man solle ihm den berühmten arzt aus moskau kommen lassen auf alle an ihn gerichteten fragen wie er sich fühle antwortete er gleichmäßig mit einem ausdrucke des ingrims und des vorwurfs ich leide furchtbar unerträglich die leiden des kranken wurden immer schlimmer namentlich auch wegen der durchgelegenen stellen die nicht mehr geheilt werden konnten er ärgerte sich immer mehr über alle die um ihn waren machte ihnen alles mögliche zum vorwurf und schalt sie besonders deswegen weil sie ihm nicht den arzt aus moskau kommen ließen kitty bemühte sich auf jede weise ihm zu helfen und ihn zu beruhigen aber es war alles vergeblich und konstantin sah daß sie selbst körperlich und seelisch erschöpft war obwohl sie es nicht zugeben wollte das erste feierliche gefühl der nähe des todes das in aller herzen durch nikolais abschied vom leben in jener nacht hervorgerufen war wo er den bruder hatte rufen lassen dieses gefühl war zerstört alle wußten daß er mit notwendigkeit und in bälde sterben werde daß er bereits halb eine leiche sei alle hatten nur den einen wunsch daß er recht bald sterben möge aber alle verheimlichten diese erkenntnis und diesen wunsch reichten ihm aus dem fläschchen seiner arznei ließen andere arzneien und andere ärzte holen und suchten den kranken zu täuschen und jeder sich selbst und einer den anderen all das war lüge hässliche beleidigende frevelhafte lüge und diese lüge empfand konstantin lewin von allen am schmerzlichsten sowohl infolge seiner charakterbeschaffenheit wie auch weil er den sterbenden am meisten liebte konstantin den schon lange der gedanke beschäftigte die brüder wenigstens vor dem tode noch miteinander zu versöhnen hatte an den bruder sergei iwanowitsch geschrieben und als er seine antwort erhalten hatte las er dem kranken den brief vor sergei iwanowitsch schrieb es sei ihm nicht möglich selbst zu kommen bat aber in rührenden ausdrücken den bruder um verzeihung der kranke äußerte nichts dazu was soll ich ihm zurückschreiben fragte konstantin ich hoffe du bist nicht mehr zornig auf ihn nein gar nicht antwortete nikolai ärgerlich auf diese frage schreib ihm er soll mir den arzte erschicken es vergingen noch drei qualvolle tage der kranke verblieb immer im gleichen zustand den wunsch daß er bald sterben möge teilten jetzt alle die ihn sahen oder von seinem zustand wußten die dienerschaft des hotels und der wirt und sämtliche gäste und der arzt und marja nikolajewna und konstantin lewin und kitty einzig und allein der kranke sprach keinen derartigen wunsch aus sondern war im gegenteil darüber aufgebracht daß man nicht den moskauer arzt kommen lasse und fuhr fort seine arzneien zu nehmen und vom leben zu sprechen nur in den seltenen augenblicken wo das opium ihn auf kurze zeit seine ununterbrochenen leiden vergessen ließ sprach er mitunter im halbschlummer den gedanken aus der im grunde stärker als bei allen andern in seiner seele rege war ach wenn es doch erst zu ende wäre oder wann wird das zu ende sein die stetig sich steigernden schmerzen taten ihr werk und bereiteten ihn zum tode vor es gab schon keine körperlage mehr in der er nicht gelitten hätte keinen augenblick wo er sich seiner schmerzen nicht bewußt gewesen wäre an seinem ganzen leibe keinen fleck keinen teil der ihm nicht weh getan ihn nicht gepeinigt hätte sogar die erinnerungen die seelischen empfindungen die gedanken die in diesem körper noch vorhanden waren riefen bei dem kranken jetzt schon denselben widerwillen hervor wie der körper selbst der anblick anderer menschen ihre reden seine eigenen erinnerungen alles dies bereitete ihm lediglich schmerz und pein seine umgebung fühlte das und unwillkürlich vermied es jeder im zimmer des kranken sich frei zu bewegen ein gespräch zu führen oder einen wunsch auszusprechen sein gesamter rest von lebenstätigkeit beschränkte sich ausschließlich auf das empfinden seines leidens und auf den wunsch davon erlöst zu werden es vollzog sich in seinem innern offenbar jener umschwung der ihn dahin bringen musste im tod die erfüllung seiner wünsche sein glück zu sehen früher war jeder besondere durch das leiden oder durch irgendeinen mangel hervorgerufene wunsch wie hunger müdigkeit durst durch eine tätigkeit des körpers befriedigt worden die ihm genuß gewährte jetzt aber war bei seinem leiden und allem was er entbehrte eine befriedigung seiner wünsche unmöglich geworden und jeder versuch einer befriedigung verursachte nur neues leiden und daher fanden sich alle seine wünsche in dem einen wunsche zusammen von allen seinen leiden und von deren quelle dem körper befreit zu werden aber er fand keine worte um diesen wunsch nach befriedigung auszudrücken und daher sprach er von diesem wunsche gar nicht sondern forderte aus alter gewohnheit die erfüllung solcher wünsche die doch nicht mehr zu seiner befriedigung erfüllt werden konnten legt mich auf die andere seite sagte er und forderte gleich darauf man solle ihn wieder wie vorher lagern gebt mir fleischbrühe nehmt die fleischbrühe weg erzählt doch etwas warum schweigt ihr denn immer und sobald sie zu reden anfingen schloss er die augen und bekundete müdigkeit gleichgültigkeit und widerwillen am zehnten tage nach der ankunft in der stadt wurde kitty krank sie hatte kopfschmerzen und erbrechen und musste den ganzen vormittag über im bett bleiben der arzt äußerte die krankheit komme von übermüdung und aufregung und verordnete ihr seelische ruhe am nachmittag stand kitty aber doch auf und ging wie immer mit ihrer handarbeit zu dem kranken er sah sie bei ihrem eintritt mit einem strengen blick an und lächelte geringschätzig als sie sagte sie sei krank gewesen an diesem tage mußte er sich beständig die nase schnauben und stöhnte kläglich wie fühlen sie sich fragte sie ihn schlechter brachte er mühsam heraus ich habe schmerzen wo haben sie denn schmerzen überall heute geht es mit ihm zu ende sie werden sehen sagte marja nikolaevna zwar flüsternd aber doch so laut dass der kranke der wie konstantin gemerkt hatte sehr feinhörig war es gehört haben mußte konstantin bedeutete ihr durch zischen sie solle still sein und sah nach dem kranken hin nikolai hatte es gehört aber diese worte hatten auf ihn gar keinen eindruck gemacht sein blick war immer gleich vorwurfsvoll und gespannt warum denken sie das fragte konstantin sie als sie ihm auf den flur hinaus gefolgt war er hat angefangen sich sauber zu machen antwortete marja nikolaevna was heißt das sich sauber zu machen sehen sie so erwiderte sie indem sie an den falten ihres wollenen kleides herumzupfte und in der tat hatte konstantin bemerkt dass der kranke diesen ganzen tag über an sich herumgegriffen hatte wie wenn er etwas abzupfen wollte marja nikolaevnas voraussage erwies sich als richtig der kranke war zur nacht nicht mehr imstande die arme zu heben und sah nur vor sich hin ohne dass sich jemals der aufmerksam gespannte ausdruck seines blickes geändert hätte selbst wenn sein bruder oder kitty sich über ihn beugten so dass er sie sehen konnte behielt er dieselbe art zu blicken bei kitty ließ einen geistlichen holen der das sterbegebet lesen sollte während der geistliche das gebet las gab der sterbende keinerlei lebenszeichen von sich seine augen waren geschlossen konstantin kitty und marja nikolaevna standen neben dem bett der geistliche hatte das gebet noch nicht bis zu ende gelesen als der sterbende sich ausstreckte seufzte und die augen öffnete als der geistliche das gebet beendet hatte legte er ihm das kreuz an die kalte stirn und wickelte es dann langsam in sein schultertuch ein nachdem er noch etwa zwei minuten schweigend dagestanden hatte berührte er die erkaltete blutleere große hand er ist verschieden sagte der geistliche und wollte zurücktreten aber plötzlich bewegte sich der zusammengeklebte schnurrbart des daliegenden und in der stille wurden die aus tiefer brust scharf und bestimmt herauskommenden worte deutlich vernehmbar noch nicht ganz aber bald eine minute später hellte sich sein gesicht auf unter seinem schnurrbart zeigte sich ein lächeln und die leichenfrauen die sich schon versammelt hatten gingen geschäftig daran den toten zurechtzumachen der anblick des bruders und die nähe des todes hatten in konstantin lewins seele jenes gefühl des grausens vor der rätselhaftigkeit des todes und zugleich vor seiner nähe und unvermeidlichkeit wieder von neuem wachgerufen das an dem herbstabend wo sein bruder zu ihm auf besuch gekommen war sich seiner bemächtigt hatte dieses gefühl war jetzt in ihm noch stärker als vorher er fühlte sich jetzt noch weniger fähig als früher das eigentliche wesen des todes zu verstehen und seine unvermeidlichkeit erschien ihm noch furchtbarer aber jetzt brachte ihn dieses gefühl dank der gegenwart seiner frau nicht zur verzweiflung denn trotz der gegenwart des todes fühlte er die notwendigkeit zu leben und zu lieben er fühlte daß die liebe ihn vor der verzweiflung rettete und daß diese liebe infolge der drohenden verzweiflung noch stärker und reiner wurde kaum hatte sich vor seinen augen das ungelöst gebliebene geheimnis des todes vollzogen als ein anderes ebenso rätselhaftes geheimnis vor ihm erstand das zur liebe und zum leben aufforderte der arzt stellte die richtigkeit der vermutung fest die er im stillen über kitty gehabt hatte ihr unwohlsein rührte von schwangerschaft her ende von abschnitt 70 gelesen von eva k abschnitt 71 von anna karenina von jev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil einundzwanzig von dem augenblick an wo alexei alexandrowitsch aus den unterredungen mit betsy und mit stepan arkadjewitsch ersehen hatte daß man weiter nichts von ihm verlange als daß er seine frau in ruhe lassen und sie nicht mit seiner gegenwart belästigen möge und daß seine frau dies selbst wünsche seitdem fühlte er sich so rat und fassungslos daß er zu keinem eigenen entschluß fähig war und selbst nicht wußte was er nun eigentlich wollte so überließ er sich denn ganz der leitung der personen die sich seine angelegenheit mit so großem vergnügen annahmen und gab zu allem seine zustimmung erst als anna bereits sein haus verlassen hatte und die engländerin ihn fragen ließ ob sie mit ihm zusammen oder allein speisen solle kam er zum ersten male zu einem klaren verständnis seiner lage und geriet über sie in entsetzen was in dieser lage am schwersten auf ihm lastete das war daß er schlechterdings nicht imstande war seine vergangenheit mit dem jetzigen zustand zu vereinigen zwischen beiden einen inneren zusammenhang zu finden was ihn so in verwirrung setzte war nicht etwa jener abschnitt der vergangenheit wo er mit seiner frau ein glückliches leben geführt hatte den übergang von diesem abschnitt der vergangenheit zur erkenntnis dass ihm seine frau untreu war hatte er bereits wie ein märtyrer verwunden dieser zweite zustand war schwer zu ertragen gewesen aber es hatte darin für ihn nichts unverständliches gelegen wäre seine frau damals nach dem eingeständnis ihrer untreue von ihm gegangen so würde ihn das geschmerzt haben und er würde unglücklich darüber gewesen sein aber er hätte sich nicht in einer solchen lage wie jetzt befunden in einer lage die er geradezu nicht verstand und aus der er für sich keinen ausweg sah es war ihm jetzt ganz und gar unmöglich die kürzlich von ihm so selbstlos gewährte verzeihung seine rührung seine liebe zu der kranken gattin und zu dem fremden kinde in einen inneren zusammenhang mit seiner jetzigen lage zu bringen das heißt damit dass er jetzt gleichsam zum lohne für alle seine güte vereinsamt beschimpft und verspottet dastand von niemand gesucht und von allen verachtet an den beiden ersten tagen nach der abreise seiner frau empfing alexei alexandrowitsch wie gewöhnlich die bittsteller und seinen subdirektor fuhr ins komitee und ging zum mittagessen in das speisezimmer ohne sich darüber rechenschaft abzulegen zu welchem zweck er das eigentlich tue spannte er während dieser zwei tage alle seine geisteskräfte an um eine ruhige sogar gleichmütige mine zur schau zu tragen bei der beantwortung der fragen nach dem was mit anna arkadjewnas sachen und zimmern geschehen solle zwang er sich mit der größten anstrengung eine mine zu machen als ob für ihn das vorgefallene nichts unvorhergesehenes sei und nichts enthalte was aus dem rahmen des gewöhnlichen heraustrete und er erreichte seinen zweck niemand konnte an ihm eine spur von seiner verzweiflung gewahren aber als am zweiten tage nach annas abreise carnet ihm die rechnung eines modegeschäftes überreichte die anna zu bezahlen vergessen hatte und ihm meldete ein angestellter des geschäfts sei selbst da ließ alexei alexandrewitsch ihn hereinrufen verzeihen euer exzellenz dass ich sie zu belästigen wage aber wenn sie befehlen dass wir uns an ihre exzellenz wenden so haben sie vielleicht die gnade uns deren adresse mitzuteilen alexei alexandrewitsch versank wie es dem angestellten vorkam in nachdenken dann wandte er sich plötzlich um setzte sich an den tisch und stützte den kopf in die hände in dieser haltung blieb er lange sitzen versuchte einige male zu sprechen hielt aber jedes mal wieder inne carnet der die empfindungen seines herrn verstand versuchte den angestellten ein andermal wieder zu kommen sobald alexei alexandrewitsch wieder allein geblieben war sagte er sich dass er nicht imstande sei die rolle des festen ruhigen mannes länger durchzuführen er ließ den wagen der schon auf ihn wartete wieder ausspannen ordnete an es solle niemand vorgelassen werden und kam zum mittagessen nicht aus seinem zimmer er fühlte daß er diese von allen seiten ihm entgegentretende geringschätzung und abneigung nicht ertragen könne die er auch auf dem gesicht dieses angestellten so deutlich ausgeprägt sah und auf dem gesicht carnets und auf den gesichtern aller ohne ausnahme mit denen er in diesen zwei tagen zusammengekommen war er fühlte daß er den haß der menschen nicht von sich abwenden konnte weil dieser haß nicht etwa davon herrührte daß er ein schlechter mensch gewesen wäre dann hätte er sich ja bemühen können besser zu werden sondern davon daß er durch ein schmähliches garstiges ereignis ein unglücklicher mensch geworden war er wußte daß sie deswegen gerade deswegen weil sein herz auf das schmerzlichste zerrissen war gegen ihn erbarmungslos sein würden er fühlte daß die menschen ihn vernichten würden so wie hunde einen anderen von wunden zerfleischten vor schmerz heulenden hund erwürgen er wußte daß er sich vor den menschen nur dadurch retten konnte daß er seine wunden vor ihnen verbarg und er hatte das in diesen zwei tagen unwillkürlich zu tun versucht aber jetzt fühlte er sich nicht mehr imstande diesen kampf fortzusetzen seine verzweiflung wurde noch durch das bewußtsein gesteigert daß er mit seinem gram vollständig allein dastand er hatte in petersburg keinen menschen dem gegenüber er von allen seinen empfindungen hätte sprechen können keinen menschen der in ihm nicht den hohen beamten und ein mitglied der vornehmen gesellschaft sondern einfach einen leidenden menschen gesehen und mitleid mit ihm gehabt hätte und auch sonst kannte er nirgends einen solchen menschen alexei alexandrowitsch war als weise aufgewachsen sie waren zwei brüder des vaters erinnerten sich beide nicht die mutter starb als alexei alexandrowitsch zehn jahre alt war vermögen war nur wenig vorhanden der onkel karenin ein hoher beamter und ehedem ein günstling des verstorbenen kaisers sorgte für die erziehung der beiden knaben nachdem alexei alexandrowitsch das gymnasium und die universität mit auszeichnung besucht hatte durchmaß er mit beihilfe seines onkels die ersten strecken der beamtenlaufbahn in glänzender weise und kannte seitdem kein anderes streben als den dienstlichen ehrgeiz weder auf dem gymnasium noch auf der universität noch später während seiner amtszeit knüpfte alexei alexandrowitsch mit irgendjemandem freundschaftliche beziehungen an sein bruder stand ihm seelisch noch am nächsten aber dieser gehörte zum stab des ministeriums der auswärtigen angelegenheiten und lebte dauernd im auslande wo er bald nach alexei alexandrowitschs verheiratung starb zur zeit als alexei alexandrowitsch das amt eines gouverneurs innehatte brachte annas tante eine reiche in der gouvernementsstadt wohnhafte dame ihn der damals zwar kein junger mann mehr aber für einen gouverneur doch recht jung war mit ihrer nichte zusammen und versetzte ihn in eine solche lage daß er entweder dem jungen mädchen einen antrag machen oder die stadt verlassen mußte alexei alexandrowitsch schwankte lange es sprachen damals ebenso viele gründe für diesen schritt wie dagegen und es lag eigentlich gar kein entscheidender grund vor der ihn hätte veranlassen können von seinem grundsatz im zweifelsfalle zurückhaltung abzugehen aber annas tante ließ ihm durch einen bekannten eindringlich vorstellen daß er das junge mädchen bereits bloßgestellt habe und daß er nach dem gebot der ehre verpflichtet sei ihr seine hand anzubieten so machte er ihr denn einen antrag und widmete seiner braut und künftigen frau die gesamte menge von gefühl deren er fähig war die zuneigung zu anna ließ jedes in seiner seele noch übrige verlangen nach einem herzlichen verhältnisse zu anderen menschen ersterben und jetzt stand ihm von allen seinen bekannten kein einziger wirklich nahe er hatte viele sogenannte verbindungen aber keine freundschaftlichen beziehungen alexei alexandrowitsch kannte viele leute die er zu sich zum mittagessen einladen die er um ihre mitwirkung bei einer ihn interessierenden angelegenheit um ihre fürsprache für irgendeinen bewerber bitten mit denen er über die handlungen anderer personen und der höchsten regierungsbehörden ohne hemmung reden konnte aber die beziehungen zu diesen leuten beschränkten sich auf ein durch brauch und gewohnheit fest begrenztes gebiet das zu überschreiten unmöglich war er hatte ja einen universitätskameraden dem er nachher etwas näher getreten war und mit dem er allenfalls über seinen persönlichen kummer hätte reden können aber dieser kamerad war kurator in einem weit entfernten bezirk der unterrichtsverwaltung von seinen petersburger bekannten standen ihm verhältnismäßig noch am nächsten sein subdirektor und sein hausarzt michael wassilewitsch ludin sein subdirektor war ein schlichter verständiger guter braver mann und alexei alexandrowitsch hatte die empfindung dass er ihm persönlich zugetan sei aber ihr fünfjähriges amtliches verhältnis hatte zwischen ihnen eine schranke für herzensergüsse errichtet alexei alexandrowitsch blickte nachdem er mit dem unterschreiben der papiere fertig war seinen untergebenen lange schweigend an und setzte mehrmals zum reden an konnte aber kein wort hervorbringen er hatte sich schon den satz zurechtgelegt haben sie von meinem kummer gehört aber schließlich sagte er doch nur wie gewöhnlich also bereiten sie mir dies vor und entließ ihn damit der zweite derartige bekannte war sein arzt der gleichfalls eine freundliche gesinnung gegen ihn hegte aber zwischen ihnen beiden bestand schon seit langer zeit ein stillschweigendes übereinkommen einander nicht unnötig lange in anspruch zu nehmen da sie beide mit arbeit überhäuft waren und es immer sehr eilig hatten an seine freundinnen und an die allererste unter ihnen die gräfin lidia ivanovna dachte alexei alexandrowitsch überhaupt gar nicht alle frauen waren ihm einfach schon als frauen entsetzlich und widerwärtig 22 alexei alexandrowitsch hatte die gräfin lidia ivanovna vergessen aber sie ihn nicht in diesem schwersten augenblick seiner einsamen verzweiflung besuchte sie ihn und trat unangemeldet in sein arbeitszimmer sie traf ihn am tische sitzend den kopf auf beide hände gestützt sagte sie indem sie schnellen schrittes auf ihn zutrat die erregung und die rasche bewegung benahmen ihr beinahe den atem ich habe alles gehört alexei alexandrowitsch mein freund fuhr sie fort drückte ihm mit ihren beiden händen die hand und blickte ihm mit ihren schönen schwärmerischen augen ins gesicht alexei alexandrowitsch stand mit finsterer mine auf und rückte ihr nachdem er seine hand frei gemacht hatte einen stuhl heran ist es ihnen nicht gefällig gräfin ich empfange nicht weil ich krank bin sagte er seine lippen bebten mein freund sagte die gräfin ivanovna noch einmal ohne die augen von ihm wegzuwenden und plötzlich zogen sich ihre brauen auf den inneren seiten in die höhe so daß sie auf der stirn ein dreieck bildeten wodurch ihr unschönes gelbes gesicht noch hässlicher wurde aber alexei alexandrowitsch fühlte daß sie mit ihm mitleid habe und nahe daran sei zu weinen und da überkam ihn die rührung er ergriff ihre weiche hand und küßte sie wiederholt mein freund sagte sie aber die stimme wollte ihr vor erregung nicht gehorchen sie dürfen sich nicht ihrem kummer so ganz überlassen ihr leid ist groß aber sie müssen trost finden ich fühle mich wie niedergeschmettert wie zermalmt ich bin gar kein mensch mehr sagte alexei alexandrowitsch er ließ ihre hand los sah ihr aber weiter in die tränen erfüllten augen meine lage ist deshalb so furchtbar weil ich nirgends auch in mir selbst nicht einen stützpunkt finde sie werden eine stütze finden aber suchen sie sie nicht in mir wiewohl ich sie bitte an meine freundschaft zu glauben erwiderte sie mit einem seufzer unsere stütze ist die liebe jene liebe die er uns hinterlassen hat seine last ist leicht sagte sie mit jenem verzückten blick den alexei alexandrowitsch an ihr so gut kannte er wird ihr halt und ihre hilfe sein es klang aus diesen worten die rührung über die eigenen erhabenen gefühle heraus auch spürte man darin die neue verzückte erst unlängst in petersburg mode gewordene mystische richtung aber obwohl alexei alexandrowitsch der gleichen sonst als überschwänglichkeit verwarf so hörte er diese worte jetzt doch nicht ungern ich bin ganz schwach ich bin wie vernichtet ich hatte nichts derartiges vorausgesehen und begreife auch jetzt nichts davon mein freund wiederholte lydia ivanovna es handelt sich nicht um den verlust dessen was dahin ist nein darum handelt es sich nicht fuhr alexei alexandrowitsch fort darüber klage ich nicht aber ich kann mir nicht helfen ich schäme mich vor den menschen wegen der lage in der ich mich befinde das ist schlecht von mir aber ich kann nicht anders kann nicht anders nicht sie haben jene erhabene tat der vergebung vollbracht die mich und alle entzückt sondern er der in ihrem herzen wohnt sagte die gräfin lydia ivanovna und richtete schwärmerisch die augen empor und darum dürfen sie sich ihrer tat nicht schämen alexei alexandrowitsch machte ein finsteres gesicht legte die hände zusammen und knackte mit den fingern man muss alle einzelheiten kennen um ein urteil über meinen zustand zu haben sagte er mit seiner hohen stimme die kräfte des menschen haben ihre grenzen gräfin und ich bin an der grenze der meinigen angelangt den ganzen tag über habe ich heute anordnungen treffen müssen häusliche anordnungen die durch meine neue einsame situation veranlasst waren er legte einen besonderen ton auf das wort veranlasst die dienerschaft die erzieherin rechnungen ich wurde sozusagen auf gelinder glut geröstet und war nicht imstande es länger zu ertragen beim mittagessen ich wäre gestern beinahe während der mahlzeit vom tisch weggegangen ich konnte es nicht ertragen wie mein sohn mich ansah er fragte mich nicht was das alles zu bedeuten habe aber er wollte fragen und ich konnte seinen blick nicht aushalten er fürchtete sich mich anzusehen und damit noch nicht genug alexei alexandrowitsch wollte von der rechnung reden die ihm zugestellt war aber die stimme begann ihm zu zittern und er hielt inne an diese auf bläuliches papier geschriebene rechnung über einen hut und bänder konnte er nicht denken ohne sich selbst auf das tiefste zu bemitleiden ich verstehe sie mein freund erwiderte die gräfin lydia ivanovna ich verstehe alles die wahre hilfe und den wahren trost werden sie allerdings bei mir nicht finden aber doch bin ich nur zu dem zwecke gekommen ihnen zu helfen wenn ich es vermag wenn ich ihnen doch all diese kleinlichen erniedrigenden sorgen abnehmen könnte es ist mir klar dass hier eine frau schalten und walten muss wollen sie mich damit beauftragen alexei alexandrowitsch drückte ihr schweigend und dankbar die hand wir wollen beide gemeinsam für ihren kleinen sergei sorgen ich habe zwar in praktischen dingen nicht viel erfahrung aber ich werde es übernehmen ich werde ihre haushälterin sein danken sie mir nicht ich tue das nicht selbst ich muss ihnen von ganzem herzen danken aber mein freund überlassen sie sich nicht jenem gefühl von dem sie sprachen sich dessen zu schämen was doch die höchste vollendung des christen darstellt denn wer sich selbst erniedrigt der soll erhöht werden und danken dürfen sie mir nicht ihm müssen sie danken und ihn um hilfe anflehen in ihm allein finden wir ruhe und trost und rettung und liebe sagte sie und begann die augen zum himmel richtend zu beten wie alexei alexandrowitsch aus ihrem schweigen schloss alexei alexandrowitsch hatte ihr zugehört und die ausdrücke die im früher wenn auch nicht gerade widerwärtig gewesen so doch überschwänglich vorgekommen waren erschienen ihm jetzt so natürlich und tröstlich er war kein freund dieses neumodischen schwärmerischen wesens er war ein gläubiger christ der sich zur religion vorwiegend vom politischen standpunkte aus hielt und die moderne richtung die sich mehrere neue auslegungen gestattete war ihm namentlich deshalb grundsätzlich zuwider weil sie dem streit der meinungen und einer zersetzenden kritik tür und tor öffnete er hatte früher dieser neuen richtung kühl ja feindselig gegenüber gestanden sich indessen mit der gräfin lydia ivanovna die dafür begeistert war niemals in einen streit darüber eingelassen sondern ihre herausfordernden bemerkungen immer absichtlich mit stillschweigen übergangen jetzt aber hatte er ihre redewendungen zum ersten mal mit vergnügen angehört und innerlich ihnen nicht widersprochen ich bin ihnen sehr sehr dankbar für das was sie mir gutes tun und sagen äußerte er nachdem sie aufgehört hatte zu beten die gräfin lydia ivanovna drückte ihrem freunde noch einmal beide hände jetzt will ich mich ans werk machen sagte sie nach einer kurzen pause des schweigens lächelnd und wischte sich die tränen spuren vom gesicht ich gehe zu sergei nur im äußersten notfall werde ich mich an sie wenden sie stand auf und ging hinaus die gräfin lydia ivanovna ging in sergeis zimmer und sagte dem knaben indem sie die wangen des erschrockenen mit ihren tränen benetzte sein vater sei ein heiliger und seine mutter sei gestorben die gräfin lydia ivanovna erfüllte ihr versprechen sie nahm wirklich alle sorgen für die neuordnung und leitung von alexei alexandrowitschs haushalt auf sich aber sie hatte nicht übertrieben als sie sagte sie habe in praktischen dingen nicht viel erfahrung alle ihre anordnungen mussten abgeändert werden da sie einfach unausführbar waren und zwar wurden sie abgeändert von alexei alexandrowitschs kammerdiener der ohne daß sich jemand dessen recht bewußt geworden wäre jetzt karenins ganzen haushalt leidete und ruhig und vorsichtig seinem herrn während des ankleidens alles erforderliche meldete aber dennoch war auch lydia ivanovnas hilfe im höchsten grade wirksam sie hatte dem traurigen eine art von seelischer stütze verliehen sowohl dadurch dass sie ihn hatte erkennen lassen wie sehr er von ihr geliebt und geschätzt wurde wie auch namentlich insofern als sie und es war ihr ein besonderer trost dies zu glauben ihn schon beinahe ganz zum christentum bekehrt hatte das heißt ihn aus einem nur lässigen lauen gläubigen in einen warmen eifrigen anhänger jener neuen auffassung des christentums verwandelt hatte die in letzter zeit in petersburg so viel verbreitung gefunden hatte alexei alexandrowitsch fand keine große mühe dabei sich von der richtigkeit dieser auffassung zu überzeugen ihm sowie der gräfin lydia ivanovna und anderen leuten die diese anschauungen teilten fehlte es vollständig an tiefe der einbildungskraft an jener geistigen fähigkeit die durch die einbildungskraft hervorgerufenen vorstellungen in dem maße wirklich werden zu lassen dass sie mit anderen vorstellungen und mit der wirklichkeit in übereinstimmung gebracht zu werden verlangen er sah nichts unmögliches und widerspruchsvolles in der vorstellung dass der für die ungläubigen bestehende tod für ihn selbst nicht da sei und dass da er nach seinem eigenen richterlichen ermessen den vollsten glauben besitze auch keine sünde mehr in seiner seele vorhanden sei und er schon hier auf erden der völligen erlösung teilhaftig werde allerdings hatte auch alexei alexandrowitsch selbst ein dunkles gefühl von der leichtfertigkeit und fehlerhaftigkeit dieser vorstellung über seinen glauben und wußte dass er damals wo er noch gar nicht daran gedacht hatte sein verzeihen als die wirkung einer höheren macht aufzufassen sondern sich einfach diesem unmittelbaren gefühle überlassen hatte dass er damals ein größeres glück empfunden hatte als jetzt wo er sich jeden augenblick sagte dass christus in seiner seele lebe und dass er wenn er papiere unterschrieb lediglich seinen willen zur ausführung bringe aber es war ihm ein bedürfnis geworden so zu denken es war ihm in dem maße bedürfnis geworden in seiner erniedrigung auf dieser wenn auch nur eingebildeten höhe zu stehen von der aus er von allen verachtet die anderen verachten konnte dass er sich wie an einem rettungsanker an seine vermeintliche erlösung anklammerte Ende von abschnitt 71 gelesen von eva k abschnitt 72 von anna karinina von jev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain die gräfin lydia iwanowna war als sehr junges schwärmerisches mädchen an einen reichen vornehmen gutmütigen liederlichen lebemann verheiratet worden schon im zweiten monat der ehe vernachlässigte er sie und beantwortete ihre begeisterten liebesbeteuerungen nur mit spott und sogar mit einer feindseligkeit die die leute die einerseits das gute herz des grafen kannten und andererseits an der schwärmerischen lydia keine mängel sahen sich schlechterdings nicht erklären konnten seitdem lebten sie wenn sie sich auch nicht hatten scheiden lassen doch getrennt voneinander und wenn der mann mit seiner frau zusammentraf so behandelte er sie stets und unveränderlich mit jenem giftigen spott dessen ursache allen unverständlich war die gräfin lydia iwanowna war in ihren mann schon längst nicht mehr verliebt aber es hatte seit jener zeit keinen augenblick gegeben wo sie nicht in irgendjemand verliebt gewesen wäre manchmal war sie in mehrere menschen zugleich verliebt sowohl in männer wie in frauen sie verliebte sich fast in alle menschen die sich durch irgendetwas auszeichneten sie verliebte sich in alle neuen prinzen und prinzessinnen die mit der kaiserlichen familie durch heirat in verwandtschaft traten sie verliebte sich in einen metropoliten in einen vikar und in einen pfarrer sie verliebte sich in einen journalisten in drei panslavisten in kamisarov in einen minister in einen arzt in einen englischen missionar und in karenin alle diese zärtlichen gefühle die bald schwächer bald stärker auftraten hinderten sie nicht die ausgedehntesten und verwickelsten beziehungen mit dem hofe und der vornehmen gesellschaft zu unterhalten aber seit sie nach dem unglück von dem karenin betroffen worden war diesen unter ihren ganz besonderen schutz genommen hatte sich in karenins haushalt abarbeitete und für sein persönliches wohlbefinden sorgte seitdem fühlte sie dass alle ihre früheren liebesgefühle nicht wahr und echt gewesen seien dass sie aber jetzt in karenin allein wirklich verliebt sei das gefühl das sie jetzt für ihn empfand erschien ihr stärker als alle früheren wenn sie dieses gefühl prüfte und mit ihren früheren verglich so erkannte sie deutlich dass sie sich in kamisarov nicht verliebt hätte wenn er nicht dem kaiser das leben gerettet sich nicht in ristitsch kudzitski verliebt hätte wenn er nicht so eifrig für den panslavismus gewirkt hätte daß sie aber karenin um seiner selbst willen liebte wegen seiner hohen unverstandenen seele und wegen des ihr so angenehmen hohen klanges seiner stimme mit ihrem langgezogenen tonfall und wegen seines müden blickes und wegen seines charakters und seiner weichen weißen hände mit den hervortretenden adern sie freute sich nicht nur über jede begegnung mit ihm sondern sie suchte auch auf seinem gesicht nach merkmalen des eindrucks den sie auf ihn gemacht habe sie wünschte ihm nicht nur durch ihre reden sondern auch durch ihre gesamte persönlichkeit zu gefallen sie beschäftigte sich um seinetwillen mit ihrem äußeren jetzt mehr als je vorher sie ertappte sich bei träumereien was wohl geschehen könnte wenn sie nicht verheiratet und auch er frei wäre sie errötete vor erregung sobald er ins zimmer trat sie konnte ein lächeln des entzückens nicht zurückhalten wenn er ihr etwas angenehmes sagte schon seit mehreren tagen befand sich die gräfin lydia iwanowna in der heftigsten aufregung sie hatte erfahren daß anna und wronski sich in petersburg befänden sie mußte alexei alexandrowitsch vor einer begegnung mit anna bewahren sie mußte ihn sogar vor der schmerzlichen kenntnis der tatsache bewahren daß dieses entsetzliche weib sich mit ihm in ein und derselben stadt aufhielt und er jeden augenblick mit ihr zusammentreffen konnte lydia iwanowna zog durch ihre bekannten erkundigungen darüber ein was diese schrecklichen menschen wie sie anna und wronski nannte vor hätten und bemühte sich in diesen tagen alle schritte ihres freundes so zu leiten daß er ihnen nicht begegnen konnte ein junger mit wronski befreundeter adjutant durch den sie nachrichten erhielt und der durch vermittlung der gräfin lydia iwanowna eine vergünstigung zu erlangen hoffte teilte ihr mit daß die beiden ihre geschäftlichen angelegenheiten erledigt hätten und am folgenden tage abreisen würden lydia iwanowna fing schon an sich zu beruhigen da wurde ihr am nächsten vormittag ein brief überbracht dessen handschrift sie mit schrecken erkannte es war anna kareninas handschrift der längliche gelbe umschlag bestand aus einem papier so dick wie bast und trug ein sehr großes monogramm der brief duftete sehr angenehm wer hat das gebracht ein hoteldiener die gräfin lydia iwanowna konnte sich lange nicht hinsetzen um den brief zu lesen vor aufregung bekam sie einen anfall von atemnot an der sie mitunter litt als sie sich einigermaßen beruhigt hatte las sie die folgenden in französischer sprache geschriebenen zeilen madame la comtesse die christlichen gefühle von denen ihr herz erfüllt ist geben mir die wie ich selbst fühle unverzeihliche kühnheit ein an sie zu schreiben die trennung von meinem sohne macht mich unglücklich ich flehe sie inständigst um die erlaubnis an ihn vor meiner abreise nur ein einziges mal sehen zu dürfen verzeihen sie mir dass ich mich ihnen in erinnerung bringe ich wende mich nur deshalb an sie und nicht an alexei alexandrowitsch weil ich diesem großmütigen manne nicht durch die erinnerung an mich schmerz bereiten möchte da ich weiß welche freundschaftliche gesinnung sie gegen ihn hegen so darf ich hoffen dass sie mir dies nachfühlen wollen sie sergei zu mir schicken oder darf ich zu einer von ihnen zu bestimmenden zeit ins haus kommen oder wollen sie mich wissen lassen wann und wo ich ihn außerhalb des hauses sehen kann ich befürchte keine ablehnung meiner bitte da ich die großmut dessen kenne von dem dies abhängt sie können sich nicht vorstellen wie sehr ich mich danach sehne ihn wiederzusehen und daher können sie sich auch nicht vorstellen wie dankbar ich ihnen für ihre beihilfe sein werde anna alles an diesem briefe brachte die gräfin lydia iwanowna auf sein inhalt und der hinweis auf karenins großmut und namentlich der wie es ihr vorkam zu ungezwungene ton sage dem boten daß keine antwort erfolgt sagte die gräfin lydia iwanowna dann öffnete sie sofort ihre schreibmappe und schrieb an alexei alexandrowitsch sie hoffe ihn zwischen zwölf und ein uhr bei der gratulationskur im palais zu sehen ich muss notwendig mit ihnen über eine ebenso wichtige wie traurige angelegenheit reden dort wollen wir einen ort für die besprechung verabreden am besten wäre es bei mir zu hause wo ich ihren tee zubereiten lassen werde die sache ist unumgänglich notwendig aber er der uns das kreuz auflegt er verleiht uns auch die kraft es zu tragen fügte sie hinzu um ihn wenigstens einigermaßen vorzubereiten die gräfin lydia iwanowna schrieb gewöhnlich im laufe jedes tages zwei bis drei briefchen an alexei alexandrowitsch sie liebte diese art des verkehrs mit ihm weil sie etwas elegantes und geheimnisvolles an sich hatte zwei dinge die bei dem persönlichen verkehr der gräfin mit alexei alexandrowitsch mangelten 24 die gratulationskur war beendet beim fortgehen unterhielten sich bekannte die einander begegneten über die letzten neuigkeiten des tages die neu verliehenen auszeichnungen und die veränderungen in den höchsten beamten stellen man sollte die gräfin marja borisowna zum kriegsminister und die fürstin watkowska ja zum chef des generalstabs machen sagte ein grauhaariger kleiner alter herr in goldgestickter uniform zu einem hochgewachsenen sehr schönen hoffräulein das sich bei ihm nach den beförderungen erkundigt hatte und mich zum adjutanten antwortete das hoffräulein lächelnd sie haben bereits eine andere bestimmung sie bekommen das ministerium der geistlichen angelegenheiten und ihr unterstaatssekretär wird herr karenin guten tag fürst sagte der kleine alte herr und drückte einem herantretenden die hand was sagten sie davon karenin fragte der fürst er und putiatow haben den alexander nevski orden erhalten ich dachte den hätte er schon nein sehen sie ihn einmal an sagte der kleine alte herr und deutete mit seinem goldgestickten hute auf karenin der in hofuniform und mit dem neuen roten ordensband um die schulter mit einem der einflussreichsten mitglieder des reichsrates in der saaltür stand er ist glücklich und zufrieden wie ein kupferdreier fügte er hinzu und hielt dann inne um einem herkulisch gebauten schönen kammerherrn die hand zu drücken nein er ist doch recht gealtert meinte der kammerherr von sorgen er tut jetzt weiter nichts als projekte ausarbeiten den unglücklichen den er da gefasst hat wird er nicht loslassen ehe er ihm nicht alles punkt für punkt auseinander gesetzt hat der soll gealtert sein ich glaube die gräfin lydia ivanovna ist jetzt eifersüchtig auf seine frau oh oh bitte reden sie nichts schlechtes von der gräfin lydia ivanovna ist denn das etwas schlechtes daß sie in karenin verliebt ist ist es richtig daß frau karenina hier ist das heißt hier im palais ist sie nicht aber in petersburg ist sie ich habe sie gestern mit alexei wronski in der marskaia straße getroffen setan nom kinapa begann der kammerherr hielt aber inne um einem vorbeikommenden mitgliede der kaiserlichen familie platz zu machen und sich zu verbeugen so sprach man unaufhörlich über alexei alexandrowitsch bekrittelte ihn und machte sich über ihn lustig während er selbst jenem mitgliede des reichsrates dessen er sich bemächtigt hatte den weg versperrte und ihm ohne auch nur für einen augenblick eine unterbrechung in seiner darlegung eintreten zu lassen so dass der ärmste hätte entschlüpfen können punkt für punkt einen finanzplan auseinandersetzte fast zur selben zeit wo ihn seine frau verließ hatte alexei alexandrowitsch das bitterste durchmachen müssen was es für einen beamten gibt das aufhören der aufsteigenden bewegung in seiner laufbahn dieser stillstand war zweifellos eingetreten und alle sahen es deutlich aber alexei alexandrowitsch selbst war noch nicht zu der erkenntnis gelangt dass seine laufbahn endgültig abgeschlossen sei ob nun der zusammenprall mit stremov den grund bildete oder das unglück das er mit seiner frau gehabt hatte oder einfach der umstand daß alexei alexandrowitsch an die ihm vom schicksal vorher bestimmte grenze gelangt war jedenfalls wurde es für alle in diesem jahre augenfällig dass es mit seiner laufbahn ein ende hatte er bekleidete zwar noch ein hohes amt er war mitglied vieler kommissionen und komitees aber er war nun schon ein mann den man für völlig verbraucht ansah und von dem man nichts mehr erwartete er mochte reden und vorschlagen was er wollte man hörte ihm mit einer miene zu als sei das was er vorschlug schon längst bekannt und gerade das allerunbrauchbarste aber alexei alexandrowitsch merkte das nicht im gegenteil jetzt wo er von der eigentlichen mitarbeiterschaft bei der regierungstätigkeit ausgeschlossen war erkannte er noch deutlicher als früher die mängel und fehler in der tätigkeit anderer und hielt es demgemäß für seine pflicht auf die trennung von seiner frau begann er eine denkschrift über die notwendigkeit der einrichtung eines neuen gerichtshofes zu schreiben die erste in der langen reihe jener denkschriften aus allen verwaltungsgebieten die ihm zu verfassen noch beschieden war und von denen niemand etwas wissen wollte aber da alexei alexandrowitsch die hoffnungslosigkeit seiner amtlichen stellung gar nicht bemerkte so kam es ihm auch nicht in den sinnen sich gekränkt zu fühlen vielmehr war er mit seiner tätigkeit mehr als je zufrieden wer da freiet der sorget was der welt angehöret wie er dem weibe gefalle wer aber ledig ist der sorget was dem herrn angehöret wie er dem herrn gefalle sagte der apostel paulus und alexei alexandrowitsch der sich jetzt in allen stücken von der heiligen schrift leiten ließ dachte häufig an diesen spruch es schien ihm daß er seitdem er ohne frau lebte durch diese seine entwürfe dem herrn mehr diente als früher durch die sichtliche ungeduld des reichsratsmitgliedes das von ihm loszukommen wünschte ließ alexei alexandrowitsch sich nicht stören er hörte mit seinen auseinandersetzungen erst dann auf als jener herr sich das vorbeigehen eines mitgliedes der zarenfamilie zunutze machte und ihm entschlüpfte als alexei alexandrowitsch allein geblieben war suchte er den kopf senkend seine gedanken zu sammeln dann blickte er zerstreut um sich und ging nach der tür zu wo er die gräfin lydia iwanowna zu treffen hoffte wie kräftig und gesund diese leute alle in körperlicher hinsicht sind dachte alexei alexandrowitsch beim anblick des mächtig großen kammerherrn mit dem auseinandergekämmten parfümierten backenbarte und des in seine uniform eingezwängten fürsten mit dem roten halse an denen er vorbeigehen musste es ist ein wahres wort das die ganze welt im argen liegt dachte er da er den gesprächsstoff der herren ahnte und richtete auch nach den wagen des kammerherrn noch einen schielenden blick langsam dahinschreitend grüßte alexei alexandrowitsch mit seiner gewohnten müden würdevollen miene diese herren die sich über ihn unterhielten und blickte dann nach der tür und suchte mit den augen die gräfin lydia iwanowna ah alexei alexandrowitsch sagte der kleine alte herr in dessen augen es bußhaft aufleuchtete als karenin in seine nähe gekommen war und mit kühler höflichkeit den kopf neigte ich habe sie noch nicht beglückwünscht fuhr er fort auf das neu erhaltene ordensband deutend ich danke ihnen erwiderte alexei alexandrowitsch welch ein schöner tag heute fügte er hinzu wobei er nach seiner gewohnheit einen besonderen ton auf das wort schön legte er wußte daß sie sich über ihn lustig machten und er erwartete von ihrer seite auch gar nichts anderes als feindseligkeiten daran war er schon gewöhnt in diesem augenblick gewahrte er die aus dem korsett sich heraushebenden gelben schultern der gräfin lydia iwanowna die gerade in die tür trat und ihre schönen schwärmerischen augen die ihm zu sich riefen alexei alexandrowitsch lächelte so daß seine noch tadellosen weißen zähne sichtbar wurden und ging auf sie zu auf ihr äußeres hatte lidja iwanowna wie in der letzten zeit stets große mühe verwendet sie bezweckte bei ihrer kleidung jetzt etwas ganz anderes als sie dreißig jahre früher dabei im auge gehabt hatte damals war es ihr eine lust gewesen sich mit irgend etwas zu putzen und je mehr um so besser jetzt dagegen mußte sie nach den geboten des hofes und der mode kleider tragen die so wenig zu ihren jahren und zu ihrer gestalt passten daß ihr streben nur darauf gerichtet war den gegensatz zwischen diesen kleidern und ihrem äußeren einigermaßen herabzumildern und bei alexei alexandrowitsch erreichte sie diesen zweck sie erschien ihm anziehend für ihn war sie inmitten dieses meeres von feindseligkeit und spott das ihn umgab die einzige insel des wohlwollens ja mehr noch der liebe während er zwischen den spöttischen blicken die sich auf ihn richteten wie durch eine spießrutengasse dahin schritt strebte er naturgemäß ihrem verliebten blick entgegen wie die pflanze dem licht ich gratuliere ihnen sagte sie zu ihm mit den augen auf das ordensband hinweisend ein lächeln der befriedigung unterdrückend zuckte er mit den achseln und schloss die augen als wollte er sagen so etwas könne ihm keine freude machen aber die gräfin lydia ivanovna wusste ganz genau daß dergleichen eine außerordentlich große freude für ihn war wenn er es auch niemals eingestand was macht unser engel fragte die gräfin lydia ivanovna mit dieser bezeichnung meinte sie den kleinen sergei ich kann nicht sagen daß ich völlig mit ihm zufrieden wäre versetzte alexei alexandrowitsch indem er die brauen in die höhe zog und die augen weit öffnete auch sitnikow ist mit ihm unzufrieden sitnikow war der erzieher der sergeis ausbildung mit ausnahme des religionsunterrichtes zu leiten hatte wie ich ihnen schon neulich sagte zeigt er eine gewisse gleichgültigkeit gerade den wichtigsten fragen gegenüber die die seele eines jeden menschen und auch eines jeden kindes beschäftigen müssen begann alexei alexandrowitsch seine gedanken über den einzigen gegenstand der ihnen abgesehen von der amtlichen tätigkeit jetzt noch interessierte darzulegen nachdem alexei alexandrowitsch sich mit lydia ivanovnas beihilfe dem leben und der tätigkeit von neuem zugewandt hatte hatte er es als seine pflicht empfunden sich mit der erziehung des in seinen händen zurückgebliebenen sohnes zu beschäftigen da er sich früher niemals mit erziehungsfragen abgegeben hatte so hatte er nun zunächst dem theoretischen studium des gegenstandes einen teil seiner zeit gewidmet und mehrere bücher über anthropologie pädagogik und didaktik durchgearbeitet dann hatte er einen erziehungsplan aufgestellt dem besten pädagogen petersburgs die leitung der erziehung des knaben übertragen und die aufgabe in angriff genommen und diese aufgabe beschäftigte ihn nun beständig ja aber das herz ich erkenne bei ihm das herz des vaters und mit einem solchen herzen kann das kind nicht schlecht sein erwiderte lydia ivanovna schwärmerisch mag sein was mich betrifft so erfülle ich eben meine pflicht das ist alles was ich tun kann kommen sie heute zu mir sagte die gräfin lydia ivanovna nach einem kurzen stillschweigen wir müssen über eine für sie sehr traurige angelegenheit sprechen ich würde alles darum geben wenn ich sie vor gewissen erinnerungen bewahren könnte aber andere leute denken nicht so ich habe einen brief von ihr erhalten sie ist hier in petersburg alexei alexandrowitsch zuckte bei der erwähnung seiner frau zusammen aber im nächsten augenblick zeigte sich auf seinem gesicht jener ausdruck einer leichenhaften starrheit der seine völlige hilflosigkeit in dieser angelegenheit erkennen ließ ich habe das erwartet sagte er die gräfin lydia ivanovna blickte ihn schwärmerisch an und tränen des entzückens über seine seelengröße traten ihr in die augen einde von abschnitt 72 gelesen von eva k abschnitt 73 von anna karenina von jev nikolaevich talstoi übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil fünfundzwanzig als alexei alexandrowitsch das kleine mit altem porzellan und bildnissen geschmückte gemütliche arbeitszimmer der gräfin lydia ivanovna betrat war die hausfrau selbst noch nicht anwesend sie war dabei sich umzukleiden über den runden tisch war ein weißes tuch gebreitet und darauf stand ein chinesisches teegeschirr und eine silberne teemaschine mit spiritus lampe alexei alexandrowitsch blickte zerstreut umher nach den zahllosen ihm wohlbekannten bildnissen die das zimmer schmückten dann setzte er sich an den tisch und schlug das dort liegende neue testament auf das rascheln des seidenen kleides der gräfin ließ ihn das buch wieder schließen sehen sie wohl nun wollen wir uns recht gemütlich hinsetzen sagte sie und schob sich eilig mit lächelndem aber aufgeregten gesicht zwischen den tisch und das sofa und uns bei unserem tee miteinander unterhalten nach einigen vorbereitenden worten übergab sie ihm schwer atmend und errötend den brief den sie erhalten hatte nachdem er den brief gelesen hatte schwieg er lange ich glaube nicht dass ich ein recht habe es ihr abzuschlagen sagte er dann in schüchternem ton und blickte auf mein freund sie sehen in niemandem etwas böses im gegenteil ich sehe dass alles böse ist aber ob es gerecht wäre wenn ich auf seinem gesicht lag ein ausdruck von unentschlossenheit und die bitte um rat unterstützung und leitung in dieser sache bei der sein verständnis versagte nein unterbrach ihn die gräfin lidia ivanovna alles hat seine grenzen ich habe verständnis für die sittenlosigkeit hierin redete sie nicht ganz aufrichtig da sie niemals hatte begreifen können was eigentlich frauen zur sittenlosigkeit treibt aber ich habe kein verständnis für die grausamkeit und grausamkeit gegen wen gegen sie wie kann sie es wagen sich in derselben stadt aufzuhalten wo sie sind nein man mag noch so lange leben sagt das sprichwort man lernt immer noch etwas neues und was ich neues lerne das ist ihre seelengröße und die niedrigkeit dieser frau zu verstehen wer darf einen stein auf sie werfen sagte alexei alexandrowitsch offenbar mit seiner rolle bei dieser erörterung zufrieden ich habe ihr alles vergeben und daher darf ich sie nicht dessen berauben was für sie ein bedürfnis der liebe ist der liebe zu ihrem sohne aber ist das auch wirklich liebe mein freund ist das aufrichtig allerdings sie haben ihr verziehen sie verzeihen ihr aber haben wir ein recht in dieser weise auf die seele des engels einzuwirken er hält sie für tot er betet für sie und bittet gott ihr ihre sünden zu vergeben und so ist es auch am besten aber was sollte er dann dann denken an diese seite der frage habe ich nicht gedacht antwortete alexei alexandrowitsch der ihr augenscheinlich recht gab die gräfin lydia ivanovna bedeckte ihr gesicht mit den händen und schwieg eine zeit lang sie betete wenn sie mich um rat fragen sagte sie nachdem sie ihr gebet beendet und ihr gesicht wieder frei gemacht hatte so rate ich ihnen es nicht zu tun ich sehe ja wie sie leiden wie dies alle ihre wunden wieder aufgerissen hat aber freilich sie denken wie immer nicht an sich selbst aber wozu kann denn eine solche wiederbegegnung führen doch nur zu neuen leiden für sie und zu qualen für das kind wenn sie noch eine spur von menschlichem empfinden besäße so dürfte sie selbst einen solchen wunsch nicht haben nein ich rate ihnen ohne jedes schwanken davon ab und wenn sie mich dazu ermächtigen so werde ich es ihr schreiben alexei alexandrowitsch gab seine zustimmung und die gräfin lydia ivanovna schrieb in französischer sprache nach stehenden brief gnädige frau die erinnerung an sie könnte ihren sohn zu fragen veranlassen die man nicht würde beantworten können ohne dass die seele des kindes in die furchtbare lage käme verdammen zu müssen was ihr ein heiligtum bleiben soll und daher bitte ich sie die abschlägige antwort ihres gatten im geiste der christlichen liebe aufzufassen ich bitte den allmächtigen um barmherzigkeit für sie gräfin lydia dieser brief erreichte den geheimen zweck den die gräfin nicht einmal sich selbst eingestehen mochte er verletzte anna in tiefster seele alexei alexandrowitsch seinerseits war nachdem er von lydia ivanovna nach hause zurückgekehrt war nicht imstande sich an diesem tage seinen gewohnten beschäftigungen zu widmen und jenen seelenfrieden des gläubigen und erlösten menschen den er vorher empfunden hatte wiederzufinden die erinnerung an seine frau die sich so schwer an ihm versündigt hatte und der er wie die gräfin lydia ivanovna ihm mit recht versicherte als ein heiliger gegenüberstand hätte ihn eigentlich nicht aufzuregen brauchen aber dennoch war er nicht ruhig er war nicht imstande das buch das er las zu verstehen nicht imstande die quälenden erinnerungen an sein verhältnis zu ihr und an die fehler die er wie es ihm jetzt schien ihr gegenüber begangen hatte zu verscheuchen die erinnerung daran wie er bei der rückkehr vom wettrennen das geständnis ihrer untreue aufgenommen hatte und namentlich dass er nur von ihr die wahrung des äußeren anstandes verlangt und den zerstörer seines familienlebens nicht zum zweikampf gefordert hatte marterte ihn mit bitterer reue auch die erinnerung an den brief den er an sie geschrieben hatte quälte ihn und ganz besonders erfüllte der gedanke dass er eine verzeihung gewährt hatte die niemandem bedürfnis war und dass er so liebevoll für das fremde kind gesorgt hatte sein herz mit einem brennenden gefühl von scham und reue und das gleiche gefühl von scham und reue empfand er jetzt wenn er aus seiner ganzen vergangenheit seine beziehungen zu anna vor seinem geistigen auge vorüber ziehen ließ und der ungeschickten worte gedachte mit denen er einst nach langem schwanken ihr einen heiratsantrag gemacht hatte aber inwiefern trage ich eine schuld fragte er sich und diese frage rief bei ihm immer noch eine andere frage hervor nämlich obwohl andere leute leute wie dieser wronski oder wie dieser oblonski oder wie dieser kammerherr mit den dicken baden in anderer weise empfänden in anderer weise liebten in anderer weise heirateten er vergegenwärtigte sich eine ganze reihe solcher gesunder starker selbstbewusster männer die unwillkürlich schon immer und überall seine neugierige aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten er wies diese gedanken von sich er gab sich mühe in sich die überzeugung lebendig zu machen dass er nicht für das irdische zeitliche leben sondern für das ewige leben lebe und dass in seiner seele friede und liebe wohne aber der gedanke dass er in diesem zeitlichen nichtigen leben wie ihm schien einige nichtige fehler begangen habe quälte ihn doch so als wäre jene ewige erlösung an die er glaubte nicht vorhanden indessen war diese anfechtung nicht von langer dauer und bald herrschte in alexei alexandrowitschs seele wieder jene edle ruhe und jene erhabene anschauungsweise mit deren hilfe er das vergessen konnte woran er sich nicht erinnern mochte 26 nun was gibt's kapitone ich sagte der kleine sergei als er lustig und mit roten backen am tage vor seinem geburtstag vom spaziergang zurückkam und sich anschickte seinen faltenreichen überzieher dem großgewachsenen alten pförtner einzuhändigen der von seiner höhe lächelnd auf den kleinen mann herab schaute nun ist heute wieder der beamte mit dem arm in der binde da gewesen hat ihn papa empfangen ja er hat ihn empfangen sobald der subdirektor weggegangen war habe ich ihn gemeldet antwortete der pförtner mit vergnügtem augenzwinkern bitte ich möchte ihnen beim ausziehen behilflich sein sergei sagte der hofmeister des knaben ein russe kein ausländer der in der tür die nach den inneren zimmern führte stehen geblieben war ziehen sie sich den überzieher selbst aus sergei hatte zwar den nur mäßig lauten zuruf des hofmeisters gehört achtete aber nicht darauf er blieb stehen fasste mit der hand den schultergurt des pförtners an und sah ihm ins gesicht nun und hat papa etwas für ihn getan der pförtner nickte bejahend mit dem kopfe der beamte mit dem arm in der binde der schon siebenmal gekommen war um alexei alexandrowitsch eine bitte vorzutragen beschäftigte auch sergei und den pförtner sergei hatte ihn einmal auf dem flur getroffen und gehört wie er den pförtner kläglich gebeten hatte ihn zu melden er müsse sonst mit seinen kindern elend umkommen seitdem war sergeis teilnahme für den beamten erregt dem er nachher noch einmal auf dem flur begegnet war nun und hat er sich sehr gefreut fragte er aber selbstverständlich als er wegging hüpfte er ordentlich vor freuden ist etwas für mich gebracht worden fragte sergei nach einer kleinen pause ja junger herr antwortete der pförtner flüsternd und nickte mit dem kopfe von der gräfin ist etwas gekommen sergei wußte sofort dass das wovon der pförtner sprach ein geschenk von der gräfin lydia iwanowna zu seinem geburtstag sei was du sagst wo ist es karnier hat es zum papa getragen es ist gewiß etwas sehr schönes wie groß ist es so groß ein bißchen kleiner aber schön wird es schon sein ein buch nein ein spielzeug aber nun gehen sie gehen sie wasili lukitsch ruft sagte der pförtner da er die schritte des sich nähernden hofmeisters hörte er deutete mit dem kopf nach wasili lukitsch wunitsch hin und machte behutsam das in dem halb ausgezogenen handschuh steckende händchen von seinem gurt los an dem es ihn festhielt wasili lukitsch ich komme im augenblick antwortete sergei mit jenem vergnügten freundlichen lächeln das den pünktlichen wasili lukitsch immer besiegte aber sergei war zu vergnügt und glücklich als dass er es hätte übers herz bringen können seinem freunde dem pförtner gegenüber von der freude zu schweigen von der er auf seinem spaziergang im sommergarten durch die nichte der gräfin lydia iwanowna erfahren hatte diese freude erschien ihm noch besonders wichtig durch ihr zusammenfallen mit der freude des armen beamten und mit seiner eigenen freude darüber das spielzeug für ihn abgegeben war sergei hatte die empfindung als sei heute ein tag an dem alle menschen froh und vergnügt sein müssten weißt du schon dass papa den alexander njewski orden bekommen hat wie werde ich das nicht wissen es sind doch schon gratulanten gekommen nun und hat er sich darüber gefreut wie sollte er sich über eine solche gnade des zaren nicht freuen ohne zweifel hat er sie verdient sagte der pförtner ernst und würdevoll sergei wurde nachdenklich und betrachtete das ihm bis auf die geringsten einzelheiten genau bekannte gesicht des pförtners namentlich das kinn das zwischen den beiden hälften des grauen backenbartes herunter hing und das außer sergei der immer nur von unten zu ihm hinauf sah noch niemand zu sehen bekommen hatte nun deine tochter hat dich wohl schon lange nicht besucht die tochter des pförtners war balletttänzerin an wochentagen kann sie ja doch nicht kommen die haben auch ihren unterricht und sie haben auch ihren unterricht junger herr gehen sie jetzt nur als sergei in sein zimmer gekommen war teilte er statt sich hinzusetzen und seine aufgaben zu lernen dem hofmeister seine vermutung mit daß das was für ihn gebracht wäre gewiß eine maschine sei meinen sie nicht auch fragte er aber wasili lukitsch dachte jetzt nur daran daß sergei seine aufgaben aus der grammatik für den lehrer lernen müsse der um zwei uhr kommen werde nein wasili lukitsch sagen sie mir nur noch fragte sergei plötzlich als er schon am arbeitstische saß und das buch in der hand hatte was ist höher als der alexander njewski sie wissen doch dass papa den alexander njewski bekommen hat wasili lukitsch antwortete höher als der alexander njewski sei der wladimir orden und noch höher der höchste ist der andreas orden und noch höher als der andreas orden da weiß ich keinen mehr ach da wissen sie auch keinen mehr sergei stützte die ellbogen auf den tisch legte den kopf auf die hände und vertiefte sich in seine gedanken diese gedanken waren sehr wirr und buntschäckig er stellte sich vor wie es sein würde wenn sein vater jetzt auch gleich den wladimir und den andreas orden bekäme dann würde er heute in der unterrichtsstunde viel freundlicher sein und wenn er selbst erst groß sein würde dann würde er alle orden bekommen auch die die noch über dem andreas orden erfunden würden sobald einer erfunden würde wollte er ihn sich auch verdienen und so würden die leute immer höhere orden erfinden und er würde sie immer gleich verdienen über solchen gedanken verging die zeit und als der lehrer kam hatte sergei seine aufgaben über die umstandswörter der zeit des ortes und der art und weise noch nicht und der lehrer war nicht nur unzufrieden sondern auch betrübt die betrübnis des lehrers ging dem knaben zu herzen aber daß er die aufgaben nicht ordentlich konnte in dieser hinsicht fühlte er sich nicht eigentlich schuldig trotz aller bemühungen brachte er das ganz und gar nicht fertig solange der lehrer es ihm erklärte war ihm alles glaublich und einigermaßen verständlich aber sobald er dann allein war konnte er sich schlechterdings nicht erinnern und nicht begreifen wie das kurze und so verständliche wort plötzlich ein umstandswort der art und weise sein sollte aber trotzdem tat es ihm leid daß er den lehrer betrübt hatte er benutzte einen augenblick wo der lehrer schweigend in das buch sah michael iwanowitsch wann ist denn ihr namenstag fragte er unvermittelt sie sollten lieber an ihre arbeit denken namenstage haben für vernünftige menschen gar keine bedeutung ein namenstag ist ein tag wie jeder andere und man muss an ihm ebenso arbeiten wie an anderen tagen sergei sah seinen lehrer aufmerksam an das dünne bärtchen die brille die von der nasenwurzel etwas tiefer herabgerutscht war und geriet in seine gedanken hinein dass er nichts mehr von dem hörte was ihm der lehrer erklärte er hatte recht wohl gemerkt dass der lehrer bei der antwort auf die frage nach dem namenstage nicht so gesprochen hatte wie er wirklich dachte er hatte das am ton gespürt in dem der lehrer gesprochen hatte aber warum haben sie sich nur alle verabredet immer auf dieselbe weise zu reden immer so langweilige lehren und ermahnungen die man nicht hören mag warum stößt er mich von sich zurück warum hat er mich nicht lieb fragte er sich betrübt und konnte darauf keine antwort finden ende von abschnitt 73 gelesen von eva k nach der stunde bei dem lehrer hatte sergei unterricht bei seinem vater in der zwischenzeit bevor dieser kam setzte sich sergei an den tisch spielte mit seinem federmesser und hing wieder seinen gedanken nach eine seiner lieblingsbeschäftigungen war auf dem spaziergang nach seiner mutter zu suchen an den tod glaubte er überhaupt nicht und im besonderen nicht an den tod seiner mutter obgleich lydia ivanovna es ihm gesagt und der vater es bestätigt hatte und daher suchte er auch nachdem ihm gesagt war dass sie gestorben sei nach ihr auf seinen spaziergängen in jeder etwas vollen anmutigen frau mit dunklem haar glaubte er sie zu erkennen beim anblick einer solchen frau schwoll in seiner seele ein so gewaltiges gefühl der zärtlichkeit an dass ihm beinahe der atem versagte und ihm die tränen in die augen traten und er erwartete dann dass sie im nächsten augenblick zu ihm herantreten und den schleier in die höhe heben werde dann werde er ihr ganzes gesicht sehen können und sie werde lächeln und ihn umarmen und er werde den duft ihres parfums riechen ihre zarten weichen hände fühlen und glückselige tränen vergießen so wie er früher einmal eines abends sich vor ihre füße hingelegt hatte und sie hatte ihn gekitzelt und er hatte gelacht und sie in die weiße mit ringen geschmückte hand gebissen später nachdem er zufällig von der kinderfrau gehört hatte dass seine mutter nicht gestorben sei und sein vater und lidia ivanovna ihm erklärt hatten sie sei für ihn tot weil sie schlecht geworden sei was er nun schon gar nicht glauben konnte weil er sie so sehr liebte da suchte er genau ebenso weiter nach ihr und wartete auf sie heute war im sommergarten eine dame mit einem lila schleier gewesen die hatte er während sie sich ihnen auf einer seitenallee näherte klopfenden herzens mit den augen verfolgt in der hoffnung sie sei es aber die dame war gar nicht bis zu ihnen herangekommen sondern vorher auf einmal abgebogen und verschwunden heute empfand sergei stärker als je einen anfall von sehnsucht nach ihr und jetzt hatte er während er auf den vater wartete alles um sich vergessend die ganze tischkante mit dem federmesser zerschnitten blickte mit glänzenden augen vor sich hin und dachte an sie der papa kommt sagte wasili lukitsch und riss ihn aus seinen gedanken sergei sprang auf trat zu seinem vater und küßte ihm die hand darauf blickte er ihn aufmerksam an und suchte in seinem gesichte nach einem zeichen von freude über den alexander nevski orden war es hübsch auf dem spaziergange fragte alexei alexandrowitsch indem er sich auf seinen lehnsessel setzte und das alte testament zu sich heranzog und aufschlug obwohl alexei alexandrowitsch wiederholt zu sergei gesagt hatte jeder christ müsse die biblische geschichte fest innehaben musste er selbst wo es sich um das alte testament handelte häufig im buche nachsehen und sergei hatte das bemerkt ja es war sehr lustig papa antwortete sergei er hatte sich auf die kante des stuhles gesetzt und schaukelte mit ihm was verboten war ich habe nadjenka gesehen nadjenka war lidia iwanownas nichte und wurde bei ihr erzogen sie hat mir gesagt sie hätten einen neuen orden bekommen freuen sie sich papa erstens schaukle bitte nicht mit dem stuhle erwiderte alexei alexandrowitsch zweitens sollen wir unsere freude nicht am lohne haben sondern an der arbeit es wäre mir lieb wenn du das einsäest denn wenn du nur deshalb arbeitet ist und lernst um eine belohnung zu erhalten dann wird dir die arbeit schwer vorkommen wenn du aber arbeitest dies sagte alexei alexandrowitsch in erinnerung daran wie er sich durch das pflichtbewusstsein bei der langweiligen arbeit des heutigen vormittags aufrecht erhalten hatte er hatte 118 schriftstücke zu unterschreiben gehabt aus liebe zur arbeit so wirst du in der arbeit selbst deinen lohn finden sergeis augen die soeben noch vor zärtlichkeit und heiterkeit gestrahlt hatten wurden trübe und senkten sich unter dem blick des vaters das war derselbe ihm schon längst bekannte ton in dem der vater immer mit ihm verkehrte und auf den sergei bereits einzugehen gelernt hatte der vater redete mit ihm stets das war sergeis empfindung dabei wie wenn er ein geschöpf seiner fantasie vor sich hätte einen von den knaben wie sie in büchern vorkamen aber mit ihm sergei gar keine ähnlichkeit hatten und sergei stellte sich im verkehr mit dem vater immer nach möglichkeit so als sei er einer dieser in den büchern vorkommenden knaben ich hoffe du verstehst das sagte der vater ja papa antwortete sergei indem er sich anstellte als sei er jenes fantasiewesen die aufgabe für diese stunde bestand im auswendig lernen einiger sprüche aus dem evangelium und in der wiederholung des anfangs des alten testaments die sprüche aus dem evangelium hatte sergei ganz gut gelernt aber in dem augenblick wo er sie aufsagte zerstreute er sich durch die betrachtung des stirnbeins seines vaters das an der schläfe einen scharfen knick bildete und verhaspelte sich so daß er von dem ende des einen verses in den anfang eines mit dem gleichen worte beginnenden anderen verses hineingeriet alexei alexandrowitsch betrachtete dies als einen deutlichen beweis dafür daß der knabe das was er aufsagte nicht verstand und das machte ihn verdrießlich er runzelte die stirn und begann eine erläuterung die sergei schon oft gehört hatte aber niemals hatte verstehen können weil er eben den text selbst ganz klar verstand gerade wie bei der belehrung das plötzlich ein umstandswort der art und weise sei sergei blickte erschrocken den vater an und hatte nur einen gedanken ob der vater ihn das gesagte würde wiederholen lassen wie er es öfters getan hatte oder nicht dieser gedanke ängstigte ihn so daß er nun gar nichts mehr verstand aber der vater ließ es ihn diesmal nicht wiederholen und ging zu der aufgabe aus dem alten testament über die begebenheiten selbst erzählte sergei recht befriedigend aber als er fragen nach dem vorbedeutenden sinne einiger dieser begebenheiten beantworten sollte da wußte er nichts rechtes obgleich er wegen der gleichen sache schon einmal bestraft worden war die stelle von der er gar nichts wußte und an der er herumstotterte während er in den tisch schnitt und sich auf dem stuhle schaukelte das war die wo er über die vorsintflutlichen patriarchen auskunft geben sollte von diesen kannte er keinen außer henoch der lebend in den himmel entrückt wurde kurz vorher hatte er noch alle namen gewußt aber jetzt hatte er sie ganz und gar vergessen namentlich weil henoch seine lieblingsgestalt aus dem ganzen alten testament war und sich in seinem kopfe an die entrückung des lebenden henoch in den himmel eine ganze lange gedankenreihe anknüpfte der er sich auch jetzt überließ während er seine augen auf die uhrkette seines vaters und auf einen nur halb zugeknöpften knopf an dessen weste heftete an den tod von dem man ihm so oft erzählt hatte glaubte sergei nicht recht er glaubte nicht daß die menschen die er lieb hatte sterben könnten und namentlich nicht daß er selbst einmal sterben werde das schien ihm völlig unmöglich und unbegreiflich aber man sagte ihm alle menschen müssten sterben er hatte sogar mehrmals leute denen er glauben schenkte darüber befragt und auch diese hatten es ihm bestätigt unter anderem hatte es auch die kinderfrau gesagt wie wohl nur mit widerstreben aber henoch war doch nicht gestorben folglich starben doch nicht alle menschen und warum sollte sich denn nicht jeder mensch vor gott ebenso verdient machen können und dann auch lebend in den himmel aufgenommen werden dachte sergei die bösen menschen das heißt solche menschen die sergei nicht leiden konnte die konnten sterben aber die guten konnten alle dasselbe los haben wie henoch nun also wie heißen die patriarchen henoch enos die hattest du ja schon genannt schlecht sergei sehr schlecht wenn du dir nicht einmal mühe gibst das zu lernen was ein christ am allernotwendigsten wissen muß sagte der vater indem er aufstand was kann dich dann überhaupt interessieren ich bin unzufrieden mit dir und peter ignatiewicz das war der lehrer der die oberste leitung von sergeis erziehung hatte ist auch mit dir unzufrieden ich muß dich bestrafen der vater und der lehrer waren beide mit sergei unzufrieden und er lernte in der tat sehr schlecht aber man konnte durchaus nicht sagen dass er ein unbefähigter knabe gewesen wäre im gegenteil er war weit befähigter als jene knaben die der lehrer ihm als muster hinstellte nach der ansicht des vaters wollte er nicht lernen was man ihn lehrte in wirklichkeit aber konnte er es nicht lernen er konnte es nicht lernen weil in seiner seele forderungen vorhanden waren die für ihn mehr verbindlichkeit hatten als jene die der vater und der erzieher an ihn stellten diese beiderseitigen forderungen standen zueinander in widerspruch und so lag er mit seinen erziehern geradezu im kampfe er war neun jahre alt er war ein kind aber sein herz kannte er es war ihm teuer und er hütete es so wie das lied das auge hütet und ohne den schlüssel der liebe ließ er niemand in sein herz hinein seine erzieher klagten über ihn daß er nicht lernen wolle und doch war seine seele von wissensdurst erfüllt er lernte bei kapitonitsch bei der kinderfrau bei nadjenka bei wasili lukitsch aber nicht bei seinen lehrern das wasser auf das der vater und der lehrer für ihre mühlräder warteten war schon längst durchgesickert und arbeitete an einer anderen stelle der vater bestrafte sergei dadurch dass er ihn nicht zu lidia iwanovnas nicht nadjenka gehen ließ aber diese strafe wurde für sergei zu einem glück wasili lukitsch war guter laune und zeigte ihm wie man windmühlen baut der ganze abend verging bei dieser arbeit und bei fantastischen überlegungen wie es möglich sei eine solche mühle anzufertigen bei der man sich selbst mit herumdrehen könne man müßte sich mit den händen an den flügeln festhalten oder sich anbinden lassen und sich dann mit herumdrehen an seine mutter dachte sergei den ganzen abend nicht mehr aber als er schon zu bett ging erinnerte er sich auf einmal wieder an sie und betete leise mit seinen eigenen worten darum daß seine mutter morgen an seinem geburtstage sich nicht länger verbergen sondern zu ihm kommen möchte wasili lukitsch wissen sie worum ich noch besonders gebetet habe dass sie künftig besser lernen möchten nein um spielsachen nein falsch geraten es ist etwas sehr schönes aber ein geheimnis wenn es in erfüllung geht dann werde ich es ihnen sagen haben sie es noch nicht erraten nein ich kann es nicht raten sagen sie es mir doch erwiderte wasili lukitsch und lächelte dabei was bei ihm selten vorkam nun legen sie sich nur jetzt hin ich werde das licht auslöschen ohne licht sehe ich das woran ich denke und worum ich gebetet habe noch deutlicher vor mir aber da hätte ich ihnen beinahe mein geheimnis verraten sagte sergei vergnügt lachend als das licht hinausgetragen war glaubte sergei zu hören und zu fühlen daß seine mutter da sei an seinem bette stehe sich über ihn beuge und ihn zärtlich und liebevoll anblicke aber dann erschienen windmühlen ein federmesser alles verschwamm ineinander und er schlief ein 28 nach ihrer ankunft in petersburg waren wronski und anna in einem der besten hotels abgestiegen wronski wohnte für sich in einem unteren stockwerk anna mit dem kinde der amme und dem kammermädchen oben in einer größeren wohnung von vier zimmern gleich am ersten tage nach der ankunft fuhr wronski zu seinem bruder dort traf er außer seiner schwägerin auch seine mutter die in geschäftlichen angelegenheiten aus moskau herübergekommen war beide begegneten ihm wie gewöhnlich sie erkundigten sich nach seiner auslandsreise sprachen von gemeinsamen bekannten erwähnten aber seine beziehung zu anna mit keinem wort sein bruder dagegen der ihn am nächsten vormittag besuchte fragte von selbst nach ihr und alexei wronski sagte ihm gerade heraus er betrachte seine verbindung mit frau karinina wie eine ehe er hoffe die scheidung zu bewerkstelligen und sie dann zu heiraten bis dahin sehe er sie genau ebenso als seine frau an wie jeder ehemann seine angetraute gattin und er bitte ihn dies der mutter und seiner frau mitzuteilen wenn die gesellschaftlichen kreise dies nicht gut heißen so ist mir das völlig gleichgültig sagte wronski wenn aber meine angehörigen mit mir in verwandtschaftlichen beziehungen zu bleiben wünschen so müssen sie auch zu meiner frau in denselben beziehungen stehen der ältere bruder der stets die meinung des jüngeren achtete war sich ehe diese frage nicht durch die welt entschieden sei nicht ganz klar darüber ob alexei recht habe oder nicht er für seine person hatte nichts dagegen und ging mit ihm zusammen zu anna hinauf wronski redete in gegenwart seines bruders ebenso wie in gegenwart aller anderen anna mit sie an und verkehrte mit ihr wie mit einer näheren bekannten aber es galt dabei als selbstverständlich dass der bruder ihr verhältnis kenne und es wurde davon gesprochen dass anna mit nach wronskis gut übersiedeln werde trotz aller seiner weltkenntnis befand sich wronski infolge seiner neuen eigenartigen lage in einem seltsamen irrtum er hätte schien es nicht darüber in zweifel sein können dass die höheren gesellschaftskreise ihm mit anna verschlossen waren aber es waren jetzt in seinem kopfe allerlei unklare vorstellungen entstanden als ob das nur in früherer zeit so gewesen sei jetzt aber in einer zeit des schnellen fortschritts ohne es selbst zu merken war er jetzt auf allen gebieten ein anhänger des fortschritts geworden die anschauungen der gesellschaft sich geändert hätten und die frage ob sie zutritt zur gesellschaft erhalten würden noch nicht entschieden sei natürlich dachte er die hofgesellschaft wird ihr keine aufnahme gewähren aber die leute die uns näher stehen können und müssen die sache in der richtigen weise auffassen man kann ein paar stunden lang mit untergeschlagenen beinen in ein und derselben stellung dasitzen wenn man weiß dass einen nichts hindert diese stellung zu ändern aber wenn der mensch weiß dass er so mit untergeschlagenen beinen dasitzen muß dann bekommt er einen krampf und die beine zucken und drängen dahin wohin er sie ausstrecken möchte dasselbe gefühl machte wronski der gesellschaft gegenüber durch obgleich er in der tiefe seines herzens wußte dass die gesellschaft für sie beide verschlossen sei so wollte er doch einen versuch machen ob sie sich nicht doch geändert habe und bereit sei sie zu empfangen aber er merkte sehr bald dass die gesellschaft zwar ihm persönlich zugänglich für anna aber verschlossen war wie bei dem katz und mausspiel senkten sich die arme die sich für ihn erhoben hatten zugleich vor anna nieder unter den damen der petersburger gesellschaft mit denen wronski zusammen kam war eine der ersten seine base betsy endlich begrüßte sie ihn erfreut und anna wie ich mich freue wo sind sie denn abgestiegen ich kann mir denken wie schrecklich ihnen unser petersburg nach ihrer entzückenden reise vorkommt ich kann mir ihren honigmund in rom vorstellen wie steht es denn mit der scheidung ist das alles erledigt wronski spürte dass betsy's entzücken geringer wurde als sie hörte dass eine scheidung noch nicht stattgefunden habe ich weiß man wird mich steinigen sagte sie aber ich werde anna trotzdem besuchen jawohl ich besuche sie unter allen umständen sie beabsichtigen wohl nicht lange hier zu bleiben wirklich machte sie gleich noch am selben tage anna einen besuch aber ihr ton war jetzt ganz anders als früher sie war augenscheinlich stolz auf ihre kühnheit und wünschte dass anna die treue ihrer freundschaft auch gebührend würdigen möge sie blieb nicht länger als zehn minuten plauderte von neuigkeiten aus der gesellschaft und sagte beim abschied sie haben mir noch nicht gesagt wann die scheidung stattfinden wird freilich ich für meine person setze mich über solche rücksichten hinweg aber andere engherzigere leute werden sich kühl gegen sie benehmen solange sie noch nicht wirklich verheiratet sind und so etwas ist ja jetzt so einfach also sie reisen am freitag schade dass wir uns nicht mehr sehen aus betzies ton konnte wronski ersehen was er von der gesellschaft zu erwarten habe aber er wollte noch einen versuch in seiner eigenen familie machen auf seine mutter setzte er dabei keine hoffnung er wusste dass seine mutter die bei der ersten bekanntschaft mit anna sich so entzückt von ihr gezeigt hatte jetzt gegen sie unerbittlich war weil sie ihr die schuld daran zuschrieb dass die laufbahn ihres sohnes in die brüche gegangen war aber große hoffnungen setzte er auf varja die frau seines bruders er meinte diese werde keinen stein auf anna werfen sondern einfach und entschlossen zu ihr kommen und sie auch bei sich empfangen daher fuhr wronski gleich am folgenden tage noch einmal zu ihr und sprach da er sie allein angetroffen hatte seinen wunsch ohne umschweife aus du weißt alexei erwiderte sie nachdem sie ihn hatte ausreden lassen wie gern ich dich habe und dass ich bereit bin alles für dich zu tun aber ich habe geschwiegen weil ich wusste dass ich dir und anna arkadjewna nicht von nutzen sein kann sie bediente sich geflissentlich der vollen bezeichnung anna arkadjewna um ihre achtung auszudrücken bitte glaube nicht dass ich über sie den stab breche durchaus nicht vielleicht hätte ich an ihrer stelle dasselbe getan ich möchte nicht auf einzelheiten eingehen und kann es auch unmöglich fuhr sie fort indem sie ihm zaghaft in das finstere gesicht blickte aber man muss die dinge bei ihrem namen nennen du willst dass ich sie besuche sie bei mir empfange und sie dadurch in der gesellschaft rechtfertige aber du musst ja doch bei näherer überlegung selbst sagen dass ich das schlechterdings nicht tun kann ich habe heranwachsende töchter und ich muss auch um meines mannes willen in der gesellschaft verkehren nun sagen wir einmal ich mache anna arkadjewna einen besuch dann wird sie merken dass ich sie nicht zu mir einladen kann oder es so einrichten muss dass sie dabei nicht mit leuten zusammentrifft die die sache anders ansehen und das wird kränkend für sie sein ich kann sie nicht hinaufheben meines erachtens ist sie nicht tiefer gesunken als hunderte von frauen die ihr empfangt unterbrach wronski sie mit noch mehr verfinsterter miene und stand dann schweigend auf da er sah daß der entschluß seiner schwägerin unerschütterlich war alexei sei mir nicht böse du mußt doch selbst einsehen daß ich nichts dafür kann sagte warja ihn mit schüchternem lächeln anblickend ich bin dir nicht böse versetzte er ohne daß sich der finstere ausdruck seines gesichtes geändert hätte aber von dir tut mir die abschlägige antwort doppelt weh auch das ist mir schmerzlich daß dadurch unsere freundschaft zerstört wird wenn nicht zerstört so doch jedenfalls abgeschwächt du wirst einsehen daß auch ich darin nicht anders handeln kann und damit verließ er sie wronski sah ein daß weitere versuche zwecklos seien und daß sie genötigt sein würden diese paar tage in petersburg wie in einer fremden stadt zu verleben und jede berührung mit ihrer früheren umwelt zu vermeiden um sich nicht den peinlichsten unannehmlichkeiten und kränkungen auszusetzen eine der schlimmsten unannehmlichkeiten ihrer lage in petersburg bestand darin daß alexei alexandrowitsch und sein name überall zu sein schienen man konnte von keinem gegenstande zu sprechen anfangen ohne daß sich das gespräch auf alexei alexandrowitsch gewandt hätte man konnte nirgends hinkommen ohne ihm zu begegnen wenigstens hatte wronski diese empfindung gerade wie es jemandem der einen kranken finger hat scheint als stoße er überall nur mit diesem kranken finger an der aufenthalt in petersburg wurde für wronski auch dadurch noch drückender daß er diese ganze zeit über bei anna eine neue ihm unverständliche gemüts verfassung wahrnahm bald war sie so zärtlich als ob sie sich soeben in ihn verliebt hätte bald wieder wurde sie kalt reizbar und verschlossen sie quälte sich mit etwas und verbarg ihm etwas und tat als bemerkte sie die kränkungen gar nicht die ihm das leben vergifteten und ihr bei der feinheit ihres empfindens noch qualvoller sein mussten ende von abschnitt 74 gelesen von eva k abschnitt 75 von anna karinina von lef nikolaevich talstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfter teil 29 bei der rückkehr nach russland hatte anna namentlich den zweck im auge gehabt ihren sohn wieder zu sehen seit dem tage wo sie aus italien abgereist war hatte der gedanke an dieses wiedersehen sie fortwährend in aufregung erhalten und je mehr sie sich petersburg genähert hatte umso mehr freude hatte sie von diesem wiedersehen erhofft umso größere bedeutung ihm beigelegt wie dieses wiedersehen bewerkstelligt werden könne diese frage hatte sie sich nicht vorgelegt es war ihr als eine ganz natürliche einfache sache erschienen dass sie ihren sohn wiedersehen werde sobald sie sich mit ihm in ein und derselben stadt befinde aber nach der ankunft in petersburg kam ihr auf einmal ihre jetzige stellung in der gesellschaft deutlich zum bewusstsein und sie sah ein dass es seine schwierigkeiten haben werde ein wiedersehen zu ermöglichen nun war sie schon zwei tage in petersburg der gedanke an ihren sohn verließ sie keinen augenblick aber noch hatte sie ihn nicht gesehen so einfach nach dem hause hinzufahren wo sie mit alexei alexandrowitsch zusammentreffen konnte dazu hatte sie nach ihrem gefühl kein recht sie hätte sich der möglichkeit ausgesetzt nicht eingelassen und beleidigt zu werden an ihren mann zu schreiben und so wieder mit ihm in beziehung zu treten schon der bloße gedanke war ihr eine pein ruhig konnte sie nur dann sein wenn sie an ihren mann gar nicht dachte ihren sohn bei seinem spaziergange wieder zu sehen nachdem sie vorher erfahren hätte wohin und wann er ausgehen würde das genügte ihr nicht sie hatte sich so viel für dieses wiedersehen vorgenommen sie hatte ihm so viel zu sagen sie sehnte sich so sehr danach ihn zu umarmen und zu küssen sergeys alte kinderfrau hätte ihr helfen und rat geben können aber diese war nicht mehr in alexei alexandrowitschs hause über diesem hin und her schwanken und den nachforschungen nach dem verbleib der kinderfrau waren zwei tage vergangen da anna von alexei alexandrowitsch nahen beziehungen zu der gräfin lidia ivanovna gehört hatte entschloss sie sich am dritten tage obwohl es sie große überwindung kostete ihr jenen brief zu schreiben in dem sie absichtlich sagte die erlaubnis ihren sohn wiederzusehen werde von der großmut ihres mannes abhängen müssen sie wusste dass ihr mann wenn ihm der brief gezeigt würde die rolle des großmütigen weiter durchführen und ihr keine abschlägige antwort erteilen werde der hoteldiener der den brief hingetragen hatte brachte ihr die grausamste und von ihr am wenigsten erwartete antwort zurück nämlich dass keine antwort erfolge noch nie hatte sie sich so gedemütigt gefühlt wie in dem augenblick als sie den hoteldiener hatte zu sich ins zimmer kommen lassen und nun dessen eingehenden bericht anhörte wie er eine weile habe warten müssen und ihnen dann bestellt worden sei eine antwort erfolgt nicht anna fühlte sich gedemütigt und beleidigt aber sie sah ein dass die gräfin lidia ivanovna von ihrem standpunkt aus recht habe ihr schmerz war umso größer da sie ihn allein für sich trug sie konnte und wollte ihn nicht mit wronski teilen sie wusste dass obwohl er die hauptursache ihres unglücks war ihm die frage des wiedersehens mit ihrem sohne als recht geringfügig erschien sie wusste dass er niemals im stande sein werde die ganze tiefe ihres leidens zu verstehen sie wusste dass sie ihn wegen des kalten tones dessen er sich beim gespräche über diesen gegenstand bedienen würde hassen müsste und das fürchtete sie mehr als alles auf der welt und darum verbarg sie vor ihm alles was ihren sohn betraf sie blieb den ganzen tag zu hause und sann über ein mittel nach wie sie ihren sohn wiedersehen könne zuletzt blieb sie bei dem entschlusse stehen an ihren mann zu schreiben sie hatte diesen brief bereits abgefasst als ihr lidia ivanovnas antwort überbracht wurde das schweigen der gräfin hatte sie gedemütigt und niedergedrückt aber dieser brief und alles was sie zwischen seinen zeilen las versetzte sie in solche empörung und diese bosheit gegenüber ihrer leidenschaftlichen berechtigten liebe zu ihrem sohne erschien ihr so abscheulich dass ihr ingrimm sich gegen die anderen menschen aufbäumte und sie aufhörte sich selbst anzuklagen diese eisige kälte und dabei diese gefühlsheuchelei sagte sie zu sich selbst sie wollen weiter nichts als mich beleidigen und das kind quälen und ich sollte mich ihnen fügen nimmermehr dieses weib ist schlechter als ich ich lüge wenigstens nicht und auf der stelle fasste sie den entschluss gleich morgen an sergeys geburtstage geradeswegs nach dem hause ihres mannes zu fahren die dienerschaft zu bestechen oder zu täuschen aber unter allen umständen ihren sohn wiederzusehen und dieses abscheuliche lügengewebe mit dem sie das unglückliche kind umgeben hatten zu zerreißen sie fuhr nach einem spielwarengeschäft kaufte spielzeug und legte sich einen plan zurecht sie wollte frühmorgens um acht uhr wo alexei alexandrowitsch sicherlich noch nicht aufgestanden war hinkommen schon mit dem gelde in der hand das sie dem fördner und dem diener geben wollte damit sie sie hineinließen und wollte ohne den schleier in die höhe zu nehmen sagen sie komme von dem paten sergeys um ihm zu gratulieren und es sei ihr aufgetragen die spielsachen neben das bett des knaben zu legen nun was sie ihrem sohn sagen wollte hatte sie sich nicht zurechtgelegt so viel sie auch darüber nachdachte so konnte sie doch nichts aussinnen am anderen morgen fuhr anna allein in einer droschke hin um acht uhr war sie am haupteingang ihres früheren hauses stieg aus und klingelte geh mal hin und sieh wer da ist eine fremde dame sagte kapitonich der noch nicht angekleidet im überzieher und in gummischuhen durch das fenster eine verschleierte dame gesehen hatte die dicht an der tür stand der gehilfe des pförtners ein junger mensch den anna nicht kannte hatte ihr kaum die tür geöffnet als sie auch schon eintrat schnell einen dreirubelschein aus dem muff zog und ihn in die hand schob zu sergei aleksejewitsch sagte sie undeutlich und ging weiter vorwärts der gehilfe des pförtners betrachtete die banknote hielt aber anna bei der zweiten tür der glastür an zu wem wollen sie fragte er sie hatte seine frage gar nicht verstanden und gab keine antwort kapitonich der die verlegenheit der unbekannten bemerkt hatte kam nun selbst zu ihr heraus ließ sie durch die tür hindurch und fragte was sie wünsche ich habe vom fürsten skaradumow etwas an sergei aleksejewitsch auszurichten erwiderte sie leise der junge herr ist noch nicht aufgestanden versetzte der pförtner und blickte sie forschend an anna hatte in keiner weise erwartet dass die ganz unverändert gebliebene einrichtung der vorhalle dieses hauses in dem sie neun jahre gewohnt hatte ihr einen so tiefen eindruck machen werde erinnerungen teils freudigen teils schmerzlichen charakters wurden eine nach der anderen in ihrer seele rege und sie vergaß für einen augenblick ganz zu welchem zweck sie da war möchten sie vielleicht einen augenblick warten fragte kapitonich indem er ihr den pelz abnahm hierauf sah er ihr ins gesicht erkannte sie und machte ihr schweigend eine tiefe verbeugung bitte gehorsamst euer exzellenz sagte er sie wollte etwas sagen aber ihre stimme weigerte sich irgendeinen laut hervorzubringen sie warf dem alten manne einen flehenden schuldbewussten blick zu und ging dann mit schnellen leichten schritten die treppe hinauf ganz vornübergebeugt mit den gummischuhen an den stufen anstoßend lief kapitonitsch hinter ihr her bemüht ihr zuvorzukommen der hofmeister ist bei ihm und ist vielleicht noch nicht angekleidet ich werde anmelden anna eilte die ihr so wohlbekannte treppe weiter hinauf ohne zu verstehen was der alte sagte hierher bitte gehorsamst nach links verzeihen sie das noch nicht reingemacht ist der junge herr wohnt jetzt in dem früheren sofazimmer sagte der pförtner der ganz außer atem war belieben euer exzellenz einen augenblick zu verziehen ich werde nachsehen fuhr er fort öffnete an ihr vorbeieilend eine hohe tür und verschwand dahinter anna blieb stehen und wartete der junge herr ist eben aufgewacht sagte der pförtner der wieder aus der tür herauskam und in dem augenblicke wo der pförtner das sagte hörte anna den ton eines kindlichen gähnens an dem bloßen klange dieses gähnens erkannte sie ihren sohn und glaubte ihn leibhaftig vor sich zu sehen laß mich laß mich geh nur sagte sie und schritt durch die hohe tür rechts von der tür stand das bett und auf dem bette saß halb aufgerichtet der knabe im bloßen aufgeknöpften hemd sein körperchen krümmend und streckend brachte er gerade sein gähnen zum abschluß in dem augenblick wo seine lippen sich wieder zusammenschlossen bildete sich auf ihnen ein seliges schläfriges lächeln und mit diesem lächeln sank er wieder langsam und wonig auf das kissen zurück sergei flüsterte sie indem sie unhörbar an sein bett herantrat während sie von ihm getrennt gewesen war und namentlich in der letzten zeit wo die sehnsucht nach ihm so mächtig in ihr geworden war hatte sie ihn sich immer als vierjährigen knaben vorgestellt da dies das alter war in dem sie ihn am allermeisten geliebt hatte jetzt aber war er nicht einmal mehr der der er gewesen war als sie ihn verließ er hatte sich noch weiter von dem bilde des vierjährigen entfernt war seit der trennung noch mehr gewachsen und magerer geworden wie er aussah wie mager sein gesicht wie kurz geschnitten sein haar wie lang seine arme wie hatte er sich verändert seit sie ihn verlassen hatte aber doch war er es mit seiner kopfform mit seinen lippen mit seinem weichen hälschen und den breit gebauten schulterchen sergei sagte sie noch einmal dicht über dem ohr des kindes er richtete sich wieder auf den einen ellbogen auf drehte den zerzausten kopf nach beiden seiten wie wenn er etwas suchte und öffnete die augen still und fragend blickte er einige sekunden lang die regungslos vor ihm stehende mutter an dann lächelte er auf einmal glückselig und ließ sich die schlaftrunkenen augen wieder schließend hinsinken aber nicht rückwärts sondern zu ihr hin in ihre arme sergei mein lieber junge flüsterte sie mühsam atmend und schlang ihre arme um seinen weichen körper mama sagte er leise und bewegte sich unter ihren händen um mit recht vielen teilen seines körpers ihre arme zu berühren schlaftrunken lächelnd immer noch mit geschlossenen augen hob er sich mit seinen weichen händen an der kopfwand des bettes in die höhe griff dann von da nach den schultern seiner mutter lehnte sich an sie indem er sie mit jenem angenehmen warmen dufte umgab wie er nur bei schlafenden kindern vorkommt und begann sich mit dem gesicht an ihrem halse und an ihren schultern zu reiben ich habe es gewusst sagte er und öffnete die augen heute ist mein geburtstag ich habe es gewusst dass du kommen würdest nun will ich gleich aufstehen aber während er das sagte schlief er wieder ein anna verschlang seine gestalt mit den augen sie sah wie er in ihrer abwesenheit gewachsen war und sich verändert hatte sie erkannte und erkannte auch nicht seine nackten jetzt so großen füße die unter der bettdecke hervorschauten sie erkannte diese mager gewordenen backen diese abgeschnittenen kurzen haarlöckchen im nacken auf den sie ihn so oft geküsst hatte sie betastete das alles und vermochte nichts zu sagen die tränen erstickten sie worüber weinst du denn mama fragte er nun völlig wach geworden mama worüber weinst du rief er mit weinerlicher stimme ich will nicht mehr weinen ich weine vor freude ich habe dich so lange nicht gesehen ich will nicht mehr weinen nein nein sagte sie verschluckte ihre tränen und wandte sich ab aber nun wird es zeit daß du dich anziehst fügte sie nach kurzem schweigen hinzu als sie sich wieder gefaßt hatte und setzte sich ohne seine hand loszulassen neben seinem bett auf den stuhl auf dem seine kleider lagen wie machst du es nur dich ohne mich anzuziehen wie sie wollte in unbefangenem munteren tone reden aber sie brachte es nicht fertig und wandte sich wieder weg ich wasche mich nicht mehr mit kaltem wasser papa hat es verboten aber hast du wassili lukic noch nicht gesehen er wird gleich kommen aber du hast dich auf meine kleider gesetzt sergei lachte laut auf sie sah ihn an und lächelte mama liebe einzige mama rief er warf sich von neuem gegen sie und umarmte sie als wenn er erst jetzt beim anblick ihres lächelns klar begriffen hätte was geschehen war den brauchst du hier doch nicht sagte sie indem er ihr den hut abnahm und als ob er sie nun wo sie keinen hut auf hatte eben erst erblickte begann er wieder sie stürmisch zu küssen aber was hast du denn über mich gedacht du hast doch nicht gedacht dass ich gestorben wäre nein das habe ich nicht gedacht das hast du nicht geglaubt mein junge ich habe es gewusst ich habe es gewusst wiederholte er seinen lieblings ausdruck er fing ihre hand die sein haar streichelte drückte deren innenseite gegen seinen mund und küßte und küßte sie 30 unterdessen hatte wassili lukic der anfangs gar nicht gewusst hatte wer diese dame war aus dem gespräch entnommen dass es die mutter des knaben war die ihren mann verlassen hatte und die er nicht kannte da er erst nach ihrer zeit in das haus gekommen war er war nun im zweifel ob er hineingehen sollte oder nicht oder ob er alexei alexandrowitsch mitteilung machen sollte schließlich sagte er sich seine pflicht fordere nur dass er sergei zu einer bestimmten stunde wecke er habe daher nicht zu prüfen wer bei dem knaben sitze die mutter oder sonst jemand aber seine pflicht müsse er erfüllen so kleidete er sich denn an ging zur tür und öffnete sie aber die liebkosungen die mutter und sohn austauschten und der klang ihrer stimmen und das was sie sprachen alles dies veranlasste ihn seinen entschluss zu ändern er schüttelte den kopf und machte die tür seufzend wieder zu ich will noch zehn minuten warten sagte er zu sich räusperte sich und wischte sich die tränen aus den augen inzwischen war die dienerschaft des hauses in größter aufregung alle hatten erfahren daß die gnädige frau gekommen sei und daß kapitonitsch sie hereingelassen habe und daß sie jetzt im kinderzimmer sei und dabei ging doch der herr immer zwischen acht und neun uhr ins kinderzimmer alle waren sich darüber klar daß ein zusammentreffen der beiden gatten nicht stattfinden dürfe und verhindert werden müsse der kammerdiener karnier ging hinunter ins pförtnerzimmer und erkundigte sich wer sie hereingelassen habe und wie das zugegangen sei und als er hörte daß kapitonitsch sie empfangen und heraufbegleitet habe machte er dem alten vorwürfe der pförtner beharrte in hartnäckigem schweigen aber als karnier zu ihm sagte er verdiene dafür weggejagt zu werden da trat kapitonitsch entschlossen auf ihn zu und sagte indem er mit den händen dicht vor karniers gesicht herumfuchtelte ja du du hättest sie nicht hereingelassen zehn jahre habe ich hier gedient und nichts als gutes von ihr erfahren dann geh du doch jetzt hin und sage zu ihr bitte machen sie daß sie hinauskommen du verstehst dich ja darauf den mantel nach dem winde zu hängen jawohl denk du lieber an dich selbst wie du den herrn bestielst und ihm seine schuppenpelze wegnimmst ungebildeter kommisssoldat sagte karnier verächtlich und wandte sich zu der gerade ins haus tretenden kinderfrau was sagen sie dazu maria jefimowna er hat die gnädige frau hereingelassen ohne jemandem ein wort davon zu sagen alexei alexandrowitsch kann jeden augenblick aus seinem zimmer kommen und ins kinderzimmer gehen böse geschichten böse geschichten erwiderte die kinderfrau halten sie karnier vasiljewitsch den herrn irgendwie auf und ich will hinlaufen und sehen daß ich sie wegbringe böse geschichten böse geschichten als die kinderfrau ins kinderzimmer trat war sergei gerade dabei seiner mutter zu erzählen wie er und nadjenka im schlitten von einem eisberg heruntergefahren und umgestürzt seien und sich dreimal überkugelt hätten sie hörte den ton seiner stimme sah sein gesicht und den lebhaft wechselnden ausdruck darin und fühlte seine hand in der ihrigen aber sie verstand nicht was er sagte daß sie fortgehen und ihn verlassen müsse das war das einzige was sie dachte und dessen sie sich bewusst war sie hörte auch wasili lukitschs schritte der an die tür trat und hustete sie hörte auch die schritte der sich nähernden kinderfrau aber sie saß wie versteinert da und war weder imstande zu sprechen noch sich zu erheben gnädige frau liebe gnädige frau begann die kinderfrau indem sie zu anna herantrat und ihr die hände und die schultern küsste eich da hat gott unserem geburtstagskinder eine freude beschert sie haben sich auch gar nicht verändert ach sie gute seele ich wusste gar nicht dass sie noch hier im hause sind sagte anna die einigermaßen wieder zur besinnung kam ich wohne nicht hier ich wohne bei meiner tochter ich bin nur gratulieren gekommen anna arkadievna liebe gnädige frau die kinderfrau begann auf einmal zu weinen und ihr wieder die hand zu küssen lächelnd und mit strahlenden augen hielt sergei mit der einen hand seine mutter mit der anderen die kinderfrau gefasst und trampelte mit seinen kräftigen nackten beinen auf dem teppich umher dass seine liebe kinderfrau gegen seine mutter so zärtlich war versetzte ihn in entzücken mama sie kommt oft zu mir und jedes mal wenn sie kommt begann er hielt aber inne da er bemerkte dass die kinderfrau der mutter etwas zuflüsterte und auf dem gesicht der mutter ein ausdruck des erschreckens und etwas wie scham sichtbar wurde was ihr gar nicht gut stand sie trat zu ihm heran mein lieber junge sagte sie sie war nicht imstande lebewohl zu sagen aber der ausdruck ihres gesichtes sagte dies und er verstand es mein liebes liebes moppelchen sagte sie mit diesem kosenamen hatte sie ihn genannt als er noch ein ganz kleines kind war du wirst mich nicht vergessen du aber sie vermochte nicht weiter zu reden wie viele worte und wendungen fielen ihr später ein in denen sie hätte zu ihm reden können aber im augenblick fand sie keine geeigneten ausdrücke und war nicht imstande etwas zu sagen aber sergei verstand alles was sie ihm zu sagen beabsichtigte er verstand dass sie unglücklich war und ihn lieb hatte er hatte sogar verstanden was die kinderfrau geflüstert hatte er hatte die worte gehört immer zwischen acht und neun uhr und er hatte verstanden dass dabei vom vater die rede war und dass die mutter mit dem vater nicht zusammentreffen durfte das hatte er verstanden aber eines konnte er nicht verstehen warum hatte sich auf ihrem gesichte ein ausdruck des erschreckens und der scham gezeigt sie hatte nichts schlechtes getan und doch fürchtete sie sich vor ihm und schämte sich über etwas gern hätte er eine frage gestellt um eine aufklärung über diesen zweifel zu erhalten aber er wagte es nicht er sah dass sie litt und sie jammerte ihn schweigend schmiegte er sich an sie und flüsterte ihr dann zu geh noch nicht weg er kommt noch nicht so bald die mutter schob ihn ein wenig von sich zurück um darüber ins klare zu kommen ob er das was er gesagt hatte mit verständnis gesagt habe und erkannte an seinem ängstlichen gesichtsausdrucke dass er nicht nur vom vater sprach sondern sie auch gewissermaßen fragte was er von seinem vater denken solle sergei mein lieber junge sagte sie habe ihn lieb er ist besser und braver als ich und ich habe unrecht gegen ihn gehandelt wenn du erst groß geworden sein wirst dann wirst du das verstehen besser als du ist niemand rief er in voller verzweiflung und unterströmenden tränen fasste sie an den schultern und presste sie mit seinen vor anstrengung zitternden armen aus leibeskräften an sich mein herzchen mein lieber kleiner murmelte anna und begann ebenso hilflos und kindlich zu weinen wie er in diesem augenblick öffnete sich die tür und was sie die lukitsch trat ein auch bei der anderen tür wurden schritte hörbar und die kinderfrau flüsterte erschrocken er kommt und reichte anna ihren hut sergei ließ sich aufs bett zurückfallen bedeckte das gesicht mit den händen und schluchzte anna zog ihm die hände fort küßte noch einmal sein tränenfeuchtes gesicht und ging mit schnellen schritten zur tür dort traf sie mit alexei alexandrowitsch zusammen als er sie erblickte blieb er stehen und senkte den kopf sie hatte zwar eben erst gesagt er sei besser und braver als sie aber bei dem schnellen blick den sie auf ihn richtete und mit dem sie seine ganze gestalt mit allen einzelheiten umfasste bemächtigte sich ihrer dennoch ein gefühl des widerwillens und des ingrimms gegen ihn und ein gefühl des neides wegen des ihm verbleibenden sohnes mit einer schnellen bewegung zog sie den schleier herunter beschleunigte ihren schritt und verließ fast laufend das zimmer sie war nicht einmal dazu gekommen die spielsachen die sie tags zuvor im laden mit so viel liebe und leid ausgesucht hatte hervorzuholen und brachte sie so wie sie waren wieder nach hause zurück ende von abschnitt 75 gelesen von eva k wie lebhaft auch anna das wiedersehen mit ihrem sohne gewünscht wie lange sie auch daran gedacht und sich darauf vorbereitet hatte so hätte sie doch nicht erwartet dass dieses wiedersehen einen so heftigen eindruck auf sie machen werde als sie in ihr einsames zimmer im gasthofe zurückgekehrt war konnte sie lange nicht begreifen warum sie eigentlich dort sei ja nun ist alles aus und ich bin wieder allein sagte sie zu sich und setzte sich ohne den hut abzunehmen auf einen am kamin stehenden sessel regungslos nach der bronzeuhr hinstarrend die auf einem tische zwischen den fenstern stand überließ sie sich ihren gedanken die französische kammerjungfer die sie aus dem auslande mitgebracht hatte kam herein und bot ihre hilfe beim umkleiden an anna blickte sie erstaunt an und erwiderte später später der kellner fragte an ob sie jetzt den kaffee befehle später antwortete sie die italienische amme die gerade die kleine angekleidet hatte kam mit ihr herein und brachte sie der mutter das dicke wohlgenährte kleine mädchen drehte wie immer beim anblick der mutter die nackten in den gelenken wie von umwickelten fäden tief eingekerbten ärmchen mit den handflächen nach unten und begann mit dem zahnlosen mündchen lächelnd mit den händen zu rudern wie ein fisch mit den flossen und mit ihnen auf den gestärkten falten seines gestickten kleidchens herum zu rascheln es war unmöglich nicht zu lächeln die kleine nicht zu küssen es war unmöglich ihr nicht einen finger hinzuhalten den sie dann vor freude aufkreischend und mit dem ganzen körper aufhüpfend erfasste es war unmöglich ihr nicht die lippen hinzuhalten die sie statt eines kusses mit ihrem mündchen umfasste und alles dies tat anna auch sie nahm sie auf den arm und ließ sie springen und küßte sie auf das frische bäckchen und die nackten ellbogen aber beim anblick dieses kindes wurde es ihr noch klarer dass das gefühl das sie für die kleine empfand im vergleich mit demjenigen das sie für sergei hegte eigentlich gar nicht liebe zu nennen war alles an diesem kleinen mädchen war entzückend aber eigentümlicherweise wirkte alles dies nicht auf ihr herz auf das erste kind wenn es auch von einem ungeliebten vater stammte hatte sie alle kraft ihrer anderweitig unbefriedigt gebliebenen liebe verwandt das kleine mädchen aber war unter den schrecklichsten umständen geboren und es war ihm nicht der hundertste teil der sorgfalt zuteil geworden die dem ersten kinde gewidmet worden war außerdem war bei dem kleinen mädchen alles erst noch von der zukunft zu erwarten sergei dagegen war schon beinahe ein richtiger mensch und ein geliebter mensch in ihm kämpften schon gedanken und empfindungen er verstand seine mutter er liebte sie er hatte ein urteil über sie davon war sie wenn sie sich seine worte und blicke vergegenwärtigte überzeugt und nun war sie von ihm für immer nicht nur körperlich sondern auch geistig getrennt und es gab kein mittel dies zu ändern sie gab das kleine mädchen der ammer zurück entließ sie und öffnete eine bildkapsel in dem sich ein bild sergés aus der zeit befand wo er ungefähr ebenso alt gewesen war wie jetzt die kleine sie stand auf legte den hut ab und nahm von einem tischchen ein album das aufnahmen ihres sohnes aus verschiedenen lebensaltern enthielt sie wollte die bilder miteinander vergleichen und machte sich deshalb daran sie aus dem album herauszunehmen sie hatte schon fast alle herausgenommen und nur eines das letzte und beste bild steckte noch darin er saß darauf in einer weißen hemdbluse rittlings auf einem stuhle kniff die augen finster zusammen und lächelte mit dem munde das war eine ihm ganz besonders eigene miene bei der er am allerbesten aussah mit ihren kleinen geschickten händen deren weiße schlanke finger sich jetzt besonders eifrig bewegten erfaßte sie mehrmals ein äckchen des bildes aber das bild entschlüpfte ihr immer wieder und sie konnte es nicht herausbekommen die 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 Vielen Dank.